Endzeit von Liz Jensen Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg Gelesen von Andrea Sawatzky Erster Teil In jenem Sommer, in dem sich alle Regeln änderten, schien der Juni tausend Jahre lang. Die Temperaturen waren gnadenlos. 38, 39, 40 Grad im Schatten. In dieser Hitze musste man sterben, durchdrehen oder sich fortpflanzen. Unten am Hafen reflektierte das Meer die Sonne in winzigen barbarischen Spiegeln. Man war am Ersticken und sehnte sich nach Regen, der nicht kam. Doch es kamen andere Dinge, scheinbar willkürlich. Darunter Bethany Crawl, der mordende Teenager. Falls ich damals nicht gewusst habe, dass die Unruhe bestimmten Regeln gehorcht, so weiß ich es jetzt. Damals träumte ich fast jede Nacht so lebhaft, dass die Träume wie digital bearbeitet schienen. Manchmal konnte ich mehr als nur gehen und laufen und springen. Ich konnte Ratschlag, ich konnte praktisch fliegen. Ich war eine Akrobatin, schleuderte meinen Körper durch die leere Luft und schwebte wie eine Figur von Chagall in der Stratosphäre. Dann wieder war ich mit Alex zusammen. Er warf lachend den Kopf zurück, als wäre nichts geschehen. Oder wir hatten hektischen Sex, ein wildes Gewirr aus Gliedmaßen. Oder wir gaben uns der anderen Beschäftigung hin, in der wir es so rasch zur Meisterschaft gebracht hatten. Streiten. Dann wachte ich auf. Ich lag da, mein Oberkörper schweißbedeckt, und ließ den neuen Tag stufenweise hereinsickern. Bevor ich aufstand, folgte die letzte Stufe. Ich zählte mir pflichtschuldig das, was ich hatte, auf. Es war nicht viel, was das volkstümliche kleine Ritual beträchtlich verkürzte. Als der Himmel schließlich seine Schleusen öffnete, nahmen die Unwetter biblische, größenwahnsinnige Ausmaße an, als führte ein zorniger Jehova von oben Regie. An den Küsten gaben Klippen nach und kippten Erde, Geröll und Schlamm auf die Strände, wo sie in trotzigen Haufen liegen blieben. Am Horizont explodierten kohlschwarze Wolken und türmten sich zu schwankenden Luftmetropolen. Jenseits der grauen, steinernen Bollwerke des Hafens elektrisierten Blitze das Wasser. Leidenschaftliche Böen zerrten an den Segeln der ankernten Boote und stürmten von dort ins Landesinnere, drückten ganze Maisfelder zu Boden, entwurzelten Bäume, zerschmetterten Hopfensilos und Scheunen, ließen zerrissene Müllsäcke in der Luft Pirouetten drehen. Gespenstische Geister des Konsumwahns. Das unberechenbare Wetter war weltweit zur Norm geworden. Ursache und Wirkung. Gewöhne dich daran, dass A zu B führt. Gewöhne dich daran, in interessanten Zeiten zu leben. Lerne, dass nichts willkürlich geschieht. Achte auf den Punkt, an dem es kippt. Dreh dich um. Vielleicht liegt er schon hinter dir. Laut einer Volksweisheit ist es falsch, nach einer persönlichen Katastrophe große Veränderungen vorzunehmen. Man soll bei seinen Liebsten bleiben oder, falls man keine hat, bei jenen, die gerade verfügbar und willens sind, einem beim Horror des neu konfigurierten Lebens die Hand zu halten. Warum also hatte ich nach meinem Unfall so hartnäckig das genaue Gegenteil getan? Damals war ich mir sicher gewesen, dass es richtig sei, London zu verlassen. Ich hatte das für und wieder kühl abgewogen. Doch meine Träume von den Chagall-Mädchen und die Ruhelosigkeit, die mich überkommen hatte, deuteten auf eine andere Möglichkeit hin, dass ich wieder einmal mein Leben versaut hatte, und zwar so gründlich und endgültig, wie es nur eine Psychologin kann. Mein Gehirn machte Überstunden in Sachen Verdrängung, rotierend wie eine kaputte Zentrifuge auf Höchstgeschwindigkeit. Headport liegt in der Nähe des Kanaltunnels und hat einen hohen Anteil illegaler Einwanderer und Asylbewerber. Die Bevölkerung der billigen Pensionen, die entwurzelte Unterklasse. Während der Tag sich entfaltet, füllen sich die Mülleimer und Quellen schließlich über von Starbucks-Bechern, Klatschmagazinen, zerdrückten Bierdosen und Burgerkartons, die aussehen wie aufklaffende Muschelschalen aus Styropor. Die leeren Hüllen dessen, was die britische Seele nährt. Mit der Dämmerung kommen räudige Füchse, die durch die bohrende Hitze streichen und Nahrung suchen. In meinem neuen Leben verbringe ich die Wochentage meist zwei Kilometer außerhalb der Stadt, jenseits verstopfter Hauptstraßen und Minikreisverkehre. Wenn man die Industriebrache an der East Road passiert, das Matratzenlagerhaus und ein hohes Gebäude, bei dem es sich angeblich um eine bahnbrechend moderne Schweinefarm handelt und dann rechts abbiegt, sieht man schon den diskreten Wegweiser zu meinem Arbeitsplatz. Willkommen im Ocksmith Adolescent Secure Psychiatric Hospital, dem Heim der 100 gefährlichsten Kinder im Land. Zu Ihnen gehört auch Bethany Crawl. Als ich Bethany Crawl zum ersten Mal begegne, arbeite ich seit zwei Wochen als Vertretung für Joy McConney, eine Psychotherapeutin, die eine Auszeit genommen hat, vermutlich ein Euphemismus für irgendeinen unausgesprochenen Skandal. Meine neuen Kollegen möchten nicht über sie sprechen. In Einrichtungen, die als Mülleimer für Menschen gelten, ist die Fluktuation hoch. Die meisten von uns haben flexible Verträge. Es sind Stellen ohne Prestige. Man redet von neuerlichen Kürzungen, die zu einer endgültigen Schließung von Ocksmith führen könnten. Ich aber komme frisch aus der Reha, dem erzwungenen Rückzug von der Front, wie man es dort nannte, und kann daher nicht wählerisch sein. Zwischen den kaputten Büroklammern der welken Grünlilie und den alten Kaffeebechern aus Styropor, die Joy McConneys verlassenes Büro bevölkern, finde ich eine Grußkarte. Darauf hat jemand in kleinen, gehetzt wirkenden Buchstaben die rätselhafte Botschaft hinterlassen, für Joy, die wahrhaft glaubte. Die Unterschrift kann ich nicht entziffern. Etwas habe ich von meinen gestressten Kollegen aufgeschnappt. Man hat mir Bethany Crawl zugewiesen, weil niemand sonst mit ihr arbeiten will. Als Neuankömmling habe ich keine Wahl. Bisher haben alle, die mit Bethany Crawl zu tun hatten, sie als nicht therapierbar bezeichnet, ausgenommen Joy McConney, deren Notizen sich aber nicht in der Akte finden. Womöglich hat sie niemals welche angefertigt. Seit dem Unfall empfinde ich körperliche Gewalt anders als früher. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um mich davor zu schützen. Bis auf eines. Mein Haar, dessen Länge sich durchaus zum Erdrosseln eignen würde, habe ich nicht angerührt. Darin bin ich eitel. Doch nun, da Bethany Crawl auf meiner Patientenliste steht, werde ich vielleicht doch zum Friseur gehen. Laut Akte ist mein neuer Schützling ein Extremfall in Sachen Aggressivität. Nachdem ich zehn Jahre mit psychotischen Jugendlichen wie Bethany Crawl gearbeitet habe, bin ich solche Geschichten gewöhnt, doch der Mord an ihrer Mutter weckt in mir ein vertrautes, flaues Gefühl, eine Art moralischen Schmerz. Die knallbunten Polizeifotos in der Akte lassen mich flüchtig die Augen schließen und lenken meinen Blick wieder zum Fenster, wobei ich mich frage, wie man freiwillig Gerichtsmediziner werden kann. Am 5. April vor zwei Jahren erstach Bethany Crawl in den Osterferien im Zuge eines irren und ungeklärten Angriffs ihre Mutter Karen mit einem Schraubenzieher. Bethany Crawl war 14, klein und untergewichtig für ihr Alter. Umso bemerkenswerter, wie heftig und nachhaltig die Attacke verlief. Das Kind musste aus irgendeiner Quelle gewaltige Kraft geschöpft haben. Dass sie den Mord begangen hatte, stand außer Frage. Das Haus war von innen abgeschlossen und ihre Fingerabdrücke fanden sich überall auf dem Tatwerkzeug. Bethany's Vater, Leonard, ein evangelikaler Prediger, befand sich zu dieser Zeit auf einer Prophezeiungstagung in Birmingham. Er war am Morgen abgereist. Eine Stunde vor der Tragödie hatte er noch nacheinander mit Frau und Tochter telefoniert und sie hatten miteinander gebetet. Das war Familientradition. Um halb elf Uhr abends hörte ein Nachbar laute Schreie und rief die Polizei. Als diese eintraf, war Karen Crawl bereits tot. Man fand ihre Tochter neben ihr auf dem Boden, zusammengekrümmt in Fötusposition. Auf diesem Foto kann man Bethany's Gesicht nicht sehen, wohl aber das ihrer Mutter, zumindest den Teil, der nicht mit Blut bedeckt ist. Der Schraubenzieher steckt tief in ihrem linken Auge. Der gelbe Plastikgriff ragt heraus. Er wirkt seltsam munter wie eine Gabel in einem blutigen Steak, das keiner mehr essen will. Ein Foto zeigt einen offenen Mülleimer, der laut Unterlagen die verkohlten Überreste einer King-James-Bibel enthält. Eine Untersuchung, die unmittelbar nach der Tragödie vorgenommen wurde, ergab frische blaue Flecke an Bethany's Körper, vor allem an den Oberarmen, und Verletzungen an beiden Handgelenken. Daraus schloss man auf einen heftigen Kampf. Auf der nächsten Seite findet sich ein Bild der Crawls aus glücklicheren Zeiten, aufgenommen ein Jahr, bevor die Familie implodierte. Es zeigt ein dunkelhaariges Kind mit scharfen Zügen, flankiert von den Eltern, einem gutaussehenden Vater und seiner blassen, mageren Frau. Alle lächeln breit, Bethany so breit, dass ihre Zahnspange im Mittelpunkt steht. Unglücklich sein kann viele Formen annehmen. Bethany's Lehrer beschrieben sie als hochintelligent, aber gestört. Zwischen den Zeilen lese ich, dass sie wie so viele Kinder ihrer Generation das klassische Produkt der interessanten Zeiten des vergangenen Jahrzehnts ist, der Lebensmittelknappheit, Massenaufstände und eines Nahostkrieges von apokalyptischen Ausmaßen. Sie wurde vor allem durch die Glaubenswelle geprägt, die dem weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch folgte. Bethany, starkköpfige Tochter eines Predigers, rebellierte gegen die dominante Rolle, die das fundamentalistische Christentum in ihrem Leben einnahm. In der Schule galt sie als selbstzerstörerisch und hatte sehr wahrscheinlich sexuelle Beziehungen zu Jungen, blieb im Unterricht aber aufmerksam und zeigte besonderes Talent in Naturwissenschaften, Kunst und Erdkunde. Ich blättere zum nächsten Teil, dem Bericht des Polizeipsychiaters. Dr. Waxman schreibt wortreich, aber die Geschichte ist im Grunde einfach. Unmittelbar nach dem Mord setzte bei Bethany ein Bewältigungsmechanismus ein, der so brutal und effizient war wie eine Amputation auf dem Schlachtfeld. Sie verlor das Gedächtnis. Sie bestritt die Tat nicht, behauptete aber, sie könne sich nicht daran erinnern und wisse auch nicht, was sie zu einem so drastischen Handeln bewogen habe. Auch wollte sie nicht mit ihrem Vater sprechen, als dieser tief bestürzt von seiner Reise nach Birmingham zurückkehrte. Waxman überwies sie nach Oxmith, verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, sie werde in den kommenden Wochen und Monaten Fortschritte machen und wandte sich dem nächsten Fall zu. Indes war Waxmans Optimismus bezüglich der positiven Wirkung des Oxmith Adolescent Secure Psychiatric Hospital unbegründet. Zwei Jahre nach ihrer Aufnahme hatte Bethany Crawl vier Selbstmordversuche hinter sich und einen anderen Patienten ernsthaft angegriffen. Ihr Gedächtnis war wieder gekehrt, doch sie weigerte sich, über den Mord und das, was ihn ausgelöst hatte, zu sprechen. Sie aß kaum mehr und erhielt, nachdem eine akute Depression diagnostiziert worden war, eine breite Palette psychotropa Substanzen, von denen keine ihre Stimmung heben konnte. Bethany zeigte kein Interesse an den therapeutischen Sitzungen und blieb die meiste Zeit stumm. Wenn sie sprach, äußerte sie die Überzeugung, dass ihr Herz schrumpfe, ihr Blut vergiftet sei und sie von innen verfaule. Nach einem schweren Gewitter, bei dem sie mit einer Plastikgabel auf ihre Kehle eingestochen hatte, behauptete Bethany schließlich, sie sei tot und ihr Körper verwese allmählich. Da sie als Leiche keine Nahrung verdauen konnte, hörte sie gänzlich auf zu essen. An diesem Punkt diagnostizierte man das Cotar-Syndrom, die nihilistische Überzeugung, dass der eigene Körper verstorben sei und beschloss nach längerer Diskussion, dass eine Elektrokonvulsionstherapie die letzte Möglichkeit sei. Die Resultate werden als dramatisch beschrieben. Bethany begann zu essen, zu sprechen und reagierte positiver auf die Therapie. Sie erklärte, sie fühle sich lebendiger und behauptete mit Nachdruck, die EKT als positiv zu erleben, obwohl sie sich während der gesamten Anwendung in Narkose befunden hatte und sich unmöglich daran erinnern konnte. In der Welt der geistig Gestörten ist das Absonderliche jedoch relativ. Nachdem die Elektroschockbehandlung zunächst fünf Wochen lang einmal wöchentlich angewandt wurde, erhält Bethany seit März monatliche Erhaltungsdosen von einem gewissen Dr. Echmet, den ich noch nicht kennengelernt habe, obwohl ich schon seinen Hinterkopf gesehen und festgestellt habe, dass er mal wieder zum Friseur gehen sollte. So wirksam die EKT auch sein mag, Bethany weigert sich weiterhin über ihre Eltern und das katastrophale Ereignis, das sie hierher gebracht hat, zu sprechen. Es ist nach wie vor ein Rätsel, warum sie ihre Mutter an einem Aprilabend angegriffen und mit einem Schraubenzieher ermordet hat. Da ich nicht viel Zeit habe, blättere ich den Rest rasch durch. Darunter findet sich eine Notiz, die der leitende Psychiater von Ocksmith, Dr. Sheldon Gray, nachträglich hinzugefügt hat. Der Vater der Patientin, Leonard Kroll, weigert sich, Bethany in Ocksmith zu besuchen. Aus therapeutischer Sicht mag dies vorteilhaft für Bethany sein, da er den Mord an seiner Frau damit erklärt, Bethany sei vom Bösen besessen. Als ich zu meiner Sitzung mit Bethany in den Kunstraum komme, wartet bereits ein stämmiger Krankenpfleger, der am Handy eine umständliche technische Diskussion über die Schichtpläne führt. Rafik sei tough und wachsam, habe ich gehört, doch die Geste, mit der er mir bin gleich soweit signalisiert, wirkt nicht gerade vertrauenerweckend. Aus der Akte weiß ich, dass Bethany Kroll im vergangenen Dezember einem Jungen das Ohr abgebissen hat, als er sie sexuell attackierte. Sie zerkaute es so stark, dass es nicht mehr angenäht werden konnte. Na wunderbar, bringt sie nur her. Plötzlich, zu plötzlich, macht ein riesiger Krankenpfleger mit tätowierten Armen genau das. Die Tür ist aufgegangen und ein dunkles Mädchen, ein Strich in der Landschaft, kommt auf mich zu, kommt mir zu nah. Man gewöhnt sich nie daran, dass alle größer sind als man selbst, man sieht sie immer aus dem falschen Blickwinkel. Sie sollte ein bisschen zurücktreten, aber das tut sie nicht. Rafik grunzt dem Berg von einem Kollegen etwas zu, worauf dieser mir zunickt, als wollte er sagen, Paket abgeliefert. Er verschwindet. Ich könnte zurückweichen, will es aber nicht riskieren. Sie würde merken, was es bedeutet. Bethany Crawl ist klein, zart wie ein Vogel und für eine 16-Jährige ziemlich unterentwickelt. Ihr schwarzes Haar steht vom Kopf ab wie das wütende Gekritzel eines Kindes. Selbstverletzung ist bei den Patientinnen in Ocksmouth ein beliebtes Hobby und auf ihren nackten Armen sehe ich das übliche Durcheinander von Brandnarben und Schnitten, manche alt, andere frischer. Halleluja! Die neue Psychiaterin! Ihre Stimme klingt kindlich, aber seltsam heiser, als hätte man ihre Kehle mit Scheuersand bearbeitet. Schön, dich kennenzulernen, Bethany, sage ich und beuge mich vor, um ihr die Hand zu geben. Ich bin Therapeutin, keine Ärztin. Anderes Arschloch, gleiche Scheiße, verkündet sie, ohne meine Hand zu ergreifen. Genau wie ich trägt sie schwarz, die Farbe der Trauer. Glaubt sie immer noch, sie sei gestorben? Gabriel Fox, ich bin neu hier. Ich vertrete Joy McConney. Ich gebe jedem von euch eine Chance. Jeder fängt mit zehn von zehn Sterben an. Sie betrachtet prüfend meinen Rollstuhl. Sie bekommen einen Extrastern, weil sie in Spasti sind. Positive Diskriminierung. Also fangen sie mit elf an. In ihren Unterlagen stand, sie sei redegewandt, aber ich bin dennoch überrascht. Das ist an solchen Orten selten. Zehn reichen völlig aus, Bethany. Das ist sogar sehr großzügig von dir. Ich bin auf Kunsttherapie spezialisiert. Die Theorie besagt, dass man mit Kunst Gefühle manchmal besser ausdrücken kann als mit Worten. Ihre Augen sind dunkel, katzenhaft und dick mit Kajal umrahmt. Fahle, olivbraune Haut. Ein schmales, asymmetrisches Gesicht. Sie ist eher markant als hübsch. Kurz gesagt, ich bin hier, um dir zu helfen und dich zu ermutigen, das auszudrücken, was immer du ausdrücken möchtest. Hier im Traum. Egal was. Es gibt keine Grenzen. Es ist eine Erforschung. Manchmal führt sie einen an dunkle Orte, aber ich bin bei dir. Ein Spasti, der mich beschützt, ist ja toll. Super, sie an dunklen Orten an meiner Seite zu haben, während sie irgendwelches Psycho-blablabra willn. Ich bin einfach nur jemand, mit dem du reden kannst. Und wenn du das nicht willst, gebe ich dir Papier und Farben. Nicht alles funktioniert mit Worten, so groß dein Vokabular auch sein mag. Sie steckt zwei Finger in den Mund, als müsste sie sich übergeben. Sie sind schon runter auf fünf, ich sehe, sie gehören nicht hierher. Sie schaut mich ungerührt an. Vielleicht sollten sie einfach mit ihrem Spasti-Mobil in den Sonnenuntergang rollen, bevor was Schlimmes passiert. Sie geht um den Rollstuhl herum, bleibt hinter mir stehen und flüstert mir ins Ohr. Sie vertreten also Joy, die tragische Joy? Sie haben sicher von den beklagenswerten Umständen gehört, die zu ihrem Abgang geführt haben? Ihr geschickter Gebrauch von Phrasen könnte mir verraten, wie sie tickt. Sie spricht, als wäre ihr Leben ein Gegenstand, den sie aus der Ferne betrachtet, ein Quell der Belustigung, mehr Fiktion als Wirklichkeit. Ich habe sie vor dem gewarnt, was passieren würde. Ich habe sie gewarnt. Jetzt hat sie mich am Haken, aber ich hüte mich, Interesse an meiner Vorgängerin zu zeigen und deute auf die Wände. Ist da etwas von dir dabei? Man kann das wie ein Spiel betreiben, die Kunstwerke dem jeweiligen Irren zuordnen. Joy war tragisch, aber das sind sie auch, fährt sie fort, ohne meine Frage zu beachten. Ich meine, sie geben sich Mühe beim Schminken, obwohl sie wieso keiner zweimal hinsieht, egal wie heiß sie sind, außer irgendwelche Perversen, ist nicht böse gemeint, aber mal ehrlich, Spasti, so sieht's aus. Wenn man zeigt, dass der Schlag gesessen hat, haben sie gewonnen, dann sind sie allmächtig und nutzen es aus. Ich habe gefragt, ob eines dieser Werke von dir stammt, sage ich leicht hin, und du kannst mich Gabriel nennen. Meinen sie diese großen Meisterwerke? Sie schaut sich verächtlich um. Es sind die üblichen Motive, Blumen, anarchistische systemkritische Graffiti, Friedhöfe, Dschungeltiere, üppige Brüste und aufgeblähte Falli. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass du hier auch etwas machst, schlage ich vor. Sollen wir uns das mal vornehmen? Es ist, als hätte ich überhaupt nicht gesprochen. Ich dehne das Schweigen ein wenig aus, begreife dann aber, dass auch sie ein Wartespielchen spielt. Ich fange Rafiks Blick auf und lese darin Mitgefühl, vielleicht sogar Mitleid. Ich frage mich, wie viele Sitzungen mit Bethany Crawl er schon durchgestanden hat. Bethany, irgendeine Idee, frage ich schließlich. Mit einer plötzlichen Bewegung hockt sie sich auf den Tisch in der Mitte und stößt einen theatralischen Seufzer aus. Ach, erst bekomme ich meine EKT, dann die tragische Joy und nun sie. Ich könnte gerade auf die Idee kommen, dass man mich in Oxmith wie eine verdammte Prinzessin behandelt. Nur noch ein Stern, Misses. Sie dreht sich zum eingebauten Wandspiegel um und inspiziert ihre Zähne, die noch immer in derselben silbernen Klammer stecken wie auf dem Familienfoto. Die Kunstgruppe trifft sich dreimal in der Woche. Manche Leute arbeiten lieber allein. Das könnte ich mir bei dir vorstellen. Ich habe Aquarellfarben, Acryl, Tusche, Ton, aber du kannst auch Computergrafiken erstellen oder fotografieren. Die einzige Regel ist, keine selbstgemachten Tattoos. Und wenn ich nichts von diesem Scheiß machen will, will ich auch keine Schlangen auf meine Titten stempeln? Was du in den Sitzungen tust, liegt ganz bei dir. Wir können auch einfach reden oder spazieren gehen. Ein gemeines Leuchten huscht über ihr Gesicht. Spazieren gehen? Wie denn bitte? Ihre Stimme ist durchsetzt von kunstvoll gezimmertem Zorn. Es muss sehr anstrengend sein, diesen Zorn ohne festes Ziel am Leben zu erhalten. Wie erschöpft sie sein muss. Im Park. Nur wir beide und fünf Krankenpfleger mit rasierten Köpfen, die regelmäßig Bodybuilding machen. Ein Lächeln kringelt ihre Mundwinkel. Ja, sie würden natürlich einen gewissen Schutz brauchen. Angesichts meiner gewalttätigen Vorgeschichte, die sie eben in meiner Akte gelesen haben. hab sie auch gelesen und die Bilder gesehen. Ganz schön blutig. Mensch, ich müsste eigentlich Angst vor mir selbst haben. Ich warte einen Herzschlag lang, aber sie ist es gewöhnt. Keine Chance. Hast du denn manchmal Angst vor dir selbst, Bethany, nachdem du diese Bilder gesehen hast? Das geschändete Gesicht ihrer Mutter dringt wie ein brutaler Schrei in meinen Kopf. Sie müssen sich ganz schön nackt vorkommen in diesem Rollstuhl. Ich meine, jeder könnte sie umkippen. Dann würden sie wie ein Käfer auf dem Rücken liegen. Sie verweilt einen Augenblick bei dem Bild. Mein Herz schlägt schneller und ich blinzle. Schweiß prickelt in meinen Achselhöhlen. Sie hat einen wunden Punkt getroffen und das weiß sie genau. Die Sache mit dem Spazierengehen interessiert mich wirklich. Wie soll das funktionieren? Soll ich sie etwas schieben? Nicht nötig. Ich schiebe mich selbst. Man lernt eine Menge in der Spasti Reha. Damit entschärfe ich das Wort und entlocke ihr ein winziges Lächeln. Seit ich vor 18 Monaten den Rollstuhl bekommen habe, sind meine Hände zu Werkzeugen geworden, Zubehör aus Fleisch und Knochen und die Haut an dem Ballen ist trotz der Handschuhe schwielig. Wie würdest du dich bei einer Sitzung an der frischen Luft fühlen? Wie ich mich fühlen würde? Wiederholt sie langsam und ich bereue sofort meine Wortwahl. Wie würdest du dich dabei fühlen, Bethany? Bethany, welche Gefühle spürst du in deinem Inneren? Weiter reicht's nicht, oder? Sie sind bei Null von Zehn und das in Rekordzeit. Ich ernenne sie zum Blablatschämpchen von Oxsmith. Ich schaue nach draußen auf die langsam kreisenden Windräder. Nein, ich gehöre nicht hierher. Das hat Bethany Crawl sehr schnell erkannt. In der Reha bringen sie einem bei, wie wichtig ein gesunder Lebenswandel sei. Das Freibad von Headport öffnet um sieben. Morgens gehe ich oft eine Stunde hin, hiefe mich am flachen und ziehe zwanzig lauwarme Bahnen inmitten ertrunkener Insekten. Schwimmen ist gut und schlecht zugleich, wenn man zornig ist. Es kann den Zorn vertreiben, ihn aber auch schärfen und verfeinern. In London sagte man mir, ich müsse mich meinen Problemen stellen, wenn ich wieder eine leitende Position haben wolle. Dazu sei, so meine Arbeitgeber, eine intensivere Therapie notwendig, außerdem eine schriftliche Selbsteinschätzung und Analyse. Das sagten sie mir an einem warmen Nachmittag, als die Sonne gerade hinter dem alten Battersea Kraftwerk verschwand und meine Reaktion darauf war, professionell gesprochen, unangemessen. Scheiße nochmal, Sie reden hier mit einer ausgebildeten Psychologin, sagte ich, oder kreischte ich, zugegeben, ich kreischte. Gabrielle, ich bringe Ihnen enormes Mitgefühl und Respekt entgegen. Sie haben Dinge durchgemacht, die kein Mensch durchmachen sollte, so viele furchtbare Verluste, aber sie sind vom Fach, sagte Dr. Suleiman, als die Mitglieder des Ausschusses hinausgetrottet waren, wobei sie beunruhigte Blicke wechselten. Betrachten Sie es mal aus der Sicht des Arbeitgebers. Wenn meine Beine funktioniert hätten, hätte ich ihn getreten. Ich muss arbeiten, Oma. Wenn Sie mich nicht wieder nehmen, suche ich mir etwas anderes. Das wird Ihnen nicht gut tun, Gabriel, und den Leuten, denen Sie helfen wollen, auch nicht. Sehen Sie sich diesen Stuhl an. Ich bin für immer daran festgeschmiedet. Wahrscheinlich werde ich nie wieder eine Beziehung haben. Oder Kinder. Wenn ich nicht das machen kann, worauf ich mich verstehe und wozu ich noch in der Lage bin, worin Sie mich mit ausgebildet haben und was ich allem Ich kann es nämlich nicht. Wenn ich nicht arbeiten kann, bin ich erledigt. Als die Stelle in Oxmith frei wurde, empfahl er mich. Drei Monate später hörte ich, er sei tot. Gute Menschen sterben wie die Fliegen, dachte ich, und ich hatte mich nie richtig bei ihm bedankt. Tja, aus, vorbei. Rafik hat eine SMS bekommen, die er offenbar unbedingt beantworten muss. Bethany hat unterdessen die Gangart gewechselt. Vielleicht sind sie nur ein Produkt der Medikamente, sagt sie verträumt. Etwas in meinem Kopf, das kommt vor. Ich habe noch eine Menge Psychotrope Toxine im Blut, die bleiben für immer in meinem Körper. Wie Sacharin. Wussten Sie, dass Sacharin sich immer weiter im System anreichert? Die Vorstellung, ich könnte eine Halluzination sein, scheint sie nicht zu beunruhigen. Und für mich hat sie im Augenblick durchaus ihren Reiz. Wie soll ich meine neue Erlöserin nennen? Spasti? Heilige Gabriel? Gabriel reicht völlig. Sie überlegt. Ah, Roller. Sie schließt die Augen. Im Grunde sind sie ein Fisch, oder? Ihre Augen öffnen sich in unerwartetem Entzücken. dunkle nächtliche Teiche. Eine Meerjungfrau, immer im Wasser. Diese Bewegungen, es ist schön, aus dem Stuhl herauszukommen, was? Als wären sie aus ihrem Käfig befreit. Sie strahlt, als hätte sie in Rekordzeit ein Rätsel gelöst. Ich sage nichts, während ich versuche, es zu begreifen. Vermutlich hat sie einfach das Chlor gerochen. Mir fallen Dinge auf, aber die meiste Zeit ist es mir scheißegal. Interessiert mich nicht die Bohne. Kannst du mir etwas über die Dinge erzählen, die dir auffallen? Sie lächelt. Brennende Meere, Feuerwände, Küsten, die davongeschwemmt werden. Gletscher, die wie Butter in der Mikrowelle schmelzen. Kennen sie Grönland? Hat sich praktisch aufgelöst. Wie eine Riesen Aspirin Tablette. Ah, verlassene Städte voller Menschenknochen, in denen Eidechsen und Kojoten herrschen. Und überall Bäume und Haie und Krokodile im Untergrund. Das versunkene Atlantis. Die Welt, die du da beschreibst, klingt gefährlich, gefährlich, chaotisch und lebensfeindlich. Viele Leute fürchten sich vor einer Klimakatastrophe. Die Angst ist nicht unbegründet. Wenn nicht bald etwas geschieht, so die jüngsten Prognosen, kommt es zu Bethany's Lebzeiten zum Schmelzen der arktischen Polkappen und einem weltweiten Temperaturanstieg von bis zu sechs Grad. Ich sollte froh sein, dass ich keine Kinder habe. Ich würde Bethany gern auf das Thema Selbstmord bringen, das meine Hauptsorge ist. Wenn sie unter meiner Aufsicht stirbt, werden Fragen aufkommen, die sich bei meinem ersten Job nach dem Unfall nicht gut machen. Die Welt ist nun mal gefährlich und wir leben mittendrin. Es gibt keinen Ausweg, Roller. Sie lacht freudlos. All diese Leute da draußen, anständige, fleißige Leute, die keinem was Böses getan haben, sagt sie mit einer dümmlichen Zeichentrickstimme. Sie werden eines grausamen Todes sterben. Wir alle werden eines grausamen Todes sterben. Die Vorstellung scheint sie eher aufzumuntern, als zu erschrecken. Haben sie schon mal von der Entrückung gehört? Ich erinnere mich dunkel. Sie gehört zum Credo der Glaubenswelle, eingeschleppt von britischen Bürgern, die nach dem weltweiten Zusammenbruch ihren sonnigen Alterssitz in Florida aufgaben und nach England zurückkehrten. Berühmte Konvertiten und ein Haufen süchtig machender Erlösungsshows im Fernsehen haben die Entrückung noch populärer gemacht. Erzähl mal! Es geht um die Rettung der Gerechten. Wenn der Super GAU eintritt, kommen die wahren Christen geradewegs in den Himmel, ein großer Lufttransport sozusagen. Die Übrigen bleiben zurück, Gnade denen die reinen Herzen sind, Gerechtigkeit für alle Übrigen, so steht es in der Bibel. Das Phänomen der Glaubenswelle besitzt eine krankhafte Logik. Warum angesichts drohender weiterer islamistischer Terrorangriffe nicht ein wahnsinniges Dogma gegen das andere setzen? Bist du gläubig, Bethany? Gläubig? schnaubt sie. Guter Witz. Wäre ich hier, wenn es einen Gott gäbe? Was hat Gott dir früher bedeutet? Jedenfalls nichts Gutes. Was ich nicht kapiere, wer hat Gott erschaffen? Die Frage konnte mir noch keiner beantworten. Es ist wie mit dem Universum. Es sehen sich ständig aus, oder? Aber was ist auf der Außenseite? Hat Gott nie etwas Gutes für dich bedeutet? Sie zuckt mit den Schultern und schaut weg. Entweder weiß sie es nicht oder sie will es nicht sagen. Sag mir, worüber du sonst noch nachdenkst. Sie wird munterer, spreizt die Hände und spannt sie an, als wollte sie prüfen, ob sie sich zum Greifen eignen. Ihre Nägel sind schmutzig wie Tierkrallen. Ein Kratzer schon hat sie einen infiziert. Der halbe Planet ertrinkt, so viel kann ich Ihnen sagen. Inseln versinken, Küsten werden vom Meer verschlungen, das Land wird weniger, riesige Tsunamis schwappen darüber, die Temperatur schießt nach oben, aber das ist nur ein Teil des Ganzen. Ich hab's im Stille-Raum gesehen. Die Erde sieht aus wie ein Riesen-Lolli, man kann sie heranzoomen, Satellitenblick, Roller, verstehen Sie? Sie nickt so heftig, dass ihr ganzer Körper sich mitbewegt. Sie scheint sich selber gar nicht genug zustimmen zu können. Ja, ich hab den beschissenen Satellitenblick, wie das Hubble-Teleskop. Der Stille-Raum ist ein unauffälliges Zimmerchen im zweiten Stock des Virgil-Blocks, in dem Insassen, die auf keine andere Behandlung angesprochen haben, ein Medikament gegen Krampfanfälle, ein Narkosemittel und dann Elektroschocks erhalten. Beim Gedanken, dass eine 16-Jährige Gefallen daran findet, wird mir übel. Es ist nicht nur das Wetter. Das Wetter ist bloß eine Art Nebeneffekt, sagt sie und wiegt sich noch immer vor und zurück. In ihrem Mundwinkel sammelt sich Spucke. Ihr Zynismus ist einer manischen Erregung gewichen. Risse, Risse, aber nicht da, wo tektonische Platten aufeinandertreffen, sondern an anderen neuen Stellen. Wissen Sie, warum der Erdkern so heiß ist? Weil dieser Planet nur ein Brocken von irgendeiner Supernova ist, die vor Eonen explodiert ist. Ich frage mich, welche Fernsehsender sie gesehen hat und tippe auf Discovery Channel, BBC World, Cartoon Network, News 24, CNN. Aber wo und wann? Sie wissen doch, was ich mit dem Erdkern meine, sagt sie und legt die Hand mit gespreizten Fingern aufs Herz. Ihr Vater ist Prediger. Ich frage mich, wie viel von ihrem Verhalten sie unbewusst von ihm übernommen hat. Ich meine die Mitte der Erde. Ich meine ihre Seele. Das habe ich gesehen, als ich den Zappler hatte. Eigentlich soll man sich nicht an den Schock erinnern, oder? Ich tue es aber. Mein ganzer Körper erwacht. Ich bin nämlich von den Toten zurückgekehrt, wie Lazarus oder Jesus Christus. Ich kann Dinge sehen, Roller. Katastrophen. Ich habe es aufgeschrieben, Daten, Zeiten, Orte, alles, wie der Wetterfrosch. Die sollten mich einstellen. Ich könnte ein Vermögen verdienen. Ich kann Dinge sehen, bevor sie passieren. Ich spüre sie, wie Atome, die herumhüpfen, Vibrationen im Blut, verfluchte, riesige Wunden, der schmelzende Planet, das eisige Zeug, das aus den Rissen quillt. Dann erhitzt es sich wie eine Art Magma und nisch, das gelobte Land. Sie lächelt mit strahlenden Augen und wirkt einen winzigen Sekundenbruchteil lang ekstatisch und mörderisch glücklich. Ich bezweifle, dass ich jemals zur Wurzel des Traumas vordringen werde, dass sie dazu gebracht hat, ihre Mutter mit einem Schraubenzieher anzugreifen, doch könnte ich mir das Foto des Vaters noch einmal anschauen und die Vermutung wagen, dass er nicht ganz unbeteiligt ist. Was jetzt zählt, ist, dass Bethany nach vorn blickt, wie es im Fachjargon heißt, und auf das glänzende Förderband der psychischen Fortschritte steigt. Menschen wie ich sollten an die Reparierbarkeit glauben, und das habe ich auch getan, bis ich zum Objekt meines eigenen klinischen Versuchs wurde. Danach war es vorbei. Vielleicht glaube ich noch an Schadensbegrenzung manchmal, wenn man, wie ich, am 14. Mai vor zwei Jahren aufgehört hat, eine Frau zu sein, sieht man manche Dinge klarer als früher. In meinem Kopf dreht sich das alles die ganze Zeit. Lauter Dinge, über die ich nachdenken muss, Dinge, die ich tun muss, das bin ich, schließt Bethany. Nach der Sturzflut an Informationen, dem Energieausbruch, wirkt sie plötzlich schlaff und unzufrieden mit sich. Ihre Fantasien sind fruchtbare Oasen in der Wüste der Langeweile und das weiß sie auch. Dinge aus der Abteilung Selbstzerstörung, Dinge aus der Abteilung Selbstzerstörung, sie imitiert mich so gut, dass ich innerlich zusammenzucke, bla 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 bla. Bethany hat aufgehört, sich hin und her zu wiegen und schaut mich eindringlich an. Ich sage nichts, schätze aber instinktiv den Abstand zwischen uns ab, unsere Positionen. Als mein Vater vor fünf Jahren ins Pflegeheim zog, kam mein Bruder Pierre aus Quebec und wir räumten zusammen den Bungalow aus. Ein Andenken, das ich mitnahm, war eine geologische Kuriosität, ein Donnerei, das Maman auf ihrer Frisierkommode aufbewahrt hatte, ein vollkommen kugelförmiges faustgroßes Stück Feuerstein, ein Familienerbstück. Entgegen den strengen Sicherheitsvorschriften habe ich die Steinkugel immer in einem Beutel unter meinem Sitz dabei, neben den üblichen Alarmvorrichtungen, die alle Mitarbeiter haben. Für Notfälle meine ebenfalls verbotene Mini-Spraydose mit Fotokleber, der angeblich so wirkungsvoll wie Tränengas ist. Was aber, wenn Bethany mit einem spitzen Bleistift auf mich einsticht und ich nicht schnell genug reagieren kann. Wie lange wird es dauern, bis der noch immer beschäftigte Rafik einschreitet und seinen Alarm betätigt? Ich bin in einem Rollstuhl gefangen und viel leichter zu töten als Mrs. Kroll. Als hätte sie meine Gedanken gelesen, schießt Bethany so schnell vor, dass ich nicht mehr reagieren kann und ergreift mit ihrer kleinen, erstaunlich muskulösen Hand mein Handgelenk. Lass mich los, Bethany. Ich spreche betont ruhig und unaufgeregt, um meinen inneren Schrei zu tarnen. Rafik ist aufgesprungen, aber ich signalisiere ihm, dass ich das allein erledigen möchte. Bethany hält mein Handgelenk umklammert und dreht die Handfläche nach oben. Ihre Finger fühlen meinen Puls. Ich spüre, wie er unter ihrem weichen Druck zu rasen beginnt. Lass bitte meine Hand los, Bethany, aber sie ist irgendwo anders. Ihr Gesicht wirkt wie hypnotisiert. Also ist jemand gestorben, sagt sie mit ihrer Babystimme. Jemand ist eines grausamen Todes gestorben. Mir stockt der Atem. Sagen sie nicht, dass er nicht gestorben ist, fährt sie aufgeregt fort. Scheiße, es ist in ihrem Blut, ich spüre es. Sie kneift die Augen zu. Ich bin mal gestorben, daher weiß ich es, ich erkenne die Symptome, der Tod hinterlässt ein Zeichen. Wussten sie nicht, dass Blut ein Gedächtnis besitzt, wie Fels und Wasser und Luft. Ich schaue auf mein Handgelenk, das sie noch immer festhält. Ich weiß, dass meine Arme stärker sind, doch als ich mich lösen will, verstärkt sie ihren Griff und ich denke bestürzt, vielleicht doch nicht. Geübt ergreift Rafik ihren anderen Arm. Ganz ruhig, Bethany, lass Miss Fox jetzt los. Rasch drückt er den Knopf seines Alarmgebers. Und sie haben ihn nie richtig kennengelernt, was? flüstert Bethany. Im Flur blitzt eine Lampe auf. Der Notruf ist angekommen. Sie werden in wenigen Sekunden hier sein. Wieder versuche ich, meine Hand weg zu ziehen, vergeblich. Rafik hält ihre Schultern fest, aber sie hat sich wie eine Entenmuschel an den Griff meines Rollstuhls geklebt. Die Finger der anderen Hand, die Rafik zu lösen versucht, umschließen mein Handgelenk immer fester und drücken tief in den Puls. Es war nicht gerecht, stimmt's? Es war doch erst der Anfang einer wunderbaren Beziehung. Schluss jetzt, knurrt Rafik und reißt so heftig an Bethanys Arm, dass mein Rollstuhl umzukippen droht. Ja, eine wunderbare Beziehung nicht? Die beste überhaupt. Bethanys Kopf ist jetzt ganz nah an meinem. Sie flüstert mir ins Ohr. Ich sehe draußen die Lampen leuchten und horche auf Schritte. Nichts zu hören. Aber sie haben nie herausgefunden, wie es gewesen wäre mit ihnen beiden. Das ist ihr Problem. Man hat sie leer zurückgelassen. Sie hatten zwei Herzen und dann war eins weg. Mensch, ist das blöd, armer, tragischer Krüppel. Endlich hat Rafik Bethany vom Stuhl gelöst. Sie gibt mein Handgelenk frei und er zwingt ihr die Hände auf den Rücken. Dann drückt er sie grob gegen die Wand und hält sie fest, während er auf Verstärkung wartet. Mein Herz tut weh. Nein, es schmerzt richtig. Jemand ist eines grausamen Todes gestorben. Sie haben ihn nie richtig kennengelernt. Zwei Herzen Glaube, wir sollten für heute Schluss machen, Bethany. Hauche ich, bemüht, das Schluchzen in meiner Kehle gefangen zu halten. Bis zum nächsten Mal. Mein neues Zuhause ist minimalistisch. Früher waren mir Dinge wie hübsche Kissen wichtig. Seit meine Welt jedoch über Nacht neu vermessen wurde, habe ich mit Inneneinrichtung nicht mehr viel im Sinn und das einzige Kissen, an dem mir liegt, hat eine Gel-Füllung und befindet sich unter meinem Hintern, um Druckstellen zu vermeiden. Die Wohnung liegt im alten Teil von Headport. Von der Eigentümerin Mrs. Sarnack, die über mir wohnt, bekomme ich nicht viel mit. Das Fernsehen kann die eigene Hölle relativieren, wenn einem danach ist. Heute ist mir danach. Ich mache Kaffee, zu dem ich mir vier Stückchen dunkle Schokolade gestatte, Wechsle auf Sofa hinüber, seppe durch die Programme und entscheide mich schließlich für die Nachrichten. Zwei weitere Selbstmord Attentate in Jerusalem. Entführungen, verlorene Gliedmaßen verwaiste Kinder. Schwarz gekleidete Frauen im Iran, die ihren Kummer herausheulen. Der chinesisch-amerikanische Streit um Treibhausgase gewinnt an Heftigkeit, während sich die Hitzewelle auf ganz Europa ausgedehnt hat und alte Menschen mit präzisen Schlägen und geradezu industrieller Effizienz fällt. Die Leichenhallen platzen aus allen Nähten, wie es die Reporterin ausdrückt. Spanien, Frankreich und Italien sind am schlimmsten betroffen. Oder am glücklichsten dran, wenn man dem Sprecher einer der planetarisch orientierten Ökogruppen glaubt, die nach dem Scheitern des Klimagipfels von Kopenhagen nur so aus dem Boden schossen. Das sind natürliche, organische Verluste, versichert er. Obwohl er ein Radikaler ist, spricht er in Pastelltönen, wie ein zurückhaltender, aber geschickter Verkäufer, der einem erzählt, dass er das Produkt, das er verkaufen will, selbst besitzt und damit sehr zufrieden ist. Eine gewisse menschliche Auslese ist kein neues Phänomen. So furchtbar traurig es für die Familien der betroffenen älteren Menschen sein mag, ich sehe auch positive Aspekte, die es bei diesen Todesfällen zu berücksichtigen gilt. Wenn Sie diesem Argument bis zum logischen Schluss folgen, müssten Sie sich auch eine Geburtenrate von null wünschen. Unterstützen Sie diese These, die Denker wie Harish Modak vertreten? fragt die Journalistin. Ich habe von Modak gehört und ein Foto gesehen. Ein älterer Inder mit markanten Gesichtszügen und verschleiertem Blick. Sein Name taucht immer wieder in den Öko-Debatten auf und auf ihn gehen weltweit tausende Survival-Siedlungen zurück. Ein Prophet des Weltuntergangs, darin ist sich die britische Boulevardpresse einig. Ein Spielverderber, ein Öko-Buh-Mann. Selbstverständlich. Genau wie jeder vernünftige Mensch, der das menschliche Leid in den kommenden Jahrzehnten auf ein Mindestmaß beschränken möchte. Sie werden sehen, das wird zu einer Grundströmung der öffentlichen Meinung. Ich schalte den Fernseher aus. Noch vor zwei Jahren, als ich in der Reha war, wurden Leute wie er mit seinem Gerede von positiver Schrumpfung bestenfalls als bedeutungslose Exzentriker und schlimmstenfalls als Ökofaschisten und Eugeniker abgetan. Nun aber hat diese den Blocks entsprungene Bewegung binnen weniger Monate den Weg in den Mainstream gefunden. Während ich vorsichtig einatme und über die interessante Entwicklung, die das Wort organisch genommen hat, nachdenke, manövriere ich mich vom Sofa in den Rollstuhl. Das nächste Wochenende als Single naht und ich muss es irgendwie ausfüllen. In meinem neuen Leben als tragische Königin besitze ich einen klassischen superleichten Rollstuhl, der sich zusammengeklappt im Auto verstauen lässt und den ich an diesem Nachmittag benutze, um durch die Fußgängerzone von Headport zu rollen. Heute ist Markttag mit frischem Fisch und reifem Obst. Nach Wolkenbruch und Sturm ist die Sonne wieder da, eine unerbittliche feurige Kugel. Die Hitze ist aggressiv wie ein Föhn, der sich nicht abschalten lässt. In der flirrenden Luft glitzern die Oberflächen. Alle Leute tragen Sonnenbrillen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt irgendjemandes Augen bei Tageslicht gesehen habe oder wann ich meine zuletzt gezeigt habe. Ich steuere ein Kaffee an, das ich kürzlich entdeckt habe und aufgrund dreier entscheidender Vorteile regelmäßig aufsuche, wegen der Behindertentoilette, des Meerblicks und des guten Kaffees. Ich setze mich an einen Ecktisch am Fenster und lese Bethany Crawls Patientenakte. Der erste Teil stammt von Dr. Achmed und führt die Medikamente auf, die sie im Laufe der Monate erhalten hat. Der nächste Teil stammt von Hamish Bates, einem Therapeuten, der zwei Monate mit ihr gearbeitet hat und dann in den Privatsektor gewechselt ist. Nach seiner Aussage befreite die EKT, sie von der Vorstellung tot zu sein, löste aber eine intensive Beschäftigung mit Klimawandel, chemischer Umweltverschmutzung, Wettermustern, geologischen Störungen und Weltuntergangsszenarien aus. Er interessiert sich für Bethanys häufige Anspielungen auf die Entrückung, eine Vorstellung, die bei den Untergangsdiskussionen der Glaubenswelle eine große Rolle spielt und die mit dem Glauben zusammenhängt, der Messias werde nach einer siebenjährigen Periode der Trübsal oder Endzeit wiederkehren, in der Gott die Menschheit mit Plagen, Überflutungen, Feuer und Schwefel für ihre Sünden straft. Danach widme ich mich einem Thema, das mir seit der Fernsehdebatte über die hitzebedingte menschliche Auslese nicht mehr aus dem Kopf geht. Obwohl er sich öffentlich von den ärgsten Auswüchsen distanziert, gilt der in Kalkutta geborene und in Paris lebende Harish Modak als geistiger Führer der Planetaria-Bewegung. Ich überfliege Modaks jüngsten Artikel aus der Washington Post. Für ihn zeugt die Annahme, die Menschheit werde ewig existieren, von einer kolossalen Arroganz. Würden wir das Leben auf dem Planeten über Jahrmilliarden hinweg betrachten und nicht nur die lächerliche Zeitspanne, in der die Spezies Mensch dominiert, würden wir erkennen, dass unsere Gegenwart auf Erden nur ein kurzer Augenblick ist. Wir führen unsere eigene Vernichtung herbei. Und wenn wir verschwunden sind, ausgelöscht durch unser eigenes rücksichtsloses Expansionsstreben, wird der Planet nicht um uns trauern. Im Gegenteil, er wird Grund zur Freude haben. Modak zaubert die berühmte Rechnung hervor, nach der eine Erwärmung um weitere drei Grad zwangsläufig zu vier, fünf und sogar sechs Grad führen wird. Der chinesische Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben, gilt für uns im 21. Jahrhundert mehr denn je, schließt Modak. Einmal im Jahr findet in Headport die britische Schachmeisterschaft statt. Schachspieler sind berüchtigt für ihren grauenhaften Modegeschmack und ihren fehlenden Orientierungssinn. Vor einer Woche fiel mir zum ersten Mal die Frau mit den karottenroten Haaren auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf. Mitte vierzig schlecht gekleidet, unordentlich. Zuerst hielt ich sie für ein Mitglied dieses seltsamen Stammes, das nach einer verlorenen Partie in Headport gestrandet war. Sie schien nicht dorthin zu gehören. Dann verwarf ich die Idee, weil sie mit leeren Händen dastand. Jede Frau, ob Schachspielerin oder nicht, hat eine Tasche bei sich. Das Fehlen dieses Accessoires brachte mich auf den Gedanken, sie könnte vielleicht doch eine Einheimische sein. Schachspielerin Als ich später am Nachmittag aus dem Café nach Hause komme, sehe ich die Frau erneut. Sie steht mit hängenden Armen auf dem Gehweg gegenüber meiner Wohnung. Sie trägt ein T-Shirt und eine Leinenhose. Ich spüre, dass sie mich beobachtet, schaue sie aber nicht direkt an. Sie holt sich nicht von der Stelle, während ich mich aus dem Wagen manövriere. Drinnen sehe ich aus dem Fenster. Sie steht noch immer reglos da. Eine Schaufensterpuppe, die Wache hält. In dieser Nacht kann ich nicht einschlafen. Normalerweise kann ich nach der Arbeit gut abschalten, aber Bethany Crawl ist hartnäckig. Ich höre das heisere Kratzen ihrer Stimme, ihre abwegige, sorgfältig artikulierte Drohung. Sie hatten zwei Herzen und dann war eins weg. Jemand noch immer spüre ich ihre Finger an meinem Puls, wie die eines Arztes, der mir Böses will. Der stille Raum ist klinisch weiß. Ich befinde mich im angrenzenden Beobachtungsbereich und werde gleich durch die dicke Glasscheibe zusehen, wie Bethany ihre EKT erhält. Mein Kollege Dr. Echmet, ein melancholischer türkischer Zyprer, dessen beruflicher Ruhm auf einer Studie über Massenhysterie und religiöse Werte gründet, hat erklärt, dass das Verfahren, das früher verstörend wirkte, dank Narkose und Antispasmodica für Zuschauer ziemlich banal geworden sei. Wegen des möglichen Gedächtnisverlustes ist die Methode immer noch umstritten, ebenso weil niemand weiß, wieso sie funktioniert. Eine Theorie besagt, einfach nur Gehirnzellen ausgelöscht werden. Ich bin allerdings der Ansicht, dass sie sich in diesem Fall auch erneuern, und zwar auf konstruktivere Weise. Als Bethany von einer Krankenschwester auf einem Rollbett hereingeschoben wird, erkenne ich sie zuerst gar nicht. Sie trägt einen weißen Krankenhauskittel und hat das Haar straff zurückgekämmt. Ungeschminkt sieht sie noch jünger aus. Als sie mich am Ende des Raums entdeckt, zeigt sie auf ihre Stirn, schreibt einen Blitz in die Luft und lächelt triumphierend wie ein Terrorist, dessen Forderungen soeben erfüllt wurden. Das EKT-Gerät ist unspektakulär. Es besteht nur aus einem viereckigen Kasten mit bunten Kabeln und einem Drehknopf. Bethany, es ist jetzt Zeit für die Infusion, sagt Dr. Achmed ganz sachlich. Sie haben das offenbar schon oft gemacht. Sie hält ihm das magere Ärmchen hin. Es ist übersät mit Zickzacklinien von Rasierklingen. Sie erhält brevital intravenös, erklärt Achmed, der Blickkontakt mit mir aufnimmt und deutlich artikuliert spricht. Ein Narkosemittel. Bethanys Augen schließen sich wie die der Puppen, die ich als Kind hatte. Ihr Gesicht mit dem wechselhaften Minenspiel entspannt sich sofort, als hätten ihre Gesichtszüge vorübergehend Frieden miteinander geschlossen. Die Krankenschwester legt einen weiteren Zugang. Ein Entspannungsmittel für die Muskeln, erklärt Dr. Achmed, um Knochenbrüche und Wirbelverletzungen zu vermeiden. Immerhin lösen wir einen epileptischen Anfall aus. Dr. Achmed bestreicht zwei gepolsterte Elektroden mit Gel und schiebt Bethany eine Atemmaske über Mund und Nase. Als der Anästhesist nickt, legt er die Elektroden an ihre Schläfen und hält sie dort fest. Ich schieße jetzt elektrischen Strom in ihr Gehirn. Eine Dosis der Stufe zwei, die genau zehn Sekunden lang einen Grand Mal Anfall auslöst. Das Timing ist alles. Obwohl es noch immer keine Anzeichen gibt, dass etwas geschieht, keine Krämpfe, keine Zuckungen, keine Geräusche, überkommt mich unerwartet Ekel. Ich muss würgen. Dr. Achmed behält die Uhr im Blick. Und Schluss. Er entfernte Elektroden. Bethanys Zehen spannen sich an und strecken sich wieder wie Farnblätter, die sich im Zeitraffer entrollen. Dr. Achmed bedeutet mir, näher zu kommen. Ich stelle mich neben Bethanys Kopf und widerstehe dem sonderbaren Drang, die Stellen zu berühren, an denen sich die Elektroden befunden haben. Das war's schon. Erledigt. Es ist nur ein leichtes Narkosemittel. Sie wird in wenigen Minuten aufwachen. Dann sieht sie nicht gerade aus wie das blühende Leben, aber sie wird sich wie neugeboren fühlen. Fünf Minuten später öffnet Bethany die Augen, stöhnt und gähnt. Dr. Achmed hat recht, sie sieht wirklich nicht aus wie das blühende Leben, eher monströs, mitgenommen, verschlafen, besoffen. Ein Blick in die Zukunft, Bethany mit 40. Ihre Pupillen sind stark sie sich den Kopf, als wäre ihr Gleichgewicht gestört. Weißt du, wie ich heiße, Bethany? Frage ich. Gedächtnisverlust ist die schwerwiegendste Nebenwirkung. Bethany kann sich tatsächlich nicht an mich erinnern, aber da scheint ihr nichts auszumachen. Ich habe einen riesigen Strudel aus Wind gesehen, krächt sie. Scheiße, der war unglaublich. Die Anwendung scheint ihre Stimme um eine Oktave gesenkt zu haben. Sie hört sich an, als käme sie aus einer Toilette oder einer Höhle. Wo? Sie ist verwirrt. Die Wolken, sie drehen sich wie eine Spirale und dann auf einer Landkarte. Die Zerstörung ist megamäßig. Schreiben sie das auf, schreiben sie auf, der Sturz von Jesus Christus. Was verstehst du darunter? Sie schüttelt den Kopf auf dem Kissen. Und so jemand ward nicht gefunden geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Fuhl. Warten sie ab, sie das sehen, Mann. Sie blinzelt. Siehe, der Herr macht das Land leer und wüst und wirft um, was darin ist und zerstreut seine Einwohner. Woher hast du das, Bethany? Ey, jetzt weiß ich, wer sie sind. Ey, sie sind Mrs. Blabla. Mrs. Wie fühlst du dich dabei? Hören sie, sie kapieren das einfach nicht. Es geht nicht um das, was ich fühle. Es geht um das, was passieren wird. Hey, geben sie mir den. Sie zeigt auf den Kalender an der Wand. Ich zögere und nehme ihn herunter. Blättern sie zum Juli, befiehlt sie. Ich gehorche und gebe ihr den Kalender. Da! Sie zeigt auf ein Viereck. Der 29. Das wird ein großer Tag. Sie starrt auf das kleine Datumsfeld, als könnte sie wie durch ein Fenster in die Ferne schauen. Südamerika, Brasilien, Hurrikan, wusch! Er schraubt sich rauf und dann kommt alles runter. Viele, viele Menschen werden ausgelöscht, mitsamt ihren Rollern und Hühnerstellen und armseligen Zäunen und schreienden Belgern und Hündchen Arschgesicht. Woher weißt du, dass das passieren wird? Weil ich's gesehen hab, Blödi, gerade eben. Das klingt ziemlich beängstigend. Für die Leute, die sterben, ist es beängstigend. Für mich nicht. Ich meine, die sind mir scheißegal. Ich will sogar, dass sie sterben. Der Planet ist sowieso überbevölkert, oder? Hast du schon mal von den Planetariern gehört? In was? Das ist eine Umweltbewegung. Ich bin mir nicht sicher, ob sie verwundert oder gelangweilt aussieht. Offenbar kennt sie sie nicht, kann sich nicht erinnern, oder es ist ihr egal. Am 12. Oktober geht die Post ab, das auch auf. Streichen sie es im Kalender an. Haben sie einen Stift dabei? Leider nicht. Dann müssen sie es sich merken, genau wie ich, und schreiben sie auch über den Hurricane, Rio, 29. Juli, das gehört ins Notizbuch, sagt sie grinsend und lässt ihre Zahnspange aufblitzen. Als ich zur nächsten Sitzung im Kunstraum erscheine, ist Bethany mitten in einer manischen Phase und brüllt die stämmige Krankenschwester an, weil irgendwelche Schneckenhäuser aus ihrer Nachttischschublade verschwunden sind. Da mich ihre Fähigkeit, meine Schwächen zu erkennen und zu attackieren, noch immer nervös macht, bleibe ich wachsam und wahre Distanz. Es waren 25 und jetzt sind es nur noch 20. Scheiße nochmal! Hey! Demnächst kommt übrigens ein Erdbeben, das Istanbul zerstören wird, sagt sie, als sie mich hereinkommen sieht. Schon sind die gestohlenen Schneckenhäuser vergessen und sie steigert sich in ihr neues Thema hinein. Das Erdbeben werde 7, irgendwas erreichen und massenhaft Leute töten. Oh, und ein Vulkan wird auf einer Insel ausbrechen, deren Namen sie nicht weiß, irgendwo im Pazifik. Sie könnte sie mir aber auf einer Karte zeigen, wenn sie eine hätte. Im gerade den mittleren Westen Amerikas getroffen hat, habe ich auch vorher gesagt, Roller. Das kann ich sogar beweisen, sagt sie beschwingt und wedelt mit einem großen rot-schwarzen Notizbuch. Jo, eindeutiger Beweis, Nachweis noch nie gesehener Dinge. Darf ich mal? Sie gibt es mir. Soll ich vorn anfangen? Sie lacht. Sie können überall anfangen. Von mir aus können sie es auch auf den Kopf drehen. Ich schlage das Notizbuch in der Mitte auf und entdecke ein Durcheinander von Bildern, die mit dunklem Bleistift und Kugelschreiber auf die Seite tätowiert sind. Es gibt Wolkenformationen, Wellen und felsige Landschaften, kraftvolle Linien mit dunkel schraffierten Schatten. Während ich langsam blättere, erwecken die zahlreichen Pfeile, die in alle Richtungen fliegen, den Eindruck, dass Bethany an eine wissenschaftliche Grundlage ihrer Bilder glaubt. Ihre Lehrer berichteten von ihrer Begabung für Naturwissenschaften, Kunst und Geografie. In dieser Travestie ihrer drei Lieblingsfächer spürt man die zerfetzten Überreste ihres Forschergeistes, einer soliden Bildung. Sie hat die Bilder mit ihrer winzigen Spinnenschrift versehen, die willkürlich über das Blatt taumelt. Druck bildet sich Ost-West-Anstieg wie ein Dieb in der Nacht werden sie eingeholt. Kannst du mir erklären, was das zu bedeuten hat? Sie lacht leise. Ich soll ihnen Armageddon erklären? Ezechiel erklären? Es würde mir gefallen, wenn man eines Tages eine Stadt nach mir benennt. Bethany will. Oder sogar ein Land. Ey, das wäre klasse. Bethany Land. Hältst du dich in irgendeiner Weise für etwas Besonderes, Bethany? Kommt es dir vor, als hättest du besondere Kräfte? Sie lacht. Das sage ich doch die ganze Zeit, Blödi. Ich kann die Zukunft sehen. Und was siehst du da? Sie schaut mich verstohlen von der Seite an. Bethany Land. Und wie ist es in Bethany Land? Total ätzend. Beschissener Ort. Alle Bäume sind verbrannt. Alles ist vergiftet. Es gibt auch einen See. Den Bethany See? Da möchten sie sicher nicht drinnen schwimmen. alle Fische sind tot und überall schwirren Moskitos herum. Die, von denen man Malaria bekommt. Da wären sie echt nicht in ihrem Element Roller. Ein düsteres Bild. Soll ich ihnen was sagen? Sie sind total auf dem Holz Weg. Sie haben sich so sehr verirrt, dass es wehtut. Ich habe doch gesagt, ich kann fühlen, dass Dinge passieren. Joy McConey wusste, dass ich recht wahrhaft glaubte. Obwohl die Unterschrift unleserlich ist, handelt es sich eindeutig um die kleine gehetzte Handschrift aus Bethanys Notizbuch. Ein Schauer des Ekels überläuft mich. Hat sich Joy tatsächlich in Bethanys Gekritzel vertieft und Methode in ihrem Wahnsinn entdeckt? Falls sie an Bethanys sogenannte Vorhersagen geglaubt hat, ist es kein Wunder, dass sie eine Auszeit nehmen musste. Wie war es für dich, als Joy gegangen ist? Achselzucken. Keine große Sache. Sie blättert im Notizbuch und zeigt mir einige Diagramme, die an Wolkenbewegungen erinnern. Sie wollte mir nicht helfen, hier heraus zu kommen, also soll sie sich meinetwegen ins Knie ficken. Aber sie hat zugehört. Hey, was meinen sie wohl, wie viele Sterne ich ihr gegeben habe? Joy McConey, sie verlassen Oxmith mit großartigen neun von zehn Sternen. Irgendwie trifft mich das. Ich höre sehr wohl zu. Tun sie nicht, aber bald. In Schottland kann es jeden Augenblick ein Tornado geben. Passen sie auf und ein ganz großes Ding ist unterwegs. Die Trübsal beginnt im Oktober. Sie werden noch so genau zuhören, dass ihnen die Ohren abfallen. Das Lachen ist zu laut Halt. Es klingt wie Flaschen, die man kurz vor Morgengrauen in einem Recycling Container zerschmettert. Der Abend ist noch immer so brütend heiß, dass die Luft über den Gehweg flimmert. Erst nach einer Weile entdecke ich die Frau mit den blassen Augen. Sie steht wieder auf der anderen Straßenseite, das rote Haar seltsam leuchtend. Unsere Blicke begegnen sich und sie macht ein Zeichen mit der Hand, als wären wir Geheimagenten, die diese geheime Erkennungsgeste im Ausbildungslager gelernt haben. Ich denke mit gemischten Gefühlen daran, dass psychisch Kranke in betreuten Wohnformen unter uns leben. Am nächsten Morgen melden die Nachrichten im Radio einen Tornado in Aberdeen. Er kam um sechs Uhr morgens. Fünf Hausdächer flogen weg, eine Tankstelle stürzte zur Hälfte ein. Es gab keine Vorwarnung. Ich würde am liebsten vergessen, dass Bethany davon gesprochen hat, aber es gelingt mir nicht. Wie viele erfolgreiche Ärzte ist auch Dr. Sheldon Gray, der Klinikdirektor von Ocksmith, ein begeisterter Sportler. Sein Büro erinnert an ein Fitnessstudio. Der breite Schreibtisch steht eingezwängt zwischen einem Rudergerät und einem Laufband. Dr. Sheldon Gray ist stellvertretender Vorsitzender des Regionalen Wasserskiverbandes und hat in seiner Jugendmeisterschaften gewonnen. Wenn ich mich gut mit Dr. Sheldon Gray stelle, lädt er mich vielleicht auf sein Rennboot ein. Vielleicht auch nicht, wenn er erfährt, dass ich mich mit ihm über die unvollständige Patientenakte von Bethany Kroll unterhalten möchte. Als ich hereinkomme, kehrt er mir den Rücken zu. Er trägt ein Top und Shorts und rudert auf seiner Maschine. Als ich bei ihm bin, drehe ich meinen Stuhl, sodass unsere Geräte sich gegenüberstehen, so nah, dass sich ihr Metallküssen, wenn nicht gar paaren und fortpflanzen könnte. Mein Chef bewegt sich kraftvoll vor und zurück und stößt dabei männliche stressbedingte Laute aus. Seine Armsehnen sind aufs Äußerste gespannt. Er schwitzt wie ein brünstiger Ziegenbock. Ich möchte gern mit Ihnen über Bethany Kroll sprechen, sage ich. In der Akte ist nichts von Joy McConey zu finden. Falls sie sich Notizen gemacht hat, sind sie verschwunden. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht aufhören. Erzählen Sie, ich mache weiter. Ich möchte lesen, was Joy geschrieben hat. Selbstverständlich möchten Sie das. Ich darf also? Nein. Dürfte ich fragen, wieso nicht? Es wäre nicht hilfreich. In welcher Hinsicht? Er hört und reibt sich Gesicht und Hände mit einem Frotteetuch ab. Sie ist offiziell krank geschrieben, aber es steckt leider mehr dahinter. Sie wies Anzeichen einer geistigen Unausgeglichenheit auf. Das spiegelt auf. spiegelt sich in den Notizen wieder. Also habe ich sie aus der Akte entfernt. Er wirft sich mit einer entschlossenen Alphamännchen-Geste das Handtuch über den Rücken. Verstehe, sage ich, während er an der Digitalanzeige des Rudergerätes herumfummelt, um sie wieder auf Null zu setzen. Tut mir leid, dass sie krank ist. Ich wusste nur, dass sie eine Auszeit genommen hat, aber niemand hat mir etwas Näheres gesagt. Nun, jetzt wissen Sie Bescheid. Wäre das alles? Fragt er, als das Display leer ist. Ich antworte nicht. Warte stattdessen ab. Warte noch länger. Ich meine, es ist doch nur fair, oder? Rechtfertigt er sich schließlich. Gabriel, wenn Sie in einem Zustand extremer persönlicher Anspannung einen Bericht über eine Patientin verfassten, der ein schlechtes Licht auf Ihre beruflichen Fähigkeiten wirft, würden Sie ihn wohl auch nicht in der Akte haben wollen, oder? Unsere Blicke begegnen einander. Wir müssen Sie ein bisschen unter Menschen bringen. In Amara gibt es demnächst eine große Wohltätigkeitsveranstaltung. Eine gute Gelegenheit für Sie, neue Leute kennenzulernen. Allerdings sind es meist Wissenschaftler, sagt er entschuldigend. Okay? Was, okay? Die Anstrengung hat sein Gesicht so blass werden lassen wie die Buttermilchwand hinter ihm. Okay, ich gehe hin. Vielen Dank. Können Sie mir eine Einladung besorgen? Endlich ist der Groschen gefallen. Na, natürlich. Ich kümmere mich darum. Mir ein Bild von Bethany Crawl zu machen, ist gar nicht so einfach. Ihre Stimmungen schwanken so extrem wie das Wetter. An manchen Tagen ist sie gesprächig, dann wieder nimmt sie mich kaum zur Kenntnis und weigert sich, rundweg in einen Dialog zu treten. Ich versuche, ein bisschen mehr über ihren religiösen Hintergrund und ihre Familie zu erfahren. Sie kennt eine Menge Bibelzitate, doch begegnet sie Gott genauso ätzend wie den Ärzten und wiederholt die Frage, die sie schon bei unserer ersten Begegnung gestellt hat, was hat Gott je für sie getan? Das setzt natürlich voraus, dass Gott existiert, provoziere ich sie, worauf sie in Schweigen verfällt. Falls Leonard Crawl seine Tochter sexuell missbraucht und ihre Mutter das scheußliche Verbrechen gedeckt hat, wäre ihr Bedürfnis nach Rache verständlich. Ich arbeite geduldig mit ihr und versuche, sie behutsam zu einer veränderten Sichtweise zu führen, damit sie irgendwann der quälenden Landschaft des Planeten Bethany entfliehen und an einem erträglicheren Ort leben kann. Noch aber liegt jede derartige Offenbarung in weiter Ferne und ich bin mir meines Scheiterns bewusst. Unser nächstes Treffen findet draußen statt. Noch immer herrscht Windstille und es ist so drückend heiß, dass ich wie eine Geisha ständig einen kleinen, bunt lackierten Fächer bei mir trage. Rafik folgt uns in einigem Abstand. Vor fünf Jahren gab es noch die guten alten britischen Jahreszeiten, jetzt nicht mehr. Dieser Tornado in Schottland setze ich an, der Aberdeen getroffen hat. »Reiner Zufall«, unterbricht sie mich munter. »Nur ein Glückstreffer, das denken Sie doch, oder?« Ich lächle, aber ich gebe zu, dass es seltsam ist. Sie gackert, sagt aber nichts. Wir bewegen uns schweigend weiter. »Sie hatten also einen Verkehrsunfall«, sagt Bethany unvermittelt. »Ganz schön spektakulär.« »Ich bin sprachlos. Von dem Unfall habe ich ihr nichts erzählt. Woher weiß sie, dass es ein Verkehrsunfall war. Und was meint sie mit spektakulär?« »Ich hätte da eine Frage, nur so aus Neugier. Wie ist es, behindert zu sein«, ergänze ich, um wieder die Kontrolle zu erlangen und Zeit zu gewinnen. »An den Rollstuhl gefesselt?« »Oder sagen wir, als Mensch mit besonderen Bedürfnissen«, erwidert sie fröhlich. »Ich habe wohl einen guten Tag erwischt.« »Gelähmt ist völlig in Ordnung.« Sie bleibt stehen und schließt die Augen. »Er ist gefahren.« »Was?« fragt sie in wissendem Ton. Mein Denken setzt aus, startet dann mit einem lauten Knall von Neuem und katapultiert mich in die Offensive. »Na schön, erzähl doch mal. Wenn du so gut Bescheid weißt, möchte ich auch den Rest hören.« »Ich bedauere es sofort. Ich habe meinem Zorn nachgegeben und mich damit verraten.« »Die Einzelheiten kann ich nicht sehen, aber ich kenne das Ergebnis.« »Ich auch. Genau wie jeder andere. Keine große Leistung, denke ich. Aber woher weiß sie, wer gefahren ist? Weil Männer meistens fahren? Noch ein Glückstreffer? Ein paar Minuten lang hört man nur das Knirschen des Schotters unter ihren Füßen und das leisere Geräusch meiner Räder. Wenn ich ihr etwas gebe, bekomme ich vielleicht etwas dafür zurück.« »Okay, also die Kurzfassung. Es ist Nacht. Er fährt, wie du bereits vermutet hast.« »Ich wusste es.« »Ja, ja. Jedenfalls verliert er die Kontrolle. Der Wagen kommt von der Straße ab, überschlägt sich ein paar Mal. Ich lande im Dreck, und als ich im Krankenhaus zu mir komme, werde ich gefragt, ob ich irgendwo ein Taubheitsgefühl spüre.« Bethany nickt, als würde sie die Szene wiedererkennen. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, meine Worte scheinen sie anzuregen. »Aber es war ihre Schuld, oder?« Wie viele gestörte Kinder besitzt Bethany einen sicheren Instinkt für die Achillesferse eines Menschen. Ich schließe die Augen und halte an. Als ich sie wieder öffne, steht Rafik neben mir. Ich atme langsam ein und aus. »Manchmal ja, manchmal nein,« erwidere ich so gelassen wie möglich und fahre weiter. »Das hängt von meiner Tagesform ab. Ich wüsste gern, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt.« Aber sie lässt sich nicht in diese Richtung ablenken. Es kann Monate, wenn nicht gar Jahre dauern, bis Bethany jemandem so weit vertraut, dass sie über ihre Eltern spricht, falls überhaupt. »Wie gelähmt sind sie denn?« Inzwischen habe ich mich erholt. »Meine Beine funktionieren nicht,« sage ich und fahre schneller. Rafik hält sich zurück. Bethany bleibt neben mir. Ich kann nicht aufstehen oder gehen, aber noch schwimmen. Meine Arme machen die Arbeit. »Sie kann noch schwimmen,« sagt sie, als dächte sie darüber nach. »Aber kann sie auch Sex haben?« Ich atme tief durch. »Das ist die Frage, die in der normalen Welt insgeheim jeder stellen möchte.« »Doch in einer Hochsicherheitsklinik für kriminelle, psychisch kranke Jugendliche ist nichts normal.« »Von der Talie abwärts habe ich kein Gefühl. T9 Querschnittslähmung vollständig,« antworte ich. Mit anderen Worten, vom Nabel abwärts passiert nicht viel. In der Reha habe ich entdeckt, dass ich mit viel Zeit und geduldigem Experimentieren eine gewisse Erregung erleben kann, obwohl das meiste davon in meinem Kopf stattfindet und mithilfe meiner Brüste funktioniert. Allerdings habe ich nicht vor, dieses Wissen mit der plötzlich so neugierigen Bethany Crawl zu teilen. »Ich wusste gern, wieso du danach fragst. Du bist jetzt seit zwei Jahren in Oxmith, aber begreifst du auch, weshalb du hier bist?« Sie lacht freudlos. »Ich bin hier, weil Leute wie sie nicht sehen wollen, was passiert, selbst wenn es ihnen ins Gesicht springt. Es ist viel einfacher, mich wegzusperren, als mir zuzuhören.« Jetzt gerät sie in Wut. »Sie tun, als würde das alles nicht passieren, nur weil sie es nicht glauben möchten. Und wenn sie es endlich glauben, ist es verdammt noch mal zu spät. Der Tornado in Schottland. Ach, das war ja nur ein Glückstreffer. Bitte, wie Sie wollen. Aber ich habe ihn gesehen. Und dann kam er.« »Wie du schon sagtest, ein Glückstreffer.« Ich sehe das blutige Gesicht von Karen Crawl, wechsern, wie das einer geschmolzenen Puppe. Ich frage mich unwillkürlich, welche Kraft nötig war, um den Schraubenzieher derart in ihre Augenhöhle zu stoßen, welches Geräusch dabei entstanden ist. »Wie stellst du dir deine Zukunft vor?« frage ich, um mich davon abzulenken. »Sie meinen, ob ich Oxmith eines Tages verlassen möchte, in die Gemeinschaft entlassen werden, heiraten, Mutter werden, ein normales Leben führen. Lauter Dinge, die kleine Mädchen sich angeblich wünschen?« Sie hält inne und wir betrachten gemeinsam die Wand aus roten Kletterpflanzen. »Wenn ich ein Baby hätte, würde ich es Felix nennen. Das heißt doch glücklich, oder? Der Name wäre irgendwie ironisch.« Ich warte ab und denke, ich habe mir immer Max als Namen vorgestellt. »Aber ich werde kein Baby bekommen.« »Ich auch nicht. Sie sagten, ich sei fast gestorben. Man habe nichts retten können. Nichts. Ein interessanter Euphemismus. Kein Max. Nicht jetzt. Niemals.« »Woher willst du wissen, dass du niemals Kinder haben wirst?« »Wozu denn, wenn die Welt so am Arsch ist. Das wäre ziemlich sadistisch.« Harre Schmodack und die Planetarier wären ganz ihrer Meinung. Das ist genau ihre Hymne. »Mir fallen eine Million Gründe ein«, sage ich. Ein blöder Reflex, denn wenn es darauf ankäme, könnte ich vermutlich keinen einzigen nennen. Aber Bethanys innerer Wirbelsturm ist weitergezogen. Sie hat sich vorgebeugt. Ich spüre ihren Atem im Nacken. So bedroht sie mich am liebsten. »Nur Sie können mir hier raushelfen. Rolla«, flüstert sie und kommt so nah, dass ihr Mund mein Haar berührt. Ihre kindliche, heisere Stimme bohrt sich tief in mich hinein, hartnäckig wie ein exotischer Parasit. »Sie könnten so tun, als wären sie meine Mama.« Auf dem Nachhauseweg lege ich einen Zwischenstopp beim Schwimmbad ein. Halb sieben ist bei dieser Hitze eine gute Uhrzeit. Beim Einparken zischt ein blauer Renault mit Hybridantrieb auf dem Behindertenparkplatz neben mir, und die Frau auf dem Beifahrersitz starrt mich flehend an. Schon wieder sie. Die Frau mit dem schimmernden roten Haar und den blassen Augen. Bei ihr ist ein Mann, blond, schütteres Haar, gehetzter Blick, vermutlich unter Zeitdruck, älter als sie. Er schaut mich über das Lenkrad hinweg an und macht eine hilflose, frustrierte Geste, als erwarte er Verständnis für seine Notlage. Als die Frau die Tür öffnen will, bremst er sie mit einer raschen Bewegung. Und plötzlich ringen sie miteinander. Ein unwürdiges, verzweifeltes Handgemenge. Ich bin sicher, dass ihr Streit in irgendeiner unergründlichen Weise mit mir zu tun hat. Die Frau schreit den Mann an. Verzweiflung steht in ihrem Gesicht. Irgendetwas ist auf furchtbare, unwiderrufliche Weise falsch gelaufen. Ich brauche 30 anstrengende Bahnen, bis ich den Blick der Frau aus meinen Gedanken verbannt habe. Das Gewitter ist losgebrochen. Der Donner rumpelt, der Himmel ist mit grauen und schwarzen Wolken übersät. Als Bethany in den Kunstraum kommt, in dem schon eine massige Krankenschwester mit Erokesenschnitt sitzt, schauen wir zu, wie der Himmel schäumt und brodelt. Die Aussicht ist dramatisch. In der Ferne kreisen unablässig die Windräder, gegabelte Blitze zucken über das tintenschwarze Meer. Bäume dehnen sich bis in die Wurzeln, die Kronen bewegen sich im Wind wie Seetang im Wasser und manchmal reißt ein Ast ab und wird zum Geschoss. Während Blitze das Zimmer erhellen und wieder in Schatten tauchen, wandert Bethany umher und bewegt dabei den Kopf, als wollte sie den Pulsschlag der Luft erspüren. Sie öffnet das Fenster und steckt das Gesicht nach draußen, atmet zwischen den weißen Gitterstäben tief ein. Sie beachtet mich nicht. Heute bin ich nebensächlich, eine lästige Ablenkung von ihren großartigen Gedanken. Schließlich bleibt sie mitten im Zimmer stehen, Regentropfen auf dem Gesicht und atmet mit geschlossenen Augen tief die Donnerluft ein. Hier, sage ich und halte ihr mit einer Aggressivität, die ich nicht ganz verbergen kann, einen Kohlestift hin. Du bist zum Zeichnen gekommen, also zeichne. Zu meiner Überraschung gehorcht sie. Sie arbeitet schnell, fließend, intensiv, reißt geradezu am Papier. Kohlestaub fliegt auf, ab und zu wischt sie sich den Schweiß vom Gesicht und hinterlässt dunkle Streifen. Sie zeichnet eine Reihe von Wirbeln und Arabesken, die nichts mit der Szenerie draußen gemein haben. Hastig bemalt sie das Papier und lässt das Blatt auf den Boden fallen, wenn sie es leid ist. Auf einem ist eine menschliche Gestalt zu sehen, ein Mann, der von einer Klippe springt. Wer ist das? Haben Sie schon mal die Klippenspringer von Acapulco im Fernsehen gesehen? Sie breiten die Arme aus und springen ins Meer. Wie Jesus. Würdest du dich als gläubig bezeichnen? Nein. Du warst es aber. Die Kirche, zu der du gehört hast. Seine Kirche, nicht meine. Sie deutet auf ihre Schläfen. Sehen sie her. Das Zeichen des Tieres. Das machen Ärzte. Sie stecken Zeug in einen rein und saugen anderes Zeug heraus. Sag mir, was dein Vater für ein Mensch ist, Bethany. Selbst wenn du mit gemischten Gefühlen an ihn denkst, wüsste ich gern, ob du ihn irgendwie beschreiben kannst. Sie schüttelt den Kopf. Oder deine Mutter. Hey, ich erzähle Ihnen was. Eine nützliche Tatsache über Elektrizität. Angeblich schlägt der Blitz nie zweimal an derselben Stelle ein. Aber es gibt Leute, die schon dreimal getroffen wurden. Das liegt an dem Metall in ihrem Blut. Mein Blut ist voller Metall. Hast du das Gefühl, Schwierigkeiten anzuziehen? Bethany schüttelt den Kopf und lächelt milde. Mit Therapeutenfragen kommen Sie nicht weiter. Versuchen Sie es mal mit richtigen Fragen. Ich fange an, die Töpferecke aufzuräumen. Eine Minute später klingelt es zum Essen und die Krankenschwester bringt sie weg. Draußen ballen sich die Wolken zusammen und entfalten sich zu lautlosen grauen Dampfwellen. Als ich ihre Bewegung betrachte, wird mir klar, dass ich Bethany brauche. Wenn ich mich auf sie konzentriere, auch wenn es mitunter ausgesprochen unerfreulich ist, kann ich mich selbst vergessen. Und ich weiß, dass Vergessen süchtig machen kann. Inzwischen ist der Himmel fast schwarz. Es könnte Nacht sein. Die Töpferecke ist in einem katastrophalen Zustand und ich komme erst eine halbe Stunde später dazu, kurz bevor die nächste Sitzung beginnt, mir den Tisch mit Bethanys Zeichnungen anzuschauen. Dort entdecke ich neben Himmelslandschaften und Himmelsspringern eine ungelenke Zeichnung mit rotem Buntstift gemacht. Sie könnte von einer Achtjährigen stammen. Ein Strichmännchen, das verrenkt da liegt, weiblich nach den dreieckigen Brüsten und dem dreieckigen Rock zu urteilen. Aus einem Auge ragt etwas hervor. Als ich von meinem Morgenausflug nach Hause komme, warten ein Päckchen und eine Karte auf mich. Die unregelmäßige Handschrift auf dem Päckchen stammt von meiner Freundin Lilly. Sie befiehlt mir, einen wunderbaren Tag zu haben. Im Päckchen liegt etwas Weiches, das in duftendes Seidenpapier gehüllt ist. Stoff. Ein Stoff, der sich ungemein teuer anfühlt. Als ich das Papier auseinanderschlage, fließt rote Seide auf meinen Schoß. Ein Kleid. Ich halte es vor mich. Es hat Spaghetti-Träger, einen gewagten Ausschnitt und Pailletten am Saum. Ein Kleid, für das ein brasilianischer Transsexueller einen Mord begehen würde. Mir schießen Tränen in die Augen, als ich begreife, welcher Tag heute ist und was ich verdrängt habe. Bin ich mir selbst wirklich so fremd geworden? Die Karte stammt von meinem Bruder Pierre und seiner Familie in Kanada. Joël, der neun Minuten jüngere Zwilling, schickt eine Zeichnung von mir im Rollstuhl. Ich halte einen Ballon in der Hand. Mein Lächeln sieht aus wie eine Banane. Und ich habe die langen, gebogenen Wimpern einer Schönheitskönigin. Später an diesem Tag geraten vier chronisch fettleibige Mädchen bei der Bewegungstherapie in Streit und ich muss Verstärkung rufen. Als man mir sagt, ich solle zu Dr. Sheldon Gray ins Büro kommen, bin ich so niedergeschlagen, wie es eine Rollstuhlfahrerin ohne Freunde in der Stadt an ihrem 36. Geburtstag nur sein kann. Aber Sheldon Gray hat Neuigkeiten. Mein Chef hat nach meiner spontanen Zusage mein gesellschaftliches Debüt für diesen Abend im Armada-Hotel arrangiert. Buffet inklusive, sagt er, und reicht mir strahlend die Einladung. Drinks ab halb acht. Aschenputtel geht auf den Ball. Kein dramatischer Auftritt in schwindelerregenden Highheels für Gabriel Fox, denke ich, als ich einige Stunden später eine fettige Pfütze in der gigantischen Industrieküche des Armada-Hotels umfahre. Ein trostloser Korridor führt mich abrupt in das fröhliche Stimmengewirr des Wohltätigkeitsempfangs. Vor mir breitet sich aus, was ich früher genossen habe, seit dem Unfall aber fürchte. Männer im Smoking, Frauen in glitzernden Roben, Kellner mit Tabletts, die Getränke und experimentell aussehende Häppchen servieren. Später wird es zweifellos Reden von Leuten geben, die die unermüdlichen Anstrengungen hinter den Kulissen loben. Ich denke daran, dass ich in einer Mission unterwegs bin. Ich will jemanden finden, den ich zu Naturkatastrophen befragen kann, beispielsweise zu dem Tornado in Aberdeen und wie man sie vorhersagt. Ich hoffe, eine Gästeliste zu entdecken, ohne mich ins Gewühl stürzen zu müssen. Ein Rollstuhl teilt Menschenmengen wie das Rote Meer. Dr. Sheldon Gray im weißen Smoking ist mit seiner Frau Jennifer da, die ich von dem Foto in seinem Büro kenne. Es schmeichelt ihr, da man darauf weder ihren fleischigen Hintern noch den deutlichen Umriss des Lips sieht. Werde ich mich je daran gewöhnen, dass ich andere Menschen zwangsläufig in Schritthöhe betrachten muss. Gibt es eine Gästeliste? platze ich heraus. Am Empfang nehme ich an, erwidert Jennifer. Sheldon Gray ist sichtlich erleichtert, dass ich eine Beschäftigung gefunden habe, zwinkert mir zu und entschuldigt sich. Er und Jen müssen sich um die Gäste kümmern. Wieder teilt sich vor mir das Meer. Die Gästeliste hängt an einer Tafel, die sich knapp außerhalb meiner Reichweite befindet. Das ist der letzte Strohhalm. Nach mehreren vergeblichen Versuchen will ich aufgeben und nach Hause fahren, als plötzlich ein großer, kräftiger Mann aus dem Gedränge auftaucht und sich das Gesicht mit einer Serviette abwischt. Er bemerkt mein Dilemma, kommt herüber, reißt die Liste herunter und überreicht sie mir mit einer übertrieben höflichen Geste. Vielen Dank. Suchen Sie jemand Bestimmtes? Er ist groß und ein bisschen übergewichtig, mit einem weichen, angenehmen, aber unauffälligen Gesicht. Ich bemerke eine interessante Kleinigkeit an seinem linken Auge, einen grünen Fleck in der haselnussbraunen Iris. Eigentlich nicht, ich wollte nur wissen, wer so alles hier ist. Nun, er deutet auf einen Namen. Vor allem Mitglieder des Gutmenschenclubs, aber der hier bin ich, ein Nichtmitglied. Dr. Fraser Melville, Physikalisches Institut. Freut mich, Sie kennenzulernen. Er gibt mir die Hand. Und Sie? Gabriel Fox. Seine Hand ist warm und ein bisschen verschwitzt. Ich bin Therapeutin in Oxsmith. Dr. Fraser Melville, der hoffentlich kein Spinner ist, betrachtet mein Gesicht mit wissenschaftlichem Interesse. Sollen wir uns wieder ins Gewühl stürzen? Er zeigt auf einen leeren Tisch in der Nähe der Tür, der im Schutz einer großen Pflanze steht. Dort angekommen zieht er sich einen Stuhl heran und setzt sich mir gegenüber. Sie sind also aus London. Sieht man das? Zufällig ja. Sind Sie spezialisiert auf urbane Anthropologie? Nein, aber Schotte. Und ein Fisch auf dem Trockenen erkennt einen Leidensgefährten. Das liegt nicht an London, sondern am Rollstuhl. Es klingt missmutiger als beabsichtigt. Aber wenn Sie Physiker sind, können Sie mir vielleicht einige Fragen beantworten. Ich habe nämlich eine Patientin, die von Klima und Geologie besessen ist. Der große Schotte lächelt. Mir gefällt der grüne Fleck in seinem Auge. Ich schätze ihn auf etwa 40, obwohl das vollkommen unwichtig ist. Natürlich. Aber ich will ganz ehrlich sein, ich werde nicht lange hierbleiben. Solche Veranstaltungen sind mir ein Gräuel und ich hasse dieses lächerliche Kostüm. Gegenüber gibt es ein indisches Restaurant, in dem wir nicht vergiftet werden. Die Vorstellung, das Gedränge am Buffet gegen ein Curry in aller Stille einzutauschen, finde ich sofort verlockend. Das Daily Dreams mit aromatischen Düften und dämmeriger Beleuchtung, Strukturtapete und roten Möbeln ist ein klassischer britischer Inder, dessen Einrichtung sich seit den 70ern nicht verändert hat. Als wir an einem ruhigen Ecktisch sitzen, erzählt mir der Physiker, dass er vor sechs Monaten aus Inverness nach Headport gezogen ist, nachdem er ein Forschungsstipendium der hiesigen Universität erhalten hat. Sein Fachgebiet ist reine und angewandte Physik. Zurzeit beschäftigt er sich mit Hydrodynamik. Promoviert hat er über Kinetik, Druck und Bewegung von Meereströmungen. Dann wollte ich mir ein breiteres Bild verschaffen, habe Meteorologie studiert und mich mit Luftturbulenzen beschäftigt. Ich wollte herausfinden, warum sich Moleküle so bewegen, wie sie es tun. Wussten Sie, dass Vogel, Fisch und Insekten-Schwärme sich nach ähnlichen Regeln bewegen? Sie mögen willkürlich erscheinen, doch es steckt eine Logik dahinter. Im Augenblick gibt es viele neue Theorien dazu. Ich kann aber keine davon erklären, ohne mathematische Gleichungen auf eine Serviette zu zeichnen und sie damit zu Tode zu langweilen. Erzählen Sie mir lieber von Ihrer Patientin. Moment, erst bin ich dran, ich habe heute Geburtstag, möchte ich am liebsten rufen. Doch selbst wenn ich es ihm auf eine Art sagen könnte, die nicht kindisch wirkt, wäre es immer noch zu plötzlich, unpassend und geradezu tragisch. Er würde sich fragen, weshalb ich nicht mit Freunden unterwegs bin. Wir bestellen Papadams und einen wohltuend aggressiven Rotwein, bevor ich ihm von Bethany erzähle, die ich in einem Anflug professioneller Diskretion als Kind B bezeichne. Mir kommt es immer so vor, als würde sie ein Spiel mit mir spielen. Das beunruhigt mich. Sie behauptet, sie können Naturkatastrophen vorhersagen. Meteorologische oder geologische? Erst kürzlich sagte sie, in Schottland werde es ein Tornado geben. Und es gab tatsächlich einen. Der in Aberdeen? Ich muss zugeben, das hat mich beunruhigt. Er lächelt. Das sollte es nicht, denn es ist zweifellos reiner Zufall. Kleine Tornados ereignen sich viel öfter, als man glaubt. In diesem Land gibt es eine ganze Menge davon. Fall Die haben mehr gemeinsam, als sie denken, sagt Fraser Melville, nimmt seine Fliege ab und stopft sie in die Tasche. Als die Papadams kommen, macht er sich mit Schwung darüber her. Aber wenn es nun keine Fantasien sind? Sie meinen, wenn Istanbul wirklich von einem gewaltigen Erdbeben heimgesucht wird? Er hält im Kauen inne. Die Stadt liegt auf einer Bruchlinie, also ist diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Das ist ziemlich bekannt. Und nächste Woche wird Rio de Janeiro von einem ungeheuren Hurrikan getroffen, am 29. Darin ist sie sehr genau und alles scheint in irgendeiner Weise mit dem Weltuntergang verbunden zu sein. Parakatastrophologie. Er holt eine Lesebrille heraus, um die Speisekarte zu studieren. Also doch älter als 40, denke ich. Ein bisschen. Ein ganz neues Fachgebiet. Könnte Experten wie mich arbeitslos machen. Wir können nur mit Parametern arbeiten, die wir bereits kennen. Aber Rio de Janeiro halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Das ist im Südatlantik. Hurrikans entstehen gewöhnlich weiter nördlich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie recht hat? Sein Blick verändert sich und ich sehe geradezu, wie er den Rechner in seinem Gehirn anwirft. So aus dem Stehgreif. Tausend zu eins. Er lächelt. Ich würde gern um unser nächstes Essen wetten. Er beißt knirschend in sein Papadamm. Unwillkürlich lächle ich zurück. Anscheinend bin ich es nicht mehr gewöhnt, denn die Muskeln um meinen Mund tun weh. Sollte ich diesen Abend etwa doch genießen? Ich lasse mich auf die Wette ein, bestehe aber darauf, dass ich heute Abend zahle, weil ich Geburtstag habe. Na bitte. Jetzt ist es raus. Erfreut bestellt er Champagner und besteht darauf, dass der auf seine Rechnung geht. Fraser Melville, der 44 ist, seine Mutter vor zwei Monaten durch Krebs verloren hat und von einer griechischen Geologin namens Melina geschieden ist, ist genau so, wie er bestellt. Eifrig, gierig, unbefangen und seines eigenen Geschmacks gewiss. Melina habe keine Kinder bekommen können. Die Ehe sei allerdings nicht daran gescheitert. Die Sache war komplizierter. Und ziemlich demütigend für mich, gesteht er. Es hat mich ganz schön umgehauen. Ich nicke und warte, dass er weiterspricht. Unüberbrückbare Differenzen, wie man so schön sagt. Es war hart, aber jetzt, da sie wieder in Athen lebt, verstehen wir uns ganz gut. Wir haben Berührungspunkte und laufen einander bei der Arbeit gelegentlich über den Weg. Schicken uns die eine oder andere E-Mail, in denen es um Unterwasser, Erdrutsche oder Ähnliches geht. Der Champagner trinkt sich gut. Nach zwei Gläsern bin ich ein bisschen beschwipst und fange an, Witze zu erzählen. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Zu Hause frage ich mich dann, ob ich Menschen überhaupt noch gern haben kann. Ich habe es nie richtig ausprobiert. Einige Tage später träume ich wieder von meiner Wirbelsäule. Ich operiere meinen unteren Rücken mit einer Zange und einem Universalschlüssel. Na bitte, sage ich zu den Krankenschwestern und Medizinstudenten, die im Halbkreis um mich herumstehen und zuschauen. Was ich kann, können sie auch. Eine Alarmglocke schrillt. Ich muss die Operation beenden, weil sie die Zange brauchen und den Universalschlüssel. In Wirklichkeit ist es das Telefon. Licht fällt durch die Jalousien, aber mir kommt es vor wie mitten in der Nacht. Ich sehe auf den Wecker. Sieben Uhr. Das schnurlose Telefon liegt auf dem Tisch neben der Tür, viel zu weit weg, um es schnell zu erreichen. Mein Kopf tut weh. Gestern Abend habe ich drei Gläser Wein getrunken. Allein. Lektion Nummer eins für Gelähmte. Alkohol tut selten gut. Nach sechsmaligem Klingeln schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Tut mir leid, dass ich so früh anrufe, Gabriel, sagt er. Sie schlafen sicher noch, träumen von neuen Methoden um. Um was? frage ich. Seltsam, wie schnell sich eine gelähmte Frau bewegen kann, wenn sie wirklich will. Um Männer aus Inverness anzulocken. Aber jetzt mal was anderes. Es mag sich seltsam anhören, aber ich muss sie danach fragen. Es geht um diesen Hurricane im Südatlantik, von dem ihr psychotischer Fall gesprochen hat. Kind B, meine ich. Er klingt aufgeregt und ein bisschen übermütig. Wissen Sie noch, wann er angeblich Rio treffen soll? Am 29., dachte ich mir. Ich wollte es nur noch mal bestätigt haben. Ist heute der 29.? Worum geht es denn? Sicher nur ein amüsanter Zufall. Danke, Gabriel, und nochmals Verzeihung, dass ich Sie geweckt habe. Meine Schöne. Ich würde gern weiterreden, aber ich habe in den nächsten Tagen viel zu tun. Schauen Sie sich die Nachrichten an, dann wissen Sie Bescheid. Sieht aus, als müsste ich Sie zum Essen einladen. Er hängt ein und lässt mich verstört und aufgeregt zurück. Wegen seines Anrufes und weil er den interessanten Ausdruck meine Schöne gebraucht hat. Laut Fernsehnachrichten braut sich im Südatlantik ein Hurricane zusammen, der sich an der brasilianischen Küste entlang bewegt. Sein Name ist Stella. Masse und Geschwindigkeit weisen ihn als Superhurrikan aus. Er zieht nach Rio, genau wie Bethany gesagt hat. Das Fernsehen ist ein grausames Medium, das einem ständig ungebetene Besucher ins Wohnzimmer schaufelt. Nach der Werbepause ist die Vernichtung Ehrengast. Der Hurricane ist dabei, Städte und Dörfer an der brasilianischen Küste dem Erdboden gleichzumachen. Auf der Mattscheibe sieht man zersplitterte Bäume und von Menschenhand bearbeitetes Holz in reißenden Schlammflüssen treiben oder in teuflischen Strudeln kreisen. Das Strandgut einer urbanen Katastrophe in seiner ganzen herzzerreißenden Banalität. Sofas, zerschmetterte Autos, Straßenschilder, Büroeinrichtungen, Plakatwände und menschliche Körper. Das alles tanzt wie überdimensionale Korken in der braunen Brühe. Wenn Stella Rio trifft, wird es laut CNN-Kommentator zu einer Katastrophe von nie dagewesenen Ausmaßen kommen. Eingedenk der klaffenden Wunden in New Orleans und Dallas hat ein Massenexodus begonnen und die Panik führt zu neuen Unglücksfällen. Auf den Ausfallstraßen staut sich der Verkehr kilometerlang. Die Züge sind brechend voll. Manche Albträume machen mich fertig. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich es vermeiden kann. Während im Fernsehen das Grauen wie eine pornografische Blume erblüht, schließe ich die Augen, atme tief ein und bin plötzlich wieder im Gestank meiner eigenen privaten Hölle. Dem Gestank von Abwasser, Erde, Benzin. Den grellen, beinahe überirdischen Folterqualen in Hals und Brust. Der seltsamen Leere in meiner unteren Körperhälfte. Dem Rauch, der mich würgen lässt. Dem scheinbar endlosen Warten auf Hilfe, während ich halbbewusstlos dahindämmere. Alex stöhnt. Das reicht jetzt. Ich fahre zur Arbeit. Im Radio höre ich weitere Nachrichten über Stella. Endlich dreht sie ab in Richtung Meer. Durch die offene Tür des Aufenthaltsraums in Ocksmith hört man das rasche Klicken eines Tischtennisspiels und das Dröhnen des Fernsehers, vor dem eine Gruppe Jugendlicher MTV schaut. An der Südostwand liegt ein einsamer Junge auf einem verschlissenen Gebetsteppich und singt tonlos vor sich hin, während ein Tourette-Kind von einem Fuß auf den anderen tritt und Schmähungen murmelt. Bethany Crawl schaut auf dem kleinen Fernseher im Nebenzimmer CNN, während sich zwei Krankenpfleger zwanglos unterhalten und auf ihren Handys herumtippen. Sie hat es sich bequem gemacht, hockt mit untergeschlagenen Beinen in einem Sessel und kaut wie besessen Kaugummi, als gäbe es einen Geschwindigkeitsrekord, den sie zu brechen hofft. Irgendwie hängt das mit dem Albtraum zusammen, der sich auf dem Bildschirm abspielt. Ich sehe sofort, dass sie oben auf ist. Wir sind wieder beim denkbar schlimmsten Szenario, erklärt eine Frau. Der Hurricane Stella hat erneut die Richtung geändert und bewegt sich eindeutig auf Rio zu. Er wird die Stadt innerhalb der nächsten Stunde erreichen. Jo, Roller! Bethany grinst, als sie mich entdeckt, und stößt die Faust in die Luft wie ein siegreicher Sportler. Nach drei Tassen Kaffee bin ich wieder in der Spur und weigere mich, vor den neuesten Nachrichten einzuknicken. Der einzige vernünftige Ansatz besteht darin, Bethany's Vorhersage als gut geraten einzustufen. Vermutlich hat sie im Internet Informationen irgendeiner obskuren Wetterstation entdeckt. Oder es ist einfach Zufall. Was hat Fraser Melville doch gleich gesagt? Fall geklärt. Ich muss professionell auf Bethany's Überzeugung eingehen, dass es kein Zufall ist und sie, wenn möglich, umkehren. Über die Alternative, die Joy-McConey-Variante, darf ich gar nicht erst nachdenken. Leider gibt es kein Handbuch, das einem erklärt, wie man mit Leuten umzugehen hat, deren Fantasien zur Abwechslung einmal wahr werden. Ich kann mich nur auf meinen verbliebenen Instinkt verlassen. Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, Bethany, sage ich. Klar, Blödi, erwidert sie kaunt. Ihr Gesicht ist immer noch blass, aber auf den Wangen ist eine schwache, wächserne Röte zu erkennen. Also, Roller, ist das alles, was Sie zu sagen haben? Nein, erwidere ich in neutralem Ton, aber ich glaube nicht, dass du den Rest hören möchtest. Sie wollen sagen, es sei nur ein Zufall gewesen, oder? Naja, so war Joy am Anfang auch, damals, als sie noch auf Null stand. Wenn Sie das glauben wollen, bitte. Ich nicke langsam, sage aber nichts. Die geben den Leuten immer Decken, bemerkt sie mit einer Kopfbewegung zum Fernseher hin und schiebt das grau-grüne Kaugummi im Mund herum. Warum eigentlich? Da ist es doch nicht kalt. Bei einem Schock fällt die Körpertemperatur, vor allem, wenn man nass ist. Decken tun einem gut. Es ist mehr als zwei Jahre her, dass ich Alex Ellbogen gehalten und gedacht habe, kaltes Fleisch müsse nicht immer ein schlechtes Zeichen sein. Wenn ich ihn einfach nur festhielt und drückte, damit er merkte, dass ich bei ihm war und meine Wärme mit ihm teilte, dann würde irgendwie alles gut. Ich dachte auch an seine Familie. Jetzt würde alles herauskommen. Keine Ausreden mehr, kein Abstreiten, keine Verstellung. Erleichterung mischte sich in meine Übelkeit und auch der leise Verdacht, dass die Panik später kommen würde, wenn ich die Kraft dazu hätte. Ich hoffte, man würde mir ein Beruhigungsmittel geben. Vielleicht war das sogar schon passiert. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass ich schwer verletzt sein könnte. Die Tatsache, dass ich nichts spürte, schien ein Segen zu sein, ein Zeichen dafür, dass ich unversehrt war. Ja, man hatte mir sicher ein Beruhigungsmittel gegeben. Wie lieb von ihnen, wie rücksichtsvoll, professionell und gut organisiert. Ich konnte die Augen schließen und schlafen. Mein Leben ist vorbei, weint eine amerikanisch synchronisierte Brasilianerin im Blumenkleid. Alles ist weg. Mein Baby ist tot. Das mit dem Baby kann ich nicht ertragen. Ich wende mich ab. Am Himmel hinter den Gitterstäben schweben Popcornwolken. Wir sprechen später darüber. Ich habe jetzt keine Zeit, sage ich zu Bethany. Klar, Aggressionsbewältigung, was? Sie grinst und wendet sich wieder dem Fernseher zu. Ich rolle aus dem Zimmer, als mir ein ebenso dummer wie brutaler Gedanke kommt. Ich bremse und drehe mich um. Was hast du denn angeblich sonst noch im Voraus gespürt? Sie zuckt mit den Schultern. Alles Mögliche. Das Erdbeben in Nepal vor zwei Wochen. Ich habe Ihnen davon erzählt. Tatsächlich? Ja, und Sie haben nicht zugehört, sagt sie, fängt den Blick eines Krankenpflegers auf und bietet ihm ein Kaugummi an, das er ablehnt. Was sonst noch? Hören Sie nächstes Mal besser zu, erwidert sie gähnend. Es ist ja nicht so, als würde es jetzt einfach aufhören. Aber das hier, Tausende von Menschen, die getötet oder obdachlos werden und falls die Stadt getroffen wird, das wird sie. Werden noch Tausende Leben zerstört. Das ist schon in Ordnung, unterbricht sie mich. Schon mal was von einem Fair Accompli gehört? Egal, warum sorgen Sie sich auf einmal so um diese Südamerikaner? Als wir letztes Mal darüber sprachen, war das noch ganz anders. Sie schüttelt ungläubig den Kopf. Es ist wie bei Dr. Echmet. Für sie natürlich Hassan. Er ist Türke, oder? Aber wenn ich ihm von dem Erdbeben erzähle, dass Istanbul zerstören wird, kommt es mir vor, als ob ich gegen die Wand rede. Ein Erdbeben in Istanbul? Mein Magen zieht sich zusammen. Nächsten Monat. Notieren Sie den 22. August-Roller. Dagegen ist das hier ein Karussell in Disneyland Paris. Ei, Karamba! Als ich zwei Stunden später zurückkomme, lungert Bethany noch immer in ihrem Sessel herum, ein Bein über der Armlehne, Kaugummi im Mund und im Fernsehen der Hurricane Stella, der als brodelnde Masse aus Wasser, Dampf und Trümmern durch Rio tobt. Hi! begrüßt mich Bethany mit einem Winken. Kommen Sie her! Ich manövriere mich neben sie. Im Fernsehen schwärmen Hubschrauber wie Mücken am Rand des Sturmes und senden Bilder aus dem Katastrophengebiet. Reißende, mit Schmutz und Leichen angefüllte Flüsse, die sich in Täler ergießen und Ebenen überschwemmen. Hilfskonvois, die von aufgetürmten Trümmern blockiert werden. Draußen auf dem Meer schimmernde Schlieren, das Öl zerschmetterter Tanker. Eine grelle Sonne hängt schief über Rio, küsst die Stadt brutal und stellt Tag und Nacht auf den Kopf. Die weiße Statue von Christus, dem Erlöser, ragt hoch oben auf dem Berg empor, die Arme weit über Land, Meer und Himmel ausgebreitet, darunter die Stadt unter der Decke aus tosenden Wolken. Dank der Voraussicht und Fachkenntnis von Etor da Silva Costa, dem Schöpfer der Statue, hat Christus den Windgeschwindigkeiten von 300 Stundenkilometern standgehalten, bemerkt ein Nachrichtensprecher. In diesen furchtbaren Zeiten ist der Erlöser mehr denn je ein Symbol der Hoffnung. Gucken Sie mal, Roller, gleich kommt das Allerbeste, sagt Bethany aufgeregt. Was meinst du mit das Allerbeste, fauche ich wütend. Manchmal fällt es mir wirklich schwer, professionell zu bleiben. Nicht immer schaffe ich es. Was soll's? Psst, befiehlt sie. Es folgt eine andere Einstellung. Die Bilder sind verwackelter, live, hoch über der Stadt aufgenommen, gegenüber der Statue. Die Kamera zoomt die weiß gekleidete Christusfigur über dem Wald heran. Ein Symbol ewigen Friedens, sagt der Nachrichtensprecher. Hoch oben auf dem Gipfel des Corcovado, im größten Stadtpark der Welt, verkörpert er den Geist von Rio und die Hoffnungen von 100 Millionen Brasilianern, dass die Zerstörungen die Stella heute anrichtet. Eines Tages, die Kamera scheint zu ruckeln und er zögert, bevor er von einer körperlosen portugiesischen Stimme unterbrochen wird, die schnell und erregt lossprudelt. Da trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Mein Herz setzt einen Moment aus und hinterlässt ein Zeitvakuum in meiner Brust. Ich sage in scharfem Ton, Oh nein, Bethany, nein! Ich kann sie nicht ansehen, weil ich weiß, dass sie grinst. Ich denke nur, tu das nicht, Bethany. Die Christusfigur, die jetzt im Profil zu sehen ist, wankt und neigt sich vornüber. Schwindel. Dann eine kurze, gähnende Stille. Es gibt Augenblicke, an die man sich mit absoluter Klarheit bis an sein Lebensende erinnern wird. Sie prägen sich ein und bleiben einem gegenwärtig, ob man will oder nicht. Für den Bruchteil einer Sekunde scheint die Statue in ihrer Entscheidung zu verharren, bevor sie sich nach vorn neigt, hinein in einen langen, halluzinatorisch schönen Todessturz. Die weiße Figur löst sich vom Sockel, fällt kopfüber und unterwirft sich der furchtbaren Anmut der Physik. Ich halte die Luft an. Der opernhafte Charakter dieser Szene ist ungeheuerlich und fesselnd zugleich. Der Nachrichtensprecher verstummt. Man hört nur die tiefe Stille. Dann prallt die Figur Zeitlupen langsam wie eine Wahnvorstellung oder ein besonders lebhafter Traum gegen die Bergflanke, hüpft hoch wie ein riesiger Kegel und zerspringt. Mir wird heiß und kalt, als mich die Erkenntnis überkommt. Bethanys Himmelsspringer. Oh nein, nein, bitte nicht, flüstert eine Männerstimme im Fernsehen. Nein, 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 nein. Die Stille zerbricht. Alle reden durcheinander. Der Schock lässt sie ungläubig, erregt und verzweifelt brabbeln. Ohne ein Wort zu Bethany, ich kann einfach nicht sprechen, drehe ich mich herum und rolle rasch hinaus. Der Ekel sitzt mir wie ein Kloß in der Kehle. Drei Tage später sitze ich abends in der Brasserie Desartes und habe eine Mappe dabei, in der sich die Zeichnung von Bethanys Himmelsspringer befindet, die ich von der Wand des Kunstraums gerissen habe. Als Fraser Melville eintrifft, küsst er mich auf beide Wangen und entschuldigt sich für die Verspätung von siebeneinhalb Minuten. Wie ist noch mal die statistische Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Dass ich zu spät komme? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Hinter seiner fröhlichen Art verbirgt sich eine Spur von Nervosität. Ich meine den Hurricane. Ich sagte 1000 zu 1. Eigentlich war es aber eher 1000 zu 3. Also schulden Sie mir zwei weitere Abendessen. Während er sich aus seiner Jacke schält, hole ich Bethanys Zeichnung hervor und lege sie auf den Tisch. Könnten Sie das hier bitte in Ihre Berechnungen einbeziehen? Das hat sie mir eine Woche vor dem Sturz der Christusfigur gezeigt. Ich habe das Datum unten auf der Seite vermerkt und sehe zu, wie sich Fraser Melville in das Bild vertieft. Seine Augen wandern von oben nach unten, wie bei einem chinesischen Text. Er mustert es dreimal, bevor er sich äußert. Bemerkenswert, sagt er schließlich. Mehr nicht. Inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sich um reinen Zufall handelt, sage ich. Sie wird behaupten, sie habe es vorhergesagt und dass sie auch noch andere Dinge gesehen hat. In Nepal gab es ein Erdbeben, von dem sie mir angeblich auch im Voraus erzählt hat. Und? Hat sie das? Kann schon sein. Ich habe damals auf andere Dinge geachtet. Als ich aber den Christus in Rio fallen sah, war die Verbindung zu diesem Bild ganz offensichtlich. Er sagt nichts. Seine Augen huschen noch einmal über die Zeichnung. Wir bestellen, dann herrscht Schweigen. Fraser Melville wirft immer wieder einen Blick auf Bethanys Zeichnung, die am Salzstreuer lehnt. Ich merke, dass sie ihm keine Ruhe lässt. Wenn ich darf, würde ich mir gern Ihre Notizbücher anschauen, sagt er schließlich. Das verstößt gegen die Patientenrechte. Ich würde meinen Job verlieren. Nur wenn es herauskäme, erwidert er sachlich. Aber das muss es ja nicht. Wut durchzockt mich. Schon mal von dem Begriff Menschenrechte gehört? Hätte sie etwas dagegen? Sie würde sich freuen wie ein Schneekönig. Aber ihre Reaktion macht mich neugierig. Einerseits sagt der Wissenschaftler in ihnen, es sei nur Zufall, wenn auch ein aufregender Zufall. Andererseits? Der Wissenschaftler würde gern erfahren, ob es weitere Zufälle gibt. Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Wie viele müssten es sein, damit sie ihre Meinung ändern und nicht mehr an Zufälle glauben? Wie viele korrekte Prophezeiungen müsste dieses Mädchen machen, bevor es mehr als nur bemerkenswert wäre? Noch eine? Oder zwei? Ich meine, wenn sie mit Nepal recht hatte, was ich überprüfen kann. Doch Fraser Melville schüttelt entschieden den Kopf. Von meinem Standpunkt aus, dem Standpunkt eines jeden Wissenschaftlers, lautet die Antwort, mehr als sie je machen kann. Warum wollen sie sich die Notizbücher dann überhaupt ansehen? Aus demselben Grund, aus dem ich Wissenschaftler geworden bin. Ich bin neugierig auf Rätsel. Neue Theorien setzen sich nur langsam durch, weil sie auf heftigen Widerstand stoßen. Karrieren stehen auf dem Spiel. Es gibt in der Wissenschaft ein zynisches Bon mot. Die Bedeutung eines Professors wird daran gemessen, wie lange er in seinem Fachgebiet den Fortschritt aufgehalten hat. Überlegen Sie nur, wie lange manche Wissenschaftler der Vorstellung anhingen, dass die derzeitige Klimaerwärmung nichts mit den von den Menschen erzeugten CO2-Emissionen zu tun habe. Andererseits bringen Auseinandersetzungen und Debatten die Wissenschaft auch voran. Zweifel sind wesentlich. Ebenso wichtig ist es, sich aus dem Fenster zu lehnen. Echter Forschergeist kann es nicht ertragen, wenn man ihm ein ungelöstes Rätsel präsentiert. Er wird in jedem Fall versuchen, es zu lösen. Aber es geht nicht nur um Wissenschaftler. Denken Sie an den Sturz von Christus, dem Erlöser. Viele Leute mutmaßen, es stecke eine göttliche Symbolik dahinter. Wussten Sie, dass der Papst angekündigt hat, eine neue Statue anfertigen zu lassen, die doppelt so groß und garantiert unzerstörbar ist? Wir sind uns darin einig, dass die religiösen Turbulenzen allmählich beunruhigend werden. Als das Essen kommt, sind wir bei Fundamentalismus und Atheismus angelangt, wechseln zu Übernatürlichem und Aberglauben und wie ehrfürchtig Religion in den meisten Kulturen behandelt, zumindest jedoch respektiert wird, während der volkstümliche Aberglaube als zwielichtig, billig, fadenscheinig und mittelalterlich abgetan wird. Die Kirche, der Kind Bs Vater angehört, glaubt an die Trübsal. Sind das diese sieben Jahre Hölle auf Erden oder so? Ja, bevor es losgeht, werden die Guten bei der Entrückung gen Himmel verfrachtet. Das göttliche Teleportationssystem des Deus Ex Machina? Ab in die Wolken. Man lässt seine Kleider und einen Haufen dummer Gesichter zurück. Ich glaube, ich habe in der Ära Busch zum ersten Mal davon gehört. Damals kam richtig Schwung in die Sache. Es passte zur vorherrschenden Ethik. Man heizt die Erde auf, bis die Apokalypse eintritt, lässt sich mit einem Privatflugzeug in Sicherheit bringen und wir übrigen sind angeschmiert. Naja, Sünder müssen bestraft werden, wenn man es logisch zu Ende denkt. Und sie müssen ernten, was sie gesät haben. Ist ihnen bewusst, dass es heute rein zahlenmäßig mehr fanatische Christen gibt als im Mittelalter? Steht ihre Kleine auf dieses Zeug? Sie wurde damit groß. Allerdings fand man eine verbrannte Bibel im Mülleimer, nachdem sie ihre Mutter getötet hatte. Sie hat ihre Mutter getötet, Herrgott? Das haben sie mir gar nicht erzählt. Es scheint ihm nicht zu behagen. Sind sie in ihrer Klinik etwa von Mördern umgeben? Ich zucke die Achseln. Ich betrachte sie nicht als Mörder. Sie sind einfach gestört und es ist mein Beruf, mit ihnen zu arbeiten. Jedenfalls glaube ich, dass die Religion bei Kind B eine wichtige Rolle spielt bis heute. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Für sie war der Sturz der Christusfigur das, was für die antiwestlichen Muslime der 11. September war. Ein Grund auf der Straße zu tanzen. Und zwar nicht nur, weil sie es angeblich vorausgesagt hat. Wenn ihr Vater sie besuchen käme, würde ich ihm eine Menge Fragen stellen. Wir denken einen Moment darüber nach, dann richte ich die Gabel auf ihn. Eskatologie. Griechisch. Die Lehre von den letzten Dingen. Korrekt. Wenn sie Eskatologe sind und an die bevorstehende Apokalypse glauben, macht es sie glücklich. Sie werden gerettet. Doch wie würden sie als Sünder ihre letzten Augenblicke auf Erden verbringen? Ich weiß genau, was ich machen würde, erwidert er belustigt. In angenehmer, streitlustiger und extrem attraktiver Gesellschaft Spaghetti al Vongole essen. Nein, nein, vergessen Sie das. Ich würde mit dieser Gesellschaft in ihren natürlichen Lebensraum reisen, vermutlich Paris, weil ich angesichts ihres Vornamens Gabriel vermute, dass sie französische Wurzeln hat. Franco-kanadische. Na schön, dann eben Montreal. Was natürlich nicht ganz so aufregend klingt. Jedenfalls würden wir uns in einem Michelin-besternten Restaurant ein gastronomisches Spektakel gönnen, das wir mit kistenweise belgischen Pralinen beschließen. Etwas an dem Physiker irritiert mich. Flirten Sie etwa mit mir? Wenn ja, dann auf ungefährliche Weise. Außerdem haben Sie damit angefangen. Sie haben es geradezu herausgefordert. Ich gehe in die Luft. Aha. Dass ich vom neunten Rückenwirbel abwärts gelähmt bin, macht mich also zu einem ungefährlichen Flirt. Danke für die Blumen. So habe ich es nicht gemeint. Tatsache ist, dass ich in dieser Hinsicht ziemlich zurückhaltend geworden bin, seit meine Ehe gescheitert ist. Gesteht der Professor. Ich nicke. Wie lange waren Sie zusammen? Vier Jahre. Aber wir waren häufig getrennt. Melina unternahm lange Ausgrabungsexkursionen, während ich nach China oder sonst wohin reiste. Als es zu Ende ging, haben wir fast nur noch per E-Mail kommuniziert. Es gab aber noch andere Gründe. Naja, jedenfalls einen anderen Grund. Eine unüberbrückbare Differenz? Er wird rot und betrachtet eindringlich seine Spaghetti. Dann blickt er auf und lächelt. Wie sich herausstellte, stand nicht nur ich auf weibliche Attribute. Es ist zu komisch, um nicht darüber zu lachen, doch dann halten wir beide inne, werden verlegen. Sie ist also lesbisch? Er seufzt. Irgendwann lernte sie Agneska kennen. Und seither sind sie vorsichtig, was neue Beziehungen angeht. Das ist stark untertrieben. Bei mir liegt alles auf Eis, körperlich und emotional. Seitdem hier, sage ich und deute auf den Rollstuhl, ist Sex bei mir auch nicht mehr Punkt eins der Tagesordnung. Macht Ihnen das was aus? Das ist alles schon so lange her, dass ich es praktisch vergessen habe, lüge ich. Den Männern scheint es allerdings eine Menge auszumachen. Das wundert mich gar nicht, erwidert er galant und versteht mich absichtlich falsch, was mich erneut zum Lachen bringt. Wir sind beim Kaffee angelangt, als Harry, der Geschäftsführer, an unseren Tisch kommt. Sie haben womöglich eine ungebetene Besucherin. Sie sagt, sie möchte sie kurz sprechen. Er nickt diskret in Richtung Tür. Sie wirkt ein bisschen durcheinander. Falls Sie sie nicht kennen, kann ich die Frau gern wegschicken. Sie steht da, zerzaust und trotzig, die Hände tief in den Taschen einer schmuddeligen, beigefarbenen Jacke vergraben. Es ist die rothaarige Frau. Mein soll ruhig herkommen, aber nehmen Sie bitte die Jacke ab. Ich möchte kein Risiko eingehen. Als er zu der Frau geht, trinke ich einen großen Schluck Wein. Gabriel, ich weiß nicht, was hier vorgeht, aber halten Sie das wirklich für eine gute Idee? Es ist unvermeidlich und ich bin froh, dass es in aller Öffentlichkeit passiert. Sie kommt mit schleppenden Schritten zu uns und ich bemerke, dass sie jünger ist, als ich dachte. Anfang 40. Sie wirkt nicht bedrohlich, nur einsam und verstört. Sie zeigt auf die Zeichnung des Himmelspringers, die noch am Gewürzständer lehnt. Das hat Bethany gezeichnet. Sofort fügen sich die Dinge zusammen. Natürlich. Wer sonst sollte sie sein? Ja, sage ich. Vor zwei Wochen. Fraser Melville, das ist Joy McConey, meine Vorgängerin in Oxsmith. Sie bezieht sich auf die Patientin, die ich Kind B genannt habe. Der Physiker ist zunächst verwirrt angesichts der plötzlichen Wendung, die unser Abend genommen hat, gewinnt aber schnell die Fassung wieder. Nachdem er Joy die Hand geschüttelt hat, holt er ihr einen Stuhl. Joy McConey setzt sich, stützt die Arme auf den Tisch und beginnt in drängendem Ton zu sprechen. Ihre Augen gehen dabei in alle Richtungen. Ich kann nicht lange bleiben. Er sucht nach mir, mein Mann, fügt sie hastig hinzu. Er will nicht, dass ich mit Ihnen rede, aber Sie müssen mir zuhören. Bethany Crawl ist viel gefährlicher, als Sie denken. Fraser Melville wirkt besorgt und leicht verärgert. Wissen Sie, warum Bethany Dinge vorhersagen kann, Gabrielle? Fragt sie mit heller, angestrengter, fast mädchenhafter Stimme. Also macht Bethany tatsächlich zutreffende Vorhersagen? Frage ich mit einem Blick auf Fraser Melville, der mit seinem Teelöffel spielt. Ja, ja, ich habe angefangen, der Sache Aufmerksamkeit zu schenken, als Osaka vor sechs Monaten von einem Wirbelsturm getroffen wurde. Sie hatte nach ihrer EKT davon gesprochen. Und genauso ist es passiert. Danach passierten noch mehr Dinge. Das Erdbeben in Nepal, dann der Hurricane, der Sturz Christi. Sie spürt Dinge. Im Blut und Mineralien. Sie spürt, wie alles im Fluss ist. Fraser Melville erstarrt. Ich sehe, dass Joy zittert, als wäre sie soeben an einem kalten, verschneiten Abend hereingekommen. Ich habe Sheldon Gray davon erzählt, aber er wollte nicht auf mich hören. Keiner wollte auf mich hören. Aber ihr Vater, Leonard Crawl, der weiß, wozu sie fähig ist. Ich habe versucht, die Leute zu warnen, also hat Sheldon Gray mich rausgeworfen. Und wenn sie nicht aufpassen, macht er mit ihnen das Gleiche. Fragen Sie Lennart. Fragen Sie ihn, was er glaubt. Fragen Sie ihn, weshalb er seine eigene Tochter nicht besuchen will. Sie wird von ihnen verlangen, ihr bei der Flucht zu helfen. Und wenn sie sich weigern, wird sie ihnen das Gleiche wie mir antun. Entschuldigung, unterbricht sie eine Männerstimme. Dann Joy. Er kommt rasch näher und ich erkenne den blonden Mann mit dem schütteren Haar, mit dem sie auf dem Parkplatz des Schwimmbads gestritten hat. Er wirkt wütend und entschlossen. Komm, ich bring dich nach Hause zu den Kindern. Er nimmt sie bei der Hand und ist offenkundig mit seinem Latein am Ende. Es tut mir furchtbar leid, sagt er zu mir. Ich wollte es verhindern, das müssen sie mir glauben. Joy ist im Augenblick nicht sie selbst. Er zieht sie zur Tür. Dort dreht sich Joy noch einmal um. Begreifen Sie denn nicht, was sie tut, Gabrielle, ruft sie durch den Raum. Sie sagt nicht nur Dinge voraus. Sie verursacht sie. Am nächsten Morgen erscheint der Physiker in einem abgetragenen Leinenjackett und mit einer Krawatte, die nicht dazu passt, in Oxsmith. Er hat einen riesigen Karton dabei, der in Packpapier gewickelt und mit Klebeband verschlossen ist. Er lädt ihn ohne Umstände und Erklärungen auf meinem Schoß ab. Nur zu, benutzen Sie mich als Einkaufswagen, sage ich lächelnd. Wenn Sie fertig sind, spucke ich auch eine Münze aus. Sie müssen mich allerdings schieben, weil ich so überhaupt nicht sehen kann. Bethany wartet im Besuchszimmer und plaudert mit einer mehrfach gepiersten Krankenschwester. Als der Physiker ihr die Hand reicht, schaut Bethany mich mit gespielter Verzweiflung an. Habe ich ihn nicht gewarnt, dass sie grundsätzlich unhöflich ist? Ich wende mich ab. Ich werde ihr nicht weiterhelfen. Schließlich seufzt sie, da er ihr beharrlich seine große Pranke hinhält, ergreift sie und schüttelt sie dreimal auf und nieder wie die Hand einer Puppe. Damit ist der Pflicht Genüge getan. Fraser Melville ist Wissenschaftler an der Universität, erkläre ich. Fühle mich geehrt. Das klingt aber ganz anders. Ich mich auch, sagt er und nimmt den Karton von meinem Schoß. Darum habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Ich habe aber nicht Geburtstag, sagt sie schroff und beäugt ihn misstrauisch. Als sie hineinschaut, hält sie abrupt inne und öffnet den Mund zu einem überraschten O. Sie holt einen großen Globus aus durchscheinendem Kunststoff heraus und stellt ihn auf den Tisch. Ich sehe, wie sie mit sich ringt. Ich weiß, dass sie instinktiv etwas Positives sagen, vielleicht sogar mit einem Dankeschön herausplatzen möchte, doch das kann sie sich nicht erlauben. Innen ist eine Lampe, sagt Fraser Melville und stöpselt den Stecker ein. Die Farben leuchten auf wie die Buntglasfenster einer Kirche, aber subtiler, faszinierender und überirdischer. Noch immer schweigend stößt Bethany die Kugel ein wenig an und wir sehen zu, wie sie langsam und elegant rotiert. Falls das ein blöder Witz sein soll, setzt Bethany an und verstummt. Zum ersten Mal tritt ihre furchtbare Verletzlichkeit offen zu Tage. Ich mache Witze, sagt der Physiker in jovialem Ton, aber keine blöden, jedenfalls nicht absichtlich. Du kannst ihn behalten. Wie oft bin ich in Gedanken zu jedem Augenblick zurückgekehrt, besser gesagt zu dem zaghaften Lächeln, das über Bethany's Gesicht huscht, während sie die Hände auf den Globus legt, ihre langen, dünnen Finger mit den abgebissenen Nägeln und ihn wie eine Blinde abtastet. Ich muss an einen Tierarzt denken, den ich einmal gesehen habe. Wie er mit geschlossenen Augen den Kopf an die Flanke eines kranken Pferdes legte und mit den Fingern drückte und horchte. Ich hole euch in zwanzig Minuten ab, dann gehen wir in den Kunstraum, sage ich zu ihnen. Ich bringe das Wort Kreativwerk statt, noch immer nicht über die Lippen, vor allem nicht in Gegenwart eines Mannes, der... eines Mannes, der... Als ich zurückkomme, dreht sich der Globus langsam. Beide betrachten ihn nachdenklich. Lola, die Krankenschwester, steht in der Nähe der Tür. In ihren Augen lese ich eine unergründliche Mischung aus Sorge, Beunruhigung und Mitleid, und sie deutet mit dem Kopf auf den Physiker. Alles in Ordnung, frage ich, doch sein Gesicht sagt mir deutlich, dass etwas schiefgelaufen ist. Cool, antwortet Bethany. Sie wirkt listig, vielleicht auch verschämt. Bethany hat mir eine Stelle gezeigt, an der in Kürze ein Vulkan ausbrechen wird und ein Erdbeben in Istanbul vorausgesagt, sagt der Physiker mit gezwungenem Lächeln. Doch ich spüre, dass nicht das ihn beunruhigt. Was hat sie sonst noch gesagt? Ein Vulkan? Davon habe ich ihnen doch erzählt, Rolla, sagt Bethany eifrig. Der Physiker wirkt schockiert, als er meinen Spitznamen hört und sieht mich fragend an, doch ich schüttle den Kopf. Aber ich wusste vorher nicht, wie die Insel heißt. Ich habe sie als Samoa identifiziert, sagt der Physiker und hält den Globus an, bevor er auf einen Punkt im ultramarinenblauen Pazifik deutet. Vierter Oktober, sagt Bethany. Es steht in meinem Buch, aber jetzt können Sie auch den Namen aufschreiben. Lula begleitet uns in den Kunstraum. Während Fraser Melville sich Bethanys Zeichnungen anschaut, scheint er sich wieder zu fangen und gibt Sätze wie, ich bin beeindruckt oder was haben wir denn da von sich. Kennst du Van Gogh, Bethany? fragt der Physiker schließlich. Natürlich. Die Sonnenblumen kennt doch jeder. Wurden für x-Millionen an die Apala verkauft. Er drehte durch und schnitt sich das Ohr ab, oder? Der würde sich hier richtig zu Hause fühlen. Ich habe einige Kunstbücher, sage ich und zeige auf ein Regal, das ich nicht erreichen kann. Fraser Melville holt das fragliche Buch herunter und blättert zu Van Gogh. Es sind vor allem drei Bilder, nach denen ich suche, murmelt er, hält inne und deutet auf die Seite. Das ist eines davon. Sternennacht. Eine halluzinogene, nächtliche Landschaft, getupft mit leuchtenden Kugeln, alle umstrahlt von einer ausgeprägten Aura. Ich sehe sofort, weshalb er nach diesem Bild gesucht hat, nicht wegen der riesigen, weißglühenden Sterne oder der Zypressen im Vordergrund oder der provenzialischen Landschaft darunter, sondern wegen der wilden Wolkenwirbel dazwischen. Siehst du, was ich meine? Die Ähnlichkeit mit Bethany's Sturmarabesken ist verblüffend. Wie konnte ich das nur übersehen? Van Gogh hatte es auch mit Turbulenzen, sagt der Physiker und betrachtet Bethany. Klar, große Geister denken ähnlich, sagt sie beiläufig. Doch etwas ist noch immer sonderbar. Sie wirkt irgendwie schuldbewusst, unbehaglich. Er hat es geradezu wissenschaftlich dargestellt, ohne es zu merken. Menschen halten Turbulenzen für etwas Zufälliges, während sie in Wirklichkeit bestimmten Gesetzen gehorchen, die für Flüssigkeiten und Gase gelten. Ich frage mich, worauf er hinaus will. Er scheint auf eine Reaktion von Bethany zu warten, doch es kommt keiner. Darf ich die Zeichnungen mitnehmen? Ich würde mir gern Kopien machen. Klar, antwortet Bethany. Sie will blasiert klingen, doch die Begeisterung, mit der sie die erste Zeichnung von der Wand reißt und ihm in die Hand drückt, ist bezeichnend. Fraser Melville verabschiedet sich mit einem verlegenen Händeschütteln von Bethany und sagt, sie solle ruhig noch mehr Zeichnungen für ihn machen. Von allem, was ihr gefalle, egal was. Gabriel hat mir das Bild gezeigt, auf dem die Christusfigur in Rio herabstürzt, sagt er zögernd. Es hat mich beeindruckt. Hast du damals gewusst, was du da zeichnest? Sie zuckt mit den Schultern. Kann mich nicht erinnern. Ich sehe eine Menge Zeug, aber ich weiß nicht immer, was es bedeutet. Du hast den Sturz Christi aber erwähnt, sage ich. Kann sein. Ich schaue von Bethany zu dem Physiker und wieder zurück. Irgendetwas stimmt nicht. Sie sollte sie nicht Roller nennen, sagt Fraser Melville energisch, als ich mich am Empfang verabschiede. Warum lassen Sie sich das gefallen? Weil es ein Zeichen der Zuneigung ist, ob Sie es glauben oder nicht. Und immer noch besser als Spasti. Jetzt möchte ich Ihnen aber eine Frage stellen. Was hat sie zu Ihnen gesagt? Wann? Als ich sie allein gelassen habe. Sie hat etwas gesagt, das sie getroffen hat. Nein, erwidert er und gibt sich verwirrt. Sie sprach nur von dem Erdbeben und diesem Vulkan auf Samoa. Sonst war da nichts. Ich hake nicht weiter nach, merke mir aber für die Zukunft, dass der Physiker ein ausgesprochen schlechter Lügner ist. Ich bin mit Newton, einem schizophrenen 16-Jährigen mit Geschlechtsidentitätsstörung im Kunstraum. Er ist blass, hat das Haar weißblond gefärbt und schminkt sich dilettantisch. Heute ist sein Mund ein blutroter Schlitz. Es ist 10 Uhr morgens und Newton lässt beiläufig Bethany's Globus kreisen. Scheiße, Hände weg! Ich habe nicht mit ihr gerechnet. Rafik begleitet sie und Bethany's leuchtendes Gesicht verrät mir, dass sie erst kürzlich eine Dosis Elektrizität ins Hirn bekommen hat. Zeig uns doch mal deine Fotze, Mädchen, sagt Newton im Plauderton. Rafik und ich sehen uns an und sind uns einig. Einer von beiden muss weg. Ich bin für Bethany. Der Kunstraum ist nicht groß genug für sie und jemand anders. Newton lächelt, der Lippenstift auf seinen Zähnen lässt ihn wie ein Raubtier aussehen, das eine Orgie mit rohem Fleisch gefeiert hat. Zeig uns deine Fotze, los, zeig, was du hast, Mädchen. Die Lage eskaliert. Scheiße, Hände weg von dem Globus, sagt Bethany. Ihre Stimme klingt flach und ausdruckslos, was mich sehr beunruhigt. Hey, zeig uns deine Fotze und dann läckst du meinen großen schwarzen Schwanz. Newton hat richtig Spaß an der Sache. So, Newton, sage ich scharf und winke Rafik heran. Geh bitte vom Tisch weg. Ein Stück zurück. Sie meint es ernst, sagt Rafik und spannt bedrohlich den Oberkörper an. Newton schüttelt lachend den Kopf, als wäre dies der beste Witz seit langem. Dann schlägt er mit der flachen Hand auf den Globus. Bethany ist zu schnell für mich. Mit einem lauten tierischen Schrei hat sie sich auf Newton gestürzt und reißt ihn an den Haaren von dem kippenden Globus weg. Der prallt mit einer fast komischen Unvermeidlichkeit auf dem Boden, hüpft einmal hoch und landet wieder, wobei er in bunte Splitter zerbirst. Noch immer kreischend schlägt Bethany mit den Fäusten auf Newton ein. Rafik wirft sich auf die beiden und versucht, sie zu trennen. Mit einem heftigen Tritt löst Newton die Arbeitsplatte von den Tischböcken und ein Tablett mit halbfertigen Tonfiguren fällt krachend zu Boden. Als die Arbeitsplatte ein zweites Mal von Newtons Fuß getroffen wird, gibt sie den Kampf gegen die Schwerkraft auf und fällt auf mich zu. Ich kippe samt Platte zur Seite und schlage mit dem Kopf auf den Boden, als ich aus dem Stuhl geschleudert werde. Dann wird alles schwarz. Ich muss über Nacht zur Beobachtung im St. Smithens Hospital bleiben und werde am nächsten Morgen im Krankenwagen nach Hause gebracht. Zum Glück bin ich nicht schwer verletzt. Ich habe eine Wunde am Hinterkopf und eine am Oberschenkel, die ich nicht spüre und daher besonders sorgfältig behandeln muss. Bethany wurde isoliert. Sie hat sich an dem Plastiksplitter, mit dem sie auf Newton eingestochen hat, die Hand aufgeschnitten. Doch die Verletzung ist oberflächlich und wurde an Ort und Stelle behandelt. Der Junge hatte weniger Glück. Er befindet sich noch im OP, wo man ihm ein Stück Kunststoff aus dem Hodensack entfernt. Vermutlich wird er den rechten Hoden verlieren. Fraser Melville kommt, um für uns ein Abendessen zu kochen. Im Vorfeld gab es heikle telefonische Verhandlungen, worauf ich mich schließlich bereit erklärte, den Tisch zu decken und ein hammermäßiges Kleid anzuziehen, während er den Rest erledigen würde. Ich beneide Männer um ihr ungeheures Selbstvertrauen, sage ich, während ich dem Physiker bei der Arbeit zusehe. Aus irgendeinem Grund hat das hammermäßige Kleid, für das ich mich entschieden habe, olivgrünes Leinen mit cremeweißen Tupfen einen sehr tiefen Ausschnitt und ich habe mir besondere Mühe mit meinem Make-up gegeben. In meinem Fall ist dieses Selbstvertrauen absolut gerechtfertigt, sagt er munter. Ich kann zwar nicht kochen, esse aber leidenschaftlich gern. Der erste Gang besteht aus Jakobsmuscheln mit Artischockenpüree und Brückchen italienischer Blutwurst, was ich überwältigend nenne, da ich selbst in meinen kühnsten Träumen noch nie so etwas gekostet habe. Dann folgt Rehrücken in einer Soße aus Preiselbeeren und Blauschimmelkäse, dazu ein Kartoffelgratin. Sie sind ein hochgefährlicher Mann und werden mich womöglich umbringen, sage ich. Als wir satt sind, gehen wir auf meine kleine Terrasse. Die Luft duftet nach Geißblatt und Gemshorn und am Himmel hängt die riesenhafte Kugel der untergehenden Sonne. Der Physiker erzählt von seiner Mutter, die vor zwei Monaten in Aberdeen an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Er nimmt es ihr nicht übel, dass sie sich zuletzt um den Verstand getrunken hat. Das Morphium wirkte nicht richtig. Er vermisst sie, zugleich ist er erleichtert. Körper sind etwas Wunderbares, solange sie funktionieren, sagt er abschließend. Wenn nicht, ist es furchtbar. Er wird rot. Oh, verdammt. Was für ein Vorpaar. Gar nicht. Ich bin ganz ihrer Meinung. Und ich werde auch nicht behaupten, dass ich es so haben will. Im Grunde ist es beschissen. Er rutscht auf seinem Korbstuhl herum. Er ist zu klein für ihn. Würden wir zusammenleben, würde ich ihm einen riesigen Sessel kaufen, in dem er sich ausbreiten kann. Wie war das Leben vorher? Fragt er, ohne mich anzusehen. Seine unbeholfenen, sommersprossigen Hände scheinen einander zu trösten. Darf ich das fragen, nachdem sie meinem emotionalen Analphabetismus gegenüber so nachsichtig waren? Als unsere Blicke sich begegnen, begreife ich, dass er es wirklich wissen möchte. Unten im Regal im Wohnzimmer liegt ein Fotoalbum. Wenn Sie es holen, zeige ich es Ihnen. Darin sind Fotos von meinen Eltern, von Pierre und seiner Frau mit den Zwillingen, von meinem Vater im Pflegeheim und von mir selbst und Alex. Ich merke, dass der Physiker nach den richtigen Worten sucht, als er mich in der Welt von vorher sieht. Damals war ich eine Frau, glücklich und aufrecht und lächelnd, in den Armen eines Mannes. Naja, sehr groß waren Sie nie, bemerkt er. Ich lächle. Wer ist der Glückliche? Ach, das ist vorbei. Es soll beiläufig klingen, tut es aber nicht. Waren Sie verheiratet? Ich nicht, er schon. Oh. Wenn Alex und ich im Bett waren, nahm er den Ehering ab. Sehr rücksichtsvoll. Doch sie war immer noch da, unsichtbar, aber präsent. Er hatte einen hellen Streifen, wo sonst der Ring saß. Man gewöhnt sich an, das Schmerzliche zu zensieren. Es gibt noch immer Dinge, die ich dem Physiker nicht erzählen kann. Das hier reicht fürs Erste. Wie soll ich ihm sagen, was ich mir selbst nicht sagen kann? Er sieht mich eindringlich an, als merke er, dass ich etwas ganz Entscheidendes verschweige. Als hätte Bethany ihm was gesagt. Alex war eigentlich gar nicht mein Typ, fahre ich rasch fort, da ich mich nicht von der Paranoia überwältigen lassen will. Er war Geschäftsmann, hatte eine Kette von Modegeschäften. Wir lernten uns in einem Casino kennen, an dem er einen Anteil besaß. Er war ein leidenschaftlicher Pokerspieler. Meine Freundin Lilly schleppte mich eines Abends hin, weil sie gerade zwischen zwei Ehen war und auf einem Kropier stand, der dort arbeitete. Naja, es kam, wie es kommen musste. Wir machen alle Fehler. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Sage ich kraftlos und bin entsetzt über meine Plattitüden. Ich kenne die nächste Frage, auch wenn sie nicht laut ausgesprochen wird. Um es hinter mich zu bringen, beantworte ich sie dennoch. Er ist gefahren. Das Wetter war schrecklich. Ich kann mich nicht erinnern, wie es passiert ist, aber wir haben uns gestritten. Es ist eine Mischung aus Lüge und Wahrheit, Tatsachen und Wunschdenken. Wir wollten zusammenleben, aber er konnte sich einfach nicht dazu durchringen, das Nötige zu tun. Den Rest erkläre ich nicht. Wie unmöglich alles war und weshalb ich Alex angeschrien habe, als er um die Ecke bog und warum ich noch immer auf ihn einschrie, gemein, unbeherrscht, wie eine Besessene, als er die Kurve falsch einschätzte. Wie langsam und still er starb. Früher habe ich die ganze Zeit daran gedacht. Die Wahrheit. Und jetzt? Jetzt nur noch einmal pro Woche. Eine Lüge. Um uns beide abzulenken, berichte ich schließlich, was nach dem Unfall geschah. Berichte von dem Monat, den ich im Koma verloren habe und wie ich mehr oder weniger zu Bewusstsein kam und feststellen musste, dass ich in einem verstellbaren Bett lag, das dreimal am Tag wie ein Bratspieß gekippt wurde. Das Morphium löste außergewöhnliche halluzinatorische Träume aus. Eines Tages besuchte mich eine völlig zerstörte Frau. Sie blieb lange neben mir stehen und sagte kein Wort. Ich wusste, wer sie war. Ich hatte Fotos von ihr gesehen. Sie betrachtete mich wie die Vertreterin einer besonders erbärmlichen und ekelerregenden Spezies, wandte sich ab und ging. Sie hätte mich töten können, aber sie tat es nicht. Sie sah, dass es nicht nötig war. Ich habe sie nie wieder gesehen. Das Morphium ließ die Begegnung unwirklich erscheinen, wie einen Traum ohne Anfang und Ende. Der Physiker hat meine Hand genommen und streichelt sie. Er schaut mir so eindringlich in die Augen, dass ich einfach drauf losschwätze. Danach wollte ich von Anfang an zwei Dinge. Ich wollte wieder arbeiten und zwar so bald wie möglich. Und ich wollte laufen. Ich musste psychologische Fragebogen ausfüllen, wie ich sie zu Beginn meiner Laufbahn selbst entworfen habe. War es demütigend? fragt er und kneift die Augen halb zu. Anfang schon, aber dann wurde es interessant. Es kann ziemlich hilfreich sein, die Wirklichkeit zu verdrängen. Ich wurde blind, schroff und entschlossen. Ich zwang mich dazu. Mir wurde klar, dass ich etwas bewirken konnte, wenn ich mich in eine Art selbstgerechten Zorn versetzte. Ich predigte mir, das Leben müsse weitergehen und ich würde neu beginnen, schneller als alle anderen, besser als alle anderen und vor allem an einem neuen Ort. Ich wollte nicht vor dem Hintergrund meiner Vergangenheit beurteilt werden. Ich wollte unter Fremden sein, die mich nie als gehenden Menschen gekannt hatten. Ich wollte ihnen meinen Zustand als vollendete Tatsache präsentieren. Ich wollte sagen, hier bin ich und das bin ich. Scheiß drauf. Der Physiker lächelt. Ich weiß, es ist auch einer der Gründe. Er hält inne, steht auf und schiebt den Stuhl weg. Legen Sie die Arme um meinen Hals, sagt er und beugt sich vor. Ich strecke sie ihm entgegen. Der Physiker hat eine breite Brust, warm wie Brot, das frisch aus dem Ofen kommt. Ich spüre, wie sein Herz schlägt. Also kann er meins auch fühlen. Halten Sie sich fest. Er drückt meinen ganzen Oberkörper an sich. Ich wollte sagen, er hebt mich aus dem Stuhl und lehnt mich an sich, seinen Arm unter meinen Kniekehlen. Er ist groß und ich bin klein, aber ich komme mir trotzdem vor wie ein Kartoffelsack. Er aber trägt mein Gewicht, als wäre es gar nichts. Dann ist sein Gesicht ganz nah an meinem und er wiegt uns beide hin und her. Eine Weile bleiben wir so und schaukeln zusammen in der warmen Abendluft. Ich finde es wunderbar und könnte sterben, aber nicht so, wie ich normalerweise sterben möchte. Also, ich wollte sagen, es ist einer der Gründe, aus denen ich das tun möchte, dich in meinen Armen halten und dann küssen. Hat es dir gefallen? fragt er, als wir uns schließlich voneinander lösen. Es war spektakulär. Ich fühle mich wie ein trockener Alkoholiker, der wieder zur Flasche greift. Ich hatte vergessen, wie Küssen sich anfühlt, was es in einem bewirkt. Aber mein Körper oder das, was von ihm übrig ist, hat es nicht vergessen. Er befindet sich in einem Chaos der Begierde und weiß nicht, wie er sie stillen soll. Küss mich noch einmal, Fraser Melville, sage ich, und dann geh mit mir ins Bett. Als ich später neben ihm einschlafe, während der Ventilator die heiße Nachtluft über unsere Haut pustet, habe ich etwas Wichtiges erfahren. Ich bin immer noch eine Frau, deren Körper Lust empfinden kann. Eine Frau, die die Vertrautheit, Zärtlichkeit und Intensität des Sex mehr vermisst hat, als sie sich jemals eingestehen wollte. Und selbst wenn ihr Unterkörper keinen Orgasmus zustande bringt, gilt dies nicht für ihre Brustwarzen und ihr Gehirn. Bei der Isolation gibt es ein Problem, denn was für den einen Patienten die Hölle ist, findet ein anderer geradezu kuschelig. Bethany Crawl, der bodenlose Abgrund, genießt geradezu die Aufmerksamkeit, die sie in dem von Altersgenossen freien Bereich erhält. Der Therapeutenkontakt wurde nach dem Angriff auf Newton auf fünf Stunden täglich erhöht und sie wird rund um die Uhr von einer Krankenschwester überwacht, um Selbstverletzungen zu verhindern. Wir sprechen über den Schaden, den sie dem Jungen zugefügt hat, doch sie zeigt keine Reue. Stattdessen ist sie geradezu begierig, darauf alle blutigen Einzelheiten zu erfahren. Vor allem, welchen Teil des Globus der Chirurg in Newtons Hodensack gefunden hat, als er den unwiderruflich zerstörten Hoden entfernte. Ich wüsste gern, ob dich der Zwischenfall an etwas erinnert, das vor zwei Jahren bei dir zu Hause passiert ist. Sie lächelt gönnerhaft. Wieder die falsche Frageroller. Sie sind nicht gerade schnell vom Begriff. Bis sie kapieren, was hier läuft, sind sie mit ihrem Spasti-Mobil zehn Meter unter Wasser. Bla, bla, mit Blasen. Hey, war bloß ein Witz. Na schön, denke ich. Heute kann mich nichts runterziehen. Ich lächle die kleine Bethany Crawl gütig an, weil ich es mir leisten kann. Ich bin eine Frau, die Sex hatte. Du hast diese Strichmännchen mit rotem Stift gezeichnet, sage ich. Ich vermute, es ist deine Mutter. Was hast du dir gedacht, als du sie gezeichnet hast? Ich mache keine Strichmännchen, erwidert sie mürrisch. Ich nehme das Blatt aus der Mappe und lege es ihr hin. Sie blinzelt, runzelt die Stirn und schiebt die Zeichnung verblüfft von sich. Die ist nicht von mir. Die muss jemand anders gemacht haben. Jemand, der ganz beschissen zeichnet. Aber ich war dabei. Nach dem Sturz Christi hast du sie gemacht. So zeichne ich nicht. Das ist ein Kinderbild. Ich frage mich, was dieses Kind beim Zeichnen gedacht hat. Wir schauen einander einen Moment an und dann wendet sie sich ab. Sie kapieren es einfach nicht, murmelt sie. Das Erdbeben ist fast da. Übermorgen trifft es Istanbul. Ich spüre, wie sich der Druck in der Bruchlinie aufbaut. Hören Sie doch auf mich. Ich hatte Recht mit dem Hurricane. Ich hatte Recht, dass Jesus den Berg hinunterstürzt. Was ist, wenn ich auch diesmal Recht habe? Was erwartest du von mir, Bethany? Nur mal angenommen, du hättest Recht. Es wird einfach Zeit, dass mir jemand glaubt. Kapieren Sie das denn nicht? Unsere Zeit ist vorbei. Auf mein Zeichen hin öffnet Rafik die Tür. Als ich mich umdrehen will, schaut Bethany mich durchdringend an, als wollte sie jeden Winkel meines Gesichts vermessen. Dann ändert sich ihre Stimmung blitzschnell und sie lacht leise vor sich hin. Was ist denn so lustig, Bethany? Frage ich leicht hin. Ich bin erleichtert, dass wir wieder auf sicherem Boden sind. Darf ich mitlachen? Wow, Rolla, sagt sie erfreut. Ich lache über Sie. Glückwunsch. Wozu? Mir ist nicht wohl in meiner Haut. Beim Lächeln entblößt sie ihre Zahnspange und kostet die Worte förmlich aus. Weil sie flachgelegt wurden. Ich zucke leicht zurück. Mein Privatleben geht dich nichts an, Bethany. Es klingt zu scharf. Ich verabschiede mich und rolle rasch hinaus. Es ist Donnerstag, der 21. August. Aber ich bin fest entschlossen, mir von Bethany's Katastrophen-Kalender nicht den Tag verderben zu lassen. Bislang gelingt es mir ganz gut. Ich genieße es, ich zu sein und niemand anders. Vielleicht habe ich sogar im Spiegel Gefallen an meinem eigenen Bild gefunden. Fraser Melville und ich haben annähernd 14 Stunden unter meiner Bettdecke verbracht und experimentiert. Wir verhalten uns absurd. Eine Frau Mitte 30 und ein Mann von über 40, die sich wie Teenager beim ersten Sex aufführen. Fraser Melville und ich prüfen, forschen und tauschen Informationen aus. Schüchtern, kühn, im Scherz. Und wenn ich das hier mache? Das ist gut. Nicht da, aber hier. So. Nein, da fühle ich gar nichts. Wir konzentrieren uns sehr auf meine Brüste. Halleluja, ich habe einen Tittenmann erwischt. Letzte Nacht ist er noch einmal vorsichtig in mich eingedrungen. Körperlich habe ich nichts gespürt. Nicht einmal ein letztes geisterhaftes Zwicken im Becken. Doch in meinem Kopf sah es anders aus. In meinem Kopf explodierte etwas. Auf unterschiedliche, vielleicht aber auch gar nicht so unterschiedliche Weise scheinen Fraser Melville und ich unseren Spaß zu haben. Aber es kann nicht von Dauer sein. Das darf ich nicht zulassen. Wir müssen etwas unternehmen. Er seufzt, rutscht herum, stützt die Ellbogen auf den Tisch, schaut mich eindringlich an und holt tief Luft, bevor er sagt, einverstanden. Falls es morgen wirklich passiert, werde ich einige Kollegen wegen der anderen Vorhersagen kontaktieren, die Bethany gemacht hat. Ich zeige nicht, wie erleichtert ich bin, dass auch er darüber nachgedacht hat. Ohne sie zu erwähnen, erkläre ich. Ihr Name darf nicht genannt werden. Natürlich nicht. Das wäre wissenschaftlicher Selbstmord. Wie willst du es anstellen? Achsel zucken. Ich werde einer ausgewählten, breit gefächerten Gruppe von Wissenschaftlern, die für so etwas offen sind, mitteilen, dass es Vorhersagen aus einer bestimmten Quelle gibt, dass sie sich als zutreffend erwiesen haben, dass das Erdbeben das letzte Beispiel dafür ist, dass weitere Vorhersagen existieren, die überprüft werden müssen, dass ich an eine wissenschaftliche Erklärung glaube, die weitere Nachforschungen erfordert, dass auf jeden Fall die betroffenen Regionen gewarnt werden sollten, da Menschenleben auf dem Spiel stehen. Das klingt einfach. Zu einfach. Aber immerhin haben wir einen Plan. Ich erwache, als der Regen gegen die Fenster prasselt. Die Bäume seufzen und ächzen. Ich kuschle meinen Kopf an Fraser Melvils feste, glatte Schulter und überlege, was die vergangene Nacht für meine Seele bedeutet. Doch dann fällt mir ein, welcher Tag heute ist und mein Entzücken löst sich in Luft auf. Ich schalte rasch das Radio ein und drehe den Ton herunter. Die Nacht rückt weiter vor, während Fraser Melvils friedlich neben mir atmet. Draußen Donner und Wind. Ich dämmere kurz ein und erwache am Ende einer Kultursendung. Alle reden im gleichen vernünftigen Ton. Erleichtert döse ich ein, während im Hintergrund ein Sportquiz läuft, als plötzlich eine Sondermeldung angekündigt wird. Ich hiefe mich hoch, will vorsichtig sein, störe aber dennoch Fraser Melvils, der sich gähnend aufsetzt. Und zuhört. Ich stelle das Radio lauter und wir nehmen die Nachricht auf wie parallele Stoßdämpfer. Während der fünfminütigen Sendung bleibe ich ruhig und beherrscht. Etwas in mir will nicht nachgeben. Es vielleicht nicht wahrhaben. Als die Nachrichtensendung zu Ende ist, stößt Fraser Melvils hervor. Oh nein, Herrgott, oh Scheiße. Mit einem Streichholz zünde ich die Lampe neben dem Bett an. Einen marokkanischen Metallkäfig, der senkrechte Lichtstrahlen durch den Raum tanzen lässt. Das Gewitter hat sich verzogen. Der Regen ist noch unschlüssig. Egal, wem wir es gesagt hätten, sie hätten uns ohnehin nicht geglaubt, murmele ich. Wir liegen schon eine Weile so da. Es ist der einzige Gedanke, an den ich mich klammern kann. Ich gebe mich rational, doch was ist mit Fraser Melvils? Sein Atem klingt so beherrscht. Vielleicht kämpft er gegen etwas an? Tränen? Einen Herzanfall? Das kommt bei Männern vor. Sie sterben beim Sex oder an einem Schock oder an beidem. Weißt du noch unser Gespräch gestern, sage ich und stütze mich ungeschickt auf einen Ellbogen, damit ich ihm in die Augen sehen und seine Stimmung einschätzen kann. Wir haben mehrmals darüber gesprochen, leicht hin, aber trotzdem. Und wir waren uns einig. Wenn wir die türkische Botschaft angerufen und gesagt hätten, dass sie eine Stadt mit 15 Millionen Einwohnern am 22. dieses Monats evakuieren müssten, weil ein Kind in einer Hochsicherheitsklinik eine Vision hatte, ich kann nicht weitersprechen. Meine plötzliche Überzeugung hat sich in Luft aufgelöst. Ich lasse mich wieder aufs Kissen sinken. Fraser Melville sagt nichts. Um halb vier kommt eine aktualisierte Meldung. Die Berichte über das Ausmaß der Zerstörung sind widersprüchlich, aber das Erdbeben, dessen Epizentrum sich im Mamara-Meer unmittelbar vor der Stadt befindet, lag bei 7,7 auf der Richterskala. Es ereignete sich 14 Minuten vor Ein-Uhr-Ortszeit und löste einen kleinen Tsunami aus, der den Südteil des Ballungsgebietes überschwemmte. Ersten Schätzungen zufolge sind etwa 40 Prozent der Stadt betroffen. Mindestens 10.000 Gebäude sind zerstört, darunter die berühmte blaue Moschee. Wolkenkratzer, Wohnhäuser, Bürogebäude und Schulen sind eingestürzt. Ich fühle nichts. Als ich mich gerade frage, weshalb ich nicht reagiere, bricht mir am ganzen Oberkörper der Schweiß aus und ich beginne zu zittern. Diese Nacht ist ein Albtraum. Doch bald wird es Tag, dann ist alles real. Um fünf steht Fraser Melville schweigend auf und macht Kaffee. Wir sprechen kaum miteinander, trinken ihn bei laufendem Fernseher im Bett. Istanbul ist größtenteils dem Erdboden gleichgemacht. Mindestens drei Öltanker sind gesunken. Im Bosporus herrscht Chaos. Mit einem Rest tröstlicher Logik denke ich noch, Zufälle passieren eben. Doch dann meldet sich ein mächtigerer, nüchtern formulierter Gedanke. Fraser Melville und Gabrielle Fox haben ihr Wissen nicht weitergegeben. Damit tragen sie die Verantwortung für den massiven Verlust an Menschenleben und sind durch Unterlassung zu Massenmördern geworden. Ihre Unterlassungssünden haben zu einem Grauen geführt, das jedem Kriegsverbrechen ebenbürtig ist. Wir werden getrennte Wege gehen. Wir sind kein Paar, sondern zwei ganz unterschiedliche Menschen, die am Rande eines Abgrunds stehen, den sie sich niemals hätten ausmalen können. Für solche Situationen gibt es keine Regeln. Fraser Melville verlässt das Haus vor mir. Um neun gehe ich wie üblich zur Arbeit. Ich weiß einfach nicht, was ich sonst tun soll. Die Hitze ist so brutal, dass es eine Qual ist, vor die Tür zu gehen. Man muss sich wappnen, sich mit Trinkwasser, Sonnenbrille, Sonnencreme und Kopfbedeckung ausrüsten. Früher waren das sommerliche Accessoires. Heute ist es lebensnotwendig. Als ich Oxsmith erreiche, bin ich so geladen, dass ich etwas kaputt schlagen könnte. Ein bisschen paradox, denn heute Morgen stehen zwei Einheiten Anti-Aggressionstraining auf dem Programm und ich muss gute Ratschläge und Weisheiten verbreiten, an die ich mich zu meiner Verzweiflung selbst nicht halten kann. Während siebzehn Teenager gleichmäßig atmen und sich ruhige Landschaften, positive Energie, Blabla vorstellen, plane ich fieberhaft den nächsten Schritt. Er besteht in einer Aufzugsfahrt in das Büro meines Chefs, denn es ist nicht länger möglich, Bethanys Prophezeiung zu verschweigen. Ich weiß, dass Sheldon Gray es nicht gut aufnehmen wird und verachte ihn schon jetzt dafür. Heute wird nicht geschwitzt. Es gibt kein Rudergerät, kein Frotti-Handtuch, keine Grunzlaute. Dr. Sheldon Gray ist vollständig bekleidet. Er trägt ein rosa Hemd und eine rosa-graue Krawatte. Die glatte Haut um seinen gestutzten Kinnbart sieht frisch rasiert und feuchtigkeitsgepflegt aus. So viel sorgfältige Vorbereitung lässt auf wichtige Besprechungen schließen. Echte Besprechungen mit echten Leuten. Ich zähle nicht dazu. Mir ist klar, dass ich zu viel Kaffee getrunken habe. Ich bin ganz zittrig vor lauter Koffein. Wer ist denn heute das Problem? fragt mein Chef, so wie ich in seinem Blickfeld auftauche. Seit ich mich nach Joy McConies Notizen erkundigt und die Wohltätigkeitsveranstaltung vorzeitig verlassen habe, bin ich in Ungnade gefallen. Ich gelte jetzt offiziell als Querulantin. Ich wette, es ist ihr kleiner Tourette-Freund, der sich so gern Plastiktüten über den Kopf zieht. Wie heißt er doch gleich? Er trommelt mit den Fingern auf seinem Schreibtisch aus poliertem Walnussholz. Nein, eigentlich wollte ich mit ihnen über das Erdbeben in Istanbul sprechen. Eine furchtbare Tragödie. Entsetzlich, ja. Hassan Ahmed hat Familie in der Gegend. Also, was wollten Sie mir sagen? Bethany Crawl. Sein Gesicht umwölkt sich, wirkt angespannt. Bevor er protestieren kann, komme ich zur Sache. Als ich erkläre, dass Bethany Crawl das Erdbeben offenkundig genau vorausgesagt hat, ich versuche beiläufig zu klingen, was mir jedoch nicht gut gelingt, da ich in Wahrheit ängstlich und wütend bin und keine Lust habe, das zu verbergen, fängt er an, auf seinem Stuhl zu schaukeln. Als ich den Hurricane Stella erwähne, eine weitere Vorhersage, zuckt Sheldon Gray mit dem Kopf wie eine Kuh, die Fliegen verscheucht. Mir wird klar, dass er mich jetzt noch weniger respektiert als zuvor. 60 Prozent weniger Respekt, dafür 40 Prozent mehr Verachtung. Ich kann es ihm nicht verdenken. Ein Teil von mir empfindet ähnlich. Er zupft umständlich seine Manschetten zurecht und holt tief Luft. Gabriel, ich bin schockiert und enttäuscht und, ja, ich muss es so sagen, entsetzt. Ich hatte sie höher eingeschätzt. Seine Stimme klingt scharf wie die eines Politikers. Sie sollten etwas über ihre Vorgängerin wissen. Wir sprachen bereits über ihre Notizen und weshalb ich sie aus der Patientenakte entfernt habe. Tatsache ist, aus ihnen geht hervor, dass Joy McConey sich in einer katastrophalen Weise in Bethanys Fantasien hineingesteigert hat. Am Ende war sie davon überzeugt, dass sich Bethanys Vorhersagen erfüllten. Leider erlebe ich hier ein Déjà-vu. Daher werden Sie verstehen, dass ich sehr besorgt bin, wenn Sie sich als ebenso leichtgläubig erweisen. Brauchen Sie etwa auch eine Auszeit? Er spuckt das Klischee aus wie eine Katze den Haarball und stößt gegen sein Mauspad. Aber das Erdbeben, sie hat es auf den Tag genau vorhergesagt, das ist eine Tatsache. Genau wie den Hurricane Stella. Gabriel, haben Sie schon mal von einer Suchmaschine namens Google gehört? Ich verstehe, dass die Frage rhetorisch gemeint ist und beantworte sie nicht. Ja, wir geben jetzt einfach mal Istanbul Erdbeben Vorhersagen ein. Dann erweitern wir die Suche, was uns die moderne Technik ja gestattet, und wählen bestimmte Daten aus. Er klickt demonstrativ mit der Maus. Na, was haben wir denn da? Aha, aha, na gut. Keine Überraschung, Gabriel. Jedenfalls nicht für mich. Ein einziger Blick auf einen ganzen Bildschirm voller Informationen genügt, um zu wissen, dass die kleine Bethany Crawl nicht als einzige diese Tragödie vorhergesagt hat. Ich schaue hin. Jede Menge Suchergebnisse. Wir alle sind bisweilen empfänglich für diese gefühlt tiefen jungen Menschen. Wer professionell arbeitet, erkennt diese Empfänglichkeit und unternimmt die erforderlichen Schritte, um solche wenig hilfreichen Impulse und Reaktionen zu vermeiden. Wollen Sie damit sagen, ich hätte Bethany falsch behandelt? Frage ich mit erzwungenem Gleichmut. Doch die schockierend blauen Augen meines Chefs durchschauen mich. Nun, was denken Sie? fragt er mit einem müden Seufzen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber er sieht plötzlich alt aus. Ein Mann mit Altersvorsorge und heimlichen Fluchtplänen. Hören Sie. Er deutet auf den Bildschirm. Das zeigt doch, dass die Welt voller Menschen wie Bethany Crawl ist. Es ist unsere Aufgabe, sie von ihren Fantasien zu befreien, statt sie darin zu bestärken. Er streicht seine rosa-graue Krawatte glatt und greift zum Telefon, um mir zu zeigen, dass unser Gespräch beendet ist. Als ich später bei Bethany vorbeischaue, scheint sie trotz ihrer Abschottung von dem Erdbeben erfahren zu haben. Der Jackpot, Roller, begrüßt sie mich. Ihre Augen sind starr, wie vom Scheinwerferlicht gebannt, das sie ungeduldig herbeisehnt. Woher weißt du das? Ich bin davon aufgewacht. Ich kann's noch spüren, sagt sie und drückt die Handflächen auf ihrem beinahe flachen Brustkorb. Hier drin und auf meiner ganzen Haut. Sagen sie immer noch, ich hätte mich geirrt? Nein, es ist ja passiert. Aber sie wollen behaupten, es sei Zufall. Ja, ich will dir sagen, dass ich es für einen Zufall halte. Genau wie Dr. Echmet, der Angehörige in Istanbul hat. Natürlich wird er das sagen. Er kann nicht anderes sagen, denn er hat mir nicht zugehört, als es darauf ankam. Sie senkt den Kopf, bis er auf einer Höhe mit meinem ist. Sie müssen mich hier rausbringen, flüstert sie eindringlich. Begreifen Sie das nicht, Sie dumme Kuh! Ich begreife, dass du das willst, Bethany. Aber du bist zu deiner eigenen Sicherheit hier und dir anderer Leute. Du bist hier, um gesund zu werden. Sie wissen, dass das Riesen-Scheiße ist, sagt Bethany. Ihre Augen wirken dunkler als sonst. Ich muss hier raus. Dieses Erdbeben war noch gar nichts. Es kommt noch viel schlimmer. Yeah! Das spüre ich. Im Ernst, das wird megamäßig. Am 12. Oktober. Die ganz, ganz große Sache. Ich will nicht hier drin sterben. Ich muss raus. Sie müssen mir helfen. Ich spüre ein Phantomkribbeln in den Beinen. Angst. Was passiert am 12. Oktober? Bethany stampft mit ihrem verblichenen schwarzen Turnschuh auf den Boden. Ihr Gesicht ist die schwache Verheißung eines aufziehenden Sturms. Es ist etwas Neues. So etwas hat noch niemand gesehen. Es fängt an einer Stelle an und breitet sich überall hin aus. So schnell, dass keiner was dagegen unternehmen kann. Helfen Sie mir heraus, Roller. Ich will nicht ertrinken, verdammte Scheiße. Nicht hier. Sprichst du von einer Überflutung. An einem Hochwasser in Großbritannien. Es wird mehr als das sein. Aber ich weiß nicht was. Ihre Augen blitzen misstrauisch und ihre Stimme wird eindringlich. Sie wirkt verängstigt. Es ist doch Ihre Aufgabe, mir zu helfen, oder? Also helfen Sie mir. Als ich zum Aufzug fahre, ruft Fraser Melville an. Wann bist du fertig? Um halb sechs. Kannst du in mein Büro in der Universität kommen? Bring Bethany's Notizbücher mit und zwar alle. Schaffst du's bis sechs? Es gibt nur eine brauchbare Methode, um einen Körper zwei Treppen hinauf zu tragen, und zwar jene, mit der Feuerwehrleute Menschen aus brennenden Gebäuden retten. In dieser schmachvollen Position befinde ich mich gerade und hänge wie ein Sack über Fraser Melvilles breiter Schulter, während er beharrlich die Treppe hinaufstapft. An seinem anderen Arm baumelt eine Tasche mit Bethany's Notizbüchern, die ich unter meinem Sitzkissen hinausgeschmuggelt habe. Falls es nach heute Morgen noch einen Rest kühler Distanz zwischen uns gegeben hat, löst er sich bei dieser würdelosen Komödie auf. Drinnen setzt er mich auf ein abgewetztes Sofa und richtet sich ruckweise wieder auf, während ich mich umsehe. Ich hatte mir klare Linien einen gewissen intellektuellen Minimalismus vorgestellt. Stattdessen gibt es Schreibtische voller Kabel, Computer, kompassähnliche Maschinen mit zahlreichen Anzeigeskalen, an den Wänden Landkarten mit Höhenlinien und Computerausdrucke. Als Fraser Melville die Tür schließt, werden drei Drucke von Van Gogh sichtbar, die an die Wand gepinnt sind. So, sage ich, nachdem ich mich an das Durcheinander gewöhnt habe, in dem Fraser Melville arbeitet. Du hast mich hierher geschafft, jetzt erkläre mal. Er deutet auf ein Blatt neben den Van Goghs, das eine große mit winzigen Pfeilen getupfte Kurve zeigt. Dieser Kurve liegt eine Formel von Kolmogorov zugrunde, die von Physikern angewandt wird, um die Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung von Teilchen im Verhältnis zu anderen Teilchen in einer Flüssigkeit oder einem Gas vorauszusagen. Die Wirbel, die entstehen, wenn man Sahne in den Kaffee gießt oder wenn Rauch aus einem Schornstein steigt. Es gibt sogar Ökonomen, die dieses Muster in den Fluktuationen auf den Devisenmärkten erkennen wollen. Die Himmel van Goghs entsprechen den physikalischen Gesetzmäßigkeiten für Turbulenzen nach dem Kolmogorov-Modell für turbulente Strömungen. Und jetzt vergleiche mal die Himmel van Goghs mit denen von Bethany. Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber ein Wirbel ist ein Wirbel, oder? Anscheinend nicht. Sie besitzen eine Struktur, erklärt er mir, erzählen eine Geschichte. Sie beschreiben einen komplexen Tanz aus Strömungen und Gegenströmungen. Außerdem war van Gogh Epileptiker. Spielt das eine Rolle? Vor einigen Jahren beschäftigte sich ein mexikanischer Physiker namens José Luis Aragon mit van Goghs Himmeln. Er analysierte sie mathematisch. Diese drei Bilder wurden gemalt, als er häufig unter epileptischen Anfällen litt. Aragon zeigt in seinem Aufsatz, dass sie unsichtbare Turbulenzen tatsächlich mit extremer Genauigkeit abbilden. Dann spekuliert er darüber, ob die Wahnvorstellungen, die van Goghs epileptische Anfälle begleiteten, ihm möglicherweise ein einzigartiges Verständnis für die Fluiddynamik verliehen haben. Und Bethany's EKT? Die Stromstöße lösen einen Grand-Mal-Anfall aus, der Ähnlichkeit mit einem epileptischen Anfall besitzt. Allerdings wird er künstlich erzeugt und kontrolliert, statt spontan durch eine Fehlfunktion im Gehirn zu entstehen. Du meinst, es könnte eine wissenschaftliche Erklärung für das geben, was sie vorhersagt? Die muss es geben, zumindest für das, was sie zu fühlen behauptet. Wie sie allerdings den genauen Ort und das Datum voraussagen kann, keine Ahnung. Ich hoffe, wir finden einen Hinweis darauf in den Notizbüchern. Ich fische sie aus der Tasche und lege sie auf den Schreibtisch. Er nimmt sich das Oberste und blättert eifrig darin herum, doch bald wechselt sein Gesichtsausdruck von Interesse zu Bestürzung. Mein Gott, das ist ja völlig chaotisch. Was hattest du erwartet? Eine methodische Vorgehensweise? Vermutlich gibt es irgendwo ein Muster, wir müssen es nur finden. Aber wie? fragt er und betrachtet verzweifelt eine vollgekritzelte Seite. Zehn oder zwölf Seiten im aktuellsten Notizbuch, das nur zu einem Drittel voll ist, sind einer Serie gewidmet, die ich als Maschinerie in Mondlandschaft bezeichnen würde. Der Stil ist grafischer und distanzierter, ist weniger emotional aufgeladen als die anderen. Die Zeichnungen besitzen eine Struktur, eine geradezu architektonische Förmlichkeit. Sie erwecken den Anschein, als hätte man etwas in einen anderen Maßstab umgewandelt, das bereits außerhalb von Bethany's Imagination existiert und seine Wurzeln in der Realität hat. Für mich ergeben sie keinen Sinn, während Fraser Melville fasziniert scheint. Interessant, murmelt er und streicht über eine Seite, als vermute er verborgene Blindenschrift darauf. Keine Turbulenzen, nichts, was an Duftströmungen erinnert. Wie würde sie wohl reagieren, wenn ich sie bete, sie sich bildlich vorzustellen? Wie das wohl aussehen würde? Das Szenario ist auf allen Bildern gleich. Eine mit Schutt übersäte Landschaft und eine senkrechte Linie, manchmal dick, manchmal dünn, die vom Himmel herabkommt und auf Bodenhöhe auf eine blumenförmige Mulde oder einen Trichter trifft, der sich unterirdisch fortsetzt, eine Kurve beschreibt, horizontal weiterverläuft und manchmal in einer undefinierbaren Form endet, manchmal in etwas, das eine Explosion darstellen könnte. Um den Trichter herum hat Bethany zerborstene Felsen oder Geröll gezeichnet. Ich erkläre Dir jetzt mal, was ich als Psychologin davon halte, sage ich zu Fraser. Mir liegen keine Beweise vor, dass sie sexuell missbraucht wurde und sie hat mir auch nichts dergleichen erzählt, dennoch vermute ich genau das oder etwas in der Richtung, irgendein gewaltsames Eindringen. Jetzt sag mir, was Du davon hältst. Das kann ich nicht. Allerdings kommen mir die Zeichnungen zu technisch vor, um rein symbolisch zu sein. Für mich sieht das irgendwie nach Bergbau aus. Und die hier? Ich blättere und zeige ihm ein weiteres typisches Motiv, eine Ansammlung geometrisch aussehender fünfseitiger Formen, die zu einem Block zusammengefügt sind. Eine Bienenwabe, ein Parkhaus, stilisierte Särge? Ich werde das alles meiner Ex schicken, seufzt Fraser. Vermutlich wird sie sagen, es sei Hüessou. Was ist Hüessou? Das griechische Wort für totaler Schwachsinn, antwortet er niedergeschlagen. So wie ich Melina kenne, wird sie annehmen, der Tod meiner Mutter habe mich aus der Bahn geworfen. Dann machen wir uns systematisch an die Arbeit. Die nächsten beiden Stunden sprechen wir kaum, sondern gehen die Notizbücher Seite für Seite durch und nummerieren sie, während Fraser Melville Fotokopien und Digitalfotos erstellt und auf seinen Computer lädt. Fertig, sagt er schließlich und legt das letzte unvollständige Notizbuch auf den Schreibtisch. Ich nehme es auf und blättere darin. Sie hat verschiedene Buntstifte für ihre Zeichnungen verwendet, doch der Text ist immer ein schwarzes Gekritzel. Dann halte ich inne. Die allerletzte Seite ist nur mit ihrer Handschrift bedeckt. Hast du das hier auch kopiert? Fraser Melville schaut mich erschöpft und verwirrt an. Es sieht aus wie eine Liste. Schauen wir mal, sagt er und zieht seinen Stuhl neben meinen. Die Liste besteht aus Daten, Orten und Ereignissen. Manche sind schwarz geschrieben, andere in grün, rot oder blau, als gäbe es eine Art Code. Die erste Zeile lautet 11. Februar, vulkanische Aktivität, Aetna, Italien. Um diese Zeit gibt es dort tatsächlich Aktivität, sagt Fraser Melville. Was kommt dann? 24. Februar, Wirbelsturm, Osaka, Japan. Die Liste geht weiter mit März und April. Ein Tornado in Südspanien und neue Geysire in Island, eine schwarze Wolkenformation in Russland, ein tödlicher Methanrülpser in einem See im Kongo. Ich lese ein Ereignis nach dem anderen vor und Fraser Melville schaut im Internet nach. Jedes einzelne ist nicht nur passiert, sondern an dem Datum eingetreten, das Bethany in ihrem rot-schwarzen Notizbuch vermerkt hat. Der Ausbruch des Aetna am 18. März, ein Erdbeben in Nepal am 20. April und ein Taifun am 29. April. 21. Mai, Gerölllawinen in den Alpen. 29. Juli, Hurricane im Südatlantik, Rio de Janeiro. 16. August, nördliches Pakistan und Kaschmir, Erdstöße. 22. August, Istanbul, Erdbeben. 5. September, Bangladesch, Starkregen, schwere Überflutungen. 13. September, Mumbai, Zyklon. 20. September, Hongkong, Brände in Folge von Stürmen. 4. Oktober, Vulkan Samoa. Das nächste Ereignis ist auf den 12. Oktober datiert und lautet einfach nur Trübsal. Es gibt keine Erklärung, was es ist oder wie es ausgelöst wird oder wo es passiert. Fraser Melville schweigt lange. Gehen wir mal davon aus, dass sie diese Ereignisse tatsächlich exakt vorhergesagt hat. Nicht nur Rio und Istanbul, sondern auch die davor, was wir natürlich nicht belegen können, aber gehen wir einfach mal davon aus. Gut, und dann? Eine so hohe Anzahl korrekter Vorhersagen und wohlgemerkt keine einzige falsche darunter kann man nicht mehr als Zufall bezeichnen oder als gut geraten. Und es heißt? Wir suchen nach einer wissenschaftlichen Erklärung. Er atmet tief ein und wieder aus. Es klingt weit hergeholt, ist aber immerhin eine Hypothese, der wir nichts anderes... Na los, dränge ich. Bethanys Liste hat mich weit mehr aus der Fassung gebracht, als ich zugeben mag. Keines dieser Ereignisse geschah aus heiterem Himmel. Der Tag, an dem ein Vulkan ausbricht oder ein Hurrikan vorbeizieht oder ein Erdbeben geschieht oder ein Geysir auftaucht, ist immer der Höhepunkt eines langen Prozesses. In manchen Fällen kann er Jahre dauern. Wir müssen in der Meteorologie und Geologie ganz andere zeitliche Maßstäbe anlegen. Eine Wetterfront kann sich beispielsweise eine Woche oder noch länger zusammenbrauen, bevor sie sich gewaltsam entlädt. Das Erdbeben von Istanbul wurde sogar seit Jahren erwartet, da der Druck an der Bruchlinie ständig zunahm. Gehen wir mal davon aus, dass Bethany ansonsten nicht erkennbare Signale, wir können sie als Vibrationen bezeichnen, auffängt, die auf Ereignisse hindeuten, die schon im Entstehen begriffen sind. Sagen wir, dass sie jedes Mal eine Zunahme des Drucks spürt, ob nun atmosphärisch oder unterirdisch. Und dann vermuten wir weiter, dass sie irgendwie in der Lage ist, den Zeitraum bis zum Eintreten des Ereignisses sehr genau zu bestimmen. Ebenso den Ort, an dem es stattfindet. Für ein Mädchen ihres Alters kennt sie den Globus ziemlich gut, doch es ist in jedem Fall wohl eher Instinkt als Wissen. Man weiß, dass sich der Druck an der Bruchlinie, der das Erdbeben in Istanbul ausgelöst hat, stetig nach Osten bewegte. Im Grunde geht es immer um tiefere Erdstrukturen, die sich in einem bestimmten zeitlichen Rahmen verschieben. Und Bethany kann diese Druckveränderungen irgendwie spüren. Einfach instinktiv? Er schüttelt den Kopf. Nein, es muss einen Grund dafür geben. Eine physikalische Verbindung zwischen Bethany und diesen Phänomenen. Vielleicht eine Art Magnetismus oder sogar Schallwellen. Das klingt ziemlich weit hergeholt. Als Theorie ist es mir aber trotzdem lieber als die Vorstellung, dass Bethany womöglich eine Art New Age Öko-Hellseherin ist. Fragt sich nur, wie weit es geht. Wozu ist es gut? Und wie passt das ganze biblische Zeug über die Trübsal ins Bild? Fraser Melville schüttelt den Kopf. Meine Gedanken rasen. Wann fangen wir an, es den Leuten zu sagen? Es geht nicht nur um das Wann, sondern auch um das Was und das Wem und das Wie. Er seufzt. Ohne wissenschaftliche Beweise, um es zu untermauern. Denk dran, was mit Joy McConaughey passiert ist. Er faltet Origami-Figuren aus seinen Notizen. Willst du dich aus der Sache herausreden? Seine Finger halten inne. Er lächelt. Der grüne Fisch in seinem Auge leuchtet auf. Nein, meine kleine rollende Sexgöttin. So rede ich mich in die Sache hinein. Einen Moment lang sitzen wir schweigend da. Als du Bethany kennengelernt hast und ich euch in meinem Büro allein gelassen habe, hat sie etwas zu dir gesagt, beginne ich schließlich. Und das hat dich unglücklich gemacht. Ich rücke näher heran, was ihm nicht zu gefallen scheint. Ja, das stimmt. Ich warte. Das kann ich gut. Aber es ging nicht um mich, murmelt er. Es ging um jemand anderen, jemanden, an dem ich sehr hänge, den ich um nichts in der Welt verletzen möchte. Wir sitzen schweigend da, bis meine Neugier, nein, meine Eifersucht, die Oberhand gewinnt. Hatte es mit dir und Melina zu tun? Er wirkt verstört. Nein. Oh. Meine Erleichterung ist unangemessen groß. Dann folgt die Frage. Wenn nicht Melina, wer dann? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Gabriel. Kannst du es dir nicht denken? Es ging. Es ging um dich. Plötzlich fehlen mir die Worte. Es tut mir leid. Bethany hat mir erzählt, dass du zur Zeit des Unfalls... Er hält inne, schaut mich mit glitzernden Augen an. Es ist eine Qual. Einen flüchtigen Moment lang spüre ich nichts außer dem Kloß in meiner Kehle. Es tut mir leid. Du hast mich in eine schwierige... Ach, Liebes. Eine kurze, beinahe halluzinatorische Erleichterung. Dann ein neuer Schmerz. Eine ganz präzise Bewegung in meinem Brustkorb, als würde eine Schraube angezogen. Oh, sage ich. Dann schließt sich mein Mund und ich weiß, dass ich ihn nicht wieder öffnen werde. Es ist sinnlos, es zu versuchen. Selbst lautlose Worte können nicht zurückgenommen werden. Er nimmt meine Hände. Ich weiß, er sieht mir in die Augen, aber ich kann seinen Blick nicht erwidern. Ist es wahr? fragt er schließlich. Mühsam schaue ich zur Wand hinüber. Ein brauner Fleck. Die Form erinnert mich an Frankreich oder Spanien. Wie mag er dort hingekommen sein? Eine seltsame Scham überkommt mich wie ein krankhaftes Verlangen. Sie hatte nicht das Recht, es dir zu sagen. Es tut mir so leid. Wir schweigen einen Moment. Ich sage, ich wollte ihn Max nennen. 28. Woche. Dann sind sie schon lebensfähig. Er war es nicht. Wenn ich jetzt weine, werde ich nie wieder aufhören. Am Morgen schauen wir wieder Nachrichten. Die staubige Dunstglocke löst sich auf und enthüllt eine erstickte Wüste, trostlos wie hunderttausend Ground Zeroes. Sie stellt alles in den Schatten, was ich je gesehen oder mir vorgestellt habe. Eine rauchende, glimmende Ödnis, die sich kilometerweit erstreckt, unterbrochen von seltsamen Nischen der Normalität, auf die die Sonne scheint. Ein Spielplatz, ein Streifenpark, ein funkelnder See, der mit bunten Tretbooten getupft ist. Tausende Menschen sind unter Schutt begraben. Soldaten mit Masken suchen nach Überlebenden, ertasten sich mit Wärmedetektoren und Suchhunden den Weg durch gezackte Vorgebirge aus Stahlbeton. Ich frage mich, was in Bethany Crawl vorgeht, wenn sie die Folgen eines Grauens betrachtet, das sie so präzise vorhergesagt hat. Fühlt sie sich mächtig, stolz, allwissend, unbesiegbar? Oder hat sie in einem Winkel ihrer Psyche furchtbare Angst? In der Mittagspause surfe ich im Netz. Ich überfliege Berichte über den letzten Aufruf der Planetarier, den amerikanischen Ex-Präsidenten wegen Verbrechen gegen die Erde anzuklagen. Über die sibirische Tundra, die schneller taut, als es die pessimistischsten Modelle prognostiziert haben. Über die äußeren Ränder des Amazonasbeckens, die sich in riesige Schlammwüsten verwandeln, voller erstickender Fische. Und den verbliebenen Urwald, der in absehbarer Zeit verbrennen und zu einer Savanne werden wird, wieder eine grüne Lunge weniger. Über den Golfstrom, der die gewaltigen Mengen arktischen Schmelzwassers aufnimmt, sich verlangsamt, weniger Wärme in den Atlantik pumpt, was dramatische Auswirkungen auf die Küstenverläufe hat. Wenn der Erwärmungsprozess nicht rechtzeitig rückgängig gemacht werden kann, ist die fast vollständige Auslöschung der Spezies Mensch auf lange Sicht unvermeidlich, schrieb Modak in seinem Artikel für die Washington Post. Wenn Bethany von der Trübsal spricht, der Verheerung, die sie nicht genauer benennen kann, meint sie dann einfach den klimatologischen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt, den Kipppunkt, den Modak bereits erreicht glaubt, oder eine andere, ungeahnte Katastrophe? Wie soll man etwas verhindern, das man nicht einmal benennen kann? Ich klicke und klicke und gelange nirgendwo hin. Fenniton Acres ist eine der Öko-Siedlungen, die vor der Wohnungskrise aus dem Boden geschossen sind. Ich komme rascher hin als geplant, kurz nach sechs bin ich da. Das Ziel, das ich in mein Navigationssystem eingegeben habe, ist ein Einkaufszentrum mit Parkplatz. Die Kirche, riesengroß und rosa, ist flach, gewölbt wie der Panzer eines Krebses und erinnert an skandinavische Baukastenarchitektur, ein militant friedfertiges Gebäude in einer künstlichen Umgebung. Sie muss überaus schalldicht sein, denn beim Hineinrollen trifft mich die unerwartet laute Musik wie ein Schlag. Gerade wird ein Kirchenlied mit Diskorhythmus gespielt. Die klimatisierte Luft ruft Gänsehaut auf meine nackten Armen hervor. Drinnen wiegt sich ein Meer von Menschen im Takt der Musik. Alle strahlen vor Glück. Ein paar Köpfe drehen sich zu mir um, man lächelt mir aufmunternd zu. Unter den etwa 500 Gläubigen sehe ich viel schwarze und braune Haut, sehr viel mehr, als man in einem Ort wie Fenneton Acres erwarten würde. Ganz vorn, unter einem Betonkreuz auf der weiß getünchten Mauer, spielt eine Band. Weitere Leute lächeln zur Begrüßung, während mich ein junger Mann im schicken Anzug zu einem Platz weit vorn führt, von dem aus ich das Geschehen überblicken kann. Er gibt mir einen weißen Umschlag und einen Stift und flüstert, das ist für ihren Zehnten. Wir geben alle, was wir können. Auf dem Umschlag kann man Namen, Adresse und Kreditkartendaten eintragen. Dann sehe ich ihn. Im wirklichen Leben wirkt Leonard Kroll breiter, imposanter, lebendiger und menschlicher als auf den geschönten Fotos auf seiner Homepage. Er trägt einen taubengrauen Anzug, der sehr gut geschnitten ist, und hat ein Mikrofon ans Ohr geklemmt. Er sieht nicht aus wie ein Mensch, dessen Frau mit einem Schraubenzieher erstochen wurde und dessen Tochter vom Teufel besessen ist. Er schaut mich flüchtig an und nickt, wobei er seinen ganzen Körper wiegt. Ein glücklicher Mann, könnte man meinen. Ein Mann, der weiß, wer er ist und warum er hier ist. Ein Mann, der sich in seinem Element befindet. Die Leute um mich herum tauschen erfreute, fast verschwörerische Blicke, als teilten sie alle ein riesiges Geheimnis. Vielleicht tun sie das auch. Ich denke, Massenproduktion von Serotonin. Religion ist Opium fürs Volk. Ich merke, wie ein breites, dämliches Lächeln auf meinem Gesicht erblüht. Akzeptanz. Akzeptiere und du wirst akzeptiert werden. Es nimmt mich gefangen. Ich kann nicht anders. Wir singen vier Lieder und enden mit »Steh auf, steh auf für Jesus«, dem einzigen, das ich kenne. Ich bin fast enttäuscht, als es vorbei ist und die Gemeinde Platz nimmt. Leonard Kroll, gedrungen und energisch, beginnt auf- und abzulaufen. Man kann Bethany in ihm erkennen, im oberen Teil des Gesichts, in den weit auseinanderstehenden Augen. Er hat Potenzial. Man könnte ihn attraktiv finden. Krieg, Hunger, Krankheiten, Katastrophen, die Ausbreitung des Atheismus, der Klimawandel, die Gewalt in Jerusalem und im Iran. Schaut doch hin, erhebt warnend die Stimme. In unserer heutigen Welt herrscht eine Epidemie der falschen Religionen. Unsere Nation und unsere Hauptstadt müssen sich wieder Gott zuwenden, dem Gott von heute, dem Gott des Jetzt. Er schreit. Mögen wir von deiner Gnade durchtränkt werden, o Herr, tränke uns, tränke uns mit deiner ewigen Liebe. Dann wird er sanfter. Ehre sei dir. Die Frau neben mir stimmt begeistert zu und fällt ein in den Chor aus Gemurmel und Amen. In mir ist kein Zweifel, dass böse Kräfte auf dem Planeten Erde am Werk sind, dass der Teufel etwas vorbereitet. Nun, hier ist Gottes Botschaft. Die Anhänger Christi bereiten auch etwas vor. Er stößt den Finger in die Luft, was weiteres Gemurmel und stakkatoartigen Beifall hervorruft. Wir bereiten uns auf die Entrückung vor. Die Menschen brechen in Jubel aus und er schreitet wie ein Panther mit blitzenden Augen auf und ab. Es gibt Zeichen. Ich sehe Zeichen und ich spüre Zeichen. Zeichen, von denen die Bibel gesprochen hat. Was haben wir alle empfunden, als wir Christus vom Berg stürzen sahen? Hast du wirklich diese Stunde gewählt, Herr, am Beginn des 21. Jahrhunderts, um uns zu entrücken und diesen Planeten mit Eszechiels Krieg heimzusuchen? Amen, murmelt die Gemeinde inbrünstig. Das traute Familienleben der Crawls. Ich möchte Fragen stellen. Haben Bethany und ihre Eltern zusammen auf dem Ledersofa gesessen und DVDs mit Heilsverkündigungen angeschaut? Hat Karen Crawl dafür gesorgt, dass ihre Tochter täglich fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nahm, wie vom Gesundheitsministerium empfohlen? Ist Bethany regelmäßig in diese Kirche gekommen, um Lennart predigen zu hören? Wie sieht es mit der Vergebung aus, wenn die eigene Tochter deiner Frau einen Schraubenzieher ins Auge stößt? Als er weiterspricht, den Kopf fast träge in den Nacken gelegt, liegt eine ruhige Kraft in seiner Stimme. Wir werden unter den Geretteten sein und wir werden unser Bestes geben, um die Herzen all jener zu bekehren, die wir kennen und lieben und die noch nicht die Gnade Gottes gefunden haben, auf das auch sie gerettet werden. Zustimmung wogt durch die Halle. Nach dem Gottesdienst rolle ich zwischen Gruppen von Männern, Frauen und Teenagern hindurch, die gekleidet sind wie Teenager überall, die sich angeregt und mit geröteten Gesichtern unterhalten, während die Kleineren nach draußen ins Einkaufszentrum laufen. Willkommen, sagt Crawl, zieht sich einen Stuhl heran, setzt sich und ergreift meine Hand mit der Zuversicht eines Menschenfischers, eines begabten Redners, der auch zuhören kann. Es ist wunderbar, neue Gesichter zu sehen. Sind sie von hier? Leonard Crawl. Ich frage mich allmählich, wann er meine Hand wieder loslässt. Die Leute nennen mich Len, freut mich sehr. Ich bin Penny, lüge ich. Penny, wiederholt er. Noch ein Druck, dann bekomme ich meine Hand zurück. Ich bin nur auf der Durchreise, im Vorbeifahren hörte ich die Musik und konnten nicht widerstehen. Alte Lieblingslieder, was? Was sie über die Trübsal und die Entrückung gesagt haben, hat etwas in mir zum Schwingen gebracht. Damit verdiene ich mir einen intensiven Augenkontakt und ein Nicken, mehr nicht. Es ist beunruhigend, dass mich Bethanys braune Augen aus einem anderen Gesicht klug und sanft anblicken. Soll ich Ihnen etwas sagen, Penny? Ich kann Jesus in Ihnen spüren. Darauf fällt mir keine Antwort ein, die nicht paranoid klingen würde. Hat er mich etwa durchschaut? Könnte ich kurz mit Ihnen sprechen, wenn Sie sich verabschiedet haben? Es war nämlich nicht nur die Musik, die mich hergeführt hat, gestehe ich. Das weckt sein Interesse. Natürlich, Penny. Er richtet sich auf. Geben Sie mir zehn Minuten, sagt er und nickt einem vorbeigehenden Mann zu. Ich werde den Mob der Gerechten hier rausschaffen und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Eine Viertelstunde später sind wir allein. Also, Penny, was kann ich für Sie tun? Sie haben den Antichristen erwähnt. Also, glauben Sie an das Böse? Er lacht. Und ob ich das tue? Wenn Sie Gott ernst nehmen, müssen Sie den Schurken auch ernst nehmen. Vor allem aber glaube ich an das Gute, an die Macht von Gottes Willen und an Gottes Plan. Selbst wenn furchtbare Dinge geschehen und Gott sie zuzulassen scheint. Gott weiß, was er tut. Er hat einen Plan. Wir dagegen sind nur Ameisen, Penny. Wir sind zu klein, um seinen Plan zu erkennen. Viele Dinge, die für uns keinen Sinn ergeben, besitzen für ihn durchaus einen Sinn. Kann das Böse denn angeboren sein? Ich meine, diese Vorstellung von Unschuld und Verderbnis kann ein Kind von Natur aus böse sein. Sie kann vom Teufel heimgesucht werden. Sie, sage ich. Ein winziges Schweigen. Leonard Crawl erstarrt kaum merklich und sein Blick kehrt sich nach innen. Der Teufel ist mächtig, murmelt er schließlich wie zu sich selbst und zum ersten Mal erkenne ich in seinen Zügen den Kummer eines Mannes, der Frau und Kind verloren hat. Der Teufel ist heimtückisch, der Teufel ist boshaft und findet Wege, um die Gerechten vom Pfad der Tugend abzubringen. Er schaut mich eindringlich an, als suchte er nach dem Jesus, den er vorhin in mir gespürt hat. Dann greift er in die Tasche und gibt mir seine Visitenkarte. Nehmen Sie das, Penny, falls Sie Lust auf ein längeres Gespräch haben. Ich bin viel unterwegs und verbreite das Wort Gottes, aber Sie sind mir überall willkommen, wo ich predige. Angesicht seiner Aufrichtigkeit und meiner Lügen werde ich ganz rot, nehme die Karte und bedanke mich. Da ich keine Hosentasche habe und sie nicht seitlich in den Rollstuhl stecken will, taste ich in meiner Handtasche nach dem Portemonnaie, das ich prompt fallen lasse. Er hebt es galant auf und klappt es zu meinem Entsetzen auf. Mein Führerschein blickt uns entgegen. Im Bruchteil einer Sekunde hat sich alles verändert. Gabriel Fox, liest er vor. Ich werde bleich. Schade, dass Ihr Beruf nicht hier drin steht, Mrs. Fox. Mir ist ganz schlecht. Ich tippe auf Journalistin. Ich bin keine Journalistin, sage ich leise. Bitte geben Sie mir das Portemonnaie zurück. Sein Lächeln ist verschwunden. Ab und an kommen sie immer noch, um zu schnüffeln. Aber so tief ist noch niemand gesunken, sagt er und deutet auf meinen Rollstuhl. Penny. Ich bin gelähmt. Und ich bin Mickey Mouse. Hören Sie, Mrs. Fox. Die meisten Leute hier wissen, dass ich vor einigen Jahren eine private Tragödie erlitten habe und dass die Kirche und Gottes Liebe mir dabei geholfen haben, mich wieder an den kleinen Segnungen des Lebens zu erfreuen. Ich fühle mich unwohl. Am liebsten würde ich mich wegbeamen. Die Szene zurückspulen bis zu der Stelle, an der wir gesungen und geklatscht haben und ich vergnügt war. Nur weg von diesem, diesem, diesem. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Sein Gesicht ist ganz weiß. Nur eins noch. Wer zum Teufel sind sie. Diesen plötzlichen Zorn hatte ich nicht erwartet. Und er macht mir Angst. Einen schrecklichen Moment lang glaube ich, er will mich schlagen. Ich taste nach meinem Donnerei und will schon zum Angriff ausholen. Doch er ist schneller, umfasst die Handgriffe des Rollstuhls. Ich schnappe nach den Rädern, um sie zu blockieren. Doch er versetzt mir einen heftigen Stoß. Dann schiebt er mich einfach hinaus. Die Automatiktür öffnet sich. Draußen dämmert es schon. Wortlos schiebt er den Rollstuhl im Rekordtempo die Rampe hinunter. Wir Männer der Bibel lieben Wunder, Mrs. Fox, sagt er und kippt meinen Stuhl langsam nach vorn. Verzweifelt schaue ich mich nach Hilfe um, doch der Parkplatz ist menschenleer. Und mir gefällt die Vorstellung, dass sie manchmal tatsächlich geschehen. Noch immer rüttelt er am Rollstuhl. Ich klammere mich mit aller Kraft an die Armlehnen, doch er hört nicht auf. Er ist stark. Er kippt den Stuhl so weit nach vorn, dass ich auf den Asphalt schaue. Meine Hände geben nach. Ich muss loslassen, wenn ich ernsthafte Verletzungen vermeiden will. Sehen wir doch mal, ob wir die Lahmen gehend machen können, was? Ich lasse gerade noch rechtzeitig los und bremse meinen Sturz verzweifelt mit den Händen. Dann liege ich ausgestreckt da. Vielleicht ist ein Bein verletzt und ich spüre einen brennenden Schmerz in der linken Handfläche. Blut und Schotter und aufgeschürfte Haut. Schmerz gegen Stolz. Ich will mein Schluchzen unterdrücken. Ich verliere. Er lacht. Gut gespielt. Dann wirft er mein Portemonnaie auf den Boden und der Inhalt landet auf dem Schotter. Mein Führerschein blickt zu mir auf. Ich bin die Therapeutin ihrer Tochter, platze ich heraus. Meine Augen brennen vor Schmerz. Sie hatten Naturkatastrophen vorausgesehen. Sie hat Istanbul vorhergesagt. Sein Körper erstarrt. Er sagt nichts, aber ich spüre, dass er meine Worte registriert. Können Sie mir das erklären, Mr. Kroll? Natürlich kann ich das erklären, sagt er. Ein Schauer huscht über sein Gesicht. Angst, Verachtung oder beides. Besser gesagt, der Teufel kann es. Mit ihm sollten Sie reden. Er hat die Macht über Bethany. Sie ist Ihre Tochter. Nicht mehr. Ich bete jeden Tag meines Lebens für Ihre Seele. Sie werden manipuliert, Mrs. Fox. Und Sie merken es nicht einmal. Als ich mich so weit erholt habe, dass ich mich wieder bewegen kann, ist er verschwunden. Während ich mich in den Rollstuhl hiefe, ist er in seine Kirche zurückgekehrt und hat die Tür hinter sich geschlossen. Ich bin allein. Zu Hause wartet Fraser Melville mit einer Flasche Champagner und einem schwachen, unglücklichen Lächeln auf mich. Heute feiern wir das Ende meiner Karriere als ernstzunehmender Wissenschaftler, verkündet er. Wir stoßen darauf an, dann säubert er meine aufgeschürfte Hand. Wir sind beide auf unsere Weise verzweifelt. Du hast also die E-Mails verschickt? Ich habe mich auf die nächsten vier Ereignisse konzentriert, da die ersten drei bereits eingetreten sind und der letzte Eintrag keinen Sinn ergibt. Ich habe sie als Spekulationen einer Person präsentiert, die in der Vergangenheit Naturkatastrophen sehr genau vorausgesagt hatte. Ich habe es neutral formuliert und Angaben zu der statistischen Wahrscheinlichkeit erbeten, mit der diese Ereignisse tatsächlich am angegebenen Datum eintreten werden. Außerdem habe ich Melina einige von Bethany's Mondlandschaften mit Maschinen geschickt. Ein ehemaliger Kollege von ihr hat Kontakt zu Harish Modak. Ich sage, dass ich stolz auf ihn bin, doch die Tatsache, dass er tatsächlich auf Senden geklickt hat, macht ihm schwer zu schaffen. Und du meinst, dass diese Leute alle offen für Ideen sind, die du nicht beweisen kannst? Nicht alle. Melina tendiert nicht in diese Richtung, aber sie wird mir wohl die Ehre erweisen, eine ernsthafte Antwort zu schicken und die Sache nicht gegen mich zu verwenden. Sollte ihr Kontakt funktionieren, könnte Harish Modak tatsächlich das Risiko eingehen, aus purer Neugier reagieren. Verrückt genug ist er. Und was jetzt? Wir trinken weiter und du erzählst mir von Leonard Kroll. Am nächsten Morgen kommt mein Chef gleich zur Sache. Er hat soeben einen Anruf von Bethany's Vater erhalten. Einen Anruf, in dem dieser sich zu Recht beschwerte. Da es nichts zu sagen gibt, schweige ich. Wollen Sie das bestreiten? Er hat mich aus dem Rollstuhl gekippt. Das klingt ziemlich schwach. Ja, das hat er mir auch erzählt. Dafür entschuldigt er sich. Trotzdem. Es ändert nichts an dem, was Sie getan haben, oder? Hat er sich nach Bethany erkundigt? Nein. Sie hat seine Frau ermordet, also hat er das Recht, auf Distanz zu bleiben. Außerdem geht es gar nicht um Bethany, sondern um Sie. Sie! Er steht auf und schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ich zucke instinktiv zusammen. Doch das stört ihn nicht. Herrgott noch mal, Gabrielle! Was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht? Dann setzt er sich unvermittelt und schlägt noch einmal mit der Hand auf den Tisch. Ich streiche meinen Rock glatt. Ich war neugierig, sage ich leise. Weiter kann ich mich der Wahrheit nicht nähern. Sie waren neugierig, wiederholt er ruhig. Neugierig. Er stößt einen zornigen Seufzer aus. Habe ich mich durch eine einzige Fehlentscheidung arbeitslos gemacht? Ich werde mein Büro räumen und Sie von meiner Anwesenheit befreien. Sheldon Gray wirkt eher entsetzt als erleichtert. Laut Ihrem Vertrag haben Sie noch einen Monat, sagt er brüsk. Damit bin ich entlassen. Ich drehe mich um. Übrigens, ruft er mir nach. Der Kontakt mit Bethany Kroll ist Ihnen untersagt. Ich fahre zu Fraser Melville nach Hause. Neben mir auf dem Beifahrersitz ein dampfendes Paket aus dem indischen Restaurant. Ich bin selten bei ihm. Sein gemietetes Reihenhaus in der Nähe des Hafens ist nicht rollstuhlgerecht. Wie in seinem Büro herrscht auch hier ein gelehrtes Durcheinander. Das Chaos eines kreativen und wissbegierigen Menschen, der auf Hilfe im Haushalt verzichtet. Er ist blass und einsilbig. Wir stochern in unserem Essen herum, benutzen keine Teller, reden kaum. Ich wage nicht, die Frage zu stellen, weil ich die Antwort von seinem Gesicht ablesen kann. Ich habe die Antworten ausgedruckt, sagt er schließlich. Die wenigen, die ich bekommen habe. Er deutet mit dem Kopf auf den Beistelltisch. Ich rolle hinüber und werfe einen Blick darauf. Er hat sieben verschiedene E-Mails ausgedruckt. Lieber Fraser, beginnt die erste. Ich habe deine E-Mail mit großer Belustigung gelesen und an Judy weitergegeben, weil sie immer behauptet, wir Naturwissenschaftler seien ein humorloser Haufen. Das ist wirklich klasse. Jedenfalls freue ich mich darauf, noch mehr von deinem mysteriösen Orakel zu hören und werde mir die Tage im Kalender anstreichen. Alles Gute, Cees. Die zweite. Mein lieber, lieber Fraser, viele Grüße aus der Arktis. Falls du diese Vorhersagen tatsächlich als echte Wissenschaft betrachtest, was ich dem Ton deiner Mail nach befürchte, begehst du einen gewaltigen beruflichen Fehler, ob deine Quelle nun Recht hat oder nicht. Als deine Freundin wie auch als deine Ex-Frau werde ich jetzt das für dich tun, was du hoffentlich auch für mich tun würdest. Ich rate dir, lieber Fraser, dies nicht weiter zu verfolgen. Du genießt auf deinem Fachgebiet einen exzellenten Ruf. Ich weiß, wie hart du gearbeitet hast, um dir einen Namen zu machen, und daher hoffe ich, dass dir selbst schon Zweifel gekommen sind. Ich verspreche dir jedenfalls feierlich, dass ich dies nicht weitergeben werde. Ich bin mir sicher, dass der Tod deiner Mutter eine große Belastung für dich ist. Am schlimmsten sind die, die gar nicht geantwortet haben, sagt Fraser Melville schlicht. Ich weiß nämlich, was sie denken und untereinander reden. Sie tanzen vor Schadenfreude, Polka. Du bereust es? Nein. Ja. Nicht, solange Bethany recht hat. Falls sie sich aber irrt, schon. Dann müsste ich auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Immerhin habe ich eine Seelenklempnerin, die mich wiederherrichten kann. Eine Kunsttherapeutin. Er lächelt kläglich. In der Not frisst der Teufel fliegen. Doch schon wenige Tage später ruft er mich triumphierend an. Sie hatte für den Fünften eine schwere Überflutung in Bangladesch vorhergesagt und die ist eingetreten. Jetzt gerade zieht ein Zyklon in Richtung Mumbai und wird morgen dort eintreffen. 13. September. Genau wie es in ihrem Notizbuch steht. Sie hat es vor über einem Monat vorhergesagt. Vielleicht ist es sogar noch länger her. Das kann kein Meteorologe. Fühlst du dich jetzt rehabilitiert? Du nicht? Nein, entscheide ich. Ich muss an Bethany denken, wie sie ihr grünes Kaugummi kaut und die Faust in die Luft stößt, als hätte sie einen Preis gewonnen. Ich fühle mich nur schlecht und irgendwie verantwortlich. Einige Tage, nachdem der Zyklon in Mumbai schlimmste Verwüstungen angerichtet und über 300 Menschen getötet hat, fahre ich zu Fraser Melville nach Hause. Er öffnet mir schweigend die Tür. Er hat abgenommen. Er beugt sich nicht zu mir herunter, um mich zu küssen. Und es gibt auch sonst keine Berührung als Willkommensgruß. Ich spüre, dass er sich von mir zurückzieht, vielleicht sogar etwas Entscheidendes für sich behält. Er hat BBC World eingeschaltet. Wie ich bereits in den Nachrichten hörte, steht ein großer Teil von Hongkong in Flammen. Du musst mir sagen, was los ist, sage ich und deute zum Fernseher. Davon mal abgesehen. Gestern hat mich der Leiter meines Instituts angerufen. Ihm gefällt es nicht, dass ich wissenschaftlich unbegründete Behauptungen äußere. Und wie lautet die Strafe? Das übliche Kaltstellen, nehme ich an. Aber ich warte nicht ab, bis ich es herausgefunden habe. Ich habe ihn um ein sechswöchiges Sabbatical gebeten. Hat er zugestimmt? Mit geradezu beleidigendem Eifer. Sein Lächeln wirkt trostlos. Niemand will mit mir über diese Brände sprechen, nicht einmal inoffiziell. Er deutet zum Fernseher. Ich bin Persona non grata. Und Harish Modak, frage ich. Unbehagliches Schweigen, das ich als Nein deute. Und im Netz? Dort verbreitet es sich wie die Vogelgrippe. Er braucht nicht eigens zu sagen, dass dies eher Fluch als Segen ist. Als ich am nächsten Morgen zur Arbeit komme, teilt man mir am Empfang mit, dass Dr. Sheldon Gray mich wegen eines Vorfalls sprechen möchte, in den Bethany Crawl verwickelt war. In seinem Büro stelle ich fest, dass er sich heute ganz förmlich und staatsmännisch gibt, als wäre der nächste Schritt in seiner Karriere eine Kandidatur für die UNO. Leider gebe es schlechte Neuigkeiten. Bethany befinde sich in der Notaufnahme des St. Swithens Hospital. Es gehe ihr nicht sonderlich gut. Was ist passiert? Elektrischer Schlag. Sie beschaffte sich eine Metallgabel und steckte sie in eine Steckdose. Wurde natürlich ohnmächtig. Verbrennungen der Hände und an den Armen hinauf. Ein Wunder, dass sie nicht gestorben ist. Gummisohlen. Ach ja, und vorher hat sie sich den Kopf rasiert. Ganz? Es sah aus wie ein Ritual. Man behält sie noch im Krankenhaus. Irgendetwas ist im Busch. Das spüre ich genau. Er hat einen Plan. Was jetzt? Ich frage mich, wie ich mich am besten verhalten soll. Er legt die Hände auf den Tisch, spreizt die Finger und schaut mich trotzig an. Ich lasse sie nach Kidab-Männer verlegen. Die Todeszelle der modernen Psychiatrie. Sind Sie sich darüber im Klaren, was dort mit ihr geschehen wird? Frage ich so ruhig wie möglich. Sämtliche Fortschritte, die sie hier gemacht hat, gehen verloren. Man wird sie mit Medikamenten vollpumpen, bis sie nur noch vor sich hin vegetiert. Er zuckt mit den Schultern. Immerhin vegetiert sie in Sicherheit vor sich hin. Ist nicht länger eine Gefahr für sich und andere. Das Experiment mit der EKT war ein Fehler. Wie lange wird man sie im Krankenhaus behalten? Bis die Verbrennungen heilen. Nehmen Sie sich morgen frei, Sie sehen schrecklich aus. Nach der Arbeit rufe ich meinen Physiker an. Es ist besetzt. Ich beschließe zu ihm zu fahren und ihm alles zu erzählen. Ich hoffe, dass wir die Nacht durchmachen und die Spannung mit einer Sitzung im Bett vertreiben werden. Ich brauche Sex. Mit Fraser Melville. Ich brauche seine Arme. Ein Jogger mit drei langbeinigen Hunden an der Leine trabt an Fraser Melvilles Haus vorbei. Ich finde einen Parkplatz unmittelbar gegenüber. Im Wohnzimmer brennt Licht. Ich will gerade seine Nummer wählen, damit er mir die Treppe hinaufhilft, als ich noch einen Blick zum Haus werfe. Wieso, weiß ich nicht. Aber genau da sehe ich sie. Sie ist groß und trägt Jeans und steht am Fenster und schaut heraus. Blond, schlank, jung. Als ich kam, war sie noch nicht da. Nun aber ist sie wie ein schrecklicher Springteufel im Haus des Physikers aufgetaucht. Ich sehe, wie er aus der Küche kommt. War sie auch dort drin? Hat er für sie gekocht? Mein Herz versucht eine Kehrtwendung wie ein Betrunkener auf der Straße. Vergeblich. Es hält inne. Die Frau scheint sich zu Hause zu fühlen. Sie geht vom Fenster zum Sofa, wo sie sich zusammen hinsetzen, so nah, dass ihre Körper einander berühren. Sie schauen sich gemeinsam etwas an, haben die Köpfe über den Tisch gebeugt. Seine Ex-Frau, wird mir klar. Melina. Seit sie die E-Mail erhalten hat, macht sie sich Sorgen um ihn, also ist sie hergeflogen, um sich um ihn zu kümmern. Sie sieht nicht griechisch aus. Ist sie keine Lesbe mehr? Will sie ihn zurückhaben? Will er sie? Oder ist es doch nicht, Melina? Eine andere Frau? Eine junge Kollegin? Eine seiner Studentinnen? Sie schlägt die Beine übereinander und mich durchfährt giftiger, ungezähmter Neid. Sie kann auf ihren Beinen stehen, mit ihnen laufen, hinauf und hinuntersteigen. Sie kann sie spreizen, wenn er in sie eindringt. Ein trockenes Würgen sitzt mir in der Kehle. Kann man vor Eifersucht sterben? Es fühlt sich jedenfalls so an. Ich will gerade den Motor anlassen und verschwinden, doch es geht nicht, denn der Physiker ist aufgesprungen und kommt ans Fenster. Ich ducke mich in panischer Angst, dass er mich entdecken könnte. Es ist unbequem, mein Herz hämmert. Ich bin würdelos gekrümmt wie eine Büroklammer und habe Atemprobleme. Das ist doch absurd. Ich koche innerlich. Meine Hände, mein Mund und meine Brüste reichen ihm nicht, so lebendig sie auch sein mögen. Denn wenn der Physiker und ich miteinander schlafen, bin ich unterhalb der Talie leblos wie eine aufblasbare Puppe. Nichts wird daran etwas ändern. Niemals. Als ich wieder auftauche, finde ich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt und verspüre eine beinahe krankhafte Erleichterung. Jetzt bin ich frei und kann nach Hause fahren. Der Physiker hat genau das getan, was Paare tun, wenn sie für sich sein wollen. Er hat die Jalousien geschlossen und die Welt ausgesperrt. Zweiter Teil Ein Kater ist eine furchtbare Rache. Letzte Nacht fand in meiner Wohnung ein kleines, lauschiges Chardonnay-Festival statt. Ein melancholischer bulgarischer Chor sorgte für die musikalische Untermalung, wobei sich die Kopfhörerkabel irgendwann hoffnungslos unter dem Bett verknoteten. Ein Teil von mir schaute dabei zu. Der andere Teil hatte das Sagen. Da ich mich heute hundsmiserabel fühle und beim Leben in Ungnade gefallen bin, werde ich mir etwas Gutes gönnen. Ich werde mir von einem schweigsamen Kosovo-Albaner mit Motorradhelm eine Champignon-Pizza mit extra Käse ins Haus liefern lassen. Dann werde ich mir Renovierungssendungen im Fernsehen anschauen, in schamlosem Selbstmitleid ertrinken und ich werde vergessen, dass Bethany Crawl in eine Einrichtung verlegt wird, in der man sie bis ans Ende ihres vermutlich kurzen Lebens mit schweren Psychopharmaka ruhigstellen wird. Morgen folgt dann Teil 2 der Geschichte, in dem ich meine Stelle kündige, meine Vermieterin Mrs. Sarnak erkläre, dass ich ihr Essig-saures Reich verlassen werde, Lilly frage, ob ich bei ihr in London wohnen kann, was bei einer Wohnung im zweiten Stock ohne Aufzug logistisch schwierig sein dürfte, indem ich aufhöre, mich um das Schicksal von Kind B zu sorgen, den Weltuntergang aus meinen Gedanken verbanne und mir eine Gehirnwäsche verpasse, um den wankelmütigen, sommersprossigen Physiker aus meiner Seele zu tilgen. So jedenfalls sieht mein Tagesplan aus, den ich aufgestellt habe, bevor ich mich mit einem Handtuch um die frisch gewaschenen Haare hinsetze und meine Anrufe abhöre. Worauf sich der Plan ändert. Roller! Roller! Geh an das beschissene Telefon! So wie ich das heisere Baby krächzen höre, lasse ich das Handtuch sinken und lausche konzentriert. Sie ruft von einer mir unbekannten Nummer an, vermutlich aus dem Krankenhaus. Ich brauche sie hier. Sie müssen kommen und mich rausholen. Es passiert jetzt. Es stinkt nach faulen Eiern. Wir werden alle ertrinken. Sie, ich, alle. Woher hat sie meine Nummer? Ein Geräusch im Hintergrund. Bethany sagt, oh Jesus, und hängt ein. Vermutlich wird sie rund um die Uhr überwacht. Ein Anruf steht ihr zu. Vermutlich sollte ich mich geschmeichelt fühlen, dass sie mich zu ihrer Freundin auserkoren hat. Die nächste Nachricht trifft mich, bevor ich Bethany's Anruf verdaut habe. Noch bevor er sich meldet, weiß ich, dass er es ist. Ich zucke zusammen. Wir müssen uns unterhalten. Etwas Neues hat sich ergeben. Wir müssen alles überdenken. Ruf mich bitte sofort an. Einen Moment lang bin ich davon überzeugt, dass ich mich nicht bewegen kann, dass die Lähmung sich ausgebreitet hat, dass mein Körper versteinert ist, dass ich jetzt an allen Gliedmaßen gelähmt bin. Ein schwebendes Gehirn. Mehr nicht. In dem Schweigen, das auf seine Stimme folgt, pulsiert eine Leere in der Luft, eindringlich wie ein Schmerz. Ich drücke auf Löschen. Da ist noch eine Nachricht, aber mehr kann ich im Augenblick nicht ertragen. Ich rufe im Krankenhaus an, werde durch das Labyrinth der Verwaltung weitergereicht, bis ich die richtige Station am Apparat habe. Von der diensthabenden Schwester erfahre ich, dass Bethany's Zustand stabil ist. Sie werde noch einige Tage dort bleiben, bevor man sie nach Kidap Manor verlegt. Die nötigen Schritte habe man eingeleitet. Nein, es sei nicht bekannt, dass sie gestern Abend jemanden angerufen habe. Ja, sie habe zwei Krankenschwestern aus Ocksmith bei sich und erhalte starke Beruhigungs- und Schmerzmittel. Ich föhne mir die Haare und ziehe mich umständlich an. Dann drücke ich zweimal die Kurzweil des Physikers. Jedes Mal klappe ich das Handy zu, bevor es klingelt. Zehn Minuten später will ich gerade die Wohnung verlassen, als ich bemerke, dass das Lämpchen am Anrufbeantworter immer noch blinkt. Ich zögere. Eine lebhafte Fantasie kann ebenso Fluch wie Segen sein. Ich drücke auf Abhören. Ich war neulich noch nicht fertig mit Erzählen, platzt Joy McHoney heraus. Ich könnte sie küssen. Mein Mann hält mich für verrückt, aber das bin ich nicht. Ich muss sie sehen. Ich muss sie vor dem warnen, was passieren wird. Sie gibt ihre Handynummer durch. Wenn die Menschheit morgen aus Headport verschwende, würde der australische Eukalyptus als erster seinen Anspruch auf Vorherrschaft geltend machen. Dieser Baum hat in dem Park, in dem ich mich mit Joy verabredet habe, schon eine eindrucksvolle Präsenz entwickelt. Ein leichter Wind fährt durch die silberfarbenen Baumkronen und bestreut die Wege darunter mit den schmalen, zungenförmigen Blättern. Auf der Kletterpyramide des Spielplatzes hockt, völlig unpassend, eine erwachsene Frau. Sie sitzt da wie ein einsamer Leuchtturm. Ihr blassrotes Haar schimmert. Als ich mich nähere und das kleine Tor öffne, grüßt sie und klettert derart umständlich an den Drahtseilen herunter, dass ich mich frage, warum sie überhaupt hinaufgestiegen ist. Ich komme oft mit den Kindern her, sagt Joy und steigt die letzten drei Meter herunter. Sie hockt sich mir gegenüber auf eine niedrige Metallstange, gibt mir aber nicht die Hand. Das ist mir recht, da ich aus psychologischen Gründen die Handschuhe anbehalten möchte. Sie kommt meiner Frage zuvor. Ich habe drei, zwei Mädchen und einen Jungen. Ihr rundes Gesicht ist hübsch, aber unauffällig und geisterhaft bleich. Bis auf einige Mütter mit Kleinkindern, die im Sandkasten spielen und Spaziergänger, die in einiger Entfernung ihre Hunde ausführen, sind wir unter uns. Ich kann nicht lange bleiben. Ich musste mich hinausschleichen. Es ist nicht Nick's Schuld. Er glaubt, das Richtige zu tun. Er will mich vor mir selbst schützen. Sie wissen schon, er begreift es nicht. Die Worte stürzen förmlich aus ihr heraus. Bethany ist gefährlich. Ihr Vater weiß alles darüber. Ich hätte es erkennen müssen. Es stand alles in den Unterlagen. Es starrte mir schwarz auf weiß entgegen. Aber ich musste es auf die harte Tour lernen. Sie stimmen Leonard Crawl also zu, wenn er behauptet, Bethany wäre vom Teufel besessen? Frage ich. Von einer Kraft. Wie ich sie nennen soll, weiß ich nicht. Ich war früher wie sie. Es ist noch gar nicht so lange her. Da glaubte ich nicht an das Böse. Jetzt schon. Ihre Augen werden größer. Sie scheint außer Atem, als würden die Worte sie körperlich belasten. Was wollte Bethany denn so dringend? Sie wollte, dass ich ihr zur Flucht verhelfe. Das habe ich natürlich nicht getan, obwohl ich ihr geglaubt habe. Sie verlor das Vertrauen in mich, und ich bekam Angst und bin gegangen. Als sie gingen, hatten sie neun Sterne. Sie hat sie gemocht. Sie haben sich mit ihr verstanden. Warum also hatten sie Angst? Als ich mich weigerte, ihr bei der Flucht zu helfen, sagte sie, mir würde etwas Furchtbares zustoßen. Es war keine Vorhersage. Es war eine Drohung. Was sollte denn angeblich passieren? Mit einer raschen Bewegung hebt sie die Hand und nimmt die Haare ab wie einen Hut. Ich starre auf die nackte, weiße Kugel ihres kahlen Kopfes. Fleisch als Architektur. Ich bin zu entsetzt, um etwas zu sagen. Mir würde auch nichts einfallen. Sie hält die blassrote Perücke umklammert. Die Locken hängen herab wie die Fäden einer Qualle. Ihr prachtvolles Haar. Krebs. Sie wirft die Haare zu Boden, als wären sie ihr egal. Sie bleiben zwischen uns liegen. Ein Beweisstück. Die Feststellung einer Tatsache. Ganz zögerlich hebe ich sie auf. Die Perücke ist schwerer, als sie aussieht und von innen warm. Ich halte sie ihr hin, doch sie winkt zerstreut ab. Die Ärzte haben getan, was sie konnten. Es ist unheilbar. Aus dem Sandkasten ist ein Kind aufgetaucht. Ein Junge, etwa drei Jahre alt. Er starb die Frau mit dem kahlen Kopf an, schaut dann auf meinen Rollstuhl und die roten Haare, die auf meinem Schoß liegen. Dann verzieht er den Mund zu einem furchtbaren Geheul, dass ich ihm keine Mikrosekunde lang übel nehmen kann. Ich schaffe es in sechs Minuten zurück zu meiner Straßenecke. Ich bin bis ins Mark erschüttert. Der Gedanke, jetzt könne es nicht mehr schlimmer werden, ist verzeihlich, aber ein Irrtum. Denn in der Einfahrt steht der letzte Mensch, den ich jetzt sehen möchte, und plaudert mit meiner Vermieterin. Ich nähere mich vorsichtig, grüße Mrs. Sarnak und bedenke den Physiker mit einem kurzen Nicken. Wo bist du gewesen, will er wissen. Im Park, obwohl sich das überhaupt nichts angeht. Mrs. Sarnaks Lächeln erstirbt, doch ihre Augen funkeln gierig. Sie spürt die Spannung, erahnt vielleicht einen aufziehenden Streit, von dem sie später ihren männlichen Besuchern erzählen kann. Daher zieht sie sich auch nur widerwillig in ihr Essigreich zurück, nachdem ich sie in aller Deutlichkeit verabschiedet habe. Der Physiker und ich bleiben, wo wir sind, gefangen in einem geistigen Schachmatt. Ich habe nicht vor, ihn hereinzubitten. Jetzt ist er am Zug. Doch er überrascht mich. Ich muss mit Bethany sprechen. Das geht nicht. Sie liegt mit Verbrennungen im Krankenhaus. Sie hat sich gestern einen elektrischen Schlag versetzt. Sobald sie sich erholt hat, wird sie in eine andere Klinik verlegt. Von da kommt man in der Regel nicht zurück. Mein Gott, das sind schlimme Nachrichten, murmelt er. Ich wollte dir gestern Abend Bescheid sagen, aber ich konnte dich telefonisch nicht erreichen. Wie kommt das? Er gibt sich verwundert, ist aber ein echter Amateur-Lügner. Ich war noch spät im Büro. Nach fünf ist die Zentrale nicht mehr besetzt. Vermutlich hatte ich auch mein Handy ausgeschaltet. Ich war bis Mitternacht dort. Ich schlucke. Was hattest du so lange im Büro zu tun? Ich klinge wie eine misstrauische Ehefrau. Gabrielle, würdest du mir bitte erklären, was dieses Verhör soll? Er hat sich nicht auf Augenhöhe mit mir gehockt, wie er es gewöhnlich tut. Er wartet eine strategische Distanz wie eine Bergkette oder Nordkorea. Ich mag es nicht, wenn man mich belögt. Ich verschränke feindselig die Arme und lasse meine Worte wirken. Ich habe lang gearbeitet. Ende. Tut mir leid, dass ich deinen Anruf verpasst habe. Er schaut mich aggressiv an. Könntest du mir bitte verraten, was in dich gefahren ist? Herrgott nochmal, sag mir einfach die Wahrheit. Meinst du nicht, dass ich wenigstens das verdient habe? Er schaut zu Boden und wird rot. Doch. Aber du musst mir vertrauen. Wo bist du übrigens die ganze Zeit gewesen? Ich war nämlich nicht der Einzige, der nicht telefonisch zu erreichen war, sagt er vorwurfsvoll. Anscheinend bin ich Therapeutin bis ins Mark, denn ich konstatiere mit einer gewissen Distanz Zorn als Tarnung für ein schlechtes Gewissen. Das habe ich dir doch gesagt. Ich war im Park. Um diese Zeit? Was hast du im Park gemacht? Ich rolle ein Stück zurück. Mich mit Joy McConey getroffen. Er hebt bestürzt die Arme. Oh Jesus. Ganz allein? Warum um Himmels? Zorn lodert in mir auf. Sie hat Krebs und glaubt, Bethany hätte ihn als eine Art Vergeltung verursacht, weil sie ihr nicht zur Flucht verholfen hat. Er stößt einen genervten Laut aus. Da müssen wir erst recht beweisen, dass sich das, was mit Bethany passiert, wissenschaftlich erklären lässt. Dass dieser pseudoreligiöse Mist Schwachsinn ist. Komm, sagt er. Wir nehmen dein Auto. Die Station für Suizidgefährdete im St. Swithans Hospital ist von tiefer Verzweiflung und dem Gefühl extremen und wiederholten Scheiterns geprägt. Hier endet, wer den Selbstmord nicht schafft. In einem Bett liegt ein alter Mann mit weißer Mähne, eine blutige Naht an seiner Kehle zeugt von einem altmodischen Rasiermesser oder einem brutal angesetzten Teppichmesser. Als wir hereinkommen, setzt er sich erwartungsvoll auf, stellt fest, dass er uns nicht kennt und dreht den majestätischen Kopf zur Wand. Dann ist da ein Mädchen, kaum älter als Bethany. Ihr Gesicht ist von einem stumpfen Grau, als hätte man schwarze und weiße Wandfarbe gemischt. Das sichtbarste Symptom eines irreparablen Leberschadens, verursacht durch eine Überdosis Paracetamol, die innerhalb weniger Wochen zum Tod führt, sofern man kein Spendeorgan erhält. Dann wird sie sich leuchtend gelb färben und sterben. Ihre Eltern sitzen mit einem weinenden Jungen von etwa 13 Jahren an ihrem Bett. Ihre Gesichter sind leer, fassungslos oder tief konzentriert. Der kleine Bruder ist zu jung für so etwas. Das sind sie alle. Der September muss ein grausamer Monat sein, denn die Station ist fast voll. In anderen Betten sieht man die Umrisse von Menschen, deren Augen nach innen gekehrt sind. Die Stille ihres geknebelten, nicht herausgeschrieenen Schmerzes umfließt uns, flüchtig wie der gekräuselte Abdruck, den der Wind im Wasser hinterlässt. Bethany hat ein Zimmer für sich. Sie liegt mit geschlossenen Augen da, eine kaum sichtbare Wölbung unter der Bettdecke, wie eine Handvoll Knochen, seltsam gekrümmt bei einem archäologischen Fund. Ihr frisch rasierter Kopf hinterlässt kaum eine Delle im Kissen. Die Kopfhaut ist geisterhaft weiß. An ihren Schläfen pulsiert ein Netz aus blauem Äderchen, das an den Plan der Londoner U-Bahn erinnert. Der Physiker holt einen Plastikstuhl und stellt ihn auf die andere Seite des Bettes. »Roller«, krächzt Bethany mit geschlossenen Augen. Dann öffnet sie sie, sieht mich an und lächelt erschöpft. Es riecht nach Chemikalien, Salbe und Schweiß. Sie wirft einen Blick auf den Physiker, der etwas in seiner Aktentasche sucht. Sie scheint ihn nicht zu erkennen. »Ich habe gehört, wie die Krankenschwester sagte, dass sie mich verlegen. Das dürfen sie nicht zulassen. Sie wissen, was dann passiert. Ich werde mich umbringen. Außer, die geben mir Strom. Hey, bekomme ich in Kidup Strom?«, fragte den Physiker. »Ich brauche meinen Strom.« »Ich bin nicht aus Kidup. Ich bin Fraser Melville. Wir sind uns schon mal begegnet. Du hast mir deine Zeichnungen gezeigt.« Sie trägt ein Krankenhausnachthemd. Ihre Arme sind bis über die Ellbogen bandagiert. Die Hände sind noch aufwendiger verbunden. Die gespreizten Finger mit dünner Gase einzeln umwickelt, sodass sie wie die Schwimmhäute eines Wasservogels aussehen. »Er hat einen ganz schönen Sextrieb. Was?« murmelt sie und nickt zu dem Physiker hinüber. »Man kann es riechen.« Dann seufzt sie, als hätte die Beobachtung sie überanstrengt. Ich erröte bis zu den Haarwurzeln. Fraser Melvilles Blick begegnet meinem und sein Mund zuckt in einem winzigen, stolzen Lächeln. Dann wird auch er rot. Endlich bricht er den Bann. »Bethany, ich finde einige deiner Zeichnungen sehr interessant.« Er holt mehrere Blätter aus der Aktentasche und hält ihr eins hin. »Ich würde dieses Bild gern verstehen, herausfinden, was es bedeutet.« Doch Bethany hat sich schon abgewandt, als würde es sie beunruhigen. Ihre verbundenen Hände zucken und krabbeln über die weiße Decke, als führten sie ein Eigenleben. »Kannst du mir sagen, was diese senkrechte Linie bedeutet?« Er zeigt darauf. Bethany schaut widerwillig hin und zögert. »Es ist hohl,« sagt sie leise. »Ich muss wissen, wohin es führt.« Sein Blick ist eindringlich. Worauf will er hinaus? Was weiß er, das mir entgeht?« »Unterirdisch, ganz weit runter, richtig unter die Haut.« Ihre Augen scheinen sich nach innen zu kehren. »Es gräbt sich nach innen und dann explodiert es und alles platzt auf und kavom.« Ich zucke zusammen und sehe Leonard Crawl vor mir. Seinen sanften Blick, seine Energie, sein unheimliches Charisma. »Und wenn man ihm nach oben statt nach unten folgt, wo landet man dann?« »Einfach nach oben,« erwidert Bethany mürrisch. »Ich schaue den Physiker an und sehe Frustration. Er will sie verbergen, doch es gelingt ihm nicht.« »Hör zu, Bethany. Stell dir vor, du bist genau dort, wo die senkrechte Linie auf dem Boden trifft, und folgst ihr einfach.« Sie verzieht das Gesicht, als betrachtete sie eine offene Wunde. »Was siehst du da?« »Sie scheint verwirrt, dann entsetzt.« »Scheiße! Da ist Wasser! Überall!« Vor dem Fenster wiegen sich die Kronen der Weißbirken. Ihre Blätter glitzern wie Fischwärme. »Also ist dieses ganze Ding unter Wasser nicht an Land,« fragt er. »Sieht so aus, es ist wohl auf dem Meeresboden.« »Und wie ist die Temperatur?« Sie zittert und blickt verängstigt. »Furchtbar kalt! Wie Eis!« »Und wenn du nach oben schaust?« fragt der Physiker und mustert eindringlich ihr Gesicht. »Wenn du nach oben, zum Himmel schaust!« Er wirkt plötzlich aufgeregt. Obwohl ich den Grund nicht kenne, steckt er mich damit an, und ich verspüre eine Art Hoffnung. »Es sieht aus wie ein Gerüst, riesengroß!« Das Bild scheint ihr zu missfallen. »Welche Farbe hat es?« Die Frage lässt sie kurz innehalten. »Es ist aus Eisen! Es tropft!« »Was sonst noch?« »Ein Kran!« »Welche Farbe hat der Kran?« »Gelb!« »Ganz sicher?« »Scheiße, ich hab doch gesagt gelb!« »Na schön, gelb!« »Und es stinkt nach faulen Eiern!« »Eiern, toten Quallen!« »Es ist ekelhaft!« »Was hast du sonst noch gesehen?« »Nur dieses Gerüst und einen Kran obendrauf und ein paar, naja, Gebäude auf der Plattform und eine Art Spitzenturm.« »Ich brauch mehr Strom!« Der Physiker kneift die Augen zusammen. »Bist du sicher?« »Nur der Kran und die Plattform und der spitze Turm.« Sie nickt. »Und der Geruch!« Sein Gesicht ist jetzt blass und durchscheinend wie entrahmte Milch. Wir sitzen schweigend da. Irgendwo klingelt ein Telefon. »Also, ich muss jetzt gehen«, sagt der Physiker unvermittelt und steht auf. »Ich danke euch beiden. Ihr wart mir eine große Hilfe.« »Was ist mit meinem Strom?«, fragt Bethany. Er zuckt mit den Schultern. »Wie lang werden sie dich hier behalten?« »Bis mich die Leute in den weißen Kitteln holen!« Er sieht sie scharf an, als hätte sie seine Gedanken gelesen. Ich schaue ihm ins Gesicht. »Willst du uns nicht verraten, was das alles zu bedeuten hat?« Er geht zur Tür und öffnet sie. »Doch, das werde ich, aber ich kann es leider noch nicht.« Meint er etwa, ich lasse ihn so einfach davon marschieren? »Was nun?«, frage ich. Ich bin ihm in den Flur gefolgt, doch er geht einfach weiter. »Ich fliege nach Südostasien. Ich werde mich eine Weile aus dem Verkehr ziehen.« Er schaut mich verlegen von der Seite an. Nun, da er bekommen hat, was er wollte, kann er gar nicht schnell genug verschwinden. »Ich nehme eine Auszeit, eine Studienreise, um botanische Fotos zu machen. Mehr weißt du nicht. Über nichts. Das Heute ist nie geschehen. Nichts davon. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wirst du's verstehen.« Dann beugt er sich vor, als wollte er mich küssen. Ich drehe mich rasch weg. »Wie kannst du mir das antun?«, flüstere ich. Mein Oberkörper bebt. Der neue Ausdruck in seinem Gesicht, das Mitleid, ist ebenso erschreckend wie unmissverständlich. Er sagt, »Weil ich es muss.« Dann geht er durch die Tür und ist verschwunden und meine Seele verdorrt. »Nein, das muss er nicht. Er hat die Wahl.« »Was hast du dir bei der Sache mit der Gabel in der Steckdose gedacht?«, schleudere ich Bethany entgegen, als ich zurückkomme. »Ich lasse meinen Zorn auf den Physiker an ihr aus. Und wenn schon.« »Du hättest sterben können. Sieh dich mal an!« »Spüre ich da etwa negative Emotionen?« Ein metallisches Grinsen blitzt auf. »Dann haben wir wohl die Rollen getauscht.« »Na gut. Als Ihre Therapeutin würde ich sagen, Sie müssen ihr Gleichgewicht wieder erlangen. Aber zuerst muss ich hier raus. Und Sie müssen mir dabei helfen.« »Du wirst hier rauskommen. Aber erst, wenn es soweit ist.« »Nach Kitab, ja? Ach, kommen Sie. Jeder weiß doch, was da läuft. Das ist ein beschissenes Versuchslabor. Wenn ich nicht vorher ertrinke, werde ich dort sterben. Das wissen Sie genau.« »Das dürfen Sie nicht zulassen. Und die große Sache passiert bald. Das habe ich Ihnen doch erzählt. Am 12. Oktober. Vielleicht auch früher. Nach dem Donner. Es baut sich schon auf. Ich habe es gesehen. Nichts kann es verhindern.« »Ich hole Tiefluft.« »Warum hast du Fraser Melville nichts davon erzählt?« »Ich bringe seinen Namen kaum über die Lippen. Sie zuckt mit den Schultern.« »Nicht nötig? Er weiß es schon.« »Ich werde rot. Natürlich tut er das. Wie kannst du das wissen?« »Ich habe es in meinem Blut gespürt. Er und diese Frau.« »Welche Frau?« »Die Schärfe in meiner Stimme verrät mich.« »Doch das ist mir egal.« Sie lächelt ihr gemeines Lächeln. »Ich konnte sie an ihm riechen. Genau wie sie.« »Mir wird ganz flau. Eine gähnende Leere tut sich in meinem Inneren auf.« »Da läuft immer mit der Ruhe. Ist ja der reinste Porno.« Ich knalfe die Augen zu, um das Bild zu vertreiben. »Was passiert an diesem Ort, den du gezeichnet hast?« »Keine Ahnung. Fragen Sie ihn. Aber wir müssen uns in Sicherheit bringen.« »Und wo?« »Was weiß ich. Auf einem Berg. Sie müssen mir helfen.« »Ich werde mehr herausfinden. Ich tue mein Bestes.« »Allein? Schauen Sie sich doch an. Sie sind ein Spasti. Sie kennen niemanden. Man würde ihnen sowieso nicht glauben. Das läuft genau wie mit Joy McConey.« Höre ich eine Drohung in ihrer Stimme oder bilde ich mir das nur ein? »Ich bin nicht allein. Fraser Melville arbeitet auch daran,« sage ich. »Meine Hoffnungslosigkeit ist deutlich zu hören. Sein Name steckt mir in der Kehle, als hätte ich etwas im Restaurant bestellt und es hinterher tief bereut. Du musst ihm vertrauen. Sie sieht mich an und schnaubt verächtlich.« »Herrgott, Sie sind ja völlig von der Rolle. Warum sollte ich ihm vertrauen, wenn Sie es schon nicht tun?« Darauf fällt mir keine Antwort ein. Dr. Suleyman hat mir einmal einen ebenso wirksamen wie schlichten Rat gegeben. Im Zweifelsfall praktisch handeln. Ich beschließe, mich daran zu halten, weil ich gut damit gefahren bin. Als ich nach Hause komme, habe ich eine Mission. An dem Abend, an dem mich der Physiker wie einen Kartoffelsack zwei Stockwerke hinauf in sein Büro geschleppt hat und wir uns Bethanys Notizbücher angeschaut haben, betrachtete ich ihre Mondlandschaft mit Maschinen durch eine freudsche Brille. Nun aber fällt mir ein, dass der Physiker damals schon in eine völlig andere Richtung gedacht hat. Er sagte, »Für mich sieht das irgendwie nach Bergbau aus.« Bethany hat eisige Temperaturen, ein Gerüst, eine Plattform, den Meeresboden und einen schlechten Geruch erwähnt. Nach was kann man unter Wasser bohren, das eiskalt ist? Ich mache Kaffee und schalte meinen Laptop ein. Nach wenigen Minuten stoße ich auf das Wort klatrat. Es stammt vom lateinischen klatratus, vergittert. Ein klatrat ist eine Einschlussverbindung aus zwei verschiedenen Arten von Molekülen. Interessant wird es bei den Gashydraten. Hier bildet sich eine dünne Eisschicht um ein Gasmolekül. Doch es ist nicht das fremdklingende Wort, das mich gefangen nimmt, sondern die dazugehörige Abbildung. Hier geht es um Förderung auf dem Meeresboden und die Form des Gebildes erinnert mich an Bethanys Zeichnungen. Ein Sechseck. Als ich lese, was in diesen eisigen Sechsecken eingeschlossen ist, lege ich die Hand an den Hals. Er ist ganz heiß. Methan. Wann hat der Physiker die Verbindung zwischen Bethanys Zeichnungen und dem gefährlichsten Treibhausgas der Welt hergestellt? Es ist um ein Vielfaches schädlicher als Kohlendioxid und es ist auf Millionen Quadratkilometer großen Flächen überall auf der Welt im Meeresboden eingefroren. Der Wasserdruck und die niedrigen Temperaturen schließen es dort unten ein. Ansonsten würde es in riesigen styroporähnlichen Scheiben an die Oberfläche schießen und in Brand geraten. Es ist so flüchtig, dass es bis vor kurzem nicht ernsthaft als Energiequelle in Betracht gezogen wurde. Es schien einfach zu gefährlich. Ich gebe noch einmal Methan als Suchbegriff ein, diesmal aber spontan in Verbindung mit Katastrophe. Die Ergebnisse gehen in die Tausende. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Dann suche ich mir die verständlichsten Überschriften heraus und entdecke rasch, dass eine massive Katastrophe, die durch submarines Methangas verursacht wird, nicht nur theoretisch möglich ist, sondern im Verlauf der Erdgeschichte bereits dramatisch in Erscheinung getreten ist. Zweimal wurde in ferner Vergangenheit die Atmosphäre wie in einer Mikrowelle erhitzt, was zur Vernichtung der meisten Lebensformen führte. Einer der Hauptschuldigen war Methan. Die erste und schlimmste Katastrophe ereignete sich vor 250 Millionen Jahren am Ende des Perm. Die zweite extreme Erwärmung läutete das Paleozän-Eozän-Temperaturmaximum ein. Auf einen vagen Instinkt hin, und weil es nach geologischen Maßstäben noch nicht so lange her ist, tippe ich diese abstruse Ära ein und füge das Wort Forschung hinzu. Nachdem ich mich durch hunderte von links gescrollt habe, stoße ich auf ein verblüffendes Foto. Es zeigt eine Geopaleontologin, eine Fachfrau für eben diese PETM genannte Epoche. Der Name der Geopaleontologin lautet Dr. Christine Jonsdottier. Sie ist Isländerin. Wenn ich an Island denke, was selten vorkommt, fallen mir Geysire, Finanz- und Fischereikrise ein. Von nun an werde ich jedoch an andere, persönlichere Dinge denken. Denn die Gesichtszüge, die Kopfhaltung und vor allem die Beine der blonden Dr. Christine Jonsdottier, Expertin für den Inhalt prähistorischen Meeresschlamms, sind mir nicht unbekannt. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee und bemerke, dass meine Hände zittern. Ich lege sie flach auf die Tischplatte und warte, bis sie sich beruhigt haben. Im Zweifelsfall praktisch handeln. Ich wende mich wieder dem Laptop zu und konzentriere meine Recherchen aufs Persönliche. Ich beginne mit einer kurzen Biografie, aus der ich erfahre, dass die Frau, die ich schon jetzt leidenschaftlich hasse, in Island geboren wurde. Ihr Studium an der Edinburgh University und in Reykjavik mit Auszeichnung abgeschlossen und in den Vereinigten Staaten Südamerika, Indonesien, Namibia und Russland gearbeitet hat. Das alles zeugt von hoher Intelligenz und brennendem Ehrgeiz. An dem Abend, an dem ich Dr. Fraser Melville kennenlernte, tauchte er aus dem Speisesaal des Armada Hotels in Headport auf und wischte sich das Gesicht mit einer Serviette ab, weil ihm so heiß war. Er sah, dass ich mich bemühte, die Gästeliste an der Wand zu lesen und half mir. Wir verließen den Empfang und gingen gemütlich essen. Es schien ein harmloser Zufall. Er war genau der Wissenschaftler, mit dem ich über Bethanies Fall sprechen konnte. Später machte ich ihn mit ihr bekannt. Was aber, wenn er schon vorher von ihr gewusst und nur deshalb meine Bekanntschaft gesucht hatte? Was, wenn ihn seine geliebte Christine Jonsdottier zu mir geschickt hatte? Es dauert nicht lange, bis ich sie mithilfe eines freundlichen Mannes in einem Forschungslabor in Reykjavik aufgespürt habe. Er erzählt mir, seine Kollegin Christine befinde sich beruflich in Großbritannien. Selbstverständlich könne er mir ihre Handynummer geben, was er auch tut. Ich solle sie von ihm grüßen. Das verspreche ich. Es klingelt viermal, bevor sie sich meldet. Die Verbindung ist nicht gut. Sie sagt etwas auf Isländisch, das wie eine Frage klingt. Ich entschuldige mich höflich, weil ich Englisch spreche und stelle mich als Gabrielle Fox, eine Freundin von Fraser Melville, vor. Doch sie nimmt mir die Zügel aus der Hand. Ihr Akzent klingt säuselnd, der Ton ist sanft und bedauernd. Es tut mir leid, Gabrielle. Ich weiß genau, wer Sie sind. Fraser hat mir von Ihnen erzählt. Aber ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich muss wissen, verzeihen Sie mir. Auf Wiederhören, Gabrielle. Sagt sie knapp und hängt ein. Mir schießt das Blut ins Gesicht. Als ich das nächste Mal anrufe, hat sie das Telefon ausgeschaltet. Noch nie habe ich mich so gedemütigt gefühlt. Die nächsten beiden Tage sind von Frustration, Depression, Zorn, Selbstmitleid und Selbstekel geprägt. Abends nehme ich große Mengen Alkohol zu mir und fühle mich morgens noch schrecklicher. Einmal rufe ich leicht angetrunken den Physiker an, wähle alle drei Nummern, doch niemand meldet sich. Er hat sein Handy ausgeschaltet. Ich hinterlasse keine Nachricht, fühle mich verlassen. Dennoch bleibt ein winziger Funken Hoffnung, ein hartnäckiges Virus, das ich nicht loswerde. Das heute ist nie geschehen. Was hat er damit gemeint? Ich räume gerade die Spülmaschine aus, als das Telefon klingelt. Es ist Dr. Sheldon Gray, zornig und kurz angebunden. Ich sehe ihn in seinem selbstgerechten rosa Hemd vor mir, das Telefon ans Ohr geklemmt. Bethany Kroll ist verschwunden, verkündet er. Aus dem Krankenhaus, gestern Abend. Anders gesagt, jemand hat sie rausgeholt. Das heute ist nie geschehen. Ich schließe die Augen, um das Schwindelgefühl loszuwerden. Wie? Wer immer das war, hat genau den richtigen Moment abgepasst. Kelly war eine Zigarette rauchen und Mike behauptet, er sei auf der Toilette gewesen, hat in Wirklichkeit aber ein langes Telefonat geführt. Jemand hat sich als Chirurg verkleidet, ist in ihr Zimmer gegangen, hat sie geweckt, ihr einen Overall mit OP-Haube und Maske angezogen und weg waren sie. Zwei Ärzte, eine davon ein Kind, sind in aller Gemütsruhe zum Parkplatz geschlendert. Ich habe die Aufnahmen der Überwachungskamera gesehen. Bethany hat sich sogar umgedreht und der Kamera den Stinkefinger gezeigt. Ein Skandal. Irgendwelche Hinweise? Ich bin entsetzt, spüre aber auch eine sonderbare Erregung, einen bizarren Triumph. Bethany ist bei Menschen, die aus altruistischen Motiven handeln, wer auch immer sie sein mögen, gewiss besser aufgehoben als in Kidup Manor, der Endstation. Ich sage meinem Chef, wie furchtbar das sei, dass ich nichts darüber wisse und mir auch nicht vorstellen könne, wer dahinter stecke. Gewiss müsse derjenige ebenso verrückt sein wie Bethany. Sheldon Gray scheint fürs Erste besänftigt, erklärt, er habe weitere Anrufe zu erledigen und hängt grußlos ein. Es gibt Menschen, die relativ jung sind, aber das Weltwissen eines 90-Jährigen verströmen, ohne dass irgendwas, was die Welt zu bieten hat, sie je bezaubern oder zu Tränen rühren könnte. Detective Trevor Cavanaugh, Mitte 30, sitzt mit gespreizten Beinen da, weil seine dicken Oberschenkel es so wollen. Ich unterstütze die Polizei bei ihren Ermittlungen in einem kahlen Raum mit einem winzigen Digitalrekorder, der unser Gespräch für die juristisch interessierte Nachwelt aufzeichnet. Dürfte ich fragen, wie lange sie an den... Er deutet mit dem Kopf darauf. Ich rolle einen Millimeter nach hinten. Ein Jahr, zehn Monate und drei Tage. Und es ist dauerhaft. Ich kann nicht gehen, falls sie darauf hinaus wollen. Und falls sie wissen möchten, wo ich gestern Abend war, ich habe kein Alibi. Jedenfalls keines, das einer Prüfung standhält. Ich war allein zu Hause. Nur ich und mein kleiner Freund aus Titan. Ich tätschle ein Rad. Der Kriminalbeamte erzählt mir, dass auf der Besucherliste von Ocksmith der Name Dr. Fraser Melville auftaucht. Er habe sich sehr kurzfristig bei der Arbeit beurlauben lassen. Wie sei unsere Beziehung beschaffen? Worin bestehe sein Interesse an Bethany und wo sei er jetzt? Wir sind eher Bekannte als enge Freunde. Soweit ich weiß, ist er beruflich unterwegs. Er ist in der Tat ins Ausland gefahren, sagt Kavanaugh. Es klingt wie eine Ansage beim Poker. Daher setze ich mein Poker-Face auf und erlaube mir keine Regung. Dieser Zufall gibt uns natürlich zu denken. Wo ist er denn? Uns liegt eine Meldung vor, nachdem er gestern in Thailand eingetroffen ist. Der Ermittler mustert mein Gesicht. Daher bemühe ich mich, meinen Schock so gut wie möglich zu verbergen, während ich die Konsequenzen seiner Worte zu erfassen suche. Wenn Bethany heute Nacht entführt wurde, kann es nicht Fraser Melville gewesen sein. Thailand, das passt alles nicht zusammen. Wer hat dann Bethany mitgenommen? Nach Aussage von Dr. Sheldon Gray haben sie einander auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung hier in Headport kennengelernt, die sie beide früh verlassen haben, wodurch ihnen das Buffet und die Tombola entgangen sind. Mir ist klar, worauf er hinaus will. Buffets liegen mir am nächsten Tag immer so schwer im Magen und bei einer Tombola habe ich noch nie Glück gehabt. Dr. Melville zeigte sich an Bethany interessiert. Also haben sie ihm von ihr erzählt? Ich habe nicht gegen die Schweigepflicht verstoßen, falls Sie das meinen. Er ist ihr einmal begegnet, das ist alles, auf meinen Vorschlag hin. Er wollte ihr Interesse an Naturwissenschaften fördern. Mir war nicht klar, worauf das hinauslaufen würde. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Dr. Melville Bethany's psychotische Vision ernst genug genommen hat, um Wissenschaftskollegen darauf anzusprechen, was seine Vorgesetzten sehr beunruhigt hat? Ich nicke beschämt und erkläre, dass ich mir die Schuld daran gebe. Ich hätte erkennen müssen, dass Fraser eine ungesunde Besessenheit an den Tag legte, wenn es um Bethany's Ideen ging. Vor allem, da meine Vorgängerin Joy McConey in dieselbe Falle getappt sei. Bethany kann sehr überzeugend sein, sage ich mit Nachdruck. Haben Sie irgendeine Vorstellung, was Dr. Melville in Thailand macht, auf dieser Exkursion? Ich konzentriere mich auf die Tischplatte. Sie ist aus Holzlaminat. Es tut mir leid, das zu sagen, aber wenn ich an Frazers Neigungen denke, dürfte Exkursion ein ziemlicher Euphemismus sein. Covenants Augenbrauen schießen in die Höhe. Ich genieße meinen kleinen Racheakt. Ihr Fachgebiet ist das Verbrechen, meines die Psyche. Wir beide haben im Beruf mit ungesunden Impulsen zu tun. Mir gefällt vieles nicht, was Menschen tun. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert. Könnten Sie das etwas präzisieren, Mrs. Fox? Da kommen Sie, ist das wirklich nötig? Er hebt wie zur Bestätigung das Kinn. Also schön, Fraser Melville ist ein einsamer, übergewichtiger, alleinstehender Mann mittleren Alters, der nach dem Tod seiner Mutter eine schwere Zeit durchmacht. Ihre Vermieterin, Mrs. Sarnak, scheint zu glauben, ich schüttle lachend den Kopf. Mrs. Sarnak hat wenig zu tun und eine ausufernde romantische Fantasie. Es tut mir leid, dass ich Sie so enttäusche. Sehe ich wirklich aus, als hätte ich ein Sexleben? Das scheint ihn zu bremsen. Dr. Melville war einmal verheiratet, sagt er in warnendem Ton, als wollte ich ihn auf den Arm nehmen. Mit einer Lesbe. Das können Sie gern nachprüfen. Wie erwartet ist das Thema damit erledigt. Im nachfolgenden Schweigen sehe ich, und sicher auch Detective Kavanagh, im Geiste, wie Fraser Melville einem Ladyboy in einer Bar in Bangkok einen fruchtigen Cocktail spendiert. Dann wechsle ich das Thema. Was ist mit Bethanys Vater? Ich nehme an, er wurde über die Verletzungen und den Krankenhausaufenthalt informiert. Detective Kavanagh betrachtet seine Hände, als wären sie intelligente Wesen, die er um Rat fragen könne. Dr. Sheldon Gray hat mir von ihrem ungewöhnlichen Besuch bei Leonard Crawl erzählt. Er wartet auf eine Reaktion, doch meine ganze Aufmerksamkeit gilt dem Laminat. Zufällig besitzt der Referent ein Alibi, aber sprechen wir doch über ihre Begegnung mit ihm. Ist es üblich, dass sie die Eltern ihrer Patienten inkognito aufsuchen? Nein. Warum dann in diesem Fall? Weil Bethany Crawl eben ein höchst ungewöhnlicher Fall ist. Ich hatte wohl gehofft, bei ihrem Vater einen Schlüssel zu ihrer Heilung zu finden. Wieder betrachtet er seine Hände. Ich kann mir vorstellen, wie sie in einem Fitnessstudio die Gewichte umfassen. Und? Haben sie das? Er schaut mich scharf an und ich halte seinen Blick stand. Die Röte, die mir von der Brust bis ins Gesicht schießt, spiegelt mein endgültiges und absolutes Scheitern. Nein, das habe ich nicht. Zu Hause finde ich einen Brief von der Bezirksverwaltung auf der Fußmatte, zusammen mit einem Haufen Werbung. Ich werde vom Dienst suspendiert, mit sofortiger Wirkung. Ich werfe den Brief in den Papierkorb, rolle in die Küche und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Dann schleudere ich zornig die Werbung in den Müll. Da bemerke ich die Postkarte. Beinahe hätte ich sie übersehen. Vor dem Hintergrund von Edinburgh Castle ist ein Dudelsackspieler in Kilt und Sporrentasche zu sehen, die nackten Knie stolz und behaart, die Wangen komisch aufgebläht. Ich drehe sie um. Auf der Rückseite eine vertraute Handschrift. Eine Handschrift, die ich zum ersten Mal in meinem Büro gesehen habe. Auf der Abschiedskarte für Joy McConey. High Roller sieht aus, als müsste ich weg, ohne mich zu verabschieden. Immer cool bleiben. Mir geht's prima. Elektrische Grüße. Kind B. Manchmal ändert man instinktiv die Richtung. In einem Wimpernschlag. Und schon entfaltet sich eine neue Landkarte vor einem. Mit Straßen, die man bisher nicht kannte. Straßen, denen man vielleicht sein Leben anvertrauen muss. Ich vertraue meinem Instinkt und fahre noch einmal zur Polizeiwache. Detective Kavanagh wirkt angesichts der neuen Entwicklung nicht erleichtert, sondern verärgert. Bethany's Postkarte bringe ihm die Ermittlungen durcheinander, erklärt er mir streng, geradezu unfreundlich. Es kann auch eine falsche Spur sein. Ich nehme an, Misstrauen gehört bei Ihnen zum Geschäft. Sind Sie ganz sicher, dass es Bethany's Handschrift ist? Absolut. Aber Sie können es ja überprüfen. Sein Blick ist vernichtend. Hat sie jemals Freunde oder Verwandte in Schottland erwähnt? Bethany ist kein Mädchen, das viel von Freunden und Verwandten hält. Und von Schottland hat sie nie gesprochen. Meinen Sie, es könnte eine verschlüsselte Nachricht darin stecken? Ich erkläre ihm, dass die elektrischen Grüße, eine scherzhafte Anspielung auf ihre EKT und Roller, ihr typisch geschmackloser Spitzname für mich sei. Kind B spreche wohl für sich selbst. Abgesehen davon keine Nachricht. Aber könne ich ihm irgendwie behilflich sein? Er seufzt. Ich schlage vor, Sie fahren nach Hause und warten ab. Sollte sie erneut Kontakt zu Ihnen aufnehmen, rufen Sie diese Nummer an. Er gibt mir eine Karte. Sollten Sie Headport aus irgendeinem Grund verlassen, geben Sie mir bitte Bescheid. Und ich möchte wissen, wo Sie sich aufhalten. Falls sie wieder auftaucht, brauchen wir sie unter Umständen kurzfristig hier. Als ich nach Hause komme, klingelt das Telefon. Joy. Sie ist völlig außer sich. Hat von Bethany's Entführung erfahren. Sie benutzt allerdings das Wort Flucht. Falls Sie ihr dabei geholfen haben, wissen Sie nicht, was Sie damit angerichtet haben. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe ihr nicht geholfen. Begreifen Sie nicht, dass die ganze Welt in Gefahr ist. Wenn sie könnte, würde sie den gesamten Planeten zerstören. Ich empfinde nur müdes Mitleid, weil sie sich an diese Vorstellung klammert, um die Welt von der Willkür zu befreien. Dann höre ich eine Männerstimme im Hintergrund, die ihr etwas zuruft. Eine Sekunde später schreit sie, Lass mich los! Ein Scheppern, als wäre das Telefon zu Boden gefallen. Ich höre sie toben. Hallo? fragt ihr bedauernswert der Ehemann. Mit wem spreche ich? Gabrielle Fox. Wir sind uns im Restaurant begegnet. Oh Gott. Ah. Ich muss mich für Joy entschuldigen. Die Medikamente, die sie einnimmt. Ich sage, er müsse mir nichts erklären oder sich entschuldigen, dass ich ihn völlig verstünde, dass er ein Segen für Joy sei und dass ich ihm Glück wünschte. Das kann er wirklich gebrauchen. Ich will gerade zu Bett gehen, als die SMS ankommt, auf die ich insgeheim gewartet habe. Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt. Parkplatz Thornhill Station, morgen früh 10 Uhr. Kein Wort zur Polizei. VVG. Wer ist VVG? Argwöhnisch, erregt und seltsam beschwingt fange ich an, einen großen Koffer zu packen. Kleidung, Schminksachen, Zahnbürste, Medikamente, Rollstuhlzubehör, Schmerzmittel, Shampoo. Was mache ich da eigentlich? Aber ich höre nicht auf. Wenn das Blut die Befehlsgewalt übernimmt, hat die Logik nichts zu melden. Wohl aber die Hoffnung. Und dies ist der stärkste Impuls, den ich seit langer Zeit verspürt habe. Als ich schließlich einschlafe, träume ich von umherwirbelnden schwarzen Vögeln. Dritter Teil. Es ist Oktober, aber so sonnig und warm, dass noch Sommer sein könnte. Der Wind, der aufgerollte, welke Blätter über die Straßen rascheln lässt, führt den Popcorngeruch von billigem Biosprit mit sich. Am Horizont rotieren die Flügel der Windräder unter einem blauen Himmel, der mit dünnen Wolkenstreifen aufgepeppt ist. Ich fahre durch ein Headport, in dem die Menschen ihre morgendlichen Rituale vollziehen. Sie gehen zur Arbeit oder zur Schule, führen Hunde spazieren, öffnen Büros und Geschäfte, kaufen Kaffee, Latte und Croissants für unterwegs, stehen an der Straßenbahn Schlange, streben zu frühmorgendlichen AA-Treffen, Baumärkten oder in die Arme ihrer Geliebten. Angst und Vorfreude mischen sich zu einem motivierenden Cocktail, sodass ich schon um neun Uhr in Thornhill ankomme. Ich parke am Bahnhof und schalte das Autoradio ein, um Nachrichten zu hören. Stattdessen lande ich in einer Anrufsendung über Altersvorsorge, ein Thema, von dem die über 50-Jährigen unseres Landes geradezu besessen scheinen. Als ein Finanzexperte zu einer Analyse von Hypotheken mit Rückkaufsrecht ansetzt, öffnet sich die Tür des Zeitschriftenladens gegenüber und spuckt einen Mann in ausgebeulten Jeans und rot-schwarzem T-Shirt aus, auf dem eine Comicspinne abgebildet ist. Er trägt eine Riesentüte Haribo in der Hand. Er überquert die Straße, schaut sich auf dem Parkplatz um und kommt dann auf mein Auto zu, eine Hand lässig erhoben, als würde er eine alte Bekannte begrüßen. Er ist Mitte 30, hat zertaustes schwarzes Haar und trägt eine große Sonnenbrille mit breiten Bügeln. Er könnte ein ehemaliger Skateboarder oder der Drummer einer Band sein, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Ich schalte das Radio aus und öffne das Fenster. Gabriel Fox? Ich nicke. Dann werde ich Ihnen im Wagen Gesellschaft leisten, wenn ich darf. Seien Sie mein Gast, wer immer Sie sein mögen, aber Sie müssen meinen Rollstuhl wegräumen. Er geht zur Beifahrertür, öffnet sie, wirft die Haribos achtlos auf meinen Schoß und hebt den Rollstuhl mit einer Hand auf den Rücksitz. Dann setzt er sich neben mich und schnallt sich an. Ich hoffe, die sind nicht für mich. Ich mag nämlich kein Lakritz. Die sind für Bethany. Ich bin Ned Rappaport, Klimatologe. Wo kommen Sie her? Ursprünglich aus Brisbane, Australien. Da habe ich studiert. Und die Zeit zwischen den Seminaren hat er vermutlich mit Surfen und Pottrauchen verbracht. Aber ich habe die meiste Zeit in den USA gelebt und für die NOAA gearbeitet. Was heißt das für die Ungebildeten? National Oceanic and Atmospheric Administration. Ich habe vor ein paar Jahren gekündigt, hatte die Nase voll, nachdem ich 15 Jahre damit verbracht hatte, Katastrophenszenarien zu entwerfen und Empfehlungen zu äußern, auf die keiner hören wollte. Seit dem Hurricane Valentine arbeite ich freiberuflich. Fahren Sie los. An der Ausfahrt links, dann die erste rechts. Wie geht es Bethany? frage ich. Lasse den Motor an und fahre los. Ihre Hände und Arme heilen. Ich habe jeden Tag die Verbände gewechselt. Und sie ist fuchsteufelswild. Aber das ist sicher keine Überraschung, oder? Energiewerte? In der Stratosphäre. Das überrascht mich wirklich nicht. Ich deute auf die Haribos. Ist ständig jemand bei ihr? Mehr oder weniger. Folgen Sie den Schildern zur Umgehungsstraße. Sie kann sich im Haus frei bewegen, aber nachts schließen wir vorsichtshalber die Türen ab. Wir hoffen, dass Sie einen beruhigenden Einfluss auf sie ausüben werden. Wer ist wir? Ich, Fraser und Christine Jonsdottier. Sie ist die... Ich weiß, wer sie ist. Unterbreche ich ihn schärfer als nötig. Ich habe recherchiert. Er schaut mich von der Seite an. Alles in Ordnung. Soweit das angesichts der Umstände möglich ist, sage ich leicht hin. Waren Sie der Entführer oder nur der Helfershelfer? Ich bekenne mich schuldig, aber es geschah ohne Zwang. Sie hatte keine Einwände. Ganz im Gegenteil. Wie sind Sie in die Sache hineingeraten? Ach, Fraser und ich kennen uns schon ewig. Er war mal kurz bei der NOAA. Was er mir vermutlich erzählt hat. Was ich vermutlich vergessen habe. Wo ist er jetzt? Ich kann nicht anders. Streue Salz in die Wunde. Obwohl es wehtut. Weil es wehtut. Auf dem Rückweg von Bangkok hat er einen Zwischenstopp in Paris eingelegt. Gestern Abend hat er Christine angerufen. Er schaut auf die Uhr. Er müsste jetzt hierher unterwegs sein. Ich schenke ihm ein wackeliges Lächeln. Erklären Sie mir die Postkarte mit dem Dudelsackspieler. Ein Ablenkungsmanöver. Ich bin froh, dass Sie Bethany ernst genug nehmen, um eine Gefängnisstrafe zu riskieren. Aber Detective Kavanagh ist kein Idiot. Trotzdem muss er aufwendige Ermittlungen dazu durchführen. Das bindet Zeit und Personal, was ihn ziemlich ärgern dürfte. Der Klimatologe erschlägt ein Insekt auf seinem Unterarm und inspiziert es. Falls Kavanagh anruft, verraten Sie nicht, wo Sie sind. Sie sagen einfach, Sie würden zurückrufen und ich sage Ihnen, was Sie dann sagen sollen. Sie machen nur einen Tagesausflug. Heute Abend müssen Sie zurück nach Headport. Die Vorstellung gefällt mir nicht, obwohl sie vernünftig und konsequent ist. Beim Kofferpacken habe ich wohl ein bisschen zu viel Hoffnung, Dummheit oder Selbsttäuschung hineingeworfen. Wohin fahren wir? Zu einem Bauernhaus in Norfolk. Es gehört einem Kumpel von mir. Er ist Meeresbiologe. Er treibt sich gerade irgendwo am Polarkreis herum und gräbt Tiefseewürmer aus. Er lächelt mich an, aber ich lächle nicht zurück. Neue Fragen tauchen auf. Ich habe mir zusammengereimt, dass es dabei um gefrorenes Methan geht, das im Meer gefördert wird. Das legen die Zeichnungen nahe. Christine war sehr beeindruckt von den Details. Gehört sie zu den Leuten, die Fraser kontaktiert hat? Nicht direkt, aber man hat seine Mail an sie weitergeleitet. Daraufhin setzte sie sich mit ihm in Verbindung. Und sie wurden ein Liebespaar. Dann hat er mich angerufen und ich bin hergeflogen. An der nächsten Abzweigung rechts. Hören wir doch die Nachrichten. Er schaltet das Radio ein. Eine blecherne Fanfare verkündet, dass es elf Uhr ist. Weitere Hungerrevolten in Entwicklungsländern. Der Bürgermeister von London hat Unterschlagungen eingestanden. Und der Vater von Bethany Crawl, der Psychiatriepatientin, die am Mittwoch aus einem Krankenhaus entführt wurde, appelliert leidenschaftlich an die Entführer, seine Tochter unversehrt freizulassen. Wir sehen uns an und er stellt das Radio lauter. Meine Tochter ist ein sehr krankes Kind, verkündet Reverend Leonard Crawl. Er spricht mit samtiger Stimme, die schwer von Traurigkeit ist. Sie benötigt dringend psychiatrische und spirituelle Hilfe. Sollten sie Bethany gesehen haben oder wissen, wo sie ist, rufen sie bitte die Polizei. Oder bringen sie Bethany in ihrer Kirche in Sicherheit. Wir alle beten für ihre Rückkehr. Ned schaltet das Radio aus. Er schaut mich eindringlich durch die Sonnenbrille an. Überrascht, ich überlege kurz. Ja, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil man ihren Namen schon jetzt öffentlich bekannt gegeben hat. Zweitens, weil Leonard Crawl sich eingeschaltet hat. In Oxmith hat er sie nicht ein einziges Mal besucht. Warum jetzt? Ich glaube, dass er sie wirklich und wahrhaftig für gefährlich hält. Er ist ein Anhänger der Glaubenswelle. Besessenheit vom Teufel, Kreationismus, Entrückung, das ganze Programm. Joy McConey, die Therapeutin, die Krebs hat. Ich nicke. Fraser hat uns erzählt, dass sie das Gleiche glaubt wie er. Ich vermute, dass Bethany Joys Krankheit bemerkt hat, bevor sie offiziell diagnostiziert wurde. Als Joy sich weigerte, ihr bei der Flucht aus Oxmith zu helfen, ließe sie in dem Glauben, sie hätte den Krebs verursacht. Es hat ihr ein Gefühl der Macht verliehen. Und im Falle einer Katastrophe, er braucht den Satz nicht zu beenden und ich brauche nicht zu antworten. Wir denken in dieselbe Richtung. Falls Bethany durch Leonard Crawl und Joy McConey mit der bevorstehenden Katastrophe in Verbindung gebracht wird, haben wir zu allem Übel auch noch eine Hexenjagd am Hals. Das hätte wahrhaft deprimierende Konsequenzen. Hinter Thornhill halten wir uns in nördliche Richtung, kreuzen die M25 und fahren nach Norfolk. Irgendwo zwischen Ely und Kings Lynn passieren wir ein Gebiet mit Einkaufszentren, Wohnsiedlungen und Fabriken, bevor uns wieder flaches Land umgibt. Gefurchte Äcker verschmelzen mit einem Horizont, der mit Leitungsmasten und vanillegelben grasenden Schafen gespickt ist. Nach 15 Kilometern biegen wir in einen Feldweg ein, an dem Brennnesseln, Heckenrosen mit roten Früchten und vereinzelte Fleckchen Senf wachsen. Ich öffne das Fenster und rieche Diesel und Rapsöl. Wir fahren um eine Biegung und die Landschaft weitet sich und gibt den Blick auf einen flachen Hügel und ein graues Steinhaus frei, dessen Garten von einer Backsteinmauer mit Fischgrätmuster umgeben ist. Dahinter sieht man einen Teich, umstanden von Birken, ein verlassenes Treibhaus und ein riesiges Windrad, das traurig und würdevoll rotiert. Es ist abgelegen, aber wir können trotzdem nicht lange hierbleiben, sagt Ned. Er wirkt jetzt angespannt, als wäre sein morgendlicher Besuch in Thornhill nur die kurze Unterbrechung einer unerträglichen, endlosen Situation gewesen. Wir müssen bald woanders hin, Sie können hinter dem Haus parken. Mir stockt der Atem, als wir am Windrad vorbeifahren. Da ist sie. Sie kehrt uns den Rücken zu, aber ich erkenne sie sofort. Ihr Haar ist heller als auf dem Foto und feiner, wie heller, gesponnener Honig. Sie telefoniert gerade. Ich weiß nicht, wie ich diese Begegnung durchstehen soll. Da ist Christine, sagt Ned. Ich versuche interessiert, statt entsetzt auszusehen. Ich hoffe, sie spricht gerade mit Harisch Modak. Modak, der Planetarier mit dem verschleierten Blick, die graue Eminenz der Öko-Bewegung. Welche Verbindung hat sie zu ihm? Als sie das Motorengeräusch hört, dreht sich Christine Jonsdott hier um, lächelt und zeigt auf das Telefon. Ned winkt zurück. Seine Frau Mera war Christines berufliche Mentorin und auch eine Art Mutterfigur. Nach Meras Tod blieb Christine mit Harisch Modak in Kontakt. Sie trägt einen langen Pullover, unter dem sich ihre Brüste und Hüften abzeichnen. Modak ist im Augenblick unsere größte Hoffnung. Wenn wir ihn ins Boot holen können, erhalten wir auch die nötige Aufmerksamkeit. Und wenn nicht? Ja, ich würde ihn gerne eine Alternative nennen, aber ich habe keine. Modak ist ein schwieriges altes Schlitzohr. Er verlangt weitere Beweise. Ich parke. Wird er sich dann öffentlich äußern? Ned öffnet die Beifahrertür. Das weiß man bei ihm nie so genau. Er ist 78, hat keine Kinder, empfindet keine sonderlich große Zuneigung zur menschlichen Spezies. Er vertritt die Ansicht, dass wir programmiert wurden, um uns selbst zu zerstören. Für ihn sind wir eine Spezies wie alle anderen. Und Spezies kommen und gehen. Auch wenn er uns glaubt, wird er sich also womöglich entscheiden, nichts zu unternehmen. Mit einem Achselzucken sagen, dass wir alle nur das bekommen, was wir verdienen und das Feuerwerk genießen. Wie würden Sie versuchen, ihn umzustimmen? Sie sind hier die Psychologin, sagt er und schnallt sich los. Ist das der andere Grund, aus dem ich hier bin? Er schenkt mir sein jungenhaftes, gewinnendes Lächeln. Ich hole ihren Rollstuhl. Das Innere des Hauses verströmt den nostalgischen, großmütterlichen Geruch von Holzpolitur. Niedrige Decken, Dunkelheit nach der grellen Sonne, die einem dumpfen, elfenbeinfarbenen Dämmerlicht weicht, als sich die Augen angepasst haben. Massive Deckenbalken. Von oben hört man eine Dusche, die abrupt abgedreht wird. Das dürfte Bethany sein, sagt Ned. Zum Glück hat sie die Hygiene entdeckt. Sie kommt in einer Minute. Hier entlang. Ned Rappaport stößt eine dunkle Tür auf und wir gelangen in einen höhenartigen Raum, der als Wohn- und Arbeitszimmer dient. Es riecht modrig. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass sie erst kooperationsbereit sind, nachdem sie Kaffee getrunken haben. Er ist schon in der Mache. Er wirft die Haribos auf ein straff gepolstertes grünes Sofa, das an einer Seite aufgeplatzt ist, und geht zur Tür. Ned, warten Sie! Aber er ist schon weg. Nach der langen Autofahrt verspüre ich das Bedürfnis, mein Becken zu entlasten. Ich rolle weiter ins Zimmer und umkurve sorgsam die Vitrinen. Neben einem Kamin, in dem Kiefernzapfen und trockene Birkenzweige liegen, steht eine verschlissene, rotgestreifte Chaiselon, die ganz gemütlich aussieht. Ich manövriere mich aus meinem Rollstuhl auf die Chaiselon, ziehe die Schuhe aus, hiefe die Beine hoch und mache es mir auf dem Sofa bequem. Dünne Lichtstreifen, in denen Staubflocken tanzen, fallen durch die Schlitze der Jalousien. Meine Augen haben sich noch nicht an das Licht gewöhnt, daher sehe ich sie nicht hereinkommen. Ich höre sie auch nicht, bis... Puh! Ich zucke zusammen und unterdrücke einen Aufschrei. Da habe ich sie aber erschreckt, Roller! Noch feucht von der Dusche, das T-Shirt voller Wasserflecken, die Kopfhaut mit kurzen Stoppeln bewachsen, erinnert Bethany Crawl an eine wahnsinnige Voodoo-Puppe. Ihre verbrannten Arme leuchten in einem üblen, gelb gerenderten Violett. Die Hände sind mit kaputter, blasiger Haut bedeckt. Bethany, ich freue mich, dich zu sehen. Passen Sie auf, sonst wird noch ein Lesbenpaar aus uns. Sie kommt auf mich zu, aber zu schnell. Die Arme ausgestreckt wie riesige mechanische Scheren. Ohne meinen Stuhl bin ich hilflos. Ich richte mich auf. Wie geht es dir? Ich brauche mehr Distanz zwischen uns. Sekunden später erfüllt sich mein Wunsch. Sie hat die Haribo-Packung auf dem Sofa entdeckt und reißt sie mit den Zähnen auf. Hier ist es wie im Fünf-Sterne-Hotel. Wollen Sie auch eine? Sie hat etwas vor. Ist froh, frei zu sein, damit sie... Nein, danke. Und pass auf, nicht zu viel Zucker. Sie verdreht die Augen. Ich rutsche auf dem Sofa herum, fühle mich verletzlich ohne den Rollstuhl, bereue, dass ich ihn verlassen habe. Sie steht genau über mir und zuckt mit den zerstörten Händen. Hey, ich habe so ein komisches elektrisches Gefühl in den Fingern. Das nennt sich Schmerz. Das ist ganz normal. Warum setzt du dich nicht hin? Können Sie spüren, wie nah wir am Meer sind? fragt sie, springt vom Tisch und geht ans Fenster. Sie kann keinen Moment ruhig bleiben. Es haucht uns an. Fühlen Sie das? Riechen Sie das? Wenn Sie überleben wollen, müssen Sie ins Landesinnere. Sie drückt die Jalousien weiter auseinander. Tageslicht strömt herein. Die Außenwelt, die Straße, die helle Landschaft, das Treibhaus, die kreisenden weißen Flügel des Windrads. Hütten in den Bergen. So etwas brauchen wir. Ich würde ja hinfahren, aber dann verpasse ich das große Finale. Ich brauche Stromroller. Können Sie mir welchen besorgen? Während sie spricht, fährt ein graues Auto vor. Ich ahne, wer darin sitzt. Angst überkommt mich. Zugleich taucht Christine Jons-Dottier hinter dem Treibhaus auf, steckt ihr Handy ein und geht zur Haustür. Sie sieht besorgt aus oder einfach nachdenklich. Ich frage mich, wie sie unsere Begegnung empfindet. Auf der Schwelle bleibt sie stehen und dreht sich um. Sie muss das Auto gehört haben. Hier kommt Loverboy, murmelt Bethany und folgt meinem Blick. Ich will mich abwenden, aber ich kann es nicht. Er parkt und steigt aus. Christine Jons-Dottier läuft zu ihm hin. Ihr Gesichtsausdruck ist eindeutig. So hat mein Gesicht auch geleuchtet. Und mein Herz. Ich knallfe die Augen zu und schlucke, als sie sich umarmen. Die haben gerammelt wie die Kaninchen, konstatiert Bethany nüchtern. Die beiden haben sich voneinander gelöst. Sie redet erregt auf ihn ein und deutet zum Haus. Er wirkt erst erfreut, dann besorgt. Schauen Sie sich die beiden bloß an. Er kann gar nicht genug von ihr kriegen. Sie legt den Kopf in den Nacken, beißt von ihrem Lakritz ab und schaut mich von der Seite an. Sie ist eine echte Stöhnerin. Stundenlanger Orgasmus. Kaffee, verkündet Ned, als er mit dem kleinen Tablett hereinkommt. Kolumbianischer. Fraser hat gesagt, das ist ihr Lieblingskaffee. Ich habe ihn extra besorgt. Ich sehe, du hast die Haribos gefunden, Bethany. Hallo. Alles in Ordnung? Nein, möchte ich am liebsten sagen. Bringen Sie mich hier weg, bevor ich sterbe. Wir haben über Sex geredet, erklärt Bethany begeistert. Wer es mit wem treibt? Ned schaut mich ausdruckslos an und ich bringe ein kleines, neutrales Achselzucken zustande. Bethany aber gerät in Fahrt. Ned, Sie wichsen ganz schön oft, was? Sein Gesicht verspannt sich und unter dem Bartstoppeln zuckt ein Muskel. Sie grinst. Sie vermissen Ihren Freunden, nehme ich an. Oder sollte ich sagen, Ihren Ex-Freund? Sie werden das auf den ersten Blick vielleicht nicht glauben, Roller. Aber Ned steht auf Schwänze. Sie wirft mir einen triumphierenden Blick zu, als hätte sie im Lotto gewonnen. Ich werde rot. Natürlich. Neds Kiefer malt, als würde er etwas kauen. Sein Adamsapfel tritt hervor. Ich empfinde ungeheures Mitleid. Er stellt das Tablett auf den Tisch und gießt Kaffee ein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mein Privatleben mit dir diskutiert hätte, Bethany. Haben Sie auch nicht, aber ich hab's gespürt. Das kann ich, stimmt's, Roller? Eine meiner aufreizenden Eigenschaften. Ned schaut mich fragend an. Ich schüttle den Kopf. Erstaunlich ist nur, dass sie so lange damit gewartet hat. Ich kann nicht hinschauen, als die Tür aufgeht. Doch ich weiß, es ist der Physiker. Ich spüre, wie er in der Tür steht und sie mit seiner großen Gestalt ausfüllt. Gabriel, Gott sei Dank, dass du hier bist. Es hat alles funktioniert. Fraser Melville klingt aufgeregt und scheint den seelischen Schmerz, der das ganze Zimmer erfüllt, nicht zu bemerken. Hi, Bethany. Hi, Ned. Ich trinke einen Schluck Kaffee, versuche, diese winzige Flucht aus der Wirklichkeit zu genießen und seine Anwesenheit auszublenden. Ich habe Gabriel gerade von Ihnen und Christine erzählt, sagt Bethany und grinst übers ganze Gesicht wie ein Wasserspeier, wobei sie eine geschwärzte Zunge offenbart. Aber jetzt, wo Sie hier sind, können Sie es ihr auch selbst erzählen. Warum ist sie nicht an dem elektrischen Schlag gestorben? Ich erröte heftig und wende mich ab. Er kommt auf mich zu, doch als er meinen Gesichtsausdruck sieht, einen Ausdruck, den ich einfach nicht verbergen kann, hält er abrupt inne und sein Lächeln verschwindet. Bethany holt theatralisch Luft. Oh, sie ist wütend, Fraser. Ich muss Sie warnen. Passen Sie lieber auf Ihre Eier auf. Wir sehen uns später. Hochzufrieden schnappt sie sich ihre Haribos, schlüpft unter seinem Arm hindurch und rennt aus dem Zimmer. Nett, der mir gegenüber auf dem Sofa sitzt, trinkt schweigend seinen Kaffee und scheint in seine eigenen schmerzlichen Gedanken vertieft. Der Physiker und ich schauen uns an. Gabriel, sagt er sanft. Er kommt näher. Was will er? Mich umarmen? Als ich zurückzucke, zögert er und setzt sich seufzend in den Sessel neben meiner Schieselung. Er ist so groß und nah. Die Sehnsucht nach ihm tut weh und ich hasse mich dafür. Wir haben dir nichts gesagt, um dich zu schützen. Seine Stimme ist weich, aber mit einer Spur von Trotz. Von wegen. Es ist egal, denke ich düster. Darum geht es ohnehin nicht. Aus dem Nebenzimmer plärrt mit unerträglicher Lautstärke die Titelmelodie der Simpsons. Da fordert jemand Aufmerksamkeit, seufzt Nett und steht auf. Ich seh mal nach ihr. Nehmen Sie ihr die Süßigkeiten weg, rufe ich ihm hinterher. Und sie braucht frische Verbände. Als die Tür ganz geschlossen ist, hole ich Tiefluft. Ich spüre, dass mich der Physiker eindringlich ansieht. Liebes, er legt mir die Hand auf den Arm, doch ich stoße sie gewaltsam weg. Fass mich nicht an und nenn mich nicht so. Hey, was ist denn los mit dir? fragt er gekränkt. Was hast du sonst noch mit Christine Jonsdottir getrieben? Sein Gesichtsausdruck wechselt von Sorge zu Verwunderung. Äh, ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Ich war in Thailand und Paris, falls dir das entgangen sein sollte. Warum bist du so wütend? Der Fernsehlärm im Nebenzimmer verstummt, Bethany protestiert. Ich höre Wörter wie Bastard und Arschloch und leise Ermahnungen von Nett. Na ja, wenn du's mir nicht sagen willst. Soll ich es buchstabieren? Na schön, ich weiß über sie Bescheid, okay? Ich weiß es. Scheiße, lass mich los! kreischt Bethany nebenan. Du schwanzlutschendes Arschloch! Ich kann das allein! Dann Nett mit scharfer Stimme. Mensch, sieh nur, was du angerichtet hast. Herrgott! Die Tür geht auf und Christine Jonsdottir kommt lächelnd herein. Sie geht mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Sie hat eines dieser Gesichter, bei denen man unwillkürlich zweimal hinschaut. Heiterer Gleichmut. Gabriel! Ich freue mich so, sie endlich kennenzulernen. Nebenan setzt Bethany zu einer neuen Tirade an. Gabriel, das ist Christine, sagt der Physiker, ohne den Lärm zu beachten. Ich ergreife zögernd ihre Hand, lasse sie aber so schnell wie möglich wieder los. Christine Jonsdottir, mit weichem J. Ich bin Isländerin. In der Welt der Frauen gibt es mehrere Gruppen. Jene, die sich mit Make-up beschäftigen, jene, die es nicht tun und jene, die es nicht nötig haben. Sie gehört zur letzten Gruppe. Ich habe mich darauf gefreut, sie kennenzulernen. Normalerweise gibt es kaum Berührungspunkte zwischen Kunsttherapeutinnen und Leuten, die sich mit der Welt von vor 55 Millionen Jahren beschäftigen. Ned kommt herein und begrüßt Christine. Er wirkt erschüttert und lässt sich dankbar aufs Sofa fallen. Puh, mein Gott. Alles geklärt? Sie hat mich gekratzt. Er zeigt seinen Unterarm. Striemen, besetzt mit blutigen Perlen. Und, Christine? Was hat Harisch Modak gesagt? Sie holt Tiefluft. Er zögert noch immer. Ich rufe ihn an, sagt der Physiker und springt auf. Offenbar kann er gar nicht schnell genug aus dem Zimmer kommen. Ned, vielleicht könntet du und Christine Gabriel auf den neuesten Stand bringen. Klar doch, sagt Ned, nimmt einen Laptop vom Boden und schaltet ihn ein. Eine Minute, dann bekommen sie die ganze Show. Sie lächelt. Sie sind wütend auf mich. Zu Recht. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Das Letzte, womit ich gerechnet habe, ist diese Offenheit. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Ich habe mich unverzeihlich verhalten, als sie mich aus heiterem Himmel angerufen haben. Leider bin ich in Panik geraten. Mir ist nie in den Sinn gekommen, dass sie mich aufspüren und anrufen könnten. Damit haben sie mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Darauf möchte ich wetten. Sie sind eine gute Detektivin? Eigentlich nicht. Ich bin nur einigen Hinweisen gefolgt. Ned mischt sich besorgt ein. Ich habe doch gesagt, dass es uns alles andere als leicht gefallen ist, sie im Dunkeln zu lassen. Er hebt sich vom Sofa und beginnt ein weißes Bettlaken an Nägeln über dem Kamin zu befestigen. Anscheinend dient es als improvisierte Leinwand. Ich kann mich nur noch einmal entschuldigen, sagt Christine. Als Fraser mir die Zeichnungen zeigte und von Bethany's Fähigkeiten erzählte, wollte ich mit ihnen reden. Er aber bestand darauf, sie nicht in unsere Intervention hineinzuziehen, weil es ihnen beruflich schaden würde. Intervention ist ein interessanter Euphemismus für das, was sie getan haben. Nachdem wir erfahren hatten, dass sie in eine andere Einrichtung verlegt werden sollte, wo wir keinen Zugang zu ihr gehabt hätten, die Tatsache, dass sie sich in einem öffentlichen Krankenhaus befand, machte es natürlich einfacher. Sie schaut hinunter auf den dunklen Holzboden, als überlegte sie, ob sie ihn polieren solle und mit welchem Produkt sie das bestmögliche Ergebnis erreichen könne. Es ist so offenkundig, dass die Sicht des Schadens, den sie angerichtet hat, nicht bewusst ist und dass sie unter meiner Feindseligkeit leidet, dass es beinahe wehtut. Tut mir leid, wenn ich euch unterbreche, aber ich muss jetzt die Jalousien schließen, sagt Nett ruhig. Dann kann ich euch die Bilder zeigen. Wir nicken zerstreut. Es wird dunkel. Es ist nicht mein Fachgebiet, daher kann ich mir nicht anmaßen, etwas zur Genese dieser... Sie ersetzt den Begriff Visionen durch eine elegante Handbewegung, die etwas Vergängliches ausdrückt, das aus den Schläfen entfleucht. Aber was die tatsächlichen Abbildungen betrifft... Christine will sagen, dass wir weitere Informationen benötigen, um den Ort der möglichen Katastrophe zu bestimmen, sagt Nett und klickt mit der Maus. Sehen Sie sich das mal an. Auf dem Bettlaken erscheint eine von Bethanys Zeichnungen. Er stellt den Kontrast ein. Auf den Bildern gibt es eine Menge Einzelheiten. Einzelheiten, die man nur bemerkt, wenn man sich mit der Mechanik von Bohrinseln auskennt. Er deutet auf die Plattform und die Linie, die von ihr aus nach unten ins Meer führt. Bilder wie dieses lassen uns befürchten, dass sie die Anfänge eines Unterwasser-Erdrutsches sieht, der durch Aktivitäten auf einer Bohrinsel ausgelöst wird. Wir wissen aber nicht, auf welcher. Sie haben jeweils ziemlich charakteristische Eigenschaften. Christine steht auf. Ich hole Fraser. Er sollte dabei sein. Während Nett Rappaport durch eine Reihe von Bildern scrollt, verändere ich die Position meiner Beine. Ich brauche meine ganze Kraft, um dem Physiker erneut ins Gesicht zu sehen. So, hier haben wir alle küstennahen Bohrinseln, die unseres Wissens bereits mit Methan experimentieren. Hinzu kommen weitere Szenen, die unserer Vermutung nach von der Öl- oder Gasförderung auf Methan umgestellt werden. Ein Klick und die Leinwand füllt sich mit einem Flickwerk aus Fotos von Bohrinseln mit ihren Gerüsten und Bohrtürmen, die aus dem Meer emporragen. Die Bohrtürme bestehen aus blanken Metall, aber wie sie erkennen werden, gibt es Hebekräne in allen Farben, genau wie an Land. Wie man mir sagte, ist derjenige, den wir suchen, gelb. Er lässt den Flickenteppich auf einige Bilder zusammenschrumpfen. Auf jedem ist ein Kanarien-gelber Kran zu sehen, manche neu, an anderem blättert die Farbe ab. Von diesen acht Krähen befinden sich drei vor den Küsten von China, Indien und Neuseeland. Allerdings wurden sie wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Einer der russischen war im letzten Jahr überhaupt nicht in Betrieb. Bleiben also vier Verdächtige. Er klickt erneut und viertelt die Leinwand. Burritobe Alpha in der Nordsee, Mirage in indonesischen Gewässern, Lost World in der Karibik und Endgame Beta vor der sibirischen Küste. Aus verschiedenen Gründen, die mit chronischer Misswirtschaft zu tun haben, tippe ich auf Endgame Beta. Fraser Melville und Christine Jons-Dottier kommen ins Zimmer, wobei sie sich angeregt unterhalten. Glück gehabt mit Harisch? fragt Ned. Sie schauen sich an und treffen gemeinsam eine Entscheidung. Etwas. Aber wir sollten zuerst Gabrielle informieren, sagt Fraser Melville. Er und Christine Jons-Dottier umzingeln mich, indem er sich auf die Kante der Chaiselon und sie sich auf einen Stuhl zu meiner Linken setzt. So gefangen konzentriere ich mich ganz auf die Leinwand. Bis zu diesem Augenblick habe ich nie einen Gedanken auf Bohrinseln verschwendet. Sie sehen irgendwie heroisch aus. Das sind sie auch, erwidert Fraser Melville, als wäre meine Bemerkung die richtige Antwort auf eine geheime, unausgesprochene Frage. Bis wir weitere Informationen von Bethany erhalten, müssen wir davon ausgehen, dass es sich um eine von diesen handelt. Nun, sollte der unterseeische Riss, den Bethany gesehen hat, und er rückt näher an mich heran. Ich lehne mich zur Seite. Aber er ist immer noch zu nah. Ich spüre die Wärme seines Körpers. Ist es das, was sie gezeichnet hat? Will ich wissen. Ich kann mich kaum konzentrieren, versuche aber, um meines stolzes Willen normal zu klingen. Einen Riss? Eine Fissur und einen Flammpunkt, sagt Christine Jonsdottier. Um das Gefrorene Methan aus dem Meeresboden zu lösen, hat man eine horizontale Bohrung darunter durchgeführt und so eine Druckveränderung erreicht. Wenn sie sich allerdings verrechnet haben und dieser Eingriff den bereits bestehenden Spalt vergrößert hat, wird sich der Druck immer weiter erhöhen. Wenn er einen kritischen Punkt erreicht, besteht die Gefahr, dass ungeheure Mengen des gefrorenen Methans, weit mehr als man jemals beabsichtigt hat, freigesetzt werden. Nett sagt, das Sediment wird destabilisiert, was eine unterseeische Lawine auslöst. Diese kann zu einer Freisetzung der gesamten Methanreserve führen, die unter dem erschlossenen Hydratfeld begraben ist. Dadurch werden riesige Mengen von Sediment über und neben dem Methan gelockert. Das führt zu weiteren Erdrutschen im gesamten Gebiet. Bei diesen Bohrinseln sprechen wir jeweils von tausenden Quadratkilometern. Ein ungeheurer Tsunami ist die Folge. Dieser wird vermutlich weitere Sedimentschichten destabilisieren und zusätzliche massive Erdrutsche auslösen. Aufgrund ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse können die drei sich zweifellos das gesamte Ausmaß einer solchen Katastrophe ausmalen. Ich hingegen kann das nicht. Das wiederum löst höchstwahrscheinlich einen weiteren Kreislauf aus Erdrutschten und Tsunamis aus, erklärt Nett, weil weitere Teile des Hydratfeldes gelockert werden und mehr Methan freigesetzt wird. Methan ist als Treibhausgas 20-mal wirksamer als CO2. Falls sich dieser Mechanismus ausbreitet und eskaliert, bekommen wir es mit einer globalen Erwärmung zu tun, die unsere schlimmsten Albträume übertrifft. Der Physiker schaut mich eindringlich an, als wollte er prüfen, wie viel davon zu mir durchdringt. Viel ist es nicht. Als dies das letzte Mal geschah, war das geologisch betrachtet im Bruchteil einer Sekunde. Alle Augen sind auf mich gerichtet. Daher müssen wir alles versuchen, um die Menschen zu warnen, sagt Christine Jonsdottier. An den Küsten wird es gewaltige Überschwemmungen geben, und zwar nicht nur punktuell. Durch den Dominoeffekt wird innerhalb kürzester Zeit der gesamte Planet betroffen sein. Sie schließt die Augen. Die Skandinavier nennen es Ragnarök. Chaos, sagt Fraser Melville. Eine Art Hölle. Aber das Energieunternehmen, dem die Bohrinsel gehört, muss das doch wissen. Ich kann meine eigene Sturheit förmlich hören. Zu diesem Zeitpunkt gibt es möglicherweise noch keine sichtbaren Anzeichen, sagt Ned. Aber selbst wenn die Firma Bescheid weiß, wird sie damit wohl kaum an die Öffentlichkeit gehen wollen. Vor allem nicht, wenn dort Korruption und Missmanagement herrschen. Und es gibt viele solcher Firmen, das können Sie mir glauben. Was nun? Frage ich. Ich habe mit Harish Modak gesprochen, sagt Fraser Melville. Er ist nach wie vor nicht unserer Meinung, was die Dringlichkeit betrifft. Allerdings konnte ich ihn überreden, heute Abend aus Paris herzukommen. Er hält inne und wirft einen Blick auf Christine. Sie nickt. Da ist noch mehr. Etwas, über das sie Bescheid weiß und dass beiden unangenehm ist. Er kommt unter der Voraussetzung, dass wir ihm bis dahin etwas Neues präsentieren können, wenn schon nicht den definitiven Beweis, so doch zumindest weitere überzeugende Belege. Warum, um Himmels Willen, hast du das zugesagt, wenn du es nicht garantieren kannst? Ich bin völlig verblüfft. Christine wirft mir einen seltsamen, flehenden Blick zu. Weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich hatte gehofft, dass ich Bethany mit deiner Hilfe an weitere Einzelheiten erinnern kann. Ich seufze angewidert. Ohne EKT bekommen wir keine weiteren Informationen von Bethany. Schweigen. Das sagt sie die ganze Zeit, bestätigt Christine leise. Nur das scheint zu funktionieren. Ich soll es überwachen, denke ich laut nach. Und falls etwas schief geht, habe ich die Verantwortung. Nein, ich will das nicht. Mein Handy klingelt. Ich sollte nicht rangehen, bin aber dankbar für die Ablenkung. Ich melde mich und bereue es im selben Augenblick. Hier ist Detective Kavanagh. Miss Fox, wo befinden Sie sich gerade? Zu Hause, lüge ich rasch. Ein Reflex, leider der falsche. Ich rufe Sie zurück. Das ist nicht nötig, sagt Kavanagh in neutralem Ton. Wenn Sie zu Hause sind, können Sie einfach die Tür aufmachen. Ich stehe draußen. Ich habe geklingelt, leider ohne Erfolg. Ehrlich gesagt bin ich überrascht zu hören, dass Sie da drin sind. Hier draußen ist nämlich keine Spur von Ihrem Auto zu sehen. Ich sage nichts. Haben Sie schon einmal vom Tatbestand der Justizbehinderung gehört, Miss Fox? Wenn Sie nun also... Weiter kommt er nicht, weil ich mein Telefon ausgeschaltet habe. Okay. Heute Abend werden Sie jedenfalls nicht mehr nach Headport zurückfahren, konstatiert Ned. Sie sind soeben unter die Kriminellen gegangen. Problem gelöst, verkündet Bethany, als sie barfuß hereinmarschiert kommt, in der Hand einen roten Plastikeimer. Müsli, Milch, ein Apfel, ein Omelette und 15 Haribo. Danke vielmals, Ned. Alles ausgekotzt in drei Gängen. Jetzt ist mein Magen leer und bereit für die Narkose. Roller hier hat eine Sorge weniger. Mal gucken. Sie lässt uns keine Wahl. Nachdem Ned und ich unsere Pflicht getan haben, sehen wir uns an und müssen lächeln. Bethanys unbedingte Hingabe an ihr Suchtmittel ist einfach bewundernswert. Das EKT-Gerät ist ein kleiner Kasten wie der von Dr. Ahmed in Oxmith. Auf meine Anweisung hin hat Ned ein niedriges Sofa zum Bett umfunktioniert. Vielen Dank, Bethany, sage ich mit einem Blick auf den Eimer. Und jetzt schütte ihn bitte aus, vorzugsweise in eine Toilette und nicht über jemandes Kopf. Wir rufen dich, wenn wir fertig sind. In den vergangenen Stunden habe ich mich vor allem mit zwei Dingen beschäftigt. Mir Sorgen um Bethanys Mageninhalt gemacht und versucht, dem Physiker aus dem Weg zu gehen. Ich genieße die Erleichterung und den Schmerz, die mir seine Abwesenheit verschafft, und schaue aus dem Fenster. Herbstabend mit näherkommenden Scheinwerfern. Das dürfte er sein, verkündet Ned. An der Haustür wird ein großer, hagerer Mann in Jeans von einer zögerlichen Christine Jons Dottier begrüßt. Auch der Physiker ist da. Ich kann ihm noch immer nicht ins Gesicht sehen. Namen spielen keine Rolle, sagt Ned rasch. Es ist einfacher so. Der Anästhesist sieht aus, als hätte er gerade das Studium abgeschlossen. Er sagt ein vages Hallo in die Runde. Die Atmosphäre ist gedrückt. Vor allem Christine sieht aus, als wäre sie lieber am Meeresboden bei ihren gefrorenen Molekülen. Fast bekomme ich Mitleid mit ihr. Oben im Haus schlägt eine Uhr sechs. Wir lassen euch jetzt in Ruhe. Sagt Fraser Melville. Ruft einfach, wenn ihr uns braucht. Sie sind für die Patientin verantwortlich? Erkundigt sich der Anästhesist und ich nicke. Dann brauche ich Sie dabei. Sobald wir die Behandlung abgeschlossen haben, muss ich los. Und nehmen Sie es nicht persönlich. Ich möchte ganz schnell vergessen, dass ich überhaupt hier war. Als Bethany mit nackten Füßen, frischen Verbänden und ungekämmtem Haar nach unten kommt, ist sie ganz scharf auf Action. Ungeachtet meiner Proteste nimmt sie die Griffe meines Rollstuhls und schiebt mich mit Höchstgeschwindigkeit durch den Flur ins Wohnzimmer, wo sie den Arzt mit den Worten »Hi, Doc« und einem breiten Zahnspangen bewährten Grinsen begrüßt. Er bedenkt sie mit einem finsteren Blick und sieht zu, wie sie sich auf dem Sofa niederlässt, vor sich hinsummt und an den freiliegenden Krusten auf ihren Armen zupft. Der Anästhesist rückt das kleine Gerät auf dem Couchtisch zurecht und führt einen Gummischlauch in Bethanys Mund ein, den sie in völlig untypischem Gehorsam schon weit geöffnet hat. Ihre Füße sehen aus, als wären sie durch Schlamm gewartet. Der Arzt registriert das alles, erkundigt sich aber nicht nach Bethanys Verletzungen oder warum sie überhaupt hier ist. »Fertig?«, fragt er. Sie nickt. Für beide ist es eine vertraute Routine. Kurz darauf schließen sich Bethanys Augen. Sie versinkt. Ich halte die Luft an. Der Arzt schaltet die Zeituhr ein und drückt die Elektroden an ihre Schläfen. Nach einigen Sekunden runzelt er unzufrieden die Stirn. »Ihr Gehirn hat einen Widerstand aufgebaut«, murmelt er. »Die Maschine funktioniert einwandfrei, zeigt aber keine Wirkung.« Die zehn Sekunden sind vorbei. Er nimmt die Elektroden ab. Bethany bewegt sich nicht. Irgendwo in der Ferne klingelt ein Telefon. »Können Sie es noch einmal versuchen?«, flüstere ich. »Und diesmal länger?« Er presst die Lippen aufeinander. »Es ist nicht ratsam, es zweimal am selben Tag zu machen.« Sie sagen, Ihr Gehirn habe einen Widerstand aufgebaut und die einzelnen Anwendungen sind doch ohnehin nicht hundertprozentig vergleichbar, oder? Er wirkt verärgert. »Ich warte, bis sie zu sich gekommen ist. Dann entscheide ich.« Nach zwei Minuten öffnet Bethany die Augen. Ich nehme ihr die Maske ab. »Ich weiß, wie hat die nicht funktioniert?«, nuschelt sie durch den Mundschutz. Ihre Gesichtsmuskeln sind schlaff und verzerrt. Sie schwitzt. Selbst ihr Haar sieht fettiger aus, als hätten die Stromstöße ihr Leben in Jahren statt in Sekunden vorangetrieben. Sie spuckt den Mundschutz aus. »Gib mehr davon, Schwachkopf. Und diesmal einen richtigen Schuss. Gib mir 30 Sekunden.« Er blinzelt und richtet die Antwort an mich. »Ich geb ihr 20.« Er krempelt die Ärmel auf, nimmt den Mundschutz und wischt ihn mit einem Papiertuch ab. Dabei fallen mir die Einstiche an seinen Armen auf. Ich hätte es mir denken können. Plötzlich fügen sich die Teile des Puzzles zusammen. »20 sind nicht genug,« protestiert Bethany, während das Narkosemittel seine Wirkung zeigt. »Was sind Sie eigentlich für ein Arzt?« Er verstopft ihr den Mund mit dem Gummi. »Ein Arzt, der Angst hat, seine Approbation zu verlieren?« frage ich, als sich ihre Augen geschlossen haben. Er lächelt schwach. »Die habe ich schon vor einem Jahr verloren.« Auch das hätte mir klar sein müssen. Ich wüsste gern den Grund. »Klar doch,« sagt er und überprüft die Regler an dem Metallkasten. »Ich habe jemanden umgebracht.« »Mein Gott, mit einem Gerät wie diesem?« Er überlegt kurz. »Nein, es war eine modernere Version.« »Bei dieser Behandlung?« Meine Stimme klingt schrill vor Panik. Er sieht mich an. »Ja, ich kann mir nicht vorstellen, welche Behandlung man sonst damit durchführen sollte. Aber ich werde es nicht noch einmal tun. Ich gehe nicht über 20 Sekunden hinaus. Das habe ich von Anfang an deutlich gesagt.« »Soll ich es bleiben lassen?« »Nein,« erwidere ich und verabscheue uns beide dafür. »Jetzt sind sie hier.« »Bringen wir es hinter uns.« Er drückt den Schalter und wir halten beide die Luft an. Nur ein leichtes Zucken von Bethany's Zehn zeigt, dass etwas geschehen ist. Nach 20 Sekunden stößt sie einen winzigen Laut aus, einen hohen Seufzer, den Beginn eines Stöhnen. »Meinen Sie, es hat diesmal funktioniert?« Er steht auf, schaut aufs Handy, klopft auf seine Taschen und geht zur Tür. »Ich werde nicht bleiben, um das herauszufinden.« »Bitte, können Sie nicht wenigstens warten, bis...« Doch er hat das Zimmer schon verlassen. Es hat keinen Sinn, ihm zu folgen. Er hat sich entschieden. Dies war die Abmachung, die er mit nett oder einfacher und wichtiger mit sich selbst getroffen hat. Fünf Minuten später ertönt draußen der Motor seines Wagens und Bethany öffnet die Augen. Ich nehme ihr die Maske vom Gesicht und lasse sie den Mundschutz in meine Hand spucken. Sie sieht noch fertiger aus als vorher. Es ist geradezu obszön. »Hi, Bethany.« Sie sieht mich verwirrt an und spricht aus dem Mundwinkel. »Hi, Rolle. Es hat nicht funktioniert.« Die Enttäuschung ist groß. Ein hässlicher Nachgeschmack macht sich breit. »Er ist weg.« »Wieso?« Ihre Unterlippe zuckt. »Er hatte Gründe, gegen die ich nichts ausrichten konnte.« Die anderen haben sich in der Küche versammelt und sind in eine düstere Diskussion vertieft. »Harrisch, Modak hat angerufen«, sagt Fraser Melville und blickt auf. »Er ist unterwegs.« »Hitze durchfährt mich.« »Was machen wir jetzt?« »Keine Ahnung«, sagt er achselzuckend. »Reden wir mit Bethany«, schlage ich vor. »Vielleicht ist doch etwas angekommen.« Die anderen folgen mir ins kleine Wohnzimmer, wo sie auf dem Sofa liegt und ihre verletzten Hände inspiziert. Der lange Verband schlängelt sich auf dem Boden wie eine Riesennudel. »Er hat gesehen, dass ich noch mehr vertragen kann, aber der Arsch hat gekniffen«, zetert sie. »Und ihr habt ihn gehen lassen.« »Ich hab's doch gesagt, Roller.« »Ich brauch 30 Sekunden.« »Dann hätte es auch funktioniert.« »Das lässt sich nicht ändern«, sage ich. »Natürlich lässt es sich ändern«, sagt sie, stützt sich auf die Ellbogen und zuckt dabei vor Schmerz zusammen. »Wie dumm seid ihr eigentlich. Wir haben doch die Maschine und ihr wisst, wie man sie bedient. Also los!« Christine weicht zurück. Sie sieht auf einmal kleiner aus, als wollte sie sich aus dem Raum schrumpfen. Fraser Melville steht reglos da. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, sieht mich fragend an und schließt ihn wieder. Ich weiß, was er denkt. »Nein«, sage ich. »Jesus«, faucht Bethany. »Sie verdammter Feigling! Wenn sie es schon nicht für mich tun, dann tun sie es für all die Leute, die ihrer Meinung nach wert sind, gerettet zu werden. Blöde Kuh!« Ich sehe die Regler an der Maschine an, dann Bethany. »Beihilfe zum Selbstmord.« »Nein, danke.« Ehe ich michs versehe, hat sie das Gummi in den Mund geschoben, zitternd nach der Gesichtsmaske gegriffen, sie über Mund und Nase gestülpt und sich selbst eine Dosis verabreicht. »Na los«, murmelt sie benommen. Ihre Augen fallen zu. »Sonst werde ich ihnen nie verzeihen.« »Du wirst es vielleicht gar nicht mehr können«, denke ich. Ich könnte kotzen vor Angst. Ned Rappaport, Fraser Melville und Christine Jonsdottir starren mich entsetzt an. Draußen nähert sich ein Auto. »Das dürfte haarisch sein.« »Ich gehe hin«, murmelt Christine und schlüpft lautlos hinaus. »Es könnte die schlimmste Entscheidung meines Lebens sein, doch ich treffe sie in einer Sekunde. Rasch wische ich Bethanys Stirn mit dem Schwamm ab, schalte die Zeituhr ein, setze die Elektroden an ihre Schläfen und drücke den Schalter. Ich halte die Luft an, während die Uhr tickt und der Strom ihr Gehirn überflutet. Kalte, nüchterne Gedanken machen sich breit. Ich darf nicht vor Angst ohnmächtig werden. Wenn sie stirbt, wird man es als Mord bezeichnen. Ich halte die Elektroden an ihren Schläfen fest und sehe den verrinnenden Sekunden zu. Im Raum herrscht unheimliche Stille. Bethanys Gesicht ist reglos. Sie könnte tot sein. Die längsten zehn Sekunden meines Lebens vergehen, doch es geschieht nichts Schlimmes. Dann 20, 25, 26, 27, noch immer keine Bewegung, kein Anzeichen, dass der Stromstoß wirkt. Dann, bei 29 Sekunden, die Katastrophe. Ohne Vorwarnung schießt Bethanys Kopf in einer heftigen epileptischen Zuckung in die Höhe. Ihre Arme und Beine zucken ebenfalls. Die Elektroden fallen zu Boden. Der Mundschutz fliegt durch die Luft, doch der irre Breakdance geht weiter, ist nicht zu bremsen. Fraser Melville ruft nett zu, er solle ihre Beine festhalten, während er selbst mit den rudernden Armen kämpft. Ohne lange zu überlegen, stämme ich mich aus dem Rollstuhl und werfe mich mit ungeheurer Anstrengung, das Adrenalin peitscht durch meine Adern, auf Bethany und halte ihren zuckenden Körper mit meinem Gewicht fest. Ihr Kopf hat sich aus der Halterung gelöst, trifft mich am Mund und ich schmecke Blut. Sie zuckt noch immer. Trotz meines Gewichts ist sie halb vom Sofa gerutscht. Noch mehr Blut. Ich weiß nicht, ob es ihres oder meines ist. Ich denke, sie hat sich die Zunge abgebissen. Dann ist sie plötzlich still. Ned tritt zurück und Fraser Melville setzt mich in den Rollstuhl. Ich spüre seine enorme Kraft. Es ist, als würde er eine Stoffpuppe aufheben. Bethany liegt völlig reglos da, blutverschmiert, die Gliedmaßen verrenkt. Eben noch hat sich ihre Brust gehoben und gesenkt, jetzt bewegt sich nichts mehr. Ich verliere den Boden unter den Füßen. Christine steht mit offenem Mund in der Tür. Harish Modak ist bei ihr. In Wirklichkeit sieht der alte Mann zerbrechlicher aus als auf den Fotos. Eine kleine, eingeschrumpfte Gestalt mit eisengrauem Haar und den dunklen, verschleierten Augen eines Raubvogels. Augen, die durch den Raum huschen und sich weiten, als sie das Schlachtfeld registrieren. Alles ist rot verschmiert. Bethanys Körper ist völlig verdreht, als hätte sie versucht, ihr Innerstes nach außen zu kehren. Blut tropft von ihren Lippen. Sie atmet nicht mehr. Harish Modaks Beine geben unter ihm nach und er stützt sich am Türrahmen ab. Christine nimmt seinen Arm und führt ihn zu einem Stuhl am Fenster. Er ist grau im Gesicht. Ich mache Mund-zu-Mund-Beatmung, du Herzmassage, weise ich Fraser Melville. Ich zähle, sagt Ned und eilt herbei. Ich hole tief Luft, lege meinen Mund über Bethany's und atme in ihre Lungen aus. Ich arbeite an ihr wie eine Maschine, alle meine Reflexe sind wieder da. Einmal lege ich den Kopf zurück und denke, das ist gar nicht mehr Bethany. Es ist Bethany's Leiche. Dennoch zwinge ich weiter Luft in ihre Lungen und bemerke nur flüchtig, dass Christine Ned abgelöst hat, weil er telefoniert. Einen Krankenwagen, das Kind hat Krämpfe. Ja, Mund-zu-Mund und... Setz sie hin, setz sie hin, sage ich zu Fraser Melville. Mit einer gewaltigen Bewegung hieft er sie hoch und lehnt sie an seine Brust, sodass er sie halb aufrecht in den Armen hält. Was jetzt, flüstert Christine. Das hier, sage ich und schlage Bethany mit aller Kraft auf den Rücken. Keine Reaktion. Gabriel, sagt Fraser Melville leise und ergreift meinen Arm, als ich erneut ausholen will. Gabriel, siehst du nicht, es ist zu spät. Wir haben sie verloren, sagt Christine. Sie ist tot. Ein leises Schluchzen dringt aus ihrer Kehle und ihr Gesicht fällt in sich zusammen. Harish Modak sitzt ganz still da, wie eine Mumie. Nein! Ich reiße mich los und schlage ihr wieder auf den Rücken. Komm zurück, Bethany! Als könnte ich sie ins Leben zurückschreien. Komm zurück! Ned am Telefon hält plötzlich inne. Starrt mich an. Nein, nicht mich. Bethany. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Er schon. Entschuldigung, falscher Alarm, sagt er und legt auf. Harish Modaks Stimme klingt wie ein knarrendes Rad. Nun, Miss Bethany Crawl, flüstert er. Endlich lernen wir uns kennen. Bethany hustet und mein Herz hüpft wie ein gestrandeter Fisch. Rasch setzt Fraser Melville sie hin und wir können beide sehen, was Ned, Christine und Harish Modak schon vor uns bemerkt haben. Sie hat die Augen geöffnet und blinzelt. Sie ist am Leben. Ich bin bei meinem zweiten Whisky angelangt und Harish Modak richtet sich im Wohnzimmer ein. Er holt diverse Päckchen aus seiner Kamelieder-Aktentasche, wickelt sie aus und ordnet sie auf dem Couchtisch an. Ich bin von einem Toilettenbesuch zurück, wo ich mir einen heftigen Heulanfall gestattet habe. So habe ich nicht mehr geweint, seit ich Max verloren habe. Zuerst kommt Bethany barfuß herein, gefolgt vom Physiker. Hi, Roller! Ich mustere Bethany. Nach dem Bademantel, den sie trägt, zu urteilen, muss unser abwesender Gastgeber, der Fachmann für Biolumineszenz, über eindrucksvolle körperliche Proportionen verfügen. Sie ertrinkt fast in den rot karierten Stoffmassen. Sie lässt sich in einer Ecke des Sofas nieder und zieht die nackten Füße unter sich. Fraser Melville begrüßt uns gedrückt und macht eine Bemerkung über den üppig gedeckten Tisch. Ich spüre seinen prüfenden Blick, verstehe mich aber inzwischen darauf, ihm auszuweichen. Bethany ist gewaschen und frisch verbunden worden. Von nett, nehme ich an. Ihr Gesicht ist aschfahl und die zerbissene Zunge hängt ihr auf die Unterlippe. Die Spitze sieht aus wie rohes Hackfleisch. Ich habe gesagt, dass ich es machen soll, sagt sie zu Harish Modak und deutet dabei auf mich. Sie spricht mit Bedacht, schiebt die Worte an ihrer zerstörten Zunge vorbei. Ich habe ihr gesagt, sie soll mir dreißig Sekunden geben. Sie klingt stolz. Nett und Christine kommen leise herein und setzen sich. Wir sechs bilden einen Kreis um den Couchtisch. Harish Modak nickt. Und hat es gewirkt, Miss Crawl? Bethany genießt die Aufmerksamkeit von fünf Erwachsenen und grinst, zuckt aber vor Schmerz zusammen und holt tief Luft. Ich war mittendrin. Es war, als würde man vom Blitz getroffen. Das war so cool. Ich hatte eine Riesenladung in mir. Harish verharrt, still wie ein Reptil. Nimm dir Zeit. Beschreib alles ganz genau. Nett stellt seinen Laptop auf die Ecke des Couchtisches, um die Bilder der Bohrinseln auf die Leinwand zu werfen. Es ist, als würde man eine riesige Decke von einem Bett heben. Blasen und anderes Zeug quellen überall an den Ecken hervor. Fraser Melville und Christine Jonsdottier wechseln einen Blick, der mich wie eine Faust in den Magen trifft. Es sind stinkende Blasen, dann zerbricht alles und dann reißen riesige weiße Stücke ab und schießen nach oben, überall, sobald man sehen kann. Dann ist Feuer auf dem Wasser, das Meer, es leuchtet im Dunkeln gelb und orange, an manchen Stellen blau, es flackert auf der Wasseroberfläche. Sie spricht, in singendem Tonfall, als würde sie ein Märchen erzählen. Dann baut sich diese gigantische Welle auf, wie eine Wand vor dem Himmel, höher als die Wolken. Der alte Mann bewegt sich nicht, aber ich spüre, wie der Funke zündet. Wir müssen wissen, wo das passiert, sagt Christine Jonsdottier. Wir müssen die Bohrinsel identifizieren. Ich rolle näher an Bethany heran. Deine Zeichnung. Du warst unter Wasser und hast dir vorgestellt, dich durch das Rohr zu bewegen und du hast die Plattform und den gelben Kran gesehen. War das jetzt auch wieder da? Bethany nickt, blinzelt und tippt auf ihre Zungenspitze. Als sie die Hand wegnimmt, ist ein frischer Blutfleck auf dem Verband an ihren Fingern zu sehen. Sie spuckt auf den Boden, schließt die Augen und lässt den Kopf zurücksinken. Kannst du dich an den Kran erinnern? Konntest du ins Führerhaus hineinsehen? Sie seufzt und kneift die Augen zu. Ein Augenblick vergeht. Mit geschlossenen Augen versucht sie, sich zu konzentrieren. Mein Gott, es war eine Möse. Sie bricht in Gelächter aus. Die Möse einer Frau, rasiert. Sie schlägt die Augen auf und schaut Christine Jonsdottier an. Dann grinst sie schief. Wieder lacht sie beglückt. Es war eine nackte Muschi. Das Arschloch konnte man auch sehen. Iiiiih, war das eklig. Bethany, sage ich scharf. Das hier ist ernst. Ich hab dich vorhin beinahe umgebracht. Das ist nicht die richtige Zeit für Spielchen. Das ist kein Spiel, ruft sie lachend. Ich sag doch, ich hab eine Möse gesehen. Ähm, wenn ich aus meinem Wissen über Bohrinseln schöpfen dürfte, meldet sich Ned Rappaport zu Wort. Könnte, könnte sie durchaus recht haben. Eigentlich ist es kein großes Rätsel. Eine Sekunde später erscheinen wieder die Bilder der vier Bohrinseln auf der Leinwand. Er klickt, worauf drei Bohrinseln verschwinden. Das hier ist die Sibirische. Endgame Beta. Er zoomt zuerst die Spitze des Bohrturms und den gelben Kran heran, der an einer Seite der Bohrinsel aufgebaut ist. Noch näher, kommandiert Bethany. Plötzlich blicken wir auf den Bierbauch eines Mannes in mittleren Jahren, der am Kontrollpunkt im Führerhaus sitzt. Sein Mund steht offen, als würde er gerade singen oder gähnen. Er hat keine Ahnung, dass man ihn fotografiert hat. Erkennst du irgendetwas, Bethany? Fragt Ned. Den Typen hier. Kommt dir sonst etwas vertraut vor? Bethany zuckt mit den Achseln. Auf dem nächsten Bild scheint die Sonne auf die Windschutzscheibe des Krans, sodass man außer dem Kopf des Kranführers nicht viel erkennen kann. Dennoch deutet Bethany aufgeregt auf das Foto. Gehen Sie mal nach oben rechts, hinter seiner linken Schulter und dann ein bisschen höher. Der blonde Mann hebt gerade eine Dose Dr. Pepper-Limonade an den Mund. Er trägt einen Handschuh. Noch höher, befiehlt Bethany. Etwas glitzerndes, rosafarbenes füllt grell die Leinwand aus. Ned zoomt es heran, bis das ganze Mädchen zu sehen ist. Eine Chinesin. Sie hat die Beine weit gespreizt. Dazwischen ein feucht schimmerndes, fleischiges Durcheinander. Das ist sie, sagt Bethany gleichgültig. Sie scheint das Interesse verloren zu haben. Ned schaltet den Projektor aus und der Raum taucht wieder ins Dämmerlicht. Als er spricht, klingt seine Stimme bedrückt. Es ist Buried Hope Alpha. Mein Gott, sagt Christine Jonsdottir. Die steht in der Nordsee. Hundert Kilometer vor der norwegischen Küste. Norwegen, wiederholt Harish Modak. Er atmet schweigend ein und aus. Ich denke an Berge, an Kreuzfahrten in Fjorden. Buried Hope Alpha gehört Traxorak, erklärt Ned. Sein Gesicht hat jegliche Farbe verloren und die dunklen Bartstoppeln zeichnen sich scharf von der Haut ab. Er wirkt gequält. Mir kommt der Gedanke, dass er sich ebenso einsam fühlt wie ich. Kannst du die genauen Koordinaten bekommen? Fragt Fraser Melville. Christine Jonsdottir beißt sich auf die Lippen. Nach einem Fehlversuch erscheint eine geologische Karte auf der Leinwand. Ein Gewirr dünner, konzentrischer Kreise, durch die Längen und Breiten gerade verlaufen. Ein kleiner roter Punkt zeigt wohl die Position der Bohrinsel an. Bethany gähnt demonstrativ. Frustriert, weil sie nicht länger im Mittelpunkt steht. Verstehe, das ist nicht gut, sagt Harish Modak. Er scheint jetzt so betroffen wie alle anderen. Ich hab's doch gesagt, bemerkt Bethany leicht hin. Wir schauen sie an. Ich hab immer gesagt, dass es in der Nähe passiert. Dass wir alle ertrinken. Das hab ich die ganze Zeit gesagt. Aber keiner hat mir zugehört. So geht das schon mein ganzes beschissenes Leben lang. Könnte mir das bitte jemand erklären? Erkundige ich mich. Fraser Melville nimmt die Hände von seinem erschöpften Gesicht. Hast du schon mal von der Stureger-Rutschungsmasse gehört? Ich schüttle den Kopf, kann ihn noch immer nicht ansehen. Dabei handelt es sich um eine massive Ansammlung von Sand und Geröll vor dem Kontinentalschelf, die sich auf einer Breite von 800 Kilometern von Norwegen bis Grönland erstreckt. Das Ergebnis der größten Submarinen-Rutschung, von der wir wissen. Sie ereignete sich vor etwa 8000 Jahren und löste einen gewaltigen Tsunami aus, der die britischen Inseln größtenteils überflutete. Und diese Bohrinsel steht an der Kante der Stureger-Rutschung. Dann kann er nicht weitersprechen. Harry Schmodak räuspert sich und nimmt den Faden wieder auf. Miss Fox, wie es scheint, sehen wir uns der interessanten Möglichkeit einer Katastrophe gegenüber, die einen lokalen Ursprung hat. Ein gewaltiger unterseeischer Abbruch irgendwo in der Stureger-Region wird einen Tsunami auslösen, der das gesamte Gebiet vernichtet. Die norwegische Küste liegt am nächsten, aber das Sedimentpaket wird das Wasser zunächst in die andere Richtung drängen, nach Westen. Damit würde ihr Land als erstes getroffen. Durch die Flussmündungen und den Trichter der deutschen Bucht wird der Tsunami noch verstärkt. Die Stille klafft wie ein Riss, als hätten die Luftmoleküle eine neue Form angenommen und jedes Geräusch aufgesogen. Als nächstes werden Norwegen und Dänemark getroffen, dann das übrige Nordeuropa. Der Tsunami wird sicherlich Island erreichen und, falls er groß genug ist, auch die Vereinigten Staaten. Und das Datum? fragt Fraser Melville. Sein Atem geht stoßweise. Bethany, bist du dir immer noch sicher wegen des Datums? Das Kommen des Drachen und des falschen Propheten. Die Schlacht von Armageddon. Gluckst Bethany und zieht die Schale einer Litschi ab. Bethany, sage ich mit zugeschnürter Kehle. Du hast vom 12. Oktober gesprochen. Sie wühlt in den Falten des karierten Bademantels nach einem heruntergefallenen Stückchen Schale. Ach ja, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht auch früher. Gibt ein Gewitter. Danach passiert es. Aber diese Sache ist anders als alles andere. Sie hat die Schale gefunden und schnippt sie durch den Raum, bevor sie sich wieder der Frucht widmet. Miss Crawl hat schon öfter Recht gehabt, sagt Hare Schmodak und schaut Bethany durchdringend an. Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie auch diesmal Recht hat. Das wissen Sie ganz genau, murmelt Bethany und hält die perlweiße Litschi ans Licht. Die Dinger sehen aus wie Augehäpfel. Eine Zeit lang herrscht nachdenkliche Stille, nur unterbrochen von Bethany's tonlosem Summen. Dann endlich sagt Christine. Harisch, heute ist der Zehnte. Sie müssen uns helfen. Er dreht sich zu ihr um, als hätte er Schmerzen. Ich muss. Müssen ist ein interessantes Wort. Es stimmt mich immer misstrauisch. Bethany hört gespannt zu. Christine geht in die Luft. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie den ganzen Weg... Meine liebe Christine, Sie kennen mich doch. Daher wissen Sie auch, welche Frage ich stellen werde. Die gleiche Frage, die ich mein halbes Leben lang gestellt habe. Was ist der Sinn? Christine schaut Fraser Melville entmutigt an, dann mich. Harisch lächelt. Bethany nickt lebhaft, als wollte sie ihn antreiben. Was ist der Sinn, wenn die Welt, die nach dieser Katastrophe zurückbleibt, nicht wiederzuerkennen ist. Schon mal was von moralischer Verpflichtung gehört? Nett spricht ruhig, wirkt aber gewaltbereit. Schon mal was von unterlassener Hilfeleistung gehört? Er springt auf und läuft im Zimmer hin und her, wobei er sich über die Bartstoppeln streicht. Ich persönlich würde es immer vorziehen, meine Optionen zu kennen, sagt Fraser Melville. Dann könnte ich meine eigene Entscheidung treffen. Wir haben nicht das Recht, anderen dies zu verweigern. Harisch Modak wirkt nicht sonderlich beeindruckt. Ich bin froh, so alt zu sein, seufzt er. Jung sein wäre schrecklich. Es ist wirklich die letzte Scheiße, pflichtet Bethany ihm bei, steckt sich einen Finger ins Ohr und legt den Kopf in den Nacken, als enthielte er eine Flüssigkeit, die sie nicht verschütten will. Harisch, sage ich. Er dreht sich zu mir um und runzelt die Stirn. Meine liebe Miss Fox. Wie immer auch die Zukunft für die meisten Menschen aussehen mag, für mich wird sie besonders schwer. Und doch will ich nicht sterben. Ich will leben. Ich klinge entschlossener, als ich mich fühle. Ich wende mich an Christine. Sie haben Mera gut gekannt. Was, glauben Sie, würde sie jetzt sagen? Modak wirkt betroffen, als der Name seiner Frau fällt. Gut so. Falls dies verbotenes Terrain ist, ist es der richtige Schritt. Das kann ich Ihnen sagen, Gabriel. Sie spricht zu mir, doch eigentlich sind die Worte für ihn gedacht. Sie würde sich schämen, ihren Mann so reden zu hören. Modaks Gesicht ist angespannt, und er stößt einen Laut der Verärgerung aus. Sie hat die Welt nicht so gesehen wie Harisch. Das hat sie nie. Sie hat zu viel für ihn geopfert. Er schließt die Augen, will sie ausblenden, doch sie hört nicht auf. Sie wollte Kinder, aber sie waren nicht einverstanden, oder? Sie hätte den Kummer in Kauf genommen, um dafür eine Zukunft zu haben. Wenn sie jetzt hier wäre, würde sie Ihnen Folgendes sagen. Selbst, wenn es das Allerletzte ist, was du tust. Christine verstummt und schaut weg, kann vor Wut nicht weitersprechen. Hierin bin ich mit Professor M. Einer Meinung, sagt Bethany grinsend. Die Welt ist scheiße. Die Menschen sind scheiße. Wir haben es nicht verdient zu leben. Keiner von uns. Sollen doch andere den Planeten übernehmen. Irgendwelche Skorpione oder was auch immer. Giftpilze, Jähnen oder diese Krabbeltiere, die im Dunkeln leuchten. Was soll's, wenn ein Haufen Idioten weggespült wird? Das habe ich nicht gesagt, Miss Crawl. Er steht auf und ballt die Fäuste. Sie drehen mir die Worte im Mund herum. Ach, wie denn? In jeder nur erdenklichen Hinsicht. Sie sind also nicht meiner Meinung? Das gegenwärtige Universum hat zahllose Tode und Wiedergeburten durchlaufen. Ich ergreife seine Faust, ziehe ihn neben mich und zwinge ihn, mich anzusehen. Er soll meinen Zorn erkennen. Was immer Sie über den großen Zyklus und Gaia und die Nichtigkeit unserer Spezies denken, ist irrelevant, Harisch. Es geht nur um die Menschen, die jetzt leben und sterben werden, wenn sie uns nicht helfen, sie zu warnen. Er will seine Hand wegziehen, doch ich halte ihn fest. Sehen Sie mich an! Nach Istanbul bin ich mir wie eine Mörderin vorgekommen, genau wie Fraser. Wenn wir jetzt nicht handeln, sind wir nicht besser als jeder Kriegsverbrecher in Den Haag. Vor allem Sie nicht, da Sie die Macht haben, etwas zu unternehmen. Er steht auf. Alle schauen ihn an. Er seufzt. Dann lässt er sich wieder auf den Stuhl plumpsen, als hätte ihn der Konflikt ausgelaugt. Die Firma Traxorak hat ihren Stolz. Sie wird um ihr Image besorgt sein und ihr Gesicht wahren wollen, denke ich laut. Niemand gesteht gern ein, dass er Mist gebaut hat, sagt Ned. Das gilt auch für Konzerne und Regierungen. Unsere Aufgabe ist es, möglichst viele Menschen auf möglichst effiziente und überzeugende Weise zu warnen, ob Traxorak die Gefahr nun eingesteht oder nicht, ob uns die Behörden zuhören oder nicht, sagt Christine Jonsdottir. Wenn ich Sie nicht hassen würde, hätte ich Sie gern. Und ich hasse Sie dafür, dass ich Sie nicht gern haben kann. Ich wette, wenn Sie begreifen, werden Sie es zuerst vertuschen wollen und dann nach einem Sündenbock suchen, statt die Sache in Angriff zu nehmen. Wenn sich ein horizontaler Riss gebildet hat und sich dort, wo Sie gebohrt haben, das Sedimentpaket lockert, muss es irgendwo einen Beweis geben, sagt Fraser Melville und nimmt einen Schluck Whisky. Ja, ein einziger Beweis würde schon reichen, sagt Christine. Aber er müsste unwiderlegbar sein. Falls die Entwicklungen irgendwo sichtbar werden, dann in den jüngsten seismischen Aufzeichnungen der Firma. Wenn man sie mit Älteren vergleicht und eine Diskrepanz feststellt, heißt das, es hat Bewegungen gegeben. Das wäre ein Beweis. Harrisch, sagt Ned Schroff und schaut von seinen Notizen auf. Auch da brauchen wir ihren Einfluss. Sobald wir die Aufzeichnungen haben, geben wir eine Pressekonferenz und präsentieren die Fakten. Dann können die Leute selbst entscheiden. Das sind wir Ihnen schuldig. Danach sollten wir ganz schnell einen sicheren Ort aufsuchen. Wer ist wir? will Bethany wissen. Es wird still im Raum. Scheiße! Ich habe gefragt, wer ist wir? Sie versucht, mühsam aufzustehen, aber es ist noch zu früh. Sie ist zu schwach. Sie schwankt, droht umzukippen. Jetzt hört mir mal gut zu, ihr Klugscheißer! Sie umklammert die Sofalehne und richtet sich auf. Ich habe gesehen, dass es passiert. Also kommt bloß nicht auf die Idee, mich zu diesen Wichsern nach Oxsmith zu bringen oder nach Kidup Manor. Ihr wisst, was dort passieren wird. Keiner sagt etwas. Nett rutscht unbehaglich hin und her. Und? fragt sie anklagend. Professor M., Nett, Fraser, Christine, Roller! Wollt ihr mich alle fallen lassen, nachdem ihr bekommen habt, was ihr wolltet? Ihre Augen verdrehen sich leicht. Fraser Melville bemerkt es und zieht sie energisch aufs Sofa. Wollt ihr mich im Klo runterspülen, ihr Arschlöcher? Ist das euer Plan? Seht aus, als wären wir ein Team. Setzt Nett zögernd an. Aber er kommt nicht weit. Er ist eher Pragmatiker als Diplomat und denkt das Naheliegende. Sie ist eine tickende Zeitbombe. Eine Gefahr für sich und andere. Ein verrücktes Mädchen. Ein Klotz am Bein. Sie wird von der Polizei gesucht. Auf gar keinen Fall kann man sie einbeziehen. Als ich mich zu den anderen umdrehe, breitet sich Schmerz in meinen Schultern aus. Ich setze mich anders hin und richte mich gerade auf. Auch das ist eine moralische Entscheidung. Die graue Eminenz seufzt. Die anderen wirken verlegen. Modak sagt, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, Professor M., knurrt Bethany. Tränen der Wut laufen ihr übers Gesicht. Und Sie sind ja angeblich ein Experte dafür. Daher haben Sie doch diesen Ruf, oder? Ich hab Sie gegrugelt. Harisch Modak schließt die Augen und atmet ruhig aus. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man aufgrund meiner Position einen derartigen Druck auf mich ausüben würde, murmelt er. Aber man muss wohl konsequent sein, nehme ich an. Ich atme aus. Eine so große Erleichterung hatte ich nicht erwartet. Er öffnet die Augen und mustert mich. Was Ihre Rolle in dieser Sache angeht, Miss Fox. Ich zucke mit den Schultern. Man hört nicht auf, seine Arbeit zu machen, nur weil man gefeuert wurde. Und ich mache hier meine Arbeit. Nett macht eine Bewegung, sagt aber nichts. Ich denke, ich mache meine Arbeit, weil Bethany meine Arbeit ist. Und Bethany ist alles, was mir geblieben ist. Nachdem sie ihre Freiheit durchgesetzt hat, verschwindet die menschliche Handgranate im Nebenraum, um fernzusehen, während sich die anderen unter Netzleitung in eine intensive technische Diskussion stürzen. Erste Priorität sei, so sagt er, an die seismischen Daten von Traxorak zu gelangen. Die zweite, dafür zu sorgen, dass die Warnung auf der Pressekonferenz die größtmögliche Öffentlichkeit erreicht. Ich kann verstehen, weshalb Fraser Melville ihn ins Boot geholt hat. Er ist ein strategisches Genie. Eines hat er allerdings nicht bedacht. Während Harish Modak ihn mit einer Frage über die Tonnage von Burry Tope Alpha unterbricht und Fraser Melville und Christine Jonstottier nach ihren Notizblöcken greifen, verlasse ich unbemerkt den Raum und rolle durch den Flur. Die Küche des Bauernhauses ist riesengroß und düster, mit niedrigen Deckenbalken und einem dunklen, glänzend polierten Eichentisch. Darauf steht ein aufgeklappter Laptop. Ich lese die Online-Nachrichten. Wie erwartet ist die Geschichte, mit der ich seit Kavanaghs Anruf gerechnet habe, eine der großen Schlagzeilen. Entführter Teenager Behinderte Therapeutin unter Verdacht. Ich werde rot vor Wut, als ich das Wort behindert lese. Beim weiteren Lesen vertieft sich die Röte. Die Suche nach dem Teenager, der am Mittwoch aus einem Krankenhaus entführt wurde, hat sich nach dem Verschwinden ihrer ehemaligen Therapeutin Gabrielle Fox intensiviert. Neben dem Physiker Dr. Fraser Melville gilt sie nun als eine der Hauptverdächtigen. Das Foto ist wenig schmeichelhaft und wurde zweifellos ausgewählt, um die Story zu dramatisieren. Ich sehe darauf ziemlich rachsüchtig aus. Das Bild des Physikers ist kleiner, eine unpersönliche Schwarz-Weiß-Aufnahme. Der Artikel auf BBC Online, der uns zu meiner großen Verlegenheit als Paar bezeichnet, fährt mit einem Zitat von Leonard Crawford. Dieser verlangt die umgehende Freilassung seiner Tochter, um ihre eigene und die Sicherheit anderer nicht zu gefährden. Es folgen Erklärungen von Detective Kavanaugh und einer Sprecherin von Oxsmith und ein defensiver Kommentar des Krankenhausdirektors. Joy McConney kommt erst am Ende des Artikels zu Wort. Ich glaube, ihre Entführer haben eines nicht verstanden. Bethany ist geschädigt, gefährlich und sehr wütend. Ich stelle mir ihre homöopathisch blassen Augen vor. Sie hat schon einmal getötet. Sie ist durchaus fähig, wiederzutöten. Wer immer ihr Unterschlupf gewährt, sollte wissen, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen, solange sie nicht sicher untergebracht ist. Man kann Bethany am besten helfen, indem man sie in professionelle Obhut gibt. Ich nehme an, dass die BBC wie auch die großen Nachrichtenagenturen das Interview nicht in ganzer Länge zeigen, weil sie einen Ruf zu verlieren haben. Das übrige Internet ist jedoch frei von solchen Skrupeln. Nach wenigen Klicks habe ich ein Video von Joy McConey gefunden, einen Auszug aus einem längeren Interview. Ich stelle den Ton lauter und drücke Play. Als Bethany Kroll Insassin in Ocksmith war, sah sie verschiedene Katastrophen voraus, die sich exakt an den vorausgesagten Daten ereigneten. Meine größte Sorge besteht nicht darin, dass Bethany Kroll solche Ereignisse voraussagen kann. Nein, es geht darum, dass sie sie auf irgendeine Weise verursachen kann. Das sage ich nicht leicht hin. Ich habe am eigenen Leib erfahren, welche Kräfte in ihr stecken. Als ich vor zwei Monaten an Krebs erkrankte, ich halte den Klipp an und eile zurück ins Wohnzimmer. Gut, dann müssen wir den Plan ändern, sagt Ned, als ich die Neuigkeiten überbracht habe. Er und die anderen haben mir mit offenkundiger Sorge zugehört. Dass Bethany bleibt, wird aber nicht in Frage gestellt. Gabriel, Sie und Fraser werden nicht mit nach London kommen, sondern mit Bethany hier warten. Wir können nicht riskieren, dass man sie entdeckt. Nach der Pressekonferenz holen wir sie mit dem Hubschrauber ab. Er klappt sein Handy auf und wählt eine Nummer. Ich werde allerdings für den Notfall einen alternativen Transport organisieren. Er sieht auf die Uhr, wobei er das Handy zwischen Wange und Schulter klemmt. Christine Harisch, wir müssen innerhalb der nächsten Stunden aufbrechen. Hi Jerry, Ned Rappaport. Noch einen Wagen nicht nachzuverfolgen. Ja, heute. Ich schaue zu Fraser Melville, dem Mann, der mir eine neue Welt eröffnet und sie gleich wieder zerstört hat. Falls sein missmutiger Gesichtsausdruck etwas mit der Aussicht zu tun hat, mit mir und Bethany hier zu bleiben, statt mit seiner Geliebten und den anderen nach London zu fahren und die Welt vor der heraufziehenden Katastrophe zu warnen, teile ich seinen Verdruss. Die anderen sind gefahren. Es ist schon spät. Fraser Melville hat für uns drei eine Fertigmahlzeit von Marks und Spencer zubereitet, die wir an dem Eichentisch in der Küche größtenteils schweigend zu uns nehmen. Das Essen bleibt mir im Hals stecken. Selbst Bethany wirkt bedrückt. Ich schlafe auf dem Sofa im Wohnzimmer, sage ich, nachdem Bethany mit der Ankündigung ins Bett zu gehen die Küche verlassen hat. Wir müssen reden, sagt der Physiker. Es gibt nichts zu reden. Als er eine Viertelstunde später zurückkommt, habe ich mich mit einer Decke auf dem Sofa ausgestreckt. Feigling, der ich bin, stelle ich mich schlafend, weil ich ihm nicht in die Augen sehen kann. Er küsst mich auf die Stirn, worauf eine Welle von Traurigkeit über mir zusammenschlägt. Er flüstert, ich weiß, dass du wach bist, Gabriel. Bitte, sei nicht mehr wütend. Du musst mir verzeihen. Wir müssen wieder miteinander reden. Warum tust du, als würdest du mich hassen? Weil ich dich hasse. Er sieht verblüfft aus, wie geohrfeigt. Verwirrt, dann entsetzt. Aber warum? Was habe ich getan? Das weißt du ganz gut. Ich habe überhaupt nichts getan. Natürlich nicht. Und das soll ich dir glauben? Wo ich dich doch mit ihr gesehen habe? Wann hast du mich mit wem gesehen? Mit Christine. Christine? Bei dir zu Hause, abends. Du hast die Jalousien zugemacht. Und am nächsten Tag hast du gelogen und behauptet, du seist im Büro gewesen. Ja, Christine war bei mir zu Hause. Ich habe ihr Bethanies Zeichnungen gezeigt und wir haben geredet. Das war alles. Ich habe dir nichts davon erzählt, weil wir wussten, dass wir Bethany entführen müssen. Ich wollte dich nicht mit hineinziehen. Wie konntest du glauben? Ich wollte zu dir und sie war da und da habe ich natürlich gedacht. Das ist überhaupt nicht natürlich. Wenn man so ist wie ich schon. Und Bethany hat gesagt. Aber ich kann es nicht aussprechen. Tränen und Zorn kommen mir in die Quere. Bethany? Sag bloß, du glaubst ihr, schreit er. Wir glauben ihr beide, darum sind wir doch hier, oder? Aber du hast ihr geglaubt, was mich und Christine angeht. Was haben wir denn angeblich gemacht? Eine Affäre gehabt? Wie konntest du nur? Sein Zorn ist echt. Wie konntest du mich nur so beleidigen? Dann sag, dass es nicht wahr ist, brülle ich. Na los, sag schon. Hör auf! Hör auf! Sieh mich an! Ich liebe dich. Merkst du das denn nicht, Gabriel? Ich liebe dich. Er packt mich an den Schultern und schüttelt mich. Ich will mich befreien, aber er lässt nicht los. Wir umklammern einander. Ich kämpfe gegen ihn, obwohl ich die Wahrheit spüre und mich schämen sollte, doch mein Zorn führt ein Eigenleben, ist unaufhaltsam, hat mich fest im Griff, tobt in mir, bis ich endlich in Tränen ausbreche und schlaff werde und er mich hochhebt und mein Haar küsst und mein Gesicht und meinen Hals. Er liebt mich. Fraser Melville hat das Feuer im Kamin entzündet und wir beobachten, wie die Flammen Schatten über Wände und Decke tanzen lassen. Dann und wann knackt ein Scheit oder die dunkle Rinde platzt auf und setzt zischend ihren Saft frei. Ich könnte ewig hinschauen. Ein niedriges Selbstwertgefühl kann furchtbaren Schaden anrichten, sage ich. Ich hätte nie geglaubt, dass ausgerechnet du da unterleidest, sagt er traurig. Der grüne Fleck in seinem Auge funkelt und mir wird klar, wie sehr ich das alles vermisst habe, den Fleck und ihn. Fraser Melville legt Holz nach, als das Telefon klingelt. Ich gehe ran. Es ist Christine. Falls sie überrascht ist, wie herzlich ich sie begrüße, lässt sie es sich nicht anmerken. Sie spricht hastig und aufgeregt. Harisch hat seine Beziehungen spielen lassen und die seismischen Aufzeichnungen von Buried Hope besorgt. Die arbeiten mit ein paar Geophysikern zusammen, die für sie regelmäßig die Daten ermitteln. Ich habe sie zwei anderen Experten gezeigt. Sie bestätigen, was Bethany sagt. Unter dem Hydratfeld verläuft ein horizontaler Riss, der zu einem riesigen Ausbruch von Methangas führen kann. Wir wissen nicht, wann er entstanden ist, aber er erscheint seit September in den Aufzeichnungen. Das heißt, er besteht schon eine Weile. Die Firma muss darüber Bescheid wissen. Also können Sie jetzt die Pressekonferenz ankündigen? Ja, wir machen viel Werbung dafür. Schauen Sie die Nachrichten. Die Wettervorhersage spricht übrigens von Gewittern. Sie werden heute Nachmittag über das nördliche Großbritannien nach Süden ziehen. Können Sie mir bitte Fraser geben? Interessant, wie leicht mir das fällt, seit ich weiß, dass sie nicht meine Rivalin war und es auch nie sein wird. Ich gebe ihm das Telefon und die beiden vertiefen sich in eine technische Diskussion über die Grafiken, die soeben auf dem Bildschirm seines Laptops erschienen sind. Während sie miteinander sprechen, ziehe ich meinen Rollstuhl heran und setze mich hinein. Als Fraser Melville sein Telefonat beendet hat, sage ich, Ich sollte mit Bethany sprechen. Allein. Ganz sicher? Es muss sein. Ich mache Tee und hole sie runter. Zehn Minuten später sitzt mir Bethany in dem karierten Riesenbademantel auf dem Sofa gegenüber. Harry Schmodack nennt mich Miss Crawl. Und, das gefällt dir? Sie nickt. In diesem Fall darfst du mich auch Gabrielle statt Roller nennen. Einverstanden? Miss Crawl? Sie kneift die Augen zu und denkt nach, sagt aber nichts. Fraser Melville kommt mit zwei Tassen Tee herein und stellt sie zwischen uns auf den Tisch. Lapsang Souchong. Ich lasse euch jetzt allein. Er schließt leise die Tür hinter sich. Stille. Dann sagt Bethany, Das hat sie auch getan. Wer hat was getan? Meine Mom. Sie hat mir Tee gebracht. Sofort schrillen bei mir die Alarmglocken. Ich habe ihre Stimmung falsch eingeschätzt. Zum ersten Mal hat sie von sich aus ihre Mutter erwähnt. Gleich passiert was. Sie hat dir Tee gebracht. Aber was für ein Mensch war sie? Sie zuckt mit den Achseln und schaut weg. Etwas ist zwischen euch schiefgelaufen. Wie war das an jenem Abend? Weiß nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Man kann Sachen vergessen. Manchmal muss man vergessen, weil man Dinge so leichter ertragen kann. Dass man sich tot fühlt, zum Beispiel. Aber die EKT kann Erinnerungen an die Oberfläche holen. Vielleicht ist das bei dir geschehen. Die Dosis war sehr stark. Sie streckt den Arm aus, vergräbt die Finger im Teppich, krallt sich hinein. Ich denke an das Foto der Crawls. Der gut aussehende Vater, das Mädchen mit dem breiten Lächeln und der Zahnspange, die Mutter, eine blutleere, kraftlose Maus. Als sie spricht, ist ihre Stimme kaum zu hören, schwebt auf ihrem Atem dahin. Ich war ihnen nie gut genug. In welcher Hinsicht? Selbst als ich an Gott, die Bibel, die Genesis, den ganzen Laufen Scheiße geglaubt habe, war ich ihnen nicht gut genug. Also habe ich versucht, schlecht zu sein. Mit Sex? Ich erinnere mich an die polizeilichen Unterlagen. Ein Junge in der Schule. Aber da ist noch mehr, etwas Größeres und Fundamentaleres. Haben Sie, haben Sie jemals versucht, ein Buch zu verbrennen? Nein. Wie geht das? Man, man muss zuerst Terpentinersatz draufschütten. Und warum sollte man ein Buch verbrennen? Weil es voller Scheiße ist, von Anfang an. Sie schaut auf die frischen Verbände, die Fraser Melville angelegt hat, nachdem er ihre Hände desinfiziert hat. Der Anfang ist die Genesis und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Ist wunderschön, wunderschöne Scheiße. Aber sie erwarten, dass man es immer noch glaubt, selbst wenn man weiß, wenn man weiß. Sie hält inne. Sie starrt aus dem Fenster auf das Windrad, das seinen Kreis beschreibt, auf den schräg fliegenden Vogelschwarm in der Ferne. In den Süden fliegen, oder nicht? Die Entscheidung fällt ihnen immer schwerer. Wie klein Bethany in diesem blöden, karierten Bademantel aussieht, er verschluckt sie förmlich. Ich taste unter meinem Sitz nach dem Donnerei und halte es ihr hin. Es ist Millionen Jahre alt. Aus der Zeit, vor den Menschen, vor den Dinosauriern. Was passiert mit jemandem, der eine Bibel verbrennt, weil er glaubt, die Genesis sei voller Scheiße? Sie nimmt das Donnerei und umfängt es mit ihren verbundenen Händen. Der Urknall. Das klingt eher nach einem Anfang als nach einem Ende. Erst beides. Was passiert während des Urknalls mit Bethany? Es bricht wie eine Sturzflut aus ihr hervor und trifft mich völlig unerwartet. Sie wird an die Treppe gefesselt. Sie versuchen, ihr den Teufel auszutreiben und dann kleben sie ihr den Mund zu, damit der Teufel in ihr sie nicht verfluchen kann und sie schütteln sie. Aber der Teufel will nicht herauskommen, also fesseln sie sie und am nächsten Morgen ist der Teufel immer noch da und dann schütteln sie sie noch mehr und so geht es drei Tage lang und sie lassen sie nicht essen oder schlafen und sie ist die ganze Zeit gefesselt und der Teufel will nicht herauskommen. Sie hält abrupt inne und dreht das Donnerei in den Händen. Das Ticken der Standuhr dringt in mein Bewusstsein. Der Himmel, der sich zu einem fleckigen Grau verdunkelt hat, das Vogelgezwitscher und der Geschmack von Whisky in meinem Mund. Ich sage, an dem Abend war dein Vater weg, du warst mit deiner Mutter allein. Ich hatte eine Hand frei bekommen, doch als ich die andere los habe, kommt sie aus der Küche und fängt an zu brüllen. Ich renne zur Tür, schaffe es aber nicht. Mir ist schwindelig. Sie hält mich fest und fängt wieder mit dem Teufel an und sie will einfach nicht aufhören und sie versperrt mir die Tür, lässt mich nicht vorbei und dann packt sie mich an den Haaren und fängt an, mich zu schütteln und schreit, dass ich eine undankbare, böse Missgeburt bin und warum ich nicht einfach sterbe. Ich liege zusammengekrümmt auf dem Boden, dann ist da plötzlich der Schraubenzieher, als hätte er darauf gewartet, dass eine von uns ihn benutzt, als hätte Gott ihn dorthin gelegt. Ich nicke. Erzähl weiter. Also packe ich ihn und ramme ihn in sie hinein. Ich versuche, mir das nicht vorzustellen, vergeblich, in ihre Kehle. Aber sie hört nicht auf, sie lässt mich einfach nicht los. Also ramme ich ihn nochmal in sie hinein. Als sie hinfällt, geht es leichter. Ich halte sie einfach fest und stoße ihn immer wieder in sie hinein. Überall. Es tut so verdammt gut. Ihr Gesicht hat Farbe bekommen, als hätte die Erinnerung ein Feuer entfacht. Dann wird es ebenso schnell wieder bleich und sie schaut auf ihre Hände. Eine lange Stille, wie ein Gähnen, das zwischen uns im Raum hängt. Ein Vogel schreit. Dann wendet sie sich zu mir. Der Schmerz leuchtet aus ihren Augen. Ich rolle näher an sie heran. Es war die Aufgabe deiner Mutter, dich zu beschützen. Dazu sind Eltern da. Was sie mit dir gemacht haben, war falsch. Wenn dir jemand etwas Ungeheuerliches angetan hat, ist es nur verständlich, dass sich für dich die Regeln geändert haben. Mein Herz hämmert. Wenn Karen Kroll hier vor mir stünde, würde auch ich sie vielleicht töten wollen. Genau das ist passiert, sagt sie. Die Regeln haben sich geändert. Sie sinkt zurück aufs Sofa. Zeit und Gedanken gerinnen in mir, verhärten sich wie ein Gipsverband. Ihr Gesicht ist nass. Ich tupfe es mit einem Taschentuch ab. Sie zuckt zusammen, lässt es aber geschehen. Gabriel. Sie flüstert, als würde uns jemand belauschen. Ich habe uns gesehen. Ich habe sie und mich gesehen. Wo hast du uns gesehen? Oben am Himmel. Ich warte ab. Aber wir sind auseinandergegangen. Wohin denn? Nach dem Donner sind wir zum goldenen Kreis gegangen. Dann waren wir hoch oben in der Luft. Aber sie sind an einen Ort gegangen und ich an einen anderen. Sieh mich an, Bethany. Sie schaut langsam hoch und unsere Blicke begegnen sich. Ihre Augen glitzern. Bethany, wir werden nicht auseinander gehen. Ich lasse dich nicht allein. Sie schüttet langsam den Kopf, als wäre er unendlich schwer. So funktioniert es nicht. Aber ich wollte Ihnen sagen, dass es in Ordnung ist. Sie dürfen sich keine Vorwürfe machen. Worüber? Sie scheint durch mich hindurch zu blicken, auf etwas hinter meinem Kopf. Darüber, wie es zu Ende geht. Wie betäubt komme ich in die Küche. Ich habe eben mit Ned gesprochen, sagt Fraser Melville und blickt von seinem Laptop auf. Ich habe Bethany auf dem Sofa zurückgelassen, wo sie katatonisch die Wand anstarrt. Wie ist es mit Bethany gelaufen? Nachdem ich eine kurze Zusammenfassung geliefert habe, seufzt er tief. Oh mein Gott, das arme Kind. Kein Wunder, dass sie völlig verkorkst ist. Was gibt's Neues aus London? Die seismischen Daten wurden im Internet veröffentlicht. Die gute Nachricht ist, dass einige prominente Wissenschaftler zu uns stoßen. schlechte Neuigkeit ist, dass sie sonst überall gegen Wände rennen. Niemand will es wahrhaben. Allerdings verbreitet sich das Gerücht im Internet und die Daten sind für alle einsehbar. Nett sagt übrigens, wir sollten uns die Nachrichten anschauen. Ich schalte den Fernseher ein und suche BBC World. Ein weiteres gescheitertes Attentat auf den iranischen Präsidenten. Drei Leibwächter sind dabei umgekommen. Man zeigt einen blutbefleckten Gehweg. Weitere Hungere wollten in Südamerika. Doch es ist die dritte und weitaus bizarrste Schlagzeile, die unsere Aufmerksamkeit erregt. Es geht um Graffiti in Grönland. Riesige Graffiti. Ein Sammelsurium von Zahlen und Buchstaben. Etwas wie einen Code. Er zieht sich 50 Kilometer weit über die Eiskappe, weit weg von jeglicher menschlichen Behausung. Und er leuchtet im Dunkeln. Fraser Melvils Gesicht verzieht sich zu einem Grinsen. Ein Satellitenfoto wird gezeigt. Blassblaue, kaum leserliche Zahlen und Buchstaben, scheinbar sinnlos in die nachtdunkle Landschaft geätzt. Laut Nachrichtensprecher ist jede Zahl mindestens zehn Kilometer breit und hoch. Ich kann die drei erkennen und die Buchstaben E und B, dazu eine Art Bindestrich und ein N. Draußen in der Dunkelheit auf dem grönländischen Eis hat jemand eine monströse Selbstverwirklichung betrieben. Oder nett muss dem örtlichen Kamerateam einen Tipp gegeben haben, sagt Fraser Melville leise. Sieh nur. Das Licht der Kamera umgibt den Kopf des grönländischen Reporters mit einer Art Heiligenschein. Die Buchstaben auf dem Eis sind so groß, dass man sie nur vom Satelliten aus erkennen kann, sagt er bibbernd, während hinter ihm das Nordlicht schimmert. Die Aufnahmen beweisen, dass sie gestern noch nicht da waren. Man nennt es jetzt schon den größten PR-Gag aller Zeiten. Ich stehe hier übrigens auf dem Abstrich der Zahl 4. Diese Linie erstreckt sich bis zum Horizont, soweit das Auge reicht. Es folgt eine Schaltung zu einem gestresst wirkenden Mann im Kennedy Space Center. Jemand hat angerufen. Er hat seinen Namen nicht genannt, wir sollten aber mal einen näheren Blick auf Grönland werfen. Dann gab er die Koordinaten durch und hängte ein. Wir haben die Gegend herangeholt und einige schwach leuchtende Spuren entdeckt. Wir haben sie schärfer gestellt und erkannt, dass es sich um eine Botschaft handelt. Jetzt kommen weitere Satelliten bilder von den rätselhaften Zeichen. Die im winterlichen Dunkel liegende Eiskappe wurde als riesige Schreibtafel benutzt, sagt der Nachrichtensprecher im Studio. Wer aber ist der Lehrer und wie lautet die Lektion? Nun, hier wird das Phänomen der Geo-Graffiti wirklich interessant. Die Kamera schwenkt auf die mysteriösen Zeichen und fährt sie mit einer roten Linie nach. BH 63 N minus 0 5 Grad 24 ECH 4 Wer einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, wird erkennen, dass dies kein Code ist. Die mittleren Zahlen 63 N minus 0 5 Grad 24 E sind geografische Koordinaten, also Breitengrad und Längengrad und die letzten drei Zeichen CH4 sind das chemische Symbol für Methan. Die Koordinaten bezeichnen eine Bohrinsel namens Buried Hope Alpha, die 100 Kilometer von der norwegischen Küste entfernt liegt. Dafür dürften wohl die Buchstaben B und H stehen. Diese Bohrinsel wird von dem Energieriesen Traxorak betrieben, der dort nachgefrorene Methan bohrt. Wir werden in Kürze mit der Firma sprechen. Zuerst aber eine Stellungnahme von Greenpeace. Wir lieben zwar aufsehenerregende Aktionen, aber diese ist nicht von uns, sagt die Sprecherin mit leisem Bedauern. Ich vermute, dass die Botschaft von Umweltschützern stammt und die Bohrinsel dringend überprüft werden muss. Methanhydrat ist äußerst flüchtig und falls sich jemand entschlossen hat, die Welt auf die Gefahren der Förderung hinzuweisen, wären wir nur allzu froh. Bingo, flüstert Bethany heiser. Sie steht in der Tür, eingewickelt in eine Daunendecke, das Gesicht gerötet, als wäre sie aus einem Albtraum erwacht. Sehen Sie, sie deutet auf dem Bildschirm, das ist unsere Insel, die mit der Möse im Kran. Fraser Melville zieht ihr einen Stuhl heran und sie plumpst schwer darauf. Dann verschränkt sie die verbundenen Arme vor der Brust und starrt auf den Fernseher. Menschlicher Wagemut in einer feindseligen Natur kann ein erhebender Anblick sein. Aus der Luft sieht Buried Hope Alpha aus wie ein ehrgeiziges Projekt, dessen Technik den Menschen dienen soll und so war es einst auch gedacht. Traxorak hat absolut nichts zu verbergen, erklärt der Leiter der Bohrinsel Lars Axelsen. Der Norweger steht auf der riesigen Plattform, auf dem Kopf einen Schutzhelm. Er wirkt verblüfft, als man ihn nach der Botschaft auf der Eiskappe fragt. Wir haben ein ferngesteuertes Fahrzeug nach unten geschickt, um die Lage beurteilen zu können, aber die ersten Berichte haben keinerlei Hinweise auf Fehler erbracht. Sicherheit hat bei uns absolute Priorität. Sollte da unten tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein, ist Sabotage nicht auszuschließen oder ein feindlicher Angriff. Angesichts der Terrordrohungen, was wären wir nur ohne Al-Qaida, fragt Fraser Melville. Axelsen runzelt die Stirn. Ich will nicht bestreiten, dass auf diesen Inseln gelegentlich Unfälle passieren. Das Risiko liegt in der Natur der Sache, aber wir haben umfangreiche Sicherheits- und Kontrollsysteme installiert, die dafür sorgen, bla bla, sagt Bethany und reckt sich theatralisch. Sie hat sich in dramatischem Tempo erholt, aber ich mache mir immer noch Sorgen um ihren Geisteszustand. Sie schlendert zum Kühlschrank und reißt die Tür auf. Während ich umschalte, schlägt Bethany sechs Eier Auf CNN erklärt ein Meeresbiologe bei der organischen Farbe handele es sich um eine Mischung aus Meerwasser und den gemahlenen Überbleibseln des phosphorizierenden Krebstiers Lucifer Gigans. Ich wechsle zu Euronews, wo eine Wetterkarte heraufziehende Stürme für Großbritannien anzeigt. Bethany schüttet eine beunruhigende Menge Salz in ihre Eiermischung und rührt darin wie eine Wilde. Unsere letzten normalen Stunden auf Erden sagt sie und schaltet den Gasherd ein. Sie nimmt mit ihren bandagierten Fingern ein Riesenstück Butter und wirft es in die Pfanne. Als es zu zischen beginnt, kippt sie die verquirlten Eier dazu. Über das Wort normal könnte man diskutieren, aber wieso Stunden? Es könnte auch früher passieren. Sie klingt hoffnungsvoll. Sie fischt zwei Nektarinen aus der Obstschüssel und jongliert mit ihnen. Der Geruch wird stärker. Ich spüre es kommen. Vielleicht passiert alles viel früher, als ich dachte. Ich kriege Kopfschmerzen. Sie wirft die Nektarinen wieder in die Schüssel, schnappt sich die Fernbedienung und seppt wild herum. Hey, die Simpsons, ruft sie. Vielleicht rumst es schon heute Nachmittag. Können sie es riechen? Ich schon, faule Eier. Ihr Gesicht wirkt düster und Es passiert überall, hier und im goldenen Kreis. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie das eines gewaltigen Windes. Das Meer gerät im Brand. Ich habe das Ende der ganzen verfluchten Geschichte gesehen. Das Omelett beginnt zu zischen. Ich habe Bethany Land gesehen, mit eigenen Augen. Das Telefon klingelt. Ich hebe ab und schalte den Lautsprecher ein. Es ist nett. Seine Stimme klingt dringlich. Gabriel, tut mir leid, aber ihr müsst sofort weg. Fraser Melville holt tief Luft und kneift sich in den Nasenrücken, als wollte er seine Gedanken auf einen Punkt konzentrieren. Sie haben die Wohnung des Anästhesisten durchsucht. Durchaus möglich, dass er ihnen erzählt hat, wo ihr seid. Nehmt den Nissan, der draußen parkt. Der Schlüssel steckt, da liegt auch ein Handy Platz und geben euch die Koordinaten durch. Er hängt ein. Ich zwinge mich, konzentriert zu denken. Wir müssen das schlimmste Verkehrschaos meiden, sage ich. Sobald die Geschichte raus ist und andere Wissenschaftler sie öffentlich unterstützen, was sie zweifellos tun werden, sobald sie die Daten gesehen haben, wird es zu einer Massenpanik kommen. Wir sollten ins Mündungsgebiet der Themse fahren. Alle anderen werden versuchen, von dort weg zu kommen. Hubschrauber brauchen viel Platz, sagt Fraser Melville. Es müsste ein Sportplatz sein oder ein Parkplatz. Der goldene Kreis, sagt Bethany und stochert in ihrem angebrannten Omelette. Von dem Geruch wird mir übel. Dort werden wir in die Luft gehoben, ich hab's gesehen. Aber wo soll das sein, fragt Fraser Melville schroff und schaltet das Gas aus. Bethany wühlt in einer Schublade nach einer Gabel. Scheiße, woher soll ich das wissen? Es ist golden, es ist ein Kreis, ein riesengroßer Kreis. Sie fängt an, sich die dampfende Eiermasse direkt aus der Pfanne in den Mund zu schaufeln. Herrgott, ich kann ein ganzes Pferd fressen. Wir brauchen eine Satellitenkarte, sage ich. Sekunden später betrachten wir auf Fraser zu Bethany. Sie lässt die Bratpanne auf den Tisch plumpsen, hockt sich auf einen Stuhl und deutet mit der beladenen Gabel auf den Bildschirm. Da, sagt sie und zeigt auf eine Gegend im Südosten Londons. Fraser Melville zoomt sie heran. Aber das ist das East End, sagt er ausdruckslos. Das ist sie. Ja, erwidert sie kauend. Das ist es, das habe ich gesehen, den goldenen Kreis. Sie wischt sich den Mund am Ärmel ab und hinterlässt eine fettige Spur. Dort werden wir in die Luft gehoben. Fraser Melville zoomt das Bild noch näher heran, bis alle Zweifel ausgeräumt sind. Vierter Teil Im dichten Verkehr in Norfolk wirken wir normal und damit unsichtbar. Ein grauer Nissan mit Hybrid Antrieb, darin eine kleine Pseudofamilie, am Steuer ein Patriarch mittleren Alters, der sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält und über eine wenig malerische Route nach London fährt. Wir könnten jedermann sein, und das ist sehr beruhigend. Was für Leute leben eigentlich in diesen Planetariersiedlungen, frage ich Fraser Melville leise. Ich habe versucht, mir einen solchen Ort vorzustellen, kann aber nur die Bilder herauf beschwören, die ich aus den Zeitschriften kenne. Geduckte Reihen solarbeheizter Öko-Unterkünfte, Windräder, Felder mit Wurzelgemüse und Hanf, Fischteiche, Weinstöcke in Gewächshäusern und verdreckte Kleinkinder in Gummistiefeln. Hinzu kommt Harisch Modags pessimistische Bewertung, was die Überlebensaussichten des Homo-Sapiens als Spezies betrifft. Ansonsten habe ich keinen Schimmer. Wie Harisch schon sagte, Bauern, Ärzte, Ingenieure, erwidert Fraser Melville, die Augen auf die Straße gerichtet. Ich beneide ihn, er kann sich immerhin mit Fahren ablenken. Die Leute, die man braucht. Physiker, Paläontologen, pessimistische alte Knacker, schwule Klimatologen, verkochste Seelenklempnerinnen, meldet sich Bethany vom Rücksitz. Und Teenager zu Fortpflanzungszwecken. Eigentlich sollte ich vermutlich heulen, tue aber das genaue Gegenteil, wenn auch ein bisschen hysterisch. Ich habe mal eine in Kanada besucht, sagt Fraser Melville. Man muss dort eine völlig neue Denkweise entwickeln. Ist es gut oder schlecht? Er zuckt mit den Schultern. Es ist das einzig Mögliche. Er wirft einen Blick aufs Navi. In zwei Stunden sind wir am Stadion. Sein Gesicht ist starr vor Konzentration. Vor einer Weile hat Nett angerufen, um uns zu sagen, dass sie uns nach der Pressekonferenz mit einem Hubschrauber in der Mitte des Stadions abholen werden. Bis dahin können wir telefonisch Kontakt aufnehmen. Wir sollen weiter auf die Nachrichten achten. Er mahnt zur Vorsicht. Sollte man Bethany mit den drohenden Ereignissen in Verbindung bringen, könnte die Sache sehr unerfreulich werden. Und was ist sie bitte jetzt? Wir sind in eine Wildnis aus billigen Häusern, Bürgerbuden und Schrottplätzen vorgedrungen, auf denen sich ausgeweidete Autowracks und kaputte Baugerüste stapeln. Ich öffne das Fenster nur ganz kurz. Bethany krächzt. Scheiße, was ist das? Und Fraser Melville hustet demonstrativ. In den fauligen Gestank mischt sich eine metallische Note. Ich mache rasch das Fenster zu und hole tief Luft, versuche den Vulkanausbruch in meinem Magen zu unterdrücken. Während die Kilometer dahingleiten, wird der Geruch zunehmend intensiver. Um elf Uhr schalten wir den winzigen Fernseher im Armaturenbrett ein und entdecken den Grund dafür. An den britischen, skandinavischen und nordeuropäischen Stränden wurden zehntausende Quallen angespült, die dort verwesen. Aufnahmen aus dem Weltraum zeigen riesige Schwärme, die sich wie unterseeische Wolken auf die Küsten zu bewegen, während andere als dunkle Linien vor den Ufern tanzen und sich zu konzentrischen Kreisen sammeln, als hätte ein wahnsinniger Riese die ganze Küste in Luftpolsterfolie gewickelt. Fraser Melvilles Hände umklammern das Steuer. Sie haben es gespürt, sagt er. Die Nachrichten melden das ungewöhnliche Verhalten von Delfinen und Vögeln, das an der gesamten britischen Küste bis zum Kanal hinunter zu beobachten ist. Auf einer Karte der gesamten Nordseeregion zeigen animierte Schaubilder, wie sich die verstörten Schwärme im Wasser und in der Luft von der norwegischen Küste hier ausbreiten. In Norwegen haben Meeresbiologen diese Phänomene bereits mit Buried Hope Alpha in Verbindung gebracht. Bethany gähnt gleichgültig und klappt ihren Mund hörbar zu. Der Umweltexperte Harish Modak, der die Verantwortung für die Geo-Graffiti von heute Morgen übernommen hat, hat für ein Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Er wird erklären, weshalb er die öffentliche Aufmerksamkeit auf Traxorax Methanförderung in der Nordsee lenken will. Ich versuche mir vorzustellen, wie Harish, Christine und Nett im Konferenzraum eines Hotels den internationalen Medien gegenübertreten. Blitzende Kameras, Blumensträuße aus Mikrofonen, die alle auf sie gerichtet sind. Und das, was danach kommt. Verkehrschaos, Straßenkämpfe, Plünderungen, das hemmungslose, brutale Drängen nach Sicherheit. Das Unwetter beginnt mit einzelnen Regentropfen auf der Windschutzscheibe und einer Welle kalter Luft. Darin der finstere organische Gestank von Enzymen, die Proteine zersetzen, von Fischinnereien, von Kelb, Schlamm und Blasentang. Zingraue Wolken rollen vom Horizont heran. Das Meer ist ruhelos und kabelig, und in der Ferne durchzuckt ein weißlich-gelber Blitz den Himmel, vor dem sich Antennen, Telegrafenstangen und die geisterhaften Skelette der Bäume abzeichnen. Sekunden später gurgelt der Donner. Wir befinden uns in einem nördlichen Vorort von Felixstow, in dem die Platanen zu arthritischen Fäusten gestutzt wurden. Wir sind noch immer über 100 Kilometer von London entfernt. Der Regen prasselt gegen die Scheibe und rinnt schräg zur Seite weg. Bethany öffnet ihr Fenster und streckt den Kopf in die gesättigte stinkende Luft, die sich wie ein Lebewesen ins Wagen Innere wälzt. Ich kann den Strom spüren, ruft sie. Dann schreit sie zum Himmel. Hey, mehr davon! Mach das Fenster zu, brüllt Fraser Melville. Schweiß rinnt ihm übers Gesicht in den Kragen. Ich schaue zu Bethany. Sie kämpft mit dem Verschluss des Sicherheitsgurts. Fahr ran, Bethany, alles in Ordnung, alles wird gut, sage ich. Aber für sie wird nichts gut. Diese Chance hat sie nie gehabt. Sie löst den Gurt und schleudert ihn beiseite. Dann stößt sie mit einem ekstatischen Schrei die Tür auf und stürzt sich hinaus. Fraser Melville reißt das Steuer herum. Der Wagen schwenkt nach links und bleibt halb auf der Straße halb auf dem Gehweg stehen. Mein Mund ist weit geöffnet. Ich muss wohl geschrien haben. Durch die Autofahrer hupen wütend, weil sie ausweichen müssen. Von Bethany keine Spur. Dann entdecke ich im Seitenspiegel einen Umriss und meine Kehle schnürt sich zusammen. Sie liegt reglos hinter uns auf dem Gehweg, Arme und Beine von sich gestreckt. Mit forensischer Klarheit sehe ich ihr zerschmettertes Rückgrat. Vor allem die zerstörten Wirbel, den Bruch auf Höhe von T3, vielleicht Der Albtraum erwacht brutal zum Leben. Mein Herz hämmert wild. Eine Sekunde später ist sie aufgesprungen, als wäre nichts geschehen, und die Erleichterung macht mich schwindelig. Sie rennt an uns vorbei in eine Seitenstraße, wobei ihr schwarzes Riesent-Shirt im Wind flattert. Ich frage mich, ob jemand die Polizei gerufen hat, und ob ich mich in diesem Moment nicht sogar darüber freuen würde. Vor uns teilt ein greller Blitz den Himmel, gefolgt von einem heftigen Donnerschlag, der erschreckend nah ist. Das Gewitter befindet sich genau über uns. Ich laufe nach, murmelt Fraser Melville und öffnet die Tür, worauf erneutes Hupen ertönt. Ich schalte den Warnblinker ein. Ich bin hilflos ohne Rollstuhl. Von dort, wo ich sitze, kann ich nicht einmal die hintere Tür schließen. Dann sehe ich, wohin Bethany will. Es liegt eine furchtbare Logik darin. Auf einem verwilderten Grundstück neben der Straße steht ein Strommast, so hoch wie ein achtstöckiges Gebäude. Ich lasse das Fenster herunter und drücke die Hupe, bis sich ein blonder Mann zu mir umdreht. Er ist etwa Mitte dreißig und trägt ein ölfleckiges Kapuzensweatschirt. Oben quillt Brusthaar heraus. Kommen Sie bitte her, Sie müssen mir helfen, schreie ich gegen den tosenden Wind an. Er schaut vorwurfsvoll von mir zu Bethany und Fraser Melville, die den Mast fast erreicht haben, dann ruft er mir etwas in einer slavisch klingenden Sprache zu. Ich versuche ihm mit Gesten zu zeigen, dass ich mich nicht bewegen kann. Schließlich trabt er zögernd und mit gesenktem Kopf durch den Regen zu mir herüber. Der Stuhl ist im Kofferraum, ich kann nicht gehen, ich brauche Ihre Hilfe. Er kommt näher und betrachtet meine Beine mit unverhohlener Skepsis. Unsere Tochter hatte eben einen Ausraster, sie ist drogenabhängig, wir wollen sie zurück in die Reha bringen, jetzt will sie sich umbringen. Der Regen klatscht mir ins Gesicht, auf die Arme, auf den Schoß. Das hier ist eine Sein Sweatshirt ist durchweicht und lässt die Muskeln darunter erkennen, die nicht aus einem Fitnessstudio stammen, sondern von der Arbeit auf dem Feld oder in einer Fabrik. Diese Muskeln brauche ich dringend. Wir haben keine Zeit, bitte steigen Sie ein und fahren Sie mich. Wir müssen sie aufhalten, sie ist gewalttätig. Der Russe klappt entschlossen den Mund zu. Wir erreichen den Fuß des Mastes im selben Augenblick wie Bethany. Der Russe bremst, springt aus dem Auto, lässt Motor und Scheibenwischer laufen. Ich spähe durch die beschlagene Scheibe. Bethany umklammert einen der riesigen Gitterpfeiler des Mastes und legt den Kopf in den Nacken, die Höhe abzuschätzen. Dann fängt sie an, hinaufzuklettern, flink wie ein Insekt. Fraser Melville kommt schreiend angerannt. Helfen sie ihm, schnell, rufe ich dem Russen zu. Meine Stimme verheilt im Gewitter. Geschickt und entschlossen hat Bethany die niedrigsten Querträger erreicht und balanciert in vier Metern Höhe. Sie streckt sich, um den Nächsten zu ergreifen, doch der ist außerhalb ihrer Reichweite. Der Wind kommt aus allen Richtungen und ihre Füße geraten auf dem nassen Metall ins Rutschen. Ich Pfeiler hoch und greift mit einer Hand nach einer Strebe. Einen Moment lang baumelt er in der Luft. Dann hieft er sich hoch bis zum Querträger und rutscht vorsichtig auf Bethany zu. Ein kleines Bündel aus nassen Kleidern. Durch den Regen höre ich sie schreien, er solle sich verpissen. Er gibt dem Russen ein Zeichen, sich genau unter sie zu stellen. Er schreit auf vor Schmerz. Dann packt er ihren Oberarm, doch sie hat die Beine fest um die Metallstrebe geschlungen. Sie müssen da rauf, rufe ich dem Russen zu. Er kann mich nicht hören. Ich sehe, wie er zögert. Dann klettert er an dem anderen Stützpfeiler hoch. Nach mehreren Versuchen ist er oben und nähert sich Bethany von hinten. Sie sieht ihn zu fassen. Sie schreit und tritt nach ihm, trifft ihn im Gesicht, doch er ist unerschüttert und löst ihren Fuß von der Strebe. Beide Männer haben sie jetzt im Griff, doch sie wehrt sich heftig. Ich höre ihre schrillen Schreie und die Männer, die sie zornig anbrüllen. Fraser Melville verliert als erster das Gleichgewicht, doch er lässt nicht los, ebenso wenig ineinander verschlungen, noch immer kämpfend, kippen sie alle drei zur Seite und stürzen aus vier Metern Höhe auf den Boden. Bethany hat zunächst hyperventiliert, nun aber geht ihr Atem ruhiger. Sie hat einen hässlichen Kratzer auf der Stirn. Ihre verbundenen Hände sind blutverschmiert. Fraser Melville hat einen riesigen Kratzer auf der Wange, der mit dunkelrotem Blut und Rost bedeckt ist. Der Russe ist unglücklich gelandet und hinkt. Alle drei sind triefend nass. Noch immer prasselt der Regen nieder. Die Hintertüren des Wagens stehen weit offen, der Russe hält Bethany auf dem Rücksitz fest, während Fraser Melville ihre Handgelenke mit meinem Schal fesselt. Das Meer wird Feuer fangen, verkündet Bethany und richtet den kajalverschmierten Blick auf den Russen. Ihre Augen wandern ziellos umher. Ihr Atem geht unregelmäßig. Verstehen Sie, was ich sage? Alle werden ertrinken in einer gigantischen Welle. Sie werden sterben. Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen danken soll, sagt Fraser Melville und drückt dem Russen ein Bündel Geldscheine in die Hand. Der Russe nickt, inspiziert das Geld und stopft es in seine Gesäßtasche. Kein Problem, Mann. Sein Ellbogen blutet stark. Er ist gar nicht, mein Vater, nuschelt Bethany, wischt sich die Stirn ab und betrachtet das Blut. Und sie ist auch nicht meine Mann, aber sie rammeln sich um den Verstand echt wahr. Der Russe schlägt die Tür zu, entsetzt über das, was er da gerettet hat. Er dreht sich um und will gehen. Hören Sie, sage ich in dringlichem eine gute Idee zu fliehen, bevor der Verkehr zusammenbricht. Sie werden es nicht bereuen. Dem Russen stehen tausend Fragen ins Gesicht geschrieben, aber wir haben keine Zeit, sie zu beantworten. Fraser Melville legt den ersten Gang ein, reißt das Steuer herum und schießt auf die Straße hinaus. Als wir London erreichen, ist das Gewitter in einen leichten Regen übergegangen. Die Lagerhäuser und Bürogebäude sind in schwaches Licht getaucht, brüchig wie Staniol. Wir sind noch immer mindestens 40 Kilometer vom Stadion entfernt. Ich schalte BBC ein, wo gerade die Erkennungsmelodie der Nachrichten läuft. Als sich der kleine Bildschirm mit einer Luftaufnahme von Buried Hope füllt, schlägt Fraser Melville triumphierend aufs Lenkrad. Wissenschaftler warnen vor einer Katastrophe in der Nordsee, die Europa treffen könnte. Das Bild wechselt zur Pressekonferenz, wo Harish Modak, Ned Rappaport und Christine Jons Dottier auf einem Podest in einem Saal voller Journalisten sitzen. Sie sprechen von einer globalen Krise ungeheuren Ausmaßes. Nun, da die Nachricht in der Welt ist, durchflutet mich die Erleichterung wie eine willkommene Dosis Morphium. Im Fernsehen erscheint eine weitere Ansicht von Buried Hope Alpha. Der gelbe Kran ist in einem Winkel von 45 Grad geneigt. Während die North Sea Alliance die Behauptungen des Professors entschieden zurückgewiesen hat, haben ungewöhnliche Vorgänge im Meer Spekulationen ausgelöst. Eine Karte der Nordsee wird eingeblendet, auf der Pfeile die Massenbewegungen der Meerestiere nachzeichnen. Harish Modak, Christine und Ned erscheinen wieder vor einer Karte des Meeresbodens. Sollte Christine nervös sein, lässt sie es sich nicht anmerken und erklärt anhand von Zeichnungen, Landkarten und Diagrammen die wissenschaftliche Seite. Sie trägt ihren Fall klar und schlüssig vor. Fraser Melvilles Hände schließen sich mit neuer Kraft ums Lenkrad. Dann ist Ned an der Reihe. Auch er hat sich ausgezeichnet vorbereitet. Praktisch gesehen bedeutet es, dass sie sofort aufbrechen sollten, falls sie weniger als zehn Kilometer von der Küste entfernt wohnen. Packen sie Essen und Verbandszeug ein und fahren sie in höheres Gelände, schließt er. Wir müssen mit einem Domino-Effekt rechnen. Falls die britische Öffentlichkeit in etwa so reagiert, wie ich es in meinem früheren Leben getan hätte, wird die Warnung zunächst auf taube Ohren stoßen. Die Leute werden es verdrängen oder sich um banale Dinge wie Zahnpasta und Hundefutter sorgen. Als Harisch das Wort ergreift, spricht er mit dem Bedauern eines Erwachsenen, der ein Kind enttäuschen muss. Das vernichtendste Resultat der bevorstehenden Katastrophe wird eine plötzliche globale Erwärmung sein, bei der die Durchschnittstemperaturen um vier Grad oder mehr steigen. Dies ist in der fernen Vergangenheit zweimal vorgekommen. Nun haben wir allen Grund zu der Annahme, dass es erneut geschehen wird. Wir befürchten, dass dieser Zustand Stunden eintreten wird. Ich denke an meinen Vater im Pflegeheim. Wie lange dauert es, bis sich die Lungen eines alten Mannes mit Flüssigkeit gefüllt haben? Harish Modak spricht wieder und muss ein Gewirr erregter Stimmen übertönen. Viele werden uns nicht glauben. Sie müssen selbst entscheiden. Aber meine Kollegen und ich meinen, dass die Menschen das Recht haben, es zu erfahren. Nun sind alle gewarnt und können selbst entscheiden, was sie tun. Ich wünsche ihnen viel Glück. Die Nachrichtensprecherin wird vor den laufenden Bildern der Pressekonferenz eingeblendet, auf der die Journalisten die drei Wissenschaftler weiterhin mit Fragen bombardieren. Traxorak hat Professor Modaks Behauptungen entschieden zurückgewiesen und bestritten, dass es ungewöhnliche Aktivitäten unter Burritobe Alpha gegeben habe. Die Regierung hat die Warnung als vollkommen unbegründet verurteilt und erklärt, dass die Beweise nicht stichhaltig sein. Man solle keine Massenpanik erzeugen. Das Gewitter hat die Luft gereinigt, aber es riecht noch immer nach Verwesung. In den organischen Gestank hat sich ein Hauch von Schwefel gemischt oder oder geht geht mit mit mir durch. Bei Eintritt der Entrückung könnte dieses Fahrzeug unbemannt sein, liest Fraser Melville den Aufkleber unseres Vordermanns. Links von uns liegt das schwarze Band der Temse, die Oberfläche getupft mit weißen Schaumkronen. Er wirkt nachdenklich. Schalte mal den Gotteskanal ein. Ich seppe herum, bis ich The Worship Workshop finde, eine Studiodiskussion, bei der die aggressiven Blicke der Teilnehmer schon verraten, dass nach den Nachrichten eine heftige Auseinandersetzung ausgebrochen ist. Ein stämmiger Mann in gut geschnittenem Anzug spricht erregt und wedelt seinem Nachbarn, einem schlachsigen Prediger mit sonnengegerbter Haut, der viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen scheint, mit der Bibel vor der Nase herum. Die Antwort steckt in diesem Buch, man nennt es die Bibel, hier ist alles drin. Daher möchte ich mit allem nötigen Respekt ihr Argument zurückweisen, Marlon. Ich weiß ihre Aufrichtigkeit zu schätzen und zweifle nicht an ihre Liebe zu Jesus, aber dies ist eine Zeit für das Studium der Bibel. Wir sollten das Wort des Herrn sorgfältig lesen, so wie es hier niedergelegt ist, und das wird Zeit in Anspruch nehmen. Genau die haben wir aber nicht, explodiert eine junge schwarze Frau und breitet die Hände aus. Ich weiß ja nicht, was ihre Uhr macht, aber meine tickt furchtbar laut. Ein älterer Mann schaltet sich ein. Er spricht langsam und gemessen. Wir vergessen hier etwas. Es wird keine Warnung geben. Jesus hat gesagt, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Gerade darin liegt die Schönheit der Entrückung. Wir wissen nicht, wann sie geschehen wird. Wir können es nicht wissen, Christine. Wir können es nicht wissen. Die schwarze Frau breitet die Arme aus, als wollte sie das ganze Studio umarmen. Ja, ja, wir sollten jubeln, wir sollten die Menschen versammeln, dieses Ereignis in Gott zu feiern, denn die Stunde ist gekommen. Auf ihrem Gesicht erscheint ein seliges Lächeln und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Was ist los mit euch? Auf diesen Tag habe ich mein Leben lang gewartet. Ich fühle mich so gesegnet. Der Moderator unterbricht sie. Nun, es gibt eine Gemeinde, die dieses Gefühl teilt. Wir schalten jetzt live nach Birmingham, wo der Tempel Gottes sich bereits für einen Weg entschieden hat. Sie blenden zu einem jungen Prediger, der zu einer großen Gemeinde spricht, während wiegt sich ein Chor in langen blau schimmernden Gewändern. Wir feiern, ihr Menschen, dröhnt er und stößt die Faust in die Luft. Wir feiern den Triumph der Glaubenswelle und das Kommen von Gottes Entrückung. Wie lange haben wir darauf gewartet? Nun aber lobet Gott, die Stunde ist gekommen. Okay, sagt Fraser Melville bedrückt. Ich glaube, das reicht. Ich schalte den Fernseher aus. Die Autos fahren jetzt im Schritttempo. Als wir wenige Kilometer vor dem Stadion an einer Ampel halten, beginnen die Straßen vor Aktivität zu vibrieren. An den Ecken bilden sich lebhafte Gruppen. Es sind vor allem junge Männer. Geschäfte werden abgeschlossen und vergittert. Bald begreifen wir, warum. Von links ertönt ein lauter Knall, dann klirrt Glas, als ein junger Typ einen Ziegelstein durch ein riesiges Schaufenster wirft und hineinspringt. Die Plünderungen haben begonnen. Bethany schläft auf dem Rücksitz und bekommt von all dem nichts mit. Im Fernsehen wird berichtet, dass die Regierung die Panikmache noch einmal verurteilt und als zynischen Scherz bezeichnet hat, der das ganze Land in Aufruhr versetze. Man spekuliert, dass noch innerhalb der nächsten Stunde der Notstand ausgerufen wird. Der Bürgermeister von London hat erklärt, er werde an seinem Schreibtisch und bei Verstand bleiben. Doch in Norwegen, wo die Behörden die Warnung ebenso ernst nehmen wie die Bevölkerung, haben ganze Gemeinden die Küsten verlassen und sind in die Berge gefahren. In Dänemark, Norddeutschland, Belgien, die Niederlanden und an der französischen Atlantikküste ist der gesamte Verkehr zum Erliegen gekommen. Wir fahren weiter nach London hinein, kommen an kleinen Einkaufszentren vom Sturm zerfetzten Bäumen und geplünderten Supermärkten vorbei. Ich muss mich konzentrieren, um meine Panik in Schach zu halten, doch ich verliere den Kampf. Ich schalte durch die Kanäle und erstarre, als mich Bethanys Gesicht von dem Familienfoto angrinst, das ich aus ihrer Akte in Oxmith kenne. Das breite Lächeln, die Zahnspange, die den ganzen Mund ausfüllt. Man zoomt die Gesichter ihrer Eltern heran. Inzwischen wird der entführte Teenager Bethany Crawl mit der Katastrophenwarnung in Verbindung gebracht. Wir schauen uns bestürzt an. Ich sehe nach hinten, sie liegt noch immer in die Decke eingerollt da und schläft tief und fest. Ihr Vater, Reverend Leonard Crawl und ihre ehemalige Therapeutin Joy McConney behaupten, das junge Mädchen habe die Katastrophe vorausgesagt, die laut Professor Modak unmittelbar bevorsteht. Alle, die Bethany begegnen, sollten äußerste Vorsicht walten lassen. Außerdem wird die Öffentlichkeit gebeten, nach den beiden Entführern, dem Physiker Dr. Fraser Melville und Gabrielle Fox, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Hochsicherheitsklinik, in der Bethany untergebracht war, Ausschau zu halten. Dann erfüllen unsere Gesichter wenig schmeichelhafte Ausweisfotos dem Bildschirm. Leonard Crawl erscheint vor einer riesigen Außenleinwand, auf der die Botschaft leuchtet, bereit für die Entrückung? Als Christ bete ich für Bethany, sagt der Mann, der mich aus meinem Rollstuhl gekippt und hilflos auf dem Parkplatz seiner Kirche zurückgelassen hat. Ich bin Vater und Glaubender zugleich. Ich liebe mein Kind und ich liebe den Herrn. Wenn jedoch zwei große Lieben nicht miteinander vereinbar sind, leuchten vor Leidenschaft. Mein Verstand ist aber mit etwas anderem beschäftigt. Warum fahren so viele Autos in unsere Richtung? Warum haben die Autos keine Dachgepäckträger oder Anhänger? Warum sieht man kein Gepäck? Weshalb strahlen die Familien darin vor Lebendigkeit statt vor Angst wie von Sinnen zu sein? Warum tragen so viele Autos christliche Aufkleber? Als sich sagt Fraser Melville leise Oh Scheiße Was die Sache recht gut zusammenfasst Ich wende mich vom Bildschirm ab und knallfe die Augen zu Das kann nicht sein Aber es ist wahr Man hat das Olympiastadion in ein riesiges improvisiertes Gebetszentrum verwandelt Ich drehe mich um Bethany schläft noch Hat sie das alles gewusst? Hat sie es herbeigeführt? Lass sie Es ist egal wir suchen uns einen anderen Ort sagt Fraser Melville Schnell Ruf nett an und sag es ihm Panisch tippe ich die Nummer ein Keine Verbindung Ich versuche es noch einmal und nochmal Die Leitung ist blockiert Noch ein Kilometer bis zum Ziel verkündet das Navi Hast du gewusst dass dein Vater im Stadion sein würde? Frage ich so ruhig wie möglich als Bethany aufwacht Ihr Eindrückung das habe ich gesehen Eine Welle des Zorns durchflutet mich Fraser Melville fährt mit rotem Gesicht herum Du hast uns also mit voller Absicht an den schlimmsten nur denkbaren Ort geführt brüllt brüllt er Wir können den Plan nicht mehr ändern weil wir nett nicht erreichen können Er schlägt mit der Hand aufs Lenkrad Der Hubschrauber wird dort landen sage ich leise Mein Mund ist trocken Ich muss die Worte an meiner Zunge vorbeischieben Mittendrin Uns bleibt nichts anderes übrig als hinzugehen Hast du das auch gesehen Bethany Sie lächelt liebreizend in die Höhle des Löwen Ich erinnere mich an die fatale Begegnung mit Reverend Leonard Crawl Paranoia wuchert so zügellos wie manche Kristalle Im Nu ist ein neuer Teil gesprossen Sie werden manipuliert Mrs. Fox hat er gesagt und merken es nicht einmal Hey da ist es ja schreit Bethany und zeigt nach vorn ihr Gesicht leuchtet vor Aufregung sie wirkt beinahe unschuldig Christus der Heiland stieg zu uns her nieder Halleluja verdammt noch mal ich starre hin es sieht aus wie eine Fata Morgana die kolossale Zikurat ragt auf der von Menschen geschaffenen Insel empor die glänzende geneigte Klippe der Außenwand lässt die Menschen die sich in Massen über die Fußgänger Brücken hineindrängen als würden sie durch die poröse Haut nach innen gesaugt wie Zwerge erscheinen wir sind da ich hatte die epischen Ausmaße des Stadions vergessen seine Mischung aus Sachlichkeit und Größe die scheinbar unendliche Aufnahmefähigkeit Wenn ich an Gott glauben würde würde ich ihn jetzt um Hilfe bitten Als wir auf dem Parkplatz an der Ostseite fahren dringen dünne Sonnenstrahlen durch die Wolken und fallen glitzernd auf die Dächer und Motorhauben der zahllosen Autos werden in kaleidoskopisch schimmernden Fragmenten reflektiert Von fern ertönt rhythmische Gebetsmusik Die riesigen Bildschirme an den Außenseiten sind eingeschaltet Wir parken und ich schaue zurück zum Stadion Auf einem Bildschirm sieht man wie sich die Ränge füllen während fünf oder sechs weiß gekleidete Prediger das Publikum schwungvoll aufwärmen Auf einem anderen Bildschirm zeigt BBC News 24 mit der Schlagzeile Großbritannien im Chaos Bilder die auch im Miniaturformat in unserem Autofernseher zu sehen sind Ich reiche Fraser Melville die Wasserflasche Er nimmt einen Schluck und gibt sie mir zurück Wenn der Hubschrauber uns abholen soll müssen wir reingehen sage ich Fraser Melville ist noch immer blass Auch an ihm ist die Reise nicht spurlos vorüber gegangen Mit deinem Rollstuhl werden wir nicht lange unerkannt bleiben Wir waren mit Namen und Foto im Fernsehen Man hat unsere Verbrechen geschildert Alles ist da auf den riesigen Bildschirmen zu sehen Dann bleiben wir eben hier und ertrinken schlägt Bethany fröhlich vor Wir könnten zusammen sterben wie eine Familie Ich klappe das Handy auf Ich versuch's nochmal bei Ned Fraser Melville nickt Ich wähle komme aber wieder nicht durch Um uns herum führen gelb gekleidete Ordner die Leute zur Fußgängerbrücke Während ich noch einmal die Nummer eintippe gibt es im Fernsehen eine Live Schaltung zu Burry Tobe Alpha Axelsen und ein weiterer Offizieller von Traxorak erklären Es gebe keine Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten am oder unter dem Meeresboden Ich wähle noch einmal als ein lautes Keuchen vom Rücksitz ertönt Ich drehe mich um Bethany erbebt hat Augen und Nasenlöcher weit aufgerissen Es hat angefangen flüstert sie Ich kann es spüren Ihr Mund ist seltsam verzerrt Sie versucht in tiefen Zügen Luft zu holen Verschlingt sie förmlich Bethany frage ich Aber sie ist ganz wo anders Sie krümmt sich als hätte man ihr in den Magen geboxt Ihre Handgelenke sind noch gefesselt aber sie umklammert schützend mit beiden Händen den Kopf während ihr ganzer Körper in wahnsinnige Zuckungen verfällt Oh Gott murmele ich Bitte nicht jetzt Bethany Ich gehe zu ihr sagt Fraser Melville und springt aus dem Auto Bethany Kopf schnell druckartig nach hinten Sie stößt einen hohen unmenschlichen Schrei aus wie das Pfeifen eines Dampfkochtops und verdreht die Augen dass nur die blutunterlaufenden Augäpfel zu sehen sind Dann zuckt sie wieder hoch und das ganze Auto erbebt unter ihren Krämpfen Fraser Melville reißt die Hintertür auf und versucht Bethany mit seinem ganzen Gewicht niederzuhalten Sie kämpfen auf dem Rücksitz rutschen halb aus dem Auto Aus dem Augenwinkel sehe ich dass ein Ordner uns bemerkt hat Er gibt seinem Kollegen ein Zeichen deutet auf den Wagen und kommt herüber wie gelungen Bethany die Füße auf den Boden zu drücken und sie in eine sitzende Position zu hieven Dann setzt er sich neben sie und knallt die Tür zu Schnell binde sie los dränge ich Der junge Ordner kommt näher Schon hat Fraser Melville sie befreit Der junge Mann spät besorgt in den Wagen Alles in Ordnung da drin Die Krämpfe haben sich zu einem Zittern abgeschwächt Bethany öffnet den Mund und schluckt eine große Menge Luft Alles bestens sage ich und öffne das Fenster einen Spalt breit Nur ein aufgeregtes Mädchen Doch er wirkt misstrauisch Er merkt dass etwas nicht stimmt Vielleicht hat er uns erkannt Bethany bewegt die Lippen sie ist ganz grau geworden sie will etwas sagen muss husten Ich habe gemerkt wie es anfängt wirkt sie hervor ihre Stimme klingt schwach und fern wie die eines Geistes Fraser Melville schaut an ihr vorbei auf einen der riesigen Fernsehschirme Sie hat recht sagt er Seht nur Die Journalisten auf Buried Hope Alpha springen auf und rufen durcheinander Etwas hat sie aufgeschreckt Etwas das wir nicht sehen können Ich heiße Callum Ich gehöre zum Stadion Team sagt der junge Ordner Er Brauchen Sie einen Arzt Danke es geht ihr gut Callum Wir sehen uns nur die Nachrichten an sage ich kraftlos und deute auf den Fernseher Da passiert etwas In der Tat Plötzlich erzittert das ganze Bild Lars Axelsen hält sich an einem Stuhl fest wird aber abrupt in die andere Richtung geschleudert und verschwindet aus dem Bild Die Kamera zoomt weg wackelt epileptisch und schlägt Das Bild steht auf dem Kopf Wildes Geschrei Dann ein lauter Knall Callum reißt die Augen auf Ein Vorbeben murmelt Fraser Melville Ein neues Bild Diesmal eine Luftaufnahme zeigt die hell erleuchtete Bohrinsel die heftig von links nach rechts schwankt Dann verharrt sie reglos Doch schon eine Sekunde später neigt sich das gesamte Bauwerk langsam und träge zur Seite bis es in einem Unmöglichen der Schwerkraft trotzenden Winkel über dem Wasser hängt Dann versinkt der ganze Aufbau mit geradezu ballettartiger Eleganz im Meer Ein grelles Orange lodert auf Dann verlöschen nacheinander die Lichter Es geht zu schnell um es zu begreifen Innerhalb von zwei Sekunden ist die gesamte Bohrinsel lautlos in den Wellen versunken Finsternis Als hätte es sie nie gegeben Ich hab's euch doch gesagt flüstert Bethany Ich hab's euch gesagt Es hat angefangen Die Verbindung bricht ab Der Bildschirm flackert und wird dunkel Bevor ich sie zurückhalten kann ergreift Bethany die Gelegenheit packt Callum am Arm zieht ihn ganz nah an sich heran und legt den Mund an sein Ohr Er schreckt zurück doch sie klammert sich an seinen Ärmel Euer großer Tag ist gekommen krächzt sie heiser bereit für die Entrückung Dann bricht sie in hässliches Gelächter aus In diesem Augenblick wird mir klar dass er sie erkannt hat Er reißt sich von ihr los und rennt zwischen den parkenden Autos hindurch während er in sein Mikrofon brüllt Danke vielmals Bethany seufzt Fraser Melville Ein Plan B haben wir wohl nicht Das stimmt Von überall her kommen gelb gekleidete Ordner gelaufen Wir können nicht weg Vor allem ich nicht mit meinem Rollstuhl Keine Chance Wie lange haben wir noch falls das ein Vorbeben war Frage ich mit erzwungene Ruhe Meine Beine kribbeln von tausend Nadelstichen eine Stunde schätze ich Es hat die Geschwindigkeit eines Jumbo-Jets Er schließt die Augen und schweigt Ich spüre wie ein langes verzweifeltes Heulen in mir aufsteigt Sekunden später haben fünf Ordner unseren Wagen umzingelt Von hinten ruft eine hohe schrille Frauenstimme Da drüben in dem grauen Nissan Da ist das Mädchen das gesucht wird Bethany Crawl Sie hat den Teufel im Leib Das habe Gesichtsausdruck reicht von Furcht über Ungläubigkeit bis hin zu Drohung und Zorn Manche beschimpfen uns Rasch verriegle ich die Türen Angst drückt mir die Kehle zu Ich will schlucken kann es aber nicht Fraser Melville starrt unverwandt geradeaus Hier entlang ruft jemand Weitere Gesichter drängen heran Jemand liegt quer über der Windschutz Scheibe Hände hämmern aufs Dach Man brüllt wir sollten die Türen öffnen Hier Das Mädchen ist im Auto Bethany Kroll Die Tochter von Leonard Kroll die entführt wurde Wie aus dem Nichts taucht ein hochgewachsener Wachmann auf und winkt die Zuschauer vom Wagen weg Sie weichen zögernd zurück Der Wachmann stellt sich auf den freien Parkplatz neben uns die Beine gespreizt die Arme verschränkt sieht uns aber nicht an Er scheint auf Verstärkung zu warten Er wirkt selbst sicher und professionell Ein Mann der seine Arbeit gern und gut macht Bethany ignoriert ihn Sie hat die Finger über ihrem stoppeligen Kopf verschränkt und wiegt sich hin und her wie ein verzweifeltes in seinem Gitterbett gefangenes Baby Auf Gesicht und Nacken glänzen Schweißperlen Fraser Melville atmet resigniert aus Es war eine Grube murmelt Bethany und streckt sich hält ihren Kopf aber immer noch umklammert Die Verträumtheit in ihrer Stimme lässt mich aufhorchen Sie warfen ihn hinein und legten einen Stein darüber und versiegelten ihn mit Wachs Was redest du da? Daniel Sie warfen ihn in die Grube zu den Löwen Doch am nächsten Morgen war er noch am Leben Mein Herz hämmert schnell zu schnell Ich presse die Ich muss ihre Worte entschlüsseln Wieso Bethany Wieso haben ihn die Löwen nicht gefressen Sie lächelt beinahe träge Weil sie keinen Hunger auf Fleisch hatten Ich bemerke wie die Leute draußen einem Mann Platz machen Er ist um die 50 mit silbergrauem Haar trägt einen dunklen Anzug Er verströmt Autorität Vermutlich ein offizieller Vertreter des Stadions oder ein Prediger Er wird von vier oder fünf jungen Männern Schwarzen und Asiaten in nüchternen Anzügen und bunten Krawatten begleitet Wieso hatten sie keinen Hunger auf Fleisch Bethany Ich Ich nehme an sie wollten etwas anderes etwas das man nicht essen kann Ich beobachte den Mann noch immer Ein Prediger da bin ich sicher Nach einem kurzen Gespräch mit Callum der in unsere Richtung zeigt und hektisch seine Geschichte vorträgt zögert er einen Augenblick Dann befragt er den Wachmann wobei er auf unser Auto deutet Ich sehe Bethany eindringlich an Was willst du damit sagen Bethany Dass wir in die Höhle des Löwen gehen sollen Ist es das Sie nickt kaum merklich Was ist los erkundigt sich Fraser Melville Bitte lächeln und aussteigen sage ich und öffne die Tür Als der Prediger sein Gespräch mit dem Wachmann beendet hat und zu uns herüber kommt habe ich mich in den Rollstuhl manövriert Die Leute starren mich unverhohlen und schamlos an doch das ist mir egal ich will das was die Löwen wollten und werde alles dafür tun ich rolle vorwärts begrüße den Mann und strecke die Hand aus er ergreift sie nicht ich bin Gabriel Fox doch er ist nicht an mir interessiert er trägt seinen Abscheu vor Bethany offen zur Schau wir haben Bethany Crawl hergebracht das sehe Gemeinde viel über dieses Kind gehört und wir haben für das Kind gebetet Bethany lässt den Kopf hängen und Fraser Melville legt ihr väterlich die Hand auf die Schulter dann ahnen sie sicher weshalb wir sie heute hergebracht haben ich lächle weiter sein gepflegtes Gesicht verzieht sich zu einem Fragezeichen sie weiß was sie getan hat sie leugnet ihre vergebung bitten wir haben gehört dass Lennart hier für Bethany beten wird deshalb sind wir gekommen das scheint ihn umzuhauen er öffnet den Mund überlegt es sich aber anders ich nutze seine Verwirrung und dränge weiter sie möchte an der Entrückung teilhaben sie ich sage euch ein Geheimnis verkündet Bethany schwermütig wir werden nicht alle entschlafen wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick ich will zu meinem Vater der Prediger sagt nichts aber ich spüre wie es in ihm arbeitet schließlich bricht Bethany der schweigen sie spricht zu der Menge ebenso wie zu dem Prediger ich möchte fragen was Matthäus ihrer Ansicht nach in Kapitel 6 Vers 14 und 15 meint mich überläuft ein leiser Schauer ihre Stimme klingt ganz anders als sonst überzeugend und selbstsicher kein Zweifel sie ist die Tochter von Leonard Kroll darf ich sie daran erinnern was er gesagt hat er sagte denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben sie hält inne wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben ihr lächeln wirkt verstörend es gehört jemand anders nicht der Bethany die ich kenne sondern einer anderen Bethany einem gesunden netten normalen Mädchen das früher Klamotten in der Fußgängerzone gekauft hat und bei Facebook war und im Kino über einem Eimer Popcorn gekichert und an das geglaubt hat was in der Bibel steht nun reverend was hat Matthäus ihrer Ansicht nach damit gemeint man führt uns vom Parkplatz in Richtung der östlichen Fußgängerbrücke Bethany geht einige Meter vor uns flankiert von zwei Aufpassern auch uns hat man jeweils einen stämmigen beharrlich schweigenden Ordner zugeteilt ich verliere Bethany vorübergehend aus den Augen als ich sie wieder sehen kann halten die beiden Ordner ihre Ellbogen umklammert vermutlich hat sie einen Fluchtversuch unternommen ein blondes junges Mädchen spuckt sie im Vorbeigehen an und hinterlässt einen schaumigen Spritzer auf ihrem Rücken unsere Ordner haben alle Hände voll zu tun um uns einen Weg durch die Menge zu bahnen Fraser Melville schiebt mich Plastikstreifen wogt es ist als würde man durch einen Filter in den höhlenartigen Magen eines Wals gesogen obwohl das Stadion nach den Olympischen Spielen zurückgebaut wurde wirkt es immer noch unermesslich groß viel zu groß für ein Augenpaar das hintere Ende ist nicht beleuchtet an der vorderen Seite befindet sich die Bühne eine weiße von Flutlicht angestrahlte Scheibe deren Mitte eine riesige Fontäne aus blendend weißen Lilien beherrscht woher kommt diese spektakuläre Dekoration wer hat sie so kurzfristig besorgt hinter den Mikrofonen stehen stufenartig angeordnete weiße Blöcke die offenbar für einen Chor gedacht sind das Aufwärmteam ist noch bei der Arbeit doch die Prediger haben sich aufgeteilt und sprechen nun von den Rändern der Bühne jeweils einen Teil der Zuschauer an vielleicht hat es mit der veränderten emotionalen Atmosphäre zu tun unsere Ordner bleiben stehen und diskutieren hastig sodass ich die Sitzreihen in Ruhe nach Bethany absuchen kann keine Spur von ihr wir sind auf allen Seiten von Leuten umgeben manche manche sitzen andere gehen durch die breiten gänge schon vor meinem Unfall habe ich mich in großen menschenmengen unwohl gefühlt und immer eine Gefahr gespürt die von ihnen ausgeht da entlang sagt die Ordnerin und deutet auf eine Sitzreihe vorn an der Bühne hier bleiben sie befiehlt sie ausdruckslos Fraser Melville setzt sich ans Ende der Reihe und ich mich daneben in den Gang während sie über ihr Headset mit jemandem spricht ich horche angestrengt ja Reverend so wie ich es verstehe Sir ja sie hat Matthäus zitiert wie aus heiterem Himmel tritt ein Lächeln auf ihr Gesicht dessen Schönheit mich überrascht sie müssen nur das Zeichen geben natürlich werden wir das Sir Gott schütze sie und ihre Familie Sir wir sehen uns wieder in Gottes Königreich Fraser Melvils Aufpasser scheint verschwunden zu sein doch kurz darauf entdecke ich ihn auf der anderen Seite des Stadions wo er Leute in die oberen Sitzreihen einweist wo ist Bethany frage ich die Ordnerin wir kümmern uns um sie sie will zu ihrem Vater darum sind wir hier keine Sorge alles bestens sie ist schon auf dem Weg zu ihm Fraser Melville und ich sehen uns niedergeschlagen an noch nie habe ich mich so hilflos gefühlt als Christine Jons Dottier und Harish Modak mir im Bauernhaus die Phasen einer beschleunigten Klimakatastrophe erklärten klang es zu theoretisch um beängstigend zu sein nun aber sitzt mir das Wissen tief in den Eingeweiden draußen auf dem Meer folgen dem Ruck der Buried Hope Alpha bis in die Grundfesten erschütterte weitere heftige Stöße Schiffe werden hinabgesogen unter sie Kabel zerstört der Meeresboden explodiert gibt nach Tonnen von Sedimenten stürzen in einem zweiten Beben hinab die erste Riesenwelle wird ausgelöst baut sich auf und schlägt über dem Land zusammen dann der Domino-Effekt Ein unterseeischer Erdrutsch führt zum nächsten Millionen Tonnen eingeschlossener Hydrate werden freigesetzt Eine zerstörerische Kette von Tsunamis fegt durch die miteinander verbundenen Ozeane Überall wird Methan freigesetzt das seit Jahrmillionen begraben lag steigt donnernd an die Oberfläche und gerät beim Kontakt mit Sauerstoff in Brand Der Ozean steht in Flammen Das Gas pulsiert nach oben in die Atmosphäre Während die Tage und Wochen vergehen werden Luft und Wasser immer heißer Die Hitze macht weitere Hydratfelder instabil bis Kontinent um Kontinent und mehr und mehr von der Raserei ergriffen werden aus 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 diesem links 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 rechts von uns erwachen riesige Bildschirme zum Leben man sieht das Stadion von oben das eine Ende in Dunkelheit getaucht hellschimmernd wie ein Halbmond nahaufnahmen des Publikums die strahlenden Gesichter der weiß gekleideten Prediger Dann nehmen die Chorsänger ihre Plätze auf den Blöcken ein und ich entdecke ein bekanntes Gesicht Sieh nur sage ich und deute auf Joy McConey die in einer Art VIP-Bereich sitzt nur hundert Meter von uns entfernt Sie trägt ein fließendes weißes Gewand Ihre Augen sind geschlossen als wäre sie tief in Meditation oder ins Gebet versunken Sie hält eine Kerze in der Hand Ich frage mich wo ihre Kinder sind Von ihnen und dem Ehemann ist nichts zu sehen Auf ein unsichtbares Signal hin drehen sich die fünf Prediger zum Chor und beginnen rhythmisch zu klatschen Das Publikum stimmt ein während die Musik anschwillt und wie Wasser um uns wogt Ich sehe auf die Uhr Wo ist Bethany Wo bleibt der Hubschrauber Glaube sage ich mir Als die Musik in einem Crescendo endet und verklingt in Applaus und Gejohle untergeht bemerke ich einen neuen auffordernden Ton der sich in den Lärm mischt Köpfe drehen sich herum Fast hätte ich Leonard Kroll nicht erkannt als er schwungvoll durch den Gang in unserer Nähe läuft und die Bühne betritt Wie die anderen Prediger ist auch er ganz in weiß gekleidet und trägt ein unauffälliges Headset Die Leute strecken die Arme aus und jauchzen als er die Hände grüßend zum Himmel hebt Sein gut aussehendes ehrliches Gesicht ist auf allen Bildschirmen Willkommen im Tempel des Lobpreisens Willkommen am größten Tag unseres Lebens Seine Stimme heilt durch die riesige Arena und in die dunkle Luft empor Die Gläubigen jubeln und schwenken die Arme Die Entrückung steht bevor Gelobt sei der Herr Er besitzt echtes Showtalent Der harte Kern klatscht und pfeift Anderswo aber beginne ich eine leisere und sorgenvollere Reaktion zu spüren Dieser Tag ist ein Tag wie kein anderer verkündet Crawl Dies ist ein Tag der Freude der Tag auf den die wahren Christen gewartet und um den sie gebetet haben Entfesselte Applaus Ja ihr Menschen wir werden aufgefangen und ins Königreich des Himmels eintreten wir werden durch diese Tür gehen Ich bin einer von vielen die diese gute Neuigkeit in unserem Tempel verkünden Crawl hält inne und sein Ausdruck verändert sich Doch es geht heute nicht nur um uns und unsere Freude Vor vor allem trauern wir um unsere lieben die Gott nicht gefunden haben und in der Trübsal zurückbleiben Ja wir trauern um sie und erbitten Stärke Lasst mich euch noch etwas sagen Er blickt auf und dreht sich langsam um Sein Gesicht auf den riesigen Bildschirmen zeigt tiefe Nachdenklichkeit Heute hat Gott uns das Privileg einer besonderen Aufgabe verliehen bevor wir in ihm befreit werden Ja heute hat Gott uns eine Herausforderung gesandt Er holt tief Luft und atmet langsam aus Und ich gestehe es euch ihr Menschen Für mich ist es eine ganz besondere Herausforderung Ein interessiertes Raunen geht durch die Menge Kroll nutzt den Impuls schaut sich erwartungsvoll um und deutet mit einem kleinen Lächeln auf das andere Ende des Stadions Halleluja stößt meine Nachbarin hervor Oh nein sagt Fraser Melville und deutet auf den Riesen Bildschirm Bethany Sie steigt die Stufen zur Bühne hinauf Ich schaue mich um kann sie aber nicht entdecken und wende mich wieder den Bildschirmen zu Sie geht ruckartig und steif als hätte sie ihren Körper noch nicht wieder unter Kontrolle In dem kolossalen Amphitheater sieht Bethany winzig aus wie ein Zwerg Dann holt die Kamera sie näher heran und auf einmal ist sie riesengroß auf der Leinwand die Augen tief liegend und dunkel die Pupillen erweitert Immerhin wissen wir jetzt wo sie ist sage ich leise zu Fraser Melville Nein schreit eine aufgesprungen und schüttelt die Faust in der Luft tu es nicht Len nein ich kenne sie ich kenne sie doch Crawl kann sie nicht hören oder er will es nicht die gläubigen zeigen auf Bethany in ihren Gesichtern lese ich eine Mischung aus Neugier Entsetzen und schriller Panik hinter mir ertönen zusammenhanglose Rufe heftige Auseinandersetzungen und entsetzte Schreie die Joyce mit ausgestreckter Hand und noch immer lächelnd bringt er das Publikum zum Schweigen fürchtet euch nicht ihr Menschen willkommen meine liebe Bethany meine geliebte Tochter mein gesegnetes Kind Bethany lächelt ihn an und ihr lächeln ist so schön und unerwartet und rein dass alle innehalten ich wusste nicht dass sie so lächeln kann wie eine liebende Tochter ihre Stimme bricht als sie einfach nur dead sagt eine kurze Pause dann atmen alle gemeinsam aus Stimmengewirr erhebt sich Crawl wird lauter ja dies ist meine Tochter ihr Menschen meine Tochter er strahlt meine liebste Bethany das Böse hat uns getrennt doch nun hat sie zu meiner großen Freude den Teufel ausgetrieben und den Wunsch geäußert zu Gott zurück zu kehren seine Stimme steigert sich zu einem Schrei gepriesen sei der Herr aufgeregtes Murmeln schwappt durch das Amphitheater wie Whisky in einem Glas und setzt neue Aromen frei sag es ihnen dad fordert sie ihn auf sag ihnen warum ich hier bin Kroll bringt die Menge wieder zum Schweigen und holt Tiefluft viele von euch haben von Bethany Kampf gegen das Böse und ihre eigenen Dämonen gehört viele von euch wissen was sie getan hat er hält inne Meine Bethany hat sich entschlossen Gott um Vergebung zu bitten und unser Herr ist ein Herr der zuhört Bethany hat flehend die Hände gefaltet und fällt mit gesenktem Kopf auf die Knie Auf den Bildschirmen ist nur noch ihr stoppeliger Schädel zu sehen dann blickt sie auf Tränen glitzern in ihren Augen Danke danke dass du mich hier sprechen lässt ich weiß was ich dir angetan habe Bekundungen des Mitgefühls ein Mädchen das seine Mutter getötet hat bittet den Vater und Gott um Vergebung was kann dies anderes sein als ein Wunder wie geschaffen für einen Tag wie diesen Bethany breitet die mageren vernerbten Arme aus und dreht sich langsam bis sie den ganzen erleuchteten Halbkreis in sich aufgenommen hat sie ist die Tochter ihres Vaters das sehe ich deutlich sie hat seine Gabe es stimmt dass ich etwas in mir hatte sagt sie in ihrer stimme schwingt etwas neues mit das ich noch nicht kenne Selbstsicherheit aber auch ein Unterton den man mit Demut verwechseln könnte und es war etwas schreckliches sie nickt heftig und senkt scheinbar niedergeschlagen den Kopf um uns herum erhebt sich wirres geflüster mom und dad wollten es loswerden aber es wollte mich nicht verlassen so sehr sie auch gebetet haben sie versuchten es wieder und wieder sie taten alles dafür und jedes mal bemühten sie sich mehr das stimmt doch dad leonard crawls gesicht leuchtet noch aber es liegt ein schatten darüber er nickt vorsichtig ja liebes wir haben unser bestes getan deine mutter und ich gott gebe ihre geliebten seele frieden am ende mussten sie mich ausziehen und drei tage lang statt nur für ein paar stunden an die treppe binden die frau neben mir hält die luft an ich sehe dass einige von ihnen schockiert sind aber es war doch nur zu meinem besten dad nicht wahr leonard crawl tritt vor offenkundig entsetzt doch sie bremst ihn mit einer handbewegung nein dad ich möchte ihnen erzählen was du alles versucht hast um mich vor mir selbst zu retten lass mich ihnen erzählen was du und mum im namen des herrn getan habt ja lass es uns hören ruft eine männerstimme bethany ist jetzt in ihrem element ihr musstet mich drei ganze tage dort lassen ich habe auf dem boden geschissen und gepisst ihr konntet mich nicht essen oder schlafen lassen so stark war eure liebe dafür muss ich euch bewundern mit heftigen gesten bedeutet crawl einem techniker ihr mikrofon abzuschalten man hört ein knistern und dann ein schrilles pfeifen aber sie spricht weiter ihr musstet den teufel in mir austreiben weil der teufel nicht an die wüste leere erde glaubt und die finsternis über der tiefe und den ganzen scheiß tatsache ist aber der teufel glaubt was er in der schule gelernt hat weil es verdammt noch mal einen sinn ergibt dad ein kollektives keuchen ein man brüllt etwas unverständliches und der wachmann neben mir bald die fäuste crawl starrt seine tochter mit offenem mund an bethany du weißt dass es nicht so war doch so war es genau das ist passiert dad und das weißt du auch und mit einem hässlichen elektronischen kreischen verstummt bethany mikrofon sie brüllt noch einige sekunden tonlos stürzt sich dann headset herunter er ist zu verblüfft um zu reagieren und steht reglos da während sie um ihn herum tanzt als liefe sie über glühende kohlen und in das headset in ihrer hand brüllt ja so war es aber es hat nicht funktioniert oder ihr gesicht leuchtet vor zorn also habt ihr du und mam angefangen meinen Kopf zu schütteln weißt du noch so treibt man den abwechselnd den Kopf seines Kindes und schüttelt ihn so fest dass es sich anfühlt als würde das Hirn heraus quellen aber ihr konntet das böse Ding nicht vertreiben es ist noch immer hier drin dad und weißt du auch warum weil es nicht der Teufel ist ich selbst bin es Bethany ich bin nur Bethany hier drin ist kein Teufel und kein Gott es gibt nur mich das ist alles nur mich verfluchte scheiße mit einem lauten knacken wird auch dieses Mikrofon ausgeschaltet Bethany bleibt stehen und sieht ihren Vater unverwandt und trotzig an das eingelullte Publikum erwacht und es werden Rufe der Empörung und Verzweiflung laut in den vorderen Reihen springen mehrere Männer auf und sehen sich fragend um sie wissen nicht was sie tun sollen auf einmal scheint es niemanden mehr zu geben der die Führung übernimmt am allerwenigsten Leonard Kroll die Prediger werden aktiv drei von ihnen rennen zu Kroll und es folgt ein rascher eindringlicher Wortwechsel während sie auf die lächelnde Bethany zeigen Kroll nickt schockiert worauf zwei Sicherheitsleute sie unter den Achseln fassen und die winzige Gestalt mühelos hoch heben Kroll weist wie eine Frau hinter mir aufschreien lässt reißt sich Bethany los sie entkommt dem Griff der Männer und rennt weg ohne Vorwarnung überfällt sie ein heftiger Krampf und sie stürzt wie von einer Kugel getroffen zu Boden ihr Körper zuckt epileptisch als sich ihre Gliedmaßen wieder entspannen greift Kroll mit neuer Kraft zum Mikrofon der Teufel steckt noch immer in ihr ruft er wir müssen betet für meine Tochter ich greife instinktiv nach meinem Donnerei doch Fraser Melville hält mich am Arm fest und deutet mit einer Kopf Bewegung nach oben ich lege den Kopf in den Nacken zu sehen ist nichts aber in der Ferne höre ich das Knattern eines Hubschraubers es kommt näher Bethany liegt reglos da mein Herz setzt aus in dem Tumult haben uns die zum Hubschrauber schaffen wollen müssen wir jetzt handeln du holst sie sage ich zu Fraser Melville er landet am anderen Ende des Stadions wir treffen uns dort er nickt ich liebe dich Gabriel ich weiß und ich aber er ist schon in der Menge verschwunden ja dies wird ein furchtbarer Ort für jene die zurück bleiben beharrt Kroll lasst uns für sie beten so wie wir für frohlocken im ewigen Königreich in das wir alsbald eintreten werden mit erhobenen Händen und ausgestreckten Handflächen ruft er vereinzelte Jubelrufe hervor andere aber schreien buh und Skandal wir erwarten deine Entrückung o König der Könige o mächtiger o liebender Gott in Jesu Namen er spürt die Veränderung und nickt rasch zum Chor hinüber Sekunden später erdröhnt ohrenbetäubende Musik Menschen stehen auf tanzen und wiegen sich und singen aus voller Kehle während andere sich in einem menschlichen Mahlstrom an ihnen vorbeidrängen hinauf zu den durchlässigen Rändern des Stadions und hinaus fließen wie Wasser durch ein Sieb ich greife nach meinen Rädern und schiebe mich vorwärts Bethany liegt noch immer ausgestreckt auf der Bühne ich rufe sie doch es hat keinen Sinn sie hat nicht die Kraft sich zu bewegen und meine Stimme geht in einer Kakophonie aus Musik Geschrei und Motorenlärm unter ich bin jetzt auf der anderen Seite der Bühne angelangt und fahre weiter auf das leere Ende des Stadions zu wo der Hubschrauber unter dem verschwommenen grauen Kreis seines Propellers nach einem Landeplatz sucht Ich bewege mich beharrlich darauf zu kämpfe mich mit den Rädern durchs Gras Als ich innehalte um Luft zu holen und mich umdrehe sehe ich dass Fraser Melville endlich bei Bethany ist Er hält sie unter den Lilien in den Armen und sucht die Menge nach mir ab Ich gebe ihm ein Zeichen Nimm sie geh jetzt Hat er mich gesehen Keine Ahnung Er zögert Geh schreie ich Er hieft Bethany hoch und hält schwankend das Gleichgewicht Zwei Sicherheitsleute kommen angerannt Einen Moment lang steht er ganz steif da als könnte er sich nicht bewegen Dann tritt er mit Sie schwankt bedrohlich und richtet sich wieder auf doch schon folgt der nächste Tritt weiter oben und bringt das ganze Gebilde zum Einsturz Es zerbricht und ein Sturzbach aus Blumen Blütenblättern und Scherben ergießt sich auf die Bühne Die Sicherheitsleute weichen aus Einer gerät ins Stolpern Der Chor schreit auf und ergreift ungeordnet die Flucht Fraser Melville nutzt das durcheinander reißt Bethany hoch und läuft schwerfällig los Ich fahre Leute an als ich wieder beschleunige doch das ist mir egal Ich brülle sie sollen Platz machen sehen sie denn nicht dass ich da durch muss Mit aufheulendem Motor setzt der offene Hubschrauber wie eine riesige ungelenke Libelle auf dem Gras auf und verströmt heißen Dieselwind Links vor mir kommt Fraser Melville herangetaumelt die Last Der Hubschrauber leuchtet wie eine Fackel ragt wie ein Haus empor Durch die Seitenöffnung sehe ich ein Durcheinander aus Menschen Ausrüstung und Kisten Fünf oder sechs Männer zwei von ihnen bewaffnet springen heraus Ich erkenne Ned Ich schreie er solle mich holen kommen Hinter ihm ist Christine das Gesicht blass und angespannt Ned hat mich in der Dämmerung noch nicht gesehen aber ich behalte ihn im Auge als er Bethany aus Fraser Melvilles Arme nimmt und zusammen mit Christine an einen der Männer im Hubschrauber weiterreicht Sie ruft ihm etwas zu und zeigt auf mich Ich drücke mit aller Kraft gegen die Räder aber es ist ein verlorener Kampf Hinter mir höre ich das Trampeln von Füßen als die Menge herandrängt Hier drüben Meine Stimme geht unter im Motorenlärm in Geschrei und Musik Doch Fraser Melville hat mich gesehen und rennt keuchend auf mich zu Ich stemme mich mit letzter Kraft vorwärts kämpfe mich über den holprigen Rasen Wir stoßen zusammen Worte sind nicht nötig Wir wissen beide was zu tun ist Er dreht sich um und geht auf die Knie mit dem Rücken zu mir damit ich die Arme um seinen Hals schlingen kann Ich klammere mich fest und er wuchtet mich hoch sodass ich an seinem Rücken hänge Er stützt meinen Körper duckt sich unter den Wirbelsturm der über unsere Köpfe fegt und taumelt auf den Hubschrauber zu Drei Männer heben mich hoch und lassen mich wie einen Sack fallen Als ich auf dem Boden pralle merke ich dass ich in die Hose gemacht habe Mein Stuhl Ich brauche meinen Stuhl Niemand scheint mich zu hören Fraser Melville liegt auf dem Boden des Hubschraubers und keucht erschöpft Er schüttelt den Kopf Es geht nicht Der Hubschrauber erbebt und die Welt die ich durch die Türöffnung sehe scheint zu kippen Vom beleuchteten Ende des Stadions strömen die Menschen auf uns zu und winken flehend Dann sehe ich meinen Rollstuhl und schreie auf Mit einer einzigen fließenden Bewegung zieht Ned ihn herein Er rutscht ein Stück prallt gegen eine Kiste und bleibt liegen Ich drücke mich an den Boden und sehe wie sich die Räder immer weiter drehen und dann weine ich vor Erleichterung Ich könnte sie ewig anschauen Der Hubschrauber wackelt und draußen schreit eine Frau Nein wartet auf mich Ein gewaltiges Schlingern dann steigen wir ruckartig empor als würden wir von oben gezogen Ich sehe das Gesicht der Frau unscheinbar und rund wie ein Ball und ihr entsetzen und ihr Baby und weiß dass ich den Anblick niemals vergessen werde Dann noch ein Ruck nach oben und der seltsam schräge Erdboden verschwindet unter uns Der Bauch des Hubschraubers ist voller Menschen Sie sitzen auf Bänken oder hocken zwischen Säcken und Koffern auf dem Boden Christine hält Bethanys Kopf im Schoß Ihr Gesicht ist blass und starr vor Konzentration wie aus Wachs Hinter ihnen eine winzige zerbrechliche Gestalt die ich erst auf den zweiten Blick erkenne Harish Modak Sein ganzer Körper wird von Schluchzen geschüttelt Christine deutet nach draußen Ich erstarre Der Himmel ist dunkel und geädert wie Marmor Dann ertönt ein ohrenbetäubendes überirdisches Dröhnen Es halt am ganzen Horizont wieder und schwillt in einem trägen Crescendo an als hätte es alle Zeit der Welt Eine Stimme aus der Tiefe unter dem Meeresboden hat gesprochen Der Hubschrauber wird von einer ungeheuren Kraft hin und her gerissen Gegenstände stürzen auf uns herab Schreiende Menschen klammern sich aneinander fest Irgendwie gelingt es dem Piloten den Hubschrauber unter Kontrolle zu bekommen Doch der Motor hat zu kämpfen Mons weicht das Meer in einem gewaltigen schaumbedeckten Sog zurück und legt Hektar um Hektar glitzernden Sand und Steine und zuckende silberne Geschöpfe frei vermutlich Delfine oder Wale die durch die gewaltige Wasserbewegung gestrandet sind Dann flackert ein orangefarbenes Licht am Horizont auf und pulsiert unter der Himmelskuppel Als wir uns weiter nach oben quälen schwillt das Licht an und verändert die Form dehnt sich nun flach über dem Meer aus Zuerst sieht es aus als wäre ein gläserner Gebirgsgrat aus dem Sand gewachsen Aber es ist eine Wand aus Wasser Sie verdeckt die Wolken Unten ist sie dunkel fast schwarz und oben von tanzenden spritzenden weißen Federn gekrönt Die gigantische Welle die in ihrer Großartigkeit schöner und furchtbarer ist als alles was ich mir je hätte träumen lassen rast auf uns zu erneut ertönen schreie als ich den Grund erkenne zieht sich alles in mir zusammen wir fliegen zu niedrig selbst wenn die Welle uns nicht erreicht wird uns die Luft strömung hinunter ziehen höre brüllt nett dem Piloten zu der Hubschrauber heult auf und bricht aus wird von den Schockwellen hin und her geschleudert der Pilot schreit eine Antwort werft eine Kiste raus brüllt nett in die brodelnde Höhle des Innenraums der Befehl macht die runde und zehn Männer darunter nett und Fraser Melville rappeln sich auf und versuchen die größte Holzkiste an die Öffnung zu schieben Christine hilft ihnen nachdem sie Bethanys Kopf auf einen Sack gebettet hat in einem wilden tierischen durcheinander stemmen sich alle anderen gegen die Wände des Hubschraubers ich muss zu Bethany langsam ziehe ich mich in ihre Richtung wie ein riesiges Rad rollt die Zukunft mit mörderischer Gewalt heran ich habe Bethany fast erreicht sie blinzelt rasch und verzieht kurz den Mund in einer Geste des Erkennens ich lege mich neben sie auf den vibrierenden schlicht er riecht schwach nach Kaugummi mit einer ruckartigen Bewegung legt sie ihre Hand knochig wie die Klaue eines Vogels auf meinem Bauch solange ich ihren Zorn am Leben erhalten kann diesen ganz besonderen Bethany Zorn wird sie durchhalten und solange sie durchhält halte auch ich durch ich lege meinen Mund an ihr Ohr ich dachte wir berühren uns nicht Bethany flüstere ich ich berühre nicht sie Roller ihre Stimme klingt erstickt als könnte sie kaum atmen was meinst du ich meine es in ihnen drin unseren kleinen Freund echt blödes Timing sie prustet los ich verstehe sie nicht ich werfe einen Blick zu Fraser Melville der sich mit blassem Gesicht gegen die Kiste stemmt in diesem Augenblick wird mir klar was Bethany gesagt hat oh mein Gott nicht jetzt mein Herz befindet sich im freien Fall und dann macht es aus unerfindlichen Gründen einen frohen Sprung sie wissen wohin sie mit dem Baby gehen früstert flüstert Bethany heiser ich nic in einem winzigen aufschimmern der Zeit wird mir klar dass ich es schon immer gewusst habe alle zurück schreit jemand die Männer drücken rhythmisch gegen die Kiste schieben sie zentimeterweise an die Kante bis sie das riesige Rechteck mit einer letzten gemeinsamen Anstrengung weit genug hinausschieben die Kiste ist jetzt halb draußen zögert kippt und fällt windet und der Hubschrauber neigt sich gefährlich zur Seite er scheint die Balance zu verlieren wieder werden wir zur Seite geschleudert ich umklammere Bethanys Schulter und mache die Augen zu als ich sie wieder öffne sehe ich Harish Fraser Melville und Christine die einander an der gegenüberliegenden Wand in einem seltsamen Triptychon umfangen halten und auf die Wasserwand starren schmutzig schäumend schwarz beladen mit Autos Bäumen Trümmern und menschlichen Körpern die mit der Geschwindigkeit eines Jumbo-Jets auf uns zuschießt mit einem brutalen Ruck steigt der Hubschrauber senkrecht in die Luft der Pilot hämmert auf die Instrumente während sich unter uns das Wasser entzündet das Feuer breitet sich gierig aus als würde es reines Öl verschlingen gelbe Flammen schießen aus der Gischt empor und lösen sternförmige Gasexplosionen aus mit einem kehligen Brüllen ergießt sich die Welle über die Landschaft zermalmt Häuser und verwandelt Bäume in Streichhölzer während ihre Gewalt uns nach oben katapultiert schrumpft die Welt da unten zu einem brutal beretsamen Bild ein unermesslicher Teppich aus Glas breitet sich aus weiß glühend und an seinen Rändern steigen pudrige Wolken auf teils fest teils flüssig teils gasförmig ein monströses Gebräu der Elemente das tief aus dem Bauch der Erde gestiegen ist man hört ein sanftes nachgiebiges Knirschen als Gebäude sich neigen untergepflügt werden und im Sog verschwinden nur wenige Wolkenkratzer ragen stolz aus der brennenden Wasserfläche während das Land um sie herum erbarmungslos und gründlich ausgelöscht wird die Hitze ist unerträglich als wäre die Sonne selbst ins Wasser gestürzt und würde uns von unten bescheinen man kann kaum atmen es stinkt nach verbranntem Holz geschmolzenem Plastik zerkochtem Fleisch und Meeresfrüchten Regenbogen tanzen über der pulsierenden Flut noch nie habe ich etwas so Schreckliches gesehen es ist wunderbar sagt Bethany wie gebannt starrt sie hinaus sie werden es nie vergessen auch mich werden sie nie vergessen das weiß ich das seltsame Licht macht ihr Gesicht durchscheinend und geisterhaft wie Reispapier wir kommen hier raus landen an einem sicheren Ort und dann wirst du behandelt sage ich doch als der Hubschrauber einen Bogen beschreibt und die Richtung ändert wird mir klar dass ich sie missverstanden habe ganz und gar völlig nein Bethany ich strecke den Arm nach ihr aus doch sie ist schon losgerollt geradezu lässig tänzerisch und ruhig ein geschmeidiges wohlüberlegtes rotieren sie hat die Augen weit geöffnet sie weiß was sie tut ich schreie aber kein Laut dringt aus meinem Mund ich schreie noch einmal diesmal lauter bei dem kreischenden Motorenlärm hört mich niemand Bethany rollt weiter bis zur Kante der Welt und darüber hinaus meine Augen folgen der Spur des fallenden Mädchens das sich vor der blendenden Helligkeit dort unten abzeichnet als die Hitze des Schmelzofens nach oben schießt und meine Haut versenkt sehe ich sie in den Dämpfen ratschlagen die Bewegung ist langsam beinahe anmutig tiefer und tiefer zuerst ist sie ein Komma dann nur noch ein Punkt dann ein brennender Splitter der vom Abgrund verschluckt wird und dann nichts mehr jetzt begreift Fraser Melville was passiert ist was ich nicht rechtzeitig erkannt habe die Erfüllung von Bethany's Todeswunsch der von Anfang an so offenkundig war und dessen Kraft ich fatalerweise unterschätzt habe ihre dunkle durchdachte unbeirrbare Mission ein Ende zu machen er ruft es nett und Christine zu es entsteht Unruhe als sich die Nachricht verbreitet Fraser Melville stürzt zu mir herüber und hält mich fest er drückt mich fest an seine Brust dass ich in seinen Armen gefangen bin zwingt ein lautes Heulen aus mir heraus einen Schrei der durch den Rest meines Lebens heilen wird denn ich weiß schon jetzt dass es in Bethany Land keine grünen Felder geben wird keinen sicheren Ort an dem ein Kind spielen kann nichts als harte verbrannte Felsen und geborstene Erde den Kampf um Wasser Essen Hoffnung ein Ort an dem jeder Tag vom harten brutalen Kampf ums Überleben und von endloser Sehnsucht geprägt ist und es wird keine Bethany geben aus Fraser Melvils enger Umarmung schaue ich hinaus in den Geburtstag einer neuen Welt einer Welt die ein Kind betreten muss einer Welt zu der ich nicht gehören will einer Welt die nicht unsere ist Sie hörten Endzeit von Liz Jensen aus dem Englischen von Susanne Goga Klinkenberg gelesen von Andrea Sawatzky Produktion der Hörverlag 2011 Hörverlag